Oh, es ist Zeit für Galaxy! Wir haben zuletzt Mario Sunshine zu 100% durchgespielt, davor Mario 64 und es ist Zeit für den dritten Bunde und zwischendurch auch noch Mario 3D World, aber es zählt sowieso nicht wirklich dazu. Und, ähm... Oh, okay. Ich glaube, das wird mich nerven. Ich spiele die All-Stars-Version, weil Leute viel Gutes darüber sagen. Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehen soll. Woher kriegt man die Kollektion zu einem guten Preis? Aktuell ist das absolut unverschämt. Keine Ahnung, ich habe sie gekauft, als sie neu war. Ah, ich bin tot. Zeit für das beste 3D, Mario. Ich glaube, ich bin aktuell auf dem Trichter, dass ich Galaxy 2 als den besten Teil gelten lassen würde, aber ich habe Galaxy 1 auch schon ewig nicht mehr gespielt. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Todes ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Power-Stern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Aber Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Oh, sie liest das tatsächlich vor. Jo, Peach will mir irgendwas geben. Außer, weil ich gerade sehe, dass mit der 3D All-Stars-Collection bekommt man zu keinen guten Preis. Ist das... Kann es sein, dass du nur auf Amazon geschaut hast? Der gebrauchte Spiel auf Amazon sind das Stimmste, was man machen kann. Sind nämlich immer unbezahlbar. Oh, rechter... Ich kann die Kamera mit dem rechten Stick so ein bisschen drehen. Das ist ungewohnt. Das Sternstaubfest hat begonnen. Okay, wisst ihr, was ist das mit dem... Das ist... Das ist okay. Willkommen im Pilzkönigreich. Willst du mich verarschen? Was soll das heißen, Willkommen im Pilzkönigreich? Als ob ich jemals woanders gewesen wäre. Du kannst Sternteile aufsammeln, nur indem du sie mit dem Stern berührst. Das soll, als würde zu mir jetzt irgendjemand... Keine Ahnung, als würde ich zu einem... ...zu einem langweiligen Mittelaltermarkt oder sowas gehen. Dann würde er sagen, Jo, willkommen in Deutschland. Was? Natürlich bin ich... Was soll das denn? Warum sagst du das? Das ist echt komisch. Oh, ich will den Breakdance Toad sehen. Oh, oh. Die Piraten sind da. Wird gerne wieder Galaxy 2 spielen. Habe aber kein Galaxy 2 und Nunchuck. Wie verliert man seinen Nunchuck? Hast du die Sicherheitsschlaufe nicht festgemacht? Vielleicht, dass das Sinn dir gibt, aber trotzdem. Oh. Jetzt geht der Überfall aber los. Jetzt sehe ich da dichte Welt und saftige Wiese im Hintergrund. Fast so dicht und saftig, wie in der neuen Pokémon-Region der Name mir entfallen ist. Haben die den Luma gesehen, den Peach da hält? Ich glaube, der ist ziemlich kalt und metallisch. Und ich glaube, im Sommer ein absoluter Traum, um sich kühl zu halten. Das ist doch mein Lieblings-Nintendo-Bösewicht Bosa. Der will eine Galaxie erschaffen. Was ein unfassbar cooles Konzept ist übrigens. Ich meine, Leute kritisieren immer die Story von Mario, okay? Oder haben sie damals gemacht, weil sie gesagt haben, Oh, das hat ja gar keine Story. Ich meine, Galaxy ist ein schlechtes Beispiel, weil Galaxy hat tatsächlich eine Story. Eine Lore, der man nachgehen kann und sowas. Aber Bosa ist Motivation hier, dass er einfach eine Galaxie erschaffen will. Ich denke, das ist super cool. Was ist los? Nein, noch nicht im Dreck. Was sollen wir tun? Bosa ist gekommen. Das finde ich jetzt ein bisschen zu privat, diese Information. Versteht ihr? Durch Bosa ist Magie. Die wurden kristallisiert. Ähnlich wie in dem Kult-Klassiker Dark Souls 1. Remastered. Oh, ich sollte zum Schloss rüber. Au. Zur Prinzessin geht es hier entlang. Dankeschön. Sehe, die Wachen lassen sich nicht. Soll ich das in Ruhe bringen? Es hilft nichts. Wir bekommen sie nicht frei. Du stehst nur davor. Du versuchst es ja nicht mal. Ah, noch keine Panik. Ah. Zur Prinzessin geht es hier entlang. Sehe, die Wachen sind gut. Ich meine, sie machen nichts. Aber das heißt, sie will sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber das ist wie Mario 64 an dem Punkt. Und jetzt zeig uns deine Zukunftstechnologie, Bosa. Warum sind sie eigentlich in fliehenden Holzschiffen unterwegs, wenn sie ein UFO haben? Aus Metall. Sag mal. Ich werde gleich die Videospiel-Logik-Polizei anrufen. Dann gibt es eine Dogly-Animation, die sich gewaschen hat, Nintendo. Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, wenn ihr sowas nochmal macht. Bosa hat einfach der Reichsscheibe. Ich habe gehört, Bosa hat die Baupläne für die Glocke gefunden. Und so konnte er das Ganze bewerkstelligen. Ja, so im Noxy. 41 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Das war gutes Grundwasser, was man da unten gesehen hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass man im Spiel das Schloss nie tatsächlich aufsucht. Ich denke, das wäre super cool. Ich weiß nicht, dass es sagt, die sie in Odyssee gemacht haben, dass man tatsächlich zum Schloss kann. Aber ich habe das Gefühl, das fehlt ein bisschen in Gellig. Moment, es gibt... Dann wiederum, es gibt eine Mission, wenn man... Hm. Ich glaube, da kann man trotzdem nicht zum Schloss hin. Hint fort mit dir zurück auf den harten Erdboden. Und ihr wollt den Mann Mario nicht im Film sprechen lassen? Was soll denn das? Die Sintro hat mich als Kind so geflasht. Mich nicht, weil ich damals, äh... Ich war 14 oder so. Okay. Oh! Schau dir den fetten Stern an. Mit dem kann ich mich identifizieren. Kleines Bäuchlein. Aber ein gutes Herz. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Seht ihr? Ich bin auch ein Lass-Uns-Spieler. Lass uns spielen. Mario Galaxy. Part 1. So, ich habe Videospielpolizei gleich zweimal gerufen. Wie hat Mario das überlebt? Äh... Schwerkraft. Kriege Schwerkraft. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Achso, das ist ein fairer Deal soweit. Wir waren das doch mal. Ich kann mich auch noch nicht drehen. Schau dich das Wasser an. Prächtig. Prächtiges Videospielwasser. Ah, ich glaube einer ist in der Röhre. Das besondere Feature ist natürlich die Schwerkraft aus dem Spiel. Oder sollte ich besser sagen, der Mangel dieser Schwerkraft. Bleib mal stehen. Ich habe ihn. Oh, erwischt. Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Glaubt ihr, die werden zu Hasen, weil der Mond aus Käse ist? Glaubt ihr, ich könnte darüber ein Lore-Video machen? Vielleicht kann ich noch darüber reden, wie es zu Tears of the Kingdom reinpasst. Ja, pass auf, der Mond ist aus Käse. Wir sind ja irgendwo außerhalb der Erde unterwegs. Und deswegen sind es die Hasen. Oh, erwischt. Hasen mögen. Nein, Moment. Hasen mögen keinen Käse. Das waren Mäuse. Ich hätte mich im Hochgras verstecken sollen. Das waren die anderen Nage-Tiere. Ich gebe zu, dass mein Lore-Video vielleicht ein bisschen... Ich gebe zu... ...dass es vielleicht ein bisschen eine Glaubwürdigkeit verloren hat. Okay? Ich glaube, da ist noch was dran an der Geschichte. Ja, genau. In Japan war irgendwas mit der Hasen... ...dass der Mond wieder... ...dass das Gesicht vom Hase drauf ist oder so. War das nicht so was? Ich bin immer noch für meine Käse-Geschichte. Ah, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Oh, Mama. Kommt auch bei Dragon Ball vor. Ja, stimmt. Dabei war dieser Hase-Typ der coolste Charakter. Hat die Superkraft, dass er Leute in Karotten verwandeln kann. Mit der Großteil an Lore-Virus hat zweifelhafte Glaubwürdigkeit. Nicht der Großteil, aber einige. Tut mir leid, dich so plötzlich hierher zu bringen. Dieser Stern verbindet die Erde und die Galaxien. Wir nennen ihn das Sternentor. Ach so. Da oben ist unsere Mama. Bitte, hör dir Mamas Bitte an. Bitte, hör Mamas Bitte. Joa, danke. Machen wir das mal. Ich hab dich von diesem Sternentor aus beobachtet. Bisschen komisch, aber okay. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Der mir kostbare Mensch. Nicht mehr. Mehr Informationen bekommen wir nicht. Den Rest müssen wir anhand von Lore-Hinweisen selbst erkunden. Ich leite das Sternentor in Kind Luma. Oh, äh. Das ist echt ein komischer Auftritt von Rosalina. Hey, ich hab dich übrigens beobachtet. Hier, ich leite dir mal ein Kind aus. Was heißt du oft ausgeliehen? Willst du dich ja sagen, dass er mich begleitet auf einem Abenteuer? Den Y-Knopf, um den Drehsprung zu machen, das wird so angenehm. Genau wie, äh. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Danke, dass du mir jeden geliehen hast. Lass im von Edoban, 22 Monate. Re-Sub. Wie lieben Dank. Herr der Lore. Klär mal, wie fändes Pilzkönigreich mit Lordrun zusammenhängt. Gab's nicht so eine... Dark Souls Game Theory, welche da auf hinaus lief, dass derjenige, der das Video geschrieben hat, Patches und so Lair verwechselt hat? Ich glaub, da war irgendwie sowas. Äh. Ganz komisch. Äh, wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttel die... Nein, ich drücke Y. Y drückt, klappt auch. Sogar Feinde kannst du so betäuben. Ich hab mir, äh... Hab ich mir Kamesin und Purpur gekauft? Ich hab mir Kamesin gekauft. Und Purpur ist für Mädchen und Schlafis. Ich hab schon auf dich gewartet. Und einen Sternenring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteorit getroffen worden und in lauter kleinen Stücke zerborsten. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind nur die Splitter? Such sie. Okay. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, wer Purpur gekauft ist, ist entweder ein Mädchen oder ein Schlaffi. Okay, Boomer, lebst du auch in der Steinzeit? Nein, 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 nein. Was ist das für ein komischer Goomba? Setz mir den auf sich. Hier ist das Space Goomba. Oh ja, jetzt fällt mir gerade wieder eine in Galaxy 1. Eine Sache, die ein bisschen dumm ist an dem Spiel. Jetzt die Tatsache, dass Münzen absolut nutzlos sind. Ich meine, man heilt sich damit, aber... Man heilt sich doch mit Münzen, oder? Aber Münzen sind super nutzlos. Das ist eine Sache, die sie glücklicherweise in Teil 2 gefixt haben. Au. Ein 1-Up. Jetzt werde ich nie wieder Game Over gehen. Achso, und ich habe mir Kamesin bestellt. Was sagst du jetzt? Ich sage, das war die richtige Entscheidung. Die kann ich einfach mit einer Drehattacke wegschlagen. Mächtig. Die Game Goombas geben selbst Münzen, auch wenn man sie durch Schütteln besiegt. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich geben alle Gegner Sternteile, wenn man sie durch einen kleinen Dreher besiegt. Was heißt mit dem Teil auf sich? Das bringt hier überhaupt nichts. Hol mich hier raus, einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Achso. Wenn der Gegner torkelt, ramme ihn. Das ist doch der Gegner, der einen Schlüssel hat, der torkelt. Und dann ramme ich ihn. Warum kam mir sie und nicht Scharlach rot? Wegen der Krankheit Scharlach? Keine Ahnung. Danke. Könntest du auch noch meine Freunde retten, die in der Festung da oben? Ich verwandele mich in einen Sternenring. Steig auf und presch nach vorne. Wir steigen auf und preschen nach vorne. Oh, was für ein Angriff. Wir wollen auf jeden Fall ausreichend Sternteile mitnehmen. Das wird komisch. Ich meine, ich sehe, dass es auf jeden Fall angenehm ist, stellenweise, wenn man das so, indem man den Controller bewegt, das Teil bewegen kann. Aber es ist auch ein bisschen ungewohnt. Ah, da ist der Schlüssel. Ich denke, wir bringen direkt das Tutorial-Level hinter uns, denn ehrlich gesagt, das ist ziemlich uninteressant. Was bringen die Teile eigentlich? Komm mal mit. Oh mein Gott, was? Pass mal auf, man kann doch Sternteile von ihnen bekommen. Man muss sie nur mit diesen komischen... Mit der Glocke, die Bowser gebaut hat, muss man sie nur betäuben. Und dann kann... Ich meine, bei den Gummers hätte ich so oder so Sternteile bekommen, aber dann kann man auch bei denen Sternteile rausbekommen. Ganz recht, ich weiß Bescheid. Ey, ich weiß, wie das Spiel läuft. Beeilung! Hier drin sind ja auch noch Freunde von uns. Mein Gex, die sieht auf 15 Jahren immer noch so gut aus. Das ist ja auch hochskaliert. Wir haben schon auf dich gewartet. Ich meine, es würde auch so noch gut aussehen, aber das ist so ein bisschen höher von der Auflösung her. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Oh, das ist ein guter Freund von mir. Das ist ein großer Stern, ein Freund von mir. Sie verwandelten die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendetwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halt ja irgendwie diese Maschine auf. Oh, ich glaube, ich werde einfach auf Schalter trampeln und die Maschine damit aufhalten. Oh, das sind die furzenden Schalter. Warum machen die ein... Geräusch. Hört doch auf, dieses Geräusch zu machen. Oh, da unten sind noch mehr. Gehen wir aus dem Weg. Betätige Fußschalter am Boden, ich weiß. Oh oh. Ist das eine Dyson-Sphäre? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich? Ich meine, wenn er der Stern in der Mitte ist, der die ganze Energie... Der müsste darauf hinauslaufen, wenn wir sie eine Kuppel drumherum gebaut haben. Oh, Bowser hat wirklich... Er hat die fortschrittlichen Techniken rausgekramt. Aber deine unendliche Energie, die kannst du mal schön für dich behalten, denn wir sind hier, um Sterne zu sammeln. Und da ist auch schon die Overworld, die nicht ganz so cool ist, wie die aus den anderen beiden Teilen. Puh. Der normale Spin-Jump-Spin betäubt die auch. Ich weiß, dass du das denken würdest, weil du erst später den Stream eingeschaltet hast, Eloban, aber tatsächlich, bei den kleinen, komischen, grünlichen Goombas, wenn man da eine Drehattacke macht, wurden sie instant zu einer Münze und nicht zu Sternenteilen. und sonst hätte ich das ja nicht hervorgehoben. Bowser will nur mit seinem neuen Männerspielzeug flexen. Wieso hat er sich Pokémon Kamisinen gekauft? Hehehehe. Oh, ein Stern. Und das in nur 20 Minuten? Die Terrasse. Uh. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach wie das eines Klasse-6-Sterns. Peinlich. Klasse-6-Stern. Oh. Das ist so peinlich. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sternen ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Kometen. Das ist unser Haus. Ein Sternenschiff, das das Sternenmeer überquert. Das Sternenmeer. Wir bereisen das Sternenmeer mit diesem Sternenschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Hör auf, das Wort Sternen zu sagen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternenschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft zusammen mit dem Sternenstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt ist das Sternenschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu dich queren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternenschiff. Das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternenkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser Runderraum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternenschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Geh zuerst zur Sternenschauterrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Komete ist in Wahrheit ein Sternenschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Ich muss die Powersterne zurückholen. Warum kann ich nicht einfach A drücken? Also, dann werden wir mal lossternen. Gleich. Ich glaube, es gab ja noch irgendwo... Wir können ansonsten noch nicht viel machen. Was mit dir? Wir kommen auf der Sternwarte des Kometen. Dankeschön. Garage. Hier werden Raumschiffe repariert. Ich sehe hier aber kein Raumschiff. Das ist die Raumschiff-Garage. Oh. Ich werde nie wieder Game Over gehen. Hallo. Ja, hallo. 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 Ich mag es, dass die Sterne, die man hier außerhalb sieht, dass sie auch einfach in Sternformationen angeordnet sind, weil warum nicht? Ich bin komplett am Anfang des Spiels. Was ist mit dir? Dies hier ist eine von zahlreichen Kuppeln die Sternschaut-Terrasse. Achso. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, es ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Der Luma wird ihren Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, Ziele mit... Ja, 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 ja. Ich lasse mich in Ruhe mit dem Handhead-Modus. Ich bin nicht im Handhead-Modus. Schon fertig mit Sunshine? Ja, wir sind fertig mit Sunshine. Ich würde sagen, so viele Galaxien können wir aktuell noch nicht auswählen. Ich würde gerne die mit der 1 nehmen, ehrlich gesagt. Das geht schneller als erwartet. Ich habe 15 Stunden gebraucht. Von der uns am nächstgelegenen Galaxie haben wir Energie wenn eines Powersterns empfangen. Hm. Es scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Oh, oh. Ich hasse es, wenn Dinge vom Bösen erfüllt sind. Ich freue mich übrigens so sehr auf die Honigbienen-Galaxie. Ich höre es schon förmlich vor mir, das Lied von da. Ich meine, der Eierplanet-Lied ist natürlich auch ziemlich prächtig, aber Honigbienen-Galaxie. Hast du 100% mit Sunshine geschafft? Glaub ich die geschafft. Ich bin doch kein Feigling. Ich bin doch kein Pokémon-Purpur-Spieler. Also kann ich eigentlich den Stern irgendwie auch wieder zurücksetzen, denn das ist bei mir eigentlich gerade den Controller neutral nach vorn zu zeigen. Das ist ein bisschen linksbündig. Abwesend für ewig lange Zeiten. Wenn du trotzdem mal reinkommen willst, auf der Unterseite findest du eine Röhre. Das ist ein ziemlich... Oh, man hat es kurz gesehen. Man hat es kurz gesehen. Da ist einfach nur ein Schild hinter der Tür, das man anquatschen kann. Was? Was? Man hat es ganz kurz gesehen, als ich die Kamera durchgeändert habe. So, was haben wir hier alles zu tun? Ah, ich glaube, man will hier einfach nach oben gehen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Zeug sammeln. Heute Galaxy Player, morgen Dark Souls 2 Enjoyer. Der gute alte Dark Souls 2 Enjoyer. Das ist die Rolle, in der ich mich am wohlsten fühle. So, was haben wir hier Schönes? Okay, folgende Sache. Weiß nicht, mit Y drehe ich mich. Vielleicht kann ich damit Controller zurückziehen. Folgende Sache, diese Noten, wenn man ihnen folgt, sie klingen nie richtig wie das Lied, das man abspielt. Es ist immer... Irgendwas klingt immer absolut falsch daran und es macht mich so sauer. Es ist immer falsch. Was habe ich jetzt für ein Leben gemacht? Wie du despawnst. Was wollen wir doch noch despawnen? Nein, ich sehe nichts, wo ich das zurücksetzen kann. Ich verpasse morgen Dark Souls 2, weil ich meine Wohnung renoviere. Prioritäten leider völlig falsch gesetzt dieses Wochenende. Oh ja, oh ja. Wenn du zwischendurch müde wirst, drück einfach auf Plus. Nein, ich... Keine Sorge. So müde werde ich zwischendurch nicht. Ich bin nämlich frisch und wach. Ich habe mir heute einen Wecker gestellt, weil ich gestern bis 8 Uhr geschlafen habe und ich wollte heute schon um 8 Uhr einkaufen gehen. Das heißt, konnte ich gar nicht gebrauchen, dass ich wieder bis 8 Uhr schlafe. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich, schnell. Dann gehen wir mal hoch. Bist du wirklich nicht müde? Ja. Pass mal auf, diese Kugeln... Shit. Kann sie zerstören? Wenn man... Okay, wir haben noch einen Versuch, danach sterbe ich. Na, na, das... Das wird so nichts. Yeah! Seht ihr das? Lass mich doch nicht von einer alten Kugel herumschubsen. Hätte ich auch Pokémon Purpur kaufen können, wenn ich das wollen würde. Ah, nein. Ich habe mich für Kamesin entschieden. Rot wie die Leidenschaft. Denn ich werde mich nicht so einfach aufhalten lassen. Ganz recht, Steine. Ihr habt euren Schöpfer gefunden. Ich habe gesehen, wie ich sie alle zerstört habe. Rot wie die Leidenschaft, sprach der Schwertspieler. Das Schwert ist in dem Fall eine Metapher. Kläre ich dir, wenn du älter bist. Und das war die gute Erdnuss. Purpur ist 3 Euro günstiger. Sagt schon alles über diese... Sagt alles aus über diese Baby-Bubis. Also gestern war es noch 4 Cent günstiger. Das liegt auch einfach daran, weil Leute, die sich Kamesin geholt haben, ihre Priorität im Griff haben und wisst, dass man nicht so viel Geld für Videospiele ausgeben soll. Das ist natürlich eine Sache, bei der ich nur hinterstehen kann von vollem Herzen. Was ist das eigentlich? Oh, das ist ein Apfel. Das ist ein Apfelplanet. Ich wünsche, ich könnte den Apfel mit Hackfleisch füllen. Das wäre jetzt das Leben. Und natürlich kann man sie auch mit dem Popel abschießen, die Teile. Aber wir holen ja gerade so viele Sternteile. Oh, das wird so hilfreich später im Spiel. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Das kann ich euch aber flüstern. Okay, jetzt reicht's. Aber da kommen auch unendlich viele raus. Deswegen reicht es also. Was ist mit der Piranha-Pflanze da unten? Hey, du. Geh mal weg. Wofür will ich das hin? Ich habe keine Erinnerung an diesen Raum. Sechs, wie ich Wasserbelone mit Hux sehen. Ich habe so ein kurzes Video gesehen, wo jemand eine Pizza auf einer Wassermelone gemacht hat. Da ich überlegt, ob ich es nachmachen will. Dann habe ich es nicht gemacht. Ist das eine geile Mission hier, die ich gemacht habe? Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre bei der großen Piranha-Pflanze gewesen. Oh, dann kommen wir hier oben raus. Okay. Okay, pass auf. Pass auf. Hey, du. Geldsack. Bleib mal stehen. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt ein anderer Weg ist, aber wir werden es herausfinden. Gib acht. Nach einem Dreher kannst du dich erst wieder drehen, wenn der Luma zurückgekehrt ist. Der Luma gibt uns natürlich die Kraft, uns zu drehen. Au. Wer macht bitte schon eine Pizza auf einer Wassermelone? Keine Ahnung. Ich scheinbar nicht. Das ist das Problem. Das ist das Problem daran. Ich muss sagen, dass mit dem Controller bisher mit der... Dass ich da mit den Sternen steuere, das funktioniert gut. Warte, war das der richtige Weg? Was für dieser komische Umweg, den ich gegangen bin? Du hast die Kometenmünze verpasst. Es gibt keine Kometenmünze im Galaxy 1. Oh. Das ist ein guter erster Bosskampf. Finde ich sogar so gut, dass ich nichts dagegen hätte, wenn sie ihn einfach nochmal bringen würden. Nur mit einem dummen Gimmick. Das wäre das viel zu stark, weil man per Knopfdruck einfach sich drehen kann. Ups. Eigentlich braucht man ein bisschen. Man kann nicht einfach instant sich drehen in dem Spiel. Wo willst du das wissen, wenn du sie verpasst hast? Oh. Eis-Kalt-Hops genommen. Vielleicht gibt es die Kometenmünze. Wir haben schon so viele Sternteile. Da können wir den hungrigen, hungrigen Luma aber gewaltig satt machen. Wie kann ich hier Sternteile verschießen? Okay, mit R2. Und damit haben wir den ersten Stern erhalten. Das Ding ist, meine Lieblingsfarbe ist rot, aber ich mag das Pokémon nicht. Außerdem sieht das von Purpur ähnlich aus wie ein schon bestehendes Pokémon. Weiß bloß nicht, wie es heißt. Also würdest du sagen, Mädchen oder Schlaffis kaufen sich Purpur? Ich hätte ja gern Kamesin gekauft, aber das Pokémon sieht ein bisschen doof aus. Nein, das ist eine Schlaffi-Aussage. Okay. Ist dir der glitzerte Sternenstab aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Die Quelle unserer Kraft. Sich zu spinnen mit der Knopfdruck ist eine sehr angenehme Erfahrung. Yeah. Gott, ich wünsche, dass sie... Okay, pass auf. Das ist... Ja, genau so. Hm, hervorragend. Hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Du kannst dir auf Gegner schießen und hungrige Luma's damit füttern. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, fuck, was wollte ich dazu noch sagen? Oh ja. Ich will nicht der Typ sein, weil ich bin nicht... Ich bin nicht gut darauf zu sprechen, auf diese Leute, die jedes erdenkliche Spiel, das jemals in der Geschichte wie die Videospiele existiert auf der Switch haben wollen. Aber. Aber. Erfüllt den Wunsch des Vielfraßes. Wer von euch hat einen Wunsch an mich zu äußern? Aber. Ich denke, Donkey Kong Country Returns hätte so sehr davon profitiert, wenn sie es auch in der Form auf die Switch gebracht hätte. Und ich weiß, dass es das tut, weil ich das Spiel in der ersten Idee über Dolphin gespielt habe und habe ich mir das Shaken einfach auf eine Taste gesetzt. Und man kann es natürlich auch auf den 3DS spielen, aber ich will mir die 3DS-Version auch mal holen. Aber komm schon. Die hätten hier eine vernünftige Version mit vernünftiger Steuerung für eine vernünftige Heimkonsole bringen sollen. Das ist halt wirklich schwach. Jeder, der Pokémon kauft, ist ein Schlaffi. Das ist halt auch nicht unwahr. Und jeder, der Pokémon nach ihrem Aussehen beurteilt, sollte sich halt sowieso schon schämen. Pokémon sind unsere Freunde. Kann man nicht einfach verurteilen, weil sie vielleicht ein bisschen hässlich, dumm oder fett sind. Muss ja schon, unabhängig davon, dass es eine Lechonk-Emote auf Twitch gibt. So viele Sternteile. Damit kann ich was anfangen. Was ist mit dir? Schon gewusst, durchdrücken von ZDR kannst du... Das weiß ich inzwischen. Danke. Wenn sie talken, ramme deine Gegner. Das ist so eine Verschwendung von Sternteilen. Alles ist besser als das Müllsack-Pokémon oder das Eis-Pokémon. Eistüten-Pokémon. Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du ihm eben eine Bitte erfüllen? Oh, wir müssen für den Vielfraß ja ein bisschen was vorbeibringen. Dann müssen wir noch ein paar Sternteile holen. Shiny Lechonk ist pink. Das ist die einzige Sache, die ich darüber weiß. Ich denke, das ist eine gut gewählte Shiny-Farbe. Warte mal, was ist da eigentlich gerade? Oh, das sind die von hier. Ich dachte, ich habe gerade das größte Secret der Welt entdeckt. Aber es war dann doch nicht das One Piece. Es war dann doch nur ein ganz normaler Tag in der Pilz-Galaxie. Ähm... Ja, das sind auch Sternteile. Ich wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt was drin. Eine nette, süße Füllung für mich. Hat jemand mal diese Süßigkeit, auf denen die Sternteile hier basieren? Ich weiß nicht ganz, was damit auf sich hat, aber ich habe das Gefühl, die haben die Nintendo-Büros zu Zeiten von der Wii mit gratis Proben versorgt. Denn mein Gott, es gibt die Sternteile in Galaxy, die auf dieser Süßigkeit basieren. Und dann sammelt man die Teile auch noch in Skyward Sword. In Skyward Sword sind das die, was war das, Seenfragmente oder sowas? Nein! Eiskalt ausgetribbelt. Es gibt auch von der Süßigkeit. Ja, die basieren auf der Süßigkeit. Hat die Malsin einfach nur Zucker. Ja, so sehen sie auch aus, ehrlich gesagt. Ah ja, das ist wieder so ein Japan-Ding, wo alles immer in irgendeiner Form auf irgendwas basiert. Ich mag es nicht, dass der Controller immer weiter nach links abdriftet, ehrlich gesagt. Das muss ich doch irgendwie zurücksetzen können, oder nicht? Kamera zurücksetzen? Nein, das ist einfach nur für die Kamera. Mit R. Oh! Okay. Könnt ihr schwören, dass ich das davor schon versucht habe, zu drücken, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Die Schriftzeichen haben fünf verschiedene Bedeutungen. Welche Schriftzeichen? Hey, Goomba. Au! Könnt ihr mal von mir treffen? Oh, was mir gerade einfällt, erinnert mich daran, dass ich heute um zwölf Uhr, wenn zwölf Uhr die Stunde geschlagen hat, dass ich mein Budokai Tenkeji Video veröffentlichen will, dass es tatsächlich kommt. Ich habe es tatsächlich fertig bekommen. Ich meine, das ist eine Leistung für sich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Sternteil dieser Luma will, aber ich würde einfach mal behaupten, dass ich mehr als genug habe. Und jetzt sollte ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Hey, hast du Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon will ich essen. Gib mir Sternteile. Wenn ich hundert esse, verwandele ich mich. Also Glück, mein Freund, denn... Oh. Ich habe mehr als genug übrig. Und... Okay. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir loslegen. Verwandlung. Der Fertzack ist gerade zu einer Galaxie geworden. Beziehungsweise zum Planeten. Fett und glücklich. Ja. Das wär's. Warum ist die Stunde so gewalttätig? Manchmal muss die geschlagene Stunde dran sein. Und jetzt mache ich meine Auto-Aiming-Stampf-Attacke. Wenn man in der Luft die Dreher macht und dann die Stampf-Attacke, dann endet man automatisch auf den Gegner und hagelt auf ihn nieder. Wie eine gute Tüte Hagelschlag auf meinem Butterbrot. Einfach niedergehagelt. Was ist mit dir? Kannst nicht einfach in der Ecke stehen und nichts machen. Dieser Maeve. Was er wohl spielt. Stell mir gerne vor, dass er Pokémon Snap spielt. Minze? Die will ich denn nicht? Uh, uh. Ich würde gerne das One-Up mit denen, ehrlich gesagt. Vielleicht spielt er auch Pokémon Pop oder so. Hat er sich das geholt? Ich hab keine Ahnung. Er loomert das Sternzeichen fettes Stück. Oh, das ist clever. Das ist auch clever. Oh, wir kommen zum Zylinder rüber. Er hat's bestellt. Soll heute bei ihm ankommen. Ah ja, stimmt. Das sollte... Ah ja. Stimmt, er hat ja... Bei ihm war irgendwie... Es kam gestern irgendwie nicht richtig an. Beziehungsweise, wenn sollte es gegen 20 Uhr oder so kommen. Stimmt. Wenn wir wahrscheinlich Pokémon gestartet haben. Ist mir immer sehr wichtig, äh, Leute. Immer schön zu sehen, was Leute für Spiele starten und dann immer das im Auge zu breiten. Das ist eine Sache, die mich übrigens unfassbar an Steam stört. Ich bin immer ein bisschen paroniert, weil ich mir denke, ja, ich will nicht, dass man gerne Freundesdisten sieht, was ich für Spiele gerade starte und wann und wie und, äh... Es gefällt mir überhaupt nicht, dieses Konzept. Ich will auch nicht immer extra... Ich meine, ich könnte einfach einstellig auf Steam immer offline bin für die Freundesliste, aber man will ja auch nicht so unaufgeschlossen sein. Steht ihr? Ja. Ja, habe ich so gefreut, als ich die heumige Stump-Attack in Super Mario Galaxy 2 erst mal gemacht habe. Ich glaube, dass man diese Aiming-Stump-Attack machen kann. Wird da im Spiel nicht wirklich erklärt? Das heißt, man fühlt sich da ziemlich clever, wenn man das rausgefunden hat. Das ist ja natürlich auch ziemlich clever, denn wir haben hier ein paar kleine Schwerkraft-Spielereien. Ich persönlich würde ja die Leichtkraft vorzugen. Sag mal, was war das jetzt? Was war das? Ich bin genau auf seinen komischen, auf seinen Schwachsten, den er gespuckt hat, draufgesprungen. Das ist nicht schön, das ist nicht nett. So ist macht man nicht. Gehen wir nach oben. Schwerkraft-Spielereien in Mario Galaxy? Ich könnte es auch nicht glauben, aber schau euch das an. Das Ergebnis spricht ja wohl für sich. Oh, mitten durchs Glas. Der ist vielleicht zwiebelt ein bisschen. Ich bin mir sicher, den Stern kann man auch über einen anderen Weg bekommen, wenn man einfach geschickt rüberspringt. Ich lasse es mal als ein Jahr gelten. Ein geschickter Sprung. Gut gemacht. Dank dir wohl der neue Galaxie entdeckt. Ja, ist okay. Ich habe es schon verstanden. Herr Streamer, wer ist denn jetzt richtig anzunehmen, dass es sich hierbei um einen Speedrun handelt? Ich meine, die Tatsache, dass wir einen Skip gemacht haben, spricht soweit für sich, würde ich sagen. Außerdem, Bukowski Swagger, frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Yo, Honigbienenkönigreich. Oh, jetzt wird gejammt mit den Bienen. Flieg, Bienen-Mario. Flieg. Warte, ich habe 17 Leben? 17? Wann habe ich so viele Leben gesammelt? Und das ist am nächsten so ziemlich an dem klassischen 3D-Mario-Level dran, wie man, äh, reinkommt in dem Spiel. Das ist das Honigbienenkönigreich. Unsere Königin regiert dieses Land. Eine offene Welt. Gibt eine Menge zu entdecken. Ruhige Musik. Neu-Enkömmlinge müssen die Königin begrüßen. Ich weiß gar nichts. Ich glaube nicht an die Monarchie. solltet ihr davon diese Kamera näher heranzoomt, wenn man von denen ein bisschen berührt wurde. Kann ich das bitte nochmal machen? Dankeschön. Ist mehr Erholungsurlaub als Sunshine. Nein, nein, Sunshine war schon ziemlich erholsam. Leute sind nur zu schlecht dafür. Wusstet ihr, dass Johnny nie hundert Prozent in Sunshine geholt hat? Ein neues Power-Up. Ich weiß es inzwischen und ich bin ein bisschen enttäuscht. Was sind der Wasserfall? Siehst du das Schloss unserer Königin. Oh, ich sehe die. Oh, nein, die Königin. Was ist ein Schlaffi? Yeah. Du wurdest zu blieben, Mario. Heute bin gedrückt, um zu fliegen. Ich fliege aber mit A. Oh, nein. Ich liebe das Detail, dass da unten so ein kleiner Gulli ist. Falls man sich fragt, seht ihr, Nintendo ist manchmal vorbereitet auf die Videospiellogik-Polizei. In dem Fall haben sie gesagt, warte. Aber wenn das Wasser da runterläuft, von wo auch immer es kommt, dann würde das ja irgendwann überlaufen. Ich habe das Gefühl, Spielern wird das ein falsches Signal geben. Deswegen müssen wir direkt einen Abfluss anbringen. Oh, von wo das Wasser genau kommt, sieht man nicht. Ist einfach nur ein Wasserfall. Okay. Hallo, konkurrierende Insekten. Oh, ich liebe es übrigens, dass Mario so einen Honig-Effekt hat bei der, äh, bei seiner Spin-Attack inzwischen. Muss man wieder Ersatzbank hören. Keine Sorge, dass wir darüber reden, die... Hätte nicht gestern kommen sollen, aber... Gestern kam ein Pokémon. Ich habe noch mein, ähm, Ding ins Video fertig gemacht. Das one-up, nein! Ah, mein Budo-Kai-Tanke-Echi-Video. Das Schloss ist jenseits dieser Mauer. Bienen Lügen nicht. Bienen Lügen nicht. Diese Blumen verschwinden übrigens, wenn man als normaler Mario versucht, raufzuspringen, denn der ist viel zu schwer. Bienen Mario dagegen. Schau ich die Eleganz an. Schau ich das Gesäß an. Kein Wunder, dass die Blume ihn aushalten kann. Er ist einfach federleicht. Und ich liebe auch die, äh, ah Gott! Die arbeitenden Honigbienen mit dem Eimer voll Honig. Das ist einfach nur eine, das ist einfach nur eine coole Welt, wenn ihr mich fragt. Ist einfach nur angenehm hier. Es gibt einen Frame, wo man drauf springen kann. Verzeihung. Mario kann nicht länger als einen Frame auf der Blume landen, meine ich natürlich. Und die Biene, man verliert das Bienenkostüm, wenn man Wasser berührt. Denn Bienen hassen Wasser. Vor allem, ob das eine Sache ist, wie man tatsächlich Bienen abwehren kann. Ich meine, müsste man. Weil das sind Videospiele immer so, wenn man von Bienen verfolgt wird, eh mal ins Wasser. Ich meine, kann man damit irgendwie die Angriffsphäromone, was auch immer sie aufwein gemacht haben, abspülen. Dann sagen sie sich, oh ja, der riecht dich nach. Wir sollten ihn umbringen. Dann gehe ich wohl wieder nach Hause. Kleine Octoroks, was mit dir? Wenn du dich an deinen Blumenstängel festhältst, drücke Y. Okay, dann stängeln wir mal los. Schau ich das an. Sieht so schön aus, mit den kleinen Springbrunnen. Irgendwann werde ich aufhören, die One-Ups mitzunehmen. Warum muss man Bienen abwehren? Keine Ahnung, also soll es nicht herausfordern, aber dann kann es in die Situation kommen. Ich glaube, mein Opa hatte damals irgendwie mal irgendwie Ärger mit ein paar Bienen gehabt und dann kam er relativ zerstochen zurück und ist dann eine halbe Stunde später oder so umgekippt. Smithing-Geschichte, die er bei Mutter ein paar Mal erzählt hat. Das heißt, vielleicht hätte er ein Teilchen der Gegend gebraucht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Logik ist, dass sie dann unter Wasser nicht stechen können, oder? Ja, das auf jeden Fall, aber irgendwie muss man sie auch dazu bringen, dass sie dann abhauen. Oh Gott. Wenn du festklebst, bewege dich mit Hilfe von dem linken Stick. Oh, das sieht so lecker. aus. Oh, das wäre die richtige Galaxie für mich, sage ich euch. Ich meine, ich mag Honig nicht so sehr, aber wenn ich ihn hier sehe, dann kann ich nicht Nein sagen. Einfach direkt einfach den Mund auf und die ganze Wabe rein in den Schacht. Versteht ihr? Einfach rein. Hey, das ist ja an der Kometenmünze. Und schon habe ich sie mitgenommen. Ab jetzt können wir die Kometen erwischen. So, warte, da unten links war noch was. Wo ist das da? Die gute Wabe mit Wachs und Bienen? Ja. Ich bin doch kein Veganer. Natürlich esse ich mit Wachs und Bienen. Warte, warum kann man hier rüber? Bienen stechen eigentlich nicht und verscheucht kann man sie durch viel Rauch. Es geht ja auch nicht darum, dass du, wenn ich meine, wenn du dich vorbereiten kannst, dann kannst du die Bienen leicht loswerden. Bienen verlieren soweit ich weiß einfach das Interesse an einem, wenn man ins Wasser geht bzw. untertaucht. Okay. Mogi ist also kein Fan von Honig-Chili-Sandwich-Cookies. Honig-Chili-Sandwich-Cookies. Ja, ich bin kein Fan. Ich habe noch nie davon gehört. Es sind aber sehr viele Worte auf einmal und üblicherweise, wenn man so viele Worte braucht, um ein Gericht zu beschreiben, ist das üblicherweise kein gutes Zeichen. Oh, wer bist du denn? Egal wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal näher ansehen? Unabhängig davon, lustige Geschichte. Das war, wenn wir in die viktorianischen Zeiten zurückgehen, gab es natürlich Situationen wie zum Beispiel, dass die weiblichen sexuellen Bedürfnisse von den Ärzten, die Punchline schreibt sich an dem Punkt von selbst, nicht ganz verstanden wurden. Das heißt, wenn Frauen vielleicht ein paar schlechte Zeit haben, wenn sie sich schlecht fühlen, dann war es nicht unüblich, dass man einen Doktor vorbeigeschickt hat, der dann seine Hand an einer gewissen Stelle positioniert hat, um eine Massage zu tätigen. Was nicht als sexueller Akt angesehen wurde, da die Frauen nach allen Erkenntnissen der Ärzte aus der Zeit nicht in der Lage waren, einen Orgasmus zu bekommen, wenn kein Glied eingeführt wird. Und wenn man weiter zurückgeht, das dritte Patent für ein elektrisches Gerät, das jemals gemacht wurde, war aus diesem Grund ein, sagen wir, Massagestab. Weil die Ärzte das Gefühl hatten, dass ihre Hände, weil sie das so oft machen müssen, einfach zu müde wurden. Okay, aber gehen wir unabhängig davon zur Honigbienenkönigin. Das fühlt sich gut. Ich hasse es, dass dieser eine Sternteil da ist, übrigens. Und damit haben wir das abgeschlossen. Danke, Fremder, ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich drum, ja? Shit. Nein, die Blume! Warum will ich nicht ins Wasser springen? Das Wasser tut nicht, ich will jetzt nur Wasser, ich bin ja nicht aus Zucker. So, wir wollen zum Stern rüber. Ich glaube, ich werde wieder mein Bienenkostüm überstülpen. Ich werde es einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Oh, auf einmal sind, auf einmal sind alle Brüder Katholiken. Oh, die Geschichte fand ich, fand ich nicht gut. Vor allem tun sie so, als ob ich derjenige wäre, der rausgehen würde und seiner Arzttätigkeit nachgeht. Kreisch, eine Biene! Na nun, Mario, Mario, du bist's! Wir sind doch auch, wir sind doch auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verehrt. Ah, ganz vergessen, wir haben einen Power-Stern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können, also nimm ihn bitte. Außer von Note 10 2.785 Bits. Das ist eine süßere Belohnung als der Power-Stern. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe es, dass Captain Toad hier schon aufgetaucht ist, denn ich dachte immer, dass er alles ein bisschen später da war, aber nein, ja, aber im Gang ist die 1-Stunde-Sache. Zurzeit wurde doch auch sonst jedes Problem von Frondos Hysterie abgetan und mit Drogen behandelt. Ja, ja, Hysterie war das Wort, das mir gefehlt hat. Chat ist nur sauerweise ich verstanden, wovon du sprichst. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wie kommen wir bloß zurück? Wie kann ich in die Ego-Perspektive gehen? Keine Ahnung, doch. Das ist mein Lieblings-Toad und ich denke, ich stehe da nicht alleine da. Ich denke, es ist einfach nur Fakt, dass er, er ist der beste Toad aus Captain Toads Crew und ich denke, es ist nicht mal ein Wettbewerb. Der ist aber auch okay. Seht ihr einen Punkt Minimum Art hier? Yeah. Ja, dann sollte ich wirklich mal Captain Toad spielen. Außer von der Shack-Sun, er hat drei Monate bis zu, wie viel lieben Dank. In diesem viktorianischen Haushalt glaube ich nicht an solche Mythenwesen wie die Klitoris. Yeah. Wir sollten aufhören, darüber zu reden. Mario? Dein Name ist Mario, nicht wahr? Ah, das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario? Irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Jetzt sind es meine Freunde auf einmal. Gehen wir zur Garage rüber. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das ursprünglich geplante Design für die Toads sich beibehalten haben, denn ursprünglich sollten die Toads jemanden in dem Spiel antrifft. Oh, jetzt hat er ein Slow-Polio-Model, sieht ein bisschen lustiger aus, aber man kann es nicht sehen, wenn man da heranschaut. Ursprünglich sollten die Toads jemanden in Galaxy antrifft nämlich keine Punkte auf ihrem Pilzhut haben, sondern Sterne. Ich dachte immer, das war ziemlich cool. Oh, das ist der Briefträger. Hallo Mario, alle haben es geschafft. Oh, okay, der spielt der Briefe für uns. Kommt daher die Theorie, dass Rosalina Luigis Tochter ist? Äh, ja. Wo bin ich? Ich will schnell nach Hause. Oh, das ist halt einfach, das bin quasi ich. Ich will schnell nach Hause. Die Luma wollen uns einen Raumschiff bauen und helfen. Wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prozessen Peach und den Powersternen. Anscheinend ist das die mobile Basis dieser Rosalina. Aber wer ist sie eigentlich? Doch nicht etwa eine Hexe? Nein, das kann nicht sein. Leuchte mir bitte nicht so ins Gesicht. Mario, wer wird es auch irgendwie bis hierher geschafft? Wer hilft dir, die Powersternen und Prinzessin Peach zu befreien? Du kannst auf uns zählen, Mario. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich glaube, es ist eher ein Schiff. Ein Raumschiff. Das mit den Sternen und Tod stimmt. Ich dachte, es wäre ein Gerücht wie ein Gerücht. Kannst du es in Pre-Release Screenshots sehen? Das ist kein Gerücht. Oder war es in irgendwelchen Artworks, die released wurden? Irgendwie sowas. Aber wer geht direkt rüber ins Honigbienenkönigreich? Notfall am Wachtturm. Notfall. Die Lampe ist halt Augenhöhe. Da würde man erblinden. Also, ich würde mir Sorgen machen, wenn meine Augen komplett den Geist aufgeben, wenn mir jemand mit einer Taschenlampe zu einer Kopflampe ins Gesicht leuchtet. Tja, das war's. Damit habe ich wohl jegliche Sehfähigkeit verloren. Danke, Captain Toad. Will das 100% run? Wir werden die 100% holen. Ein Stein ist heruntergefallen. Keine Sorge. Ich weiß, wie man mit sowas fertig wird. Deswegen gab es auch irgendwo, wenn man zur Seite schaut. Oh, da ist es. M. Das M steht für Luigi. Wer ist euer liebster Mario, Bruder? Au. Ich denke, meiner ist Mario. Ich habe dieses Spiel vor Jahren gespielt, da gab es noch Schulhof-Gerüchte. Ach so, und eins der Schulhof-Gerüchte war, hast du die, äh, Stern-Toads gesehen? Irgendwer habe ich mal in Zweifel daran. Melluigi. Oh, Melluigi habe ich ja selber im Spiel gesehen. Sie können hier mal ein bisschen entlang schaukeln. Da oben ist was. Ich glaube, da wollen wir erst später ran. Ich glaube, wir werden uns einfach mal mit der, mit der guten alten Blume nach oben schwingen. Das ist übrigens super nervig, wenn man das Original spielt, wo man die ganze Zeit schütteln muss, um sich da entlang zu schwingen. Ich will nicht sagen, dass es nicht ein bisschen nervig ist. Oh Gott. Was ist jetzt alles für drei Sternteile? Das war es nicht wert. Das war es absolut nicht wert. Was haben wir sonst? Okay, ich will hier einfach nach oben laufen. Jo, Honigbienenkönigin. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in dem Mario Kart Teil oder so. Das fände ich cool. Immer noch mein liebster Mario Kart Charakter. Oh, wir können das damit skippen. Oh nein, ich habe seinen Kopf zerquetscht. Oh, das war brutal, Mario. Das war brutal. Und guter alter Holzschalter, ich bin mir sicher, es wird nichts Schlimmes passieren, wenn ich den betätige. Richtig? Oh. Das hätte schief gehen können. Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du eine Wand erklimmen willst, hör mir aufmerksam zu. Danke, Schildfried. Ist ja der links eigentlich ein Weg, wo man rein kann. Nein. Ich mag es, dass das Schild einen Namen hat. Der gute alte Schildfried. Ich muss die ganze Zeit den Stern wieder zurücksetzen. Das ist ein bisschen nervig. Schildfried ist der beste Mario-Charakter. Das ist halt einfach nur gelogen. Es tut mir leid, aber ist es. Das ist so eine coole Aussicht hier. Wir haben ein paar Piranien abpflanzen. Hier müsste dann irgendwo noch der wahrscheinlich lahmste Bosskampf des gesamten Spiels kommen. Das heißt, ich hoffe, ihr habt, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Lebensfreude übrig für diesen Kampf, denn der wird ziemlich wild. den würde ich als den besten Mario-Charakter ansehen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Stern? Das Spiel hat viele lahme Bosse. Welchen meinst du? Ich meine den Boss aus der Mission, die ich gerade mache. Weißt schon, die Mission, in der ich gerade bin. klingt logisch. Ja. Wollen wir hier einen Stern? Na gut. Oh, hier sind die Sternteile, die ich vorhin schon alle mitgenommen habe. Hallo. Stern, äh, Bienenfreund, nicht Sternfreund. Arsch, die Stinkkäfer haben uns einen Wachtturm übernommen. So wurde ich auch mal genannt, Stinkkäfer. Dann habe ich den Laden verlassen, habe gesagt, ich komme nächste Woche wieder. Und dann habe ich den Stream gestartet. Nicht cool. So erwischt man sie. Dieser Pilz ist ziemlich hilfreich. Das ist der Sternpilz. Dann wird die Lebenskraft verdoppelt. Geschichten aus dem Paulanergarten. Nein, nein, das hat sich so zugetragen. Ich wollte nur meinen, äh, komischen Fenchel kaufen. Und dann haben sie gesagt, hey, Stinkkäfer, darf es noch was sein? Habe ich gesagt, ich werde mich, ich werde meine Plattform, die ich online habe, nutzen, um über diese Missstände aufzuklären. Und so hat sich dann zugetragen. Steck weg, 08, welche Nummer auch immer aus Mario-Ligi 2 ist der beste Mario-Charakter. Oh ja, der gute alte, ich glaube, es war Steck weg, 08, 08, Das ist einfach nur unfreundlich, ja. Ja. Schlimm ist, es hat sich halt so zugetragen. Dann bekomme ich mal ein Intro-Video. Das war ein bisschen nervig. Noch ein Duftbaum für unterwegs. Duftbäume duften gar nicht. Das ist ein Baby getötet. Nein, so wie ich das verstanden habe, war das seine Mutter. Welch 3D-Mario gefällt dir am besten? Äh, ich meine, prinzipiell würde ich Sunshine wahrscheinlich sagen, weil ich es am häufigsten spiele, aber 120 Sterne in Sunshine war ein Elend. Und ja, ich habe, ich plane natürlich auch Odyssey zu spielen. Auch wenn wir in Odyssey natürlich nicht komplett alle Munde holen werden, aus diversen Gründen. Ich habe den duftendsten aller duftenden Duftbäume und wie duftet dein duftender Duftbaum? Nach was duftet er? Oh, Testsurfen. Wie wird das in der Switch-Version laufen? Lass uns surfen! So viele Munde sind das doch nicht. Ja. Ich denke, was am besten ist, ähm, ich glaube, es dauert insgesamt, das habe ich beim letzten Mal darüber geredet, schon mal angemerkt, aber ich glaube, man kann ja auch Munde kaufen. Ich glaube, es wäre irgendwie die Sache, wenn man alle Munde kauft hat, die man im Spiel kaufen kann, dann dauert das insgesamt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, die man einfach nur da steht und Munde kauft. Es ist so dumm. Es ist fürchterlich. Was geht ab, Pinguin? Die Rochen heißen Surfrochen. Süß, oder? Nein, dann werden sie ja Süßrochen. Rochenreit ist gar nicht so einfach, also ja gut zu, was der Lehrer zu sagen hat. Ich habe die Fahrstuhle abgeschlossen. Ich muss mir sowas nicht anhören. Hi! Wir sind aus dem Pinguin-Paradies hergekommen. Ihr seid aus dem Pinguin-Paradies? Habt ihr noch Platz frei? Gleich auch ins Pinguin-Paradies. Hier surfen wir auf Rochen. Man nennt uns Rochenreiter. Ich dachte, ihr werdet Pinguine. Hi, willst du auch surfen? Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Pass auf. Ich habe keinen dieser beiden Controller. Genau, das ist die Grundstellung. Okay. Drehen nach links aus der Ausgangshaltung lässt dich nach links steuern. Okay. Oh, das, ich denke, das wird ziemlich gut funktionieren über die, äh, über den Pro Controller. So, beugst du dich nach links, um nach rechts zu lenken, drehen den Controller nach rechts. So, beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst durch Drücken von B. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt drehen wir eine Runde auf dem Kurs. Ja, jetzt geht's los. Und das Rochenreiten ist so, ist es spaßig. Ich bin gespannt, wie das, äh, auf der Kugel balancieren laufen wird. Und das Rochenreit funktioniert so viel besser als im Original, wollte ich mich verarschen. Original ist nämlich die Sache, Teil 1 hat noch kein, was ist mit der Möwe? Äh, das Original hat noch kein Wii Motion Plus unterstützt, im Gegensatz zu Teil 2. Dementsprechend war das ein bisschen, es war nicht ganz so präzise, wie man sich das wünschen würde. Aber, ich erzähle nichts Neues, denn ihr alle habt ja die Wii gespielt, richtig? Wenn ich ein paar Mal runterfallen soll. So. Ganz vorsichtig. Das läuft gerade so, als das sollte. Dann schau ich die Wellen an. Ey, ich liebe es, dass einfach dieser komische, diese Wasserbahn ist in der Luft schwebt. Das ist ein Badespaß für Groß und Klein. Wunderkauf ist also so, so wie Humanity bei Quilax Feste abgeben. Es sollte relativ ähnlich dumm sein, tatsächlich. Es funktioniert so gut mit dem Pro-Controller. Ich bin ein bisschen begeistert davon gerade. So viel besser als im Original. Ich meine, es funktioniert nicht schlecht im Original, aber es hat keinen Vergleich. Hervorragend, du hast dich ja angestrengt. Das verdient eine Goldmedaille. Ja, willkommen Frogger. Die Kids von heute kennen die Wii nur noch als Me-Channel-Musik-Memes. Man kommt drauf an, wie weit man zurückgeht, aber als wenn wir von welchen unter 20 reden. Wahrscheinlich. Wahoo! Irgendwie fand ich es nicht so schlimm auf der Wii hier. Wie gesagt, es war nicht schlimm, das zu steuern, aber man hatte schon nicht die optimalste Kontrolle auf der Wii. Ich meine, deswegen ist der Kurs auch so simpel vermute ich. Einfach weil es ein bisschen verzwickt sein kann. Honigbien oder Eierplanet? Gehen wir zum Eierplaneten. Ich mochte den Rochen damals die Kugel nicht so. Uh, Ota-Königs-Ufo-Armada. Oh, wir haben den Ota-König. Ich persönlich mochte die Kugel, ehrlich gesagt. Sie war herausfordernd, aber ich hatte das Gefühl, die Kugel war eine spaßige Umsetzung. von den Bosch-Controls. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, haben sie es, glaube ich, in Galaxy 2 mit der Kugel ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die aus Teil 1 war schwer in Ordnung. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber in Galaxy 2, wo man dann schnell auf der Kugel unterwegs ist und dann noch innerhalb von dem Zeitlimit 100 lila Münzen sammeln muss, das war dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. So ein ganz leichtes bisschen. So wollen wir am besten hingehen, um hier richtig durchzustarten. Wollen wir einfach nach oben? Uh, Sternteile. Sternteile, Sternteile, Sternteile. Die nehmen wir natürlich immer mit Vergnügen mit. Irgendwie bin ich wieder so ein Morscht-Control-Kugelbalancierspiel. Haben sie sowas nicht auch in Odyssee? Wie steuert man zum Beispiel das ferngesteuerte Auto? War das einfach nur mit dem Control-Stack? Ich habe keine Ahnung, denn Odyssee ist an dem Punkt halt ein paar Tage her für mich. Und ich möchte an der Stelle anmerken, die Odyssee-Stream-Aufzeichnung ist inzwischen absolut tot, aber ich freue mich, ob ich jemals ein Video machen werde, dass mehr geschaut wird, aber ich glaube, die Antwort ist nein. Dumme Odyssee-Stream-Aufzeichnung hat inzwischen, ich glaube, sie hat inzwischen zweieinhalb Millionen Views oder so. Das waren Zeiten. Das Schläfer-Video. Ich meine, inzwischen wird es gar nicht mehr geschaut, aber es war definitiv, es hatte ein gutes Jahr. Jede Nacht wurde es irgendwie 10.000 Mal geschaut oder so. Von Leuten, die eingeschlafen sind, werden sie YouTube-offen hatten. Aha. Warte, wie komme ich hier jetzt überhaupt? Will ich in die Röhre rein? Oh ja, da oben ist ein Stern. Warte, will ich ja von der anderen Seite drüber. Will ich von der Röhre aus rein? Nein, die orangenen Röhre. Was mache ich denn da? Ach, das ist doch dämlich. Wir gehen zurück. Vielleicht steht der Autobahn eigentlich direkt der Stern mit dem Control-Stick. Ja. Wo habe ich denn die Röhre? Da will ich hin. Ich wurde auch so oft zu deinem Video wach, selbst wenn es ein komplett anderes Thema war beim Einschlafen. Ich verstehe nicht, warum Leute Autoplay laufen haben, während sie schlafen gehen. Ich habe immer nur ein einziges Video laufen. Wir werden die Noten nicht mitnehmen dieses Mal. Ich habe immer ein Video laufen, das so eine halbe Stunde oder so geht. Das ist üblicherweise ausreichend. Autoplay, das wäre mir dann doch ein bisschen... Das wäre mir dann doch zu viel des Guten. Habe ich oft so mit deinen Eldring-Videos gemacht, wie du auch nur den Sleep-Timer damit Autoplay nicht durchläuft. Oh ja, es gibt ja so Apps, wo man dann... Oh, pass auf, ich liebe diese Stelle. Oh, man kickt jetzt einfach rüber auf den anderen Planeten. Ich denke, das ist super cool. Die gute alte Kokosus. Das erinnert mich direkt wieder an Sunshine. Und da, wo Sunshine ist, da scheint auch die Sonne. Was ist mit dir? Danke, Mario, danke. Dafür errate ich dir uns einen geheimen Trick. Diese donningen Dinger, denen du dich nicht nähern kannst, schleudere eine Kokosnuss mit deiner Drehattacke auf sie. Dafür brauchst du nur... Ja, ja, ja. Wo ist die Kokosnuss jetzt hin? Die Kokosnuss, die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Verstehe ich, warum Leute überhaupt Autoplay nutzen? Weil sie an dem Zeitpunkt nicht aktiv YouTube schauen, beziehungsweise nicht aktiv an ihrem Device sitzen? Weiß schon. Wofür man Autoplay halt nutzt. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass Autoplay auf YouTube immer noch ein bisschen ist komisch. Autoplay ist halt immer noch wesentlich schlechter als einfach nur eine Playlist. Ich glaube, den will ich mit einer Kokosnuss beschießen. Kommst du nicht so oft einfach nicht irgendwie das Video vorgeschlagen, von dem man meinen würde, dass es die logische Fortsetzung ist? Keine Ahnung, irgendwas wie Folge mit der nächsten Nummer oder so. Aber das will YouTube oftmals nicht rausrücken. Oh, da sind Kugel, Willis. Und damit meine ich Kettenhunde. Ich war nur verwirrt, weil sie Kugeln sind. Oh, hier wird gekugelt. Ich denke, wir werden direkt rausgehen und die Kettenhunde killen. Geben nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Das war's. Wahnsinn. Bin ich ja froh, als ich mir die Mühe gemacht habe. Was ist das für ein Kringel? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ich habe keine Ahnung. Wie oft werden Kugel Willis noch mit Kettenhunden verwechselt? Jedes Mal, wenn sie ohne Kette auftauchen. Wenn sie nicht auf die Kette kriegen, dann werde ich es auch nicht versuchen. Wer war der Boss hier? War hier der Beyblade? Ist es Let it rip side? Der Steil von Mario ist jetzt 5 Millionen Views und der zweite 50.000. Ja. Der erste Teil hatte den Schlaf-Algorithmus-Jackpot. Der zweite nicht. Der zweite definitiv nicht. Also, wie viele meisten Leute wissen nicht, weil es überhaupt ein zweiter Teil existiert. Willkommen auf Bowsers Armada. Ah ja, wir haben den Octorock als Boss. Warum spuckt die eigentlich Kokosnüsse? Können wir die für Partys buchen? Ich hätte gerne Kokosnuss. Dann wiederum, ich glaube, den Kokosnuss, wenn man sie in dieser grünen Schale hat, ich glaube, das sollte ziemlich schwer sein, die erstmal wegzubekommen, wenn man die richtigen Werkzeuge hat, eine Machete oder sowas. Und ich habe zufälligerweise gerade keine im Haus. Ob ich es den glaubt oder nicht. Super, nun eile weiter. Ja, ich eile dann mal weiter, mein Freund. Ich eile dann mal weiter. Da ist bestimmt eine Kettensäge im Keller. Ich habe nicht mal einen Keller. Beziehungsweise der Keller aus dem Haus, der gehört irgendwie so einem Laden nebenan oder so. Keine Ahnung. Super komisch, wenn irgendwie ein Techniker dann im Keller runter muss oder so. Wo lag es dann in den Kettensägen? Oh, da habe ich mir einen Lagerraum für gemietet. Das ist super komisch, wenn irgend, keine Ahnung, jemand von Telekom, was auch immer, oh, hallo, oder so vorbeikommt, dann irgendwas im Keller unten machen muss. Dann fragt er so, ja, und im Keller ist dann so, sie haben verschlossene Tür. Können sie mich da reinlassen? Dann sage ich so, ich habe keinen Schlüssel für den, ich weiß nicht, ich war noch nie in dem Keller. Ich weiß, dass dann der verschlossene Tür ist und alles, was ich darüber gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Da steht nur vor dem Hausmeister, rufen sie da an. Keine Ahnung. Das ist komisch. Das sind immer so, die sind immer so perplex. So, ja, aber wie, sie können mich nicht in den Keller lassen? So, als ob ich sie nicht reinlassen wollen würde, aber ich kann nicht. Ich habe den Schlüssel nicht. Was soll ich denn sagen? Oh, das ist geschmolzene Schokolade, meine Freunde. Erst kommt Feuer und dann kommt die kriminell gute Kokosnuss. Da ist nochmal die kriminell. Oh. Du willst Mario Tennis für die Nintendo Switch gegen mich spielen? Das kannst du haben. Der einzige Mario Tennis Teil, den ich jemals gespielt habe, war übrigens, oh, jetzt kommen die Eisteile. Die sind so frostig. Der einzige, der ich gespielt habe, war die Wii Play Control Version von dem Gamecube Teil. Und ich fand es ehrlich gesagt hart langweilig. Ich fand es sehr langweilig. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, Tennis-Videospiel sind einfach eine Sache, die mich nie so ganz begeistern wird. Wonach denkt ihr, schmeckt dieser Oktopus? Leckerer Karamell könnte man aus dem machen. Der kocht ja sogar schon. Ich denke, der hat auf jeden Fall geschmolzenen Zucker unter seiner Haut. Der Süße. Okay. Dann würde ich sagen, shit, nicht in die Lava machen. Das wäre nicht gut. Das einzige Tennis, was man spielen will, ist Wii Tennis. Nein. 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 Ich kann nicht oft genug Nein sein, denn ich fand Wii Tennis immer hart scheiße. Ich würde sagen, mit Baseball fand ich Wii Tennis am schlechtesten. Ein Gourmet Luma ist aufgetaucht. Da habe ich auch direkt Hunger. Also gut, heißer auf Gameboy Color. Äh, Verzeihung, war sie mit Mario Tennis auf dem Virtual Boy. Hallo. Ich meine, den habt ihr gespielt, oder? Bowling war das Beste. Nein, Golf war am besten. Gegenangriff der Stinkkäfer-Familie. Oh, jetzt bringt er auch noch seine gesamte Sippschaft mit. Man will Tischtennis aus Resort spielen. Das habe ich nie allzu viel gespielt, weil ich generell Resort nicht so viel gespielt habe. Aber von dem, was ich aus Resort gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass wenn ich mehr Zeit mit dem Spiel verbringen würde, und die Musik läuft schneller. Dass das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit verbringen würde, definitiv Bogenschießen wäre. Bogenschießen ist einfach nur, es fühlt sich gut an, es zu spielen, wie man langsam ausholt. Und dann gibt es von der Distanz und dem Wind super viel zu bedenken dabei. Ich denke, es fühlt sich gut an, es zu spielen. Und es hat auch ziemlich viel Komplexität. Man kann eine Menge lernen dabei. Es hat mal das Resort von der Switch spielen. Nein, muss ich nicht. Und hey, da ist Flatt. Wir haben uns leider nicht mehr gesehen, mein Freund. Bogenschießt ist auch IRL-spaßig. Das habe ich nur mal mit. Ich war mal über so einen Sommer in... Das war so komisch, das soll das Überlebenstrainings-Camps sein, irgendwie sowas. Und, ähm, ich glaube, da waren wir auch da mal ein bisschen Bogenschießen. Das war ziemlich cool. Oh, und als wir in einem Schullandheim waren, da war ich auch Bogenschießen. Aber es ist ewig her. Aber ja, es war ziemlich cool. So, wo wollen wir am besten weitergehen? Ich glaube, ich wollte mal hier entlang. Oh, hier sieht es doch richtig aus. Wir müssen erst mal die fiesen Stinkkäfer loswerden. Ich glaube, kurz davon, Virtual Boy zu kaufen, hat er aber keine 400 Euro beziehungsweise keine Lust, das aus Gag zu kaufen. Du warst also kurz davor, es zu kaufen, und dann ist dir aufgefallen, dass du es nicht kaufen willst. Das ist eine gute Geschichte. Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Oh, die Nachbarn. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Das Schulland-Time aus der Mini-Vini-Werbung. Ich befürchte nicht. Ja, ich habe in dem Schulland-Time auch viel... Ich habe Affelschorle über mein Team Rockets A-Bock-Karte laufen lassen, was nicht schön war. Ich musste an einer Stelle so laut lachen, dass ich in die Hose gepinkelt habe. beziehungsweise so stark. Das war unangenehm. Und... Ich habe auch... Nein, shit, ich muss die Biene sein. Und ich habe auch Pokémon Trading Card Game auf dem Game Boy gespielt. Wie drei Fragezeichen. Das war lustig. Ich war neun Jahre alt oder so. Bis jetzt halt, dass du manchmal lachen musst und dann musst du auch ein bisschen aufs Klo. Musst halt wirklich viel lachen. Und dann passiert es halt. Das kann passieren. Klar kann das passieren. Wenn du zu stark lachst, dann kann einiges rauskommen. Ich glaube, dass man dann ein bisschen Pipi machen muss. Ist nicht so ungewöhnlich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Durchschnittliche Klassenfahrt. Ich kann relaten. Hey! Ich glaube, dass es nur dir passiert. Vielleicht. Gab es nicht mal so Trash-Standling, wo sich auch Nachbarn gebashed haben? Ja, ich glaube, das war auf RTL. Ich glaube, es war höllische Nachbarn. Wenn mich nicht alles täuscht. Nein! Ich glaube, das war höllische Nachbarn oder so. Das muss ich früher machen. Oh! Mitten auf den Boden! Und wie oft wurdest du dafür gemobbt nach dem Vorfall? Gar nicht, weil es nur in dem Raum passiert ist, wo ich mit meinen Freunden drin war. Dementsprechend hat es sonst jemand mitbekommen. Ich meine, wäre schon unangenehm, wenn es woanders passiert wäre, muss man sagen. Das ist komplett falsches Timing. Okay, pass auf. Ich werde jetzt an den Honig rüberfliegen. Dreh dich doch um! Wir haben ihn. Wir haben ihn! Ich wünsche mir, wenn ein paar andere Sachen nur von meinen Freunden passiert, das wünschen wir alle. Spiel sie auch gerne mit den Sticks. Ich kann, ich, äh, oder kann man dafür auch Kontroll benutzen. Fand das immer so nervig mit den, äh, Wii-Sticks. Mit der Wii-Mode, meinst du? Ich spiele gerade die, äh, Switch-Version. Und das spiele ich mit einem Pro-Controller. Auf der Wii kann man es aber nicht mit einem anderen Controller, als der Wii-Mode spielen. Bisher scheint die Galaxy-Version aber auf jeden Fall ja, scheint auf jeden Fall das Highlight der 3D-Collection zu sein, denn die anderen beiden Spiele sind würde ich sagen. Galaxy ist wirklich schwer in Ordnung. Wir haben ihre Base an der Front entdeckt. Bleibt so offen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Also würdest du sagen, es gibt im Westen einiges Neues. Aber bevor wir an die Front gehen, würde ich sagen, wir machen noch das auf. Der Umdrehboden-Galaxie, was für ein Name. Färbt die Umdrehböden gelb ein. Ich habe 29 Leben. Ich hatte nicht Erinnerung, dass man im Spiel so viele Leben bekommt. Ich werde halt saubern nicht allzu lange und ich werde einfach meine Leben ausgemaxt haben. Habe ich dein Surfing verpasst? Ja, ich bin nicht einmal runtergefallen oder so. Ich war erstaunt. Wie viel besser sich das Surfen mit dem Pro-Controller, mit dem, äh, Gyro anfühlt als, ähm, damals auf der Wii. Vor allem, weil Galaxy 1 noch nicht Wii Motion Plus unterstützt hat, logischerweise. Surfen funktioniert wirklich gut in der Collection. Oh, oh. Immer schön die Schwerkraft nutzen, liebe Freunde. Seht ihr? Immer schön die Schwerkraft nutzen. Okay, lass mich das mal eben nochmal. Und wir haben's. Immer schön die Schwerkraft nutzen, vergesst es nicht. Das Schlimmste meiner Schule war, dass meine Klassenlehrerin genau gegenüber von mir gewohnt hat. Ich mal gefragt hatte, warum ich hier Licht in meinem Zimmer um 23 Uhr an war in der Woche. Erstens, wenn das nicht das schlimmste Ereignis aus der Schulzeit ist, das klingt fantastisch. Und seins, das ist super lustig. Ich wünsche, das wäre mein Schlimmste Ereignis, das der Lehrer gesagt hätte, hm, warum warst du unter der Woche denn so lange wach? Wir hatten auch eine Lehre, der hat immer von seinem, der hat generell immer sehr viele Geschichten erzählt. Oh, ist ein guter Bauskampf, lass mich die Geschichte noch vorher erzählen, bevor wir da reingehen. Und zwar, hat er dann immer erzählt von irgendeinem Nachbarsjungen oder so, der viel Zeit vom PC verbringt. Er hat gesagt, ja, und dann, wenn man immer irgendwas sieht, dann sitzt er immer vor dem PC, der setzt sich hin, Mickey Maus auf und dann sitzt er am PC. Er hat die Kopfhörer immer Mickey Maus genannt. Ich habe erst mal ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was er mit Mickey Maus meint. Mickey, einfach Mickey Maus. Der dreibeinige Riese. So wurde ich im Schullandtime tatsächlich auch genannt. Ha! Steht ihr? Er war wohl sehr alt. Yeah. Ich denke, er dürfte damals schon auf die 60 zugegangen sein. Lösch dich bitte fully. Du bist die einzige Person, die im Jahr 2022 noch lösch dich verwendet. Lösch das bitte. Du musst aufhören damit. Vor allem mal Kugelwilli. Das ist Kugelwilli. Jetzt hat er nichts mehr. Kegi benutzt, löscht dich doch auch. Kegi gibt es zwei Personen. Boah, das ist gut. Der One-Up habe ich verpasst. Dabei bräuchte ich noch ein paar. Ich habe gerade mal 30. Schach und Matt. Es zählt nicht. Haha, du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Oder die Hälfte. Los, Mega-Bein. Zeig ihm die Macht des großen Sterns. Und wisst ihr, wie dieser Boss aussieht? Wie Quadraxis aus Metroid Prime 2 für den Nintendo Gamecube, meine Freunde. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Es ist Metroid Prime 2 Zeit. Oh oh, er hebt sein Bein hoch. Ich weiß nicht, warum dann diese Warnung kommt. Weil ich glaube, es passiert nicht wirklich was. Oh oh. Zahnräder. Gefährlich. Mich hat der Boss ja mal in Vertraxis erinnert. Jetzt müssen wir mal in die Kugel Willis hier reinlenken. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Vertraxis schießt keine Kugel Willis, aber er schießt tatsächlich bzw. er spawnt tatsächlich so kleine, dreibeinige Roboter. Oh, nein. Ja. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Ich denke, das war ziemlich stark. Absoluter Gamer-Moment. Der Größte aller Sterne erhalten. Speedrunner, by the way. Yeah. Quasi unaufhaltsam. Ich habe ihn mal ewig mit dem Zaun gebraucht. Ja, Zaun kann ein bisschen verzwickt sein. Deswegen will man am besten einfach den Kugel Willi direkt drüber lenken. Oh, das Badezimmer. Jungs, wenn jemand von euch nicht gerade vor lauter Lachen die Hose machen will, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, uns der Badezimmer zu folgen. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die ganze Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrums Universums reichen. Das ist ja von hier aus der fernste Ort im Universum. Ach, das Zentrum ist ja fernste Ort. Wie kann das Zentrum der Fans der Ort sein und nicht die andere Seite? Rosalina? Bist du dumm oder so? Oh, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Wir nennen die wiederbefreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Ja, 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 ja. Ich tue mich gern schwer, die Kuppel zu treffen, weil manchmal fliegen die gegen die Wand und kommen nicht schnell genug durch die Öffnung hinterher und dann weigern sie sich, die Kuppel zu treffen. Es kann langweilig sein. Oh, ja. Ich möchte nicht mit meinem Streamer ansparen, das ist mir zu intim. Ah, keine Sorge. Das ist alles Content. Das ist alles Content. Was ist mit dir? Mario, ich bin's, der Briefträger. Warte doch ein bisschen, bis Briefe kommen. Oh, Gott. Ich hasse Briefe. Mario, wir geben unser Bestes bei der Suche nach den Powersternen. Wir geben unser Bestes. Ja. Unser Pilzschiff ist endlich fertig. Jetzt können wir dir bei der Suche nach den Powersternen helfen. Wir sind der Toad-Suchttrupp und die Crew dieses Schiffes. Und der Anführer des Suchtrupps bin natürlich ich. Nun soll das Universum sehen, zu was der Toad-Suchttrupp fähig ist. Das werden wir rausfinden. Warum hast du eine Spitzsacke? Die Tumor haben ein Raumschiff gebaut. Das ist genau wie wir aussieht. Buchstäblich ich. Du hast die großen Sterne aus Bowser Genius Roboter erhalten. Aha. Dann ist Bowser auch Rosalinas Feind. Vielleicht kann uns Rosalina ja helfen, Bowser ausfindig zu machen. Tatsächlich hat das Universum kein Zentrum. Müsste es doch haben. der Punkt, von dem aus sich alles immer weiter ausbreitet. Oder nicht? Ich meine, von irgendwo hat er ja genau gestartet. Hey, du da. Hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon will ich essen. La, 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 la. Wie viel willst du? 400? Ich habe gerade mal 1000. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ich liebe es, wenn sich der Postbote mit ich bin's, der Briefträger vorstellt. Eine neue Galaxie wurde geboren. Shit, ich kriege den Falschknopf die ganze Zeit. Tatsächlich ist das Universum eine vierdimensionale Hyperkugel, könnte man sagen, als dreidimensionales Wesen. Oh Gott. Dann mammfe ich doch lieber den süßen Kuchen. Dann mammfe ich doch lieber den süßen Kuchen. Der übrigens absolut widerlich aussieht für Mario-Verhältnisse. In Mario-Spielen gibt es üblicherweise immer Kuchen, der fantastisch aussieht. Kann man direkt sich reinschlingern. Aber das? Was soll das für eine, was soll das für eine komische, ist das eine Eierlikörcreme? Muss ich mich beleidigen oder so? Wer macht überhaupt blauen Kuchen? Das ist das Krübelmonster. Das eine sieht ein bisschen nach Schokolade aus, das heißt, das sehe ich ein bisschen. Aber das meiste hier ist halt echt lächerlich. Eierlikör ist so eine ranzige Scheiße. Ich dachte immer, das Eierlikör irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Da habe ich ein bisschen was probiert. Es schmeckt einfach nur nach Ei. Und dann dachte ich mir, aber warum? Warum? Warum willst du eine Eiergesäffung haben? Ich dachte, das wäre irgendwie Vanille oder so was immer. Es schmeckt einfach nur nach Ei. Was hast du erwartet? Ich weiß es nicht. Ich dachte nicht, dass es nach Ei schmeckt. Einfach. Protein oder Alkohol. Ich kann nicht mehr. Du sagst es. Halte durch. Der Scheiße ist direkt vor deiner Nase. Bist du mein Schatz? Oh oh. Das war ziemlich gut. Ich meine, das ist Eierlikör nicht Vanillelikör. Ja, aber trotzdem. Komm schon. Ich hätte halt nie gedacht, dass wirklich Leute ein Bedürfnis danach haben, Ei und Alkohol. Ist das ein Geschmackskondition? Das muss ich sagen. Ja. Das ist ein guter Tropfen. Dann wiederum verstehe ich viel von den ganzen Alkohol-Ess-Gewohnheiten der älteren Leute nicht. Wenn wir allein über sowas wie diese Weinbrand-Süßigkeiten reden, diese edlen Tropfen, wie sie alle heißen. Es ist so widerlich. Es ist so widerlich. Wir haben einen Paul-Stern sichergestellt. Ach, ihr habt einen sichergestellt. Oh, das sind doch die Haribo-Himbenbären. Das ist Minze? Ich liebe Minzschokolade. Oh mein fucking Gott. Ein Kuchen mit Minzschokolade. Oh Gott. Hey, wir kehren oben. Geht besser wieder. Den Ei-Likör, den ich immer hatte, hat aber immer sehr viel nach Süß geschmeckt und nicht nach Ei. Hm. Ich hatte auch, dass irgendwas Süßes wie Vanille oder Zimt oder so. Ja. Ich muss sagen, als ich mal, ähm, ich hab ja mal ein Video gemacht, wo ich die teuerlichsten Ritter Sportsorten probieren wollte. Und eine, die da dabei war, war dann, ähm, Rittersport-Minze und die war halt wirklich in Ordnung. Ich hab sie mir seitdem nie wieder gekauft, weil sie war in Ordnung. Ich hatte aber eine kurze Phase, eine ganz kurze Phase, in der ich relativ begeistert von Marzipan-Rittersport war. Die ganz okay ist. Nicht so okay, ich hab sie mir länger nicht mehr gekauft, aber war in Ordnung. Aufstieg und Fall von Morscherie mach Aufstieg und weg. Wie willst du mir sagen, dass Leute kein Morscherie mögen, oder was? Die Sternen... Oh, das ist eine gute Galaxie. Ich hab die letzten Tage mal so eine vegane Rittersport-Sorte mit Mandel-Quinoa probiert, die war überraschend, okay. Ja, ich hatte auch mal ein paar von den veganen Rittersport probiert, das Interesse, und die sind halt wirklich in Ordnung. Der Sternregenpfad. Generell, sagen wir es wie es ist, Rittersport, der beste Anbieter für Tafelschokoladen, die man bekommen kann. Ich würde sagen, Rittersport ist in anderen überlegen. Ist kein Wettbewerb. Gibt gute Sorten von anderen Herstellern, aber ich würde sagen, generell, Rittersport leistet sich nicht wirklich Patzer. Toblerone ist keine Tafelschokolade. Da ist eine Toblerste Dreiecke. Würde ich widersprechen? Nein, ich gar nicht. Okay, ich sehe schon, dass das mit dem Rittersport-Tag Leute sind nicht begeistert. Ah, wo will ich denn hin? Oh, da, da ist noch einer. Da sind noch mehrere Sterne. Nehmen wir alle mit. Dann immer schön loslassen. Ferrero macht die beste Schokolade. Ich meine, die... Was war das? Es gab irgendeine, was? Die Rocher-Tafel oder so, die ich okay fand. Oh, die weiße Rocher-Tafel war schwer in Ordnung. Zehn Schogetten. Das ist halt schon eine zerbrochene Tafel quasi. Die fand ich auch immer ganz solide. Yo, Schogetten-Nougat. Schogette-Nougat. Ziemlich gut. Aber dann gibt es von Schogetten auch so Sorten wie, was ich hatte. Das war in so einer Box mit neuen Süßigkeiten. Das waren die Geburtstags-Schogetten. Und das war unten einfach normale Vollmilchschokolade. Und dann war unten... Ich glaube, es war nicht mal richtige Weißschokolade. Das wäre ja so diese... Ah, wie soll ich sagen? Diese Merci-Kaffee-Schokolade. Okay? Und in dieser weißlichen Schokolade... Wisst ihr, was da drin war? Fucking Streusel. Ein Streusel drin. Kennst du die Merci-Platten? Bei Merci-Habe-Ich-Tas-Gefühl, der Appeal ist die Mischung. Weil ich sehe, dass da nur eine einzige Sorte ist, das gefällt mir nicht. Bei Merci-Du willst ja... Du willst ja die verschiedenen Geschmäcker haben. Du hast ja die Abwechslung. Ah ja, die... Die Streusel... Schogetten... Schogetten waren ein bisschen... Ja, nee, nee. Nee, die waren nicht gut. Dazu das bei dem Video, wofür ich die aufgenommen habe, das war dann auch zweimal die Aufnahme defekt war, macht es nicht besser. Das war das Video, falls ihr euch daran erinnert. Da war ich sehr genervt. Merci, dass es dich gibt. Dankeschön. Wahrscheinlich die Spinnen, die haben nur vier Beine. Was seid ihr denn? Außerirdisch. Merci, Schokolade schmeckt widerlich und wird als Geschenk ausgenutzt. Also, das ist ein einfallsloses Geschenk. Dem stimme ich auf jeden Fall zu, weil ganz offensichtlich ist es das. Aber... Nein, ich denke, bei Merci, der ist für jeden was dabei. Ich will mich nie darüber beschweren. Mir schenkt nur niemand Merci. Was hat es denn damit auf sich? Sieht niemand bedankt, dass es mich gibt oder so? Na, nur der Kapitän. War mir wieder der Erste auf der Flucht, was? Kapitän, wie konntest du nur? Der Käpt'n hat wieder als Erster das sinkende Schiff verlassen. Und ich mag es, dass er sagt, er ist wieder der Erste. Bei Merci sind nur die Kaffeesort schlecht. Sind sie halt auch nicht. Ich mag die auch. Klingt meine Eltern immer zu Mutter- oder Vatertag. Wo steckt der Powerstern? Rette meine anderen Freunde. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt seit meinem Leben, wo ich nahezu eine Sucht nach diesen Kaffee-Mercie-Teilen hatte. Sie haben was, äh, sie haben was Hypnotisches fast an sich. Käpt'n. Da, 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 Mario. Der Todsuchtruppe eigt jetzt zur Hilfe. Wir haben eine Abkürzung zum Powerstern entdeckt. Also verwende den, äh, Sternenring hier oben auf dem Schiff. Dankeschön. Seit deinem Adresse, ich schicke dir Merci und schreibe drauf Merci, dass es dich gibt. Äh, sagen wir, wir werden das nicht machen. Sagen wir, wir werden das nicht machen. Wahoo! Hier kann man auf jeden Fall eine Menge mit einem guten, mit ein paar gezielten Sprüngen abkürzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mag übrigens diese Silberstern-Mission, wo man eine gewisse Menge von denen sammeln muss, damit der richtige Stern spawnt. Ich denke, das ist ziemlich spaßig. Wuhu! Wui! Dieser Mario. Einmal so viel Spaß haben wie Mario, wenn er sich nur bewegt. Das wär das Leben. Das Schokolade gibt's bei Schokoladenmanufakturen, die 5 Euro pro Tafel kosten. Dafür sind sie liebevoll handgemacht. Ah ja, wahrscheinlich. Ah, ja, warum nicht? Warum nicht? Speichern wir eine Runde. Heute gönnen wir uns was. Was haben wir noch für Missionen? Oh, wir könnten das frei machen. Ich würde sagen, wir schauen mal hier rein. Okay, es ist Testballzeit. Und ich befürchte, es ist keine Übung. Ich befürchte, es ist keine Übung. Wundersame Reise des Sternenballs. Wie würde ich Steuerung sagen? Muss ich den Controller so halten und dann langsam nach vorn schwenken? Das ist keine Übung, sondern ein Test. Ja. Schau euch den Ball an. Der erinnert mich da an. Ich hatte damals einen Flummi. Ihr kennt doch die Flummis von damals, bei denen einfach, ich jetzt bestimmt auch heute noch, wo einfach irgendeine Figur oder so drin ist. und ich hatte einen Flummi, in dem Blitzer drin war. Und das war, das war das coolste, der coolste Flummi, den ihr jemals gesehen habt. Das Problem an Flummis war nur, dass wenn man sie öfter verwendet hat, ab irgendeinem Punkt sind immer so ein paar kleine Stücke von der Außenschicht dann, keine Ahnung, weil sie gegen einen Stein oder so sind, dann abgefallen. Das war nicht schön. Ich spiele die Switch-Version, ja. Hey, wenn du auf den Sternenball steigen willst, dann hör gut so, was der Schild hilft dir zu sagen hat. Hießt du nämlich vorher Schildfried? Spring auf den Sternenball. Das wollte ich doch gerade machen. Gut, dann halt den Controller jetzt wie, oh nö, ich muss den so halten. Das ist die grundlegende Haltung. Okay, ja, mit B springe ich. Ich glaube, das bekomme ich hin. Nur Erfahrung ist, der beste Lehrmeister probieren, mal bis zum Ziel zu rollen. Na, das bekommen wir hin. Ich habe den Gummiball zerstört, um die Figur rauszubekommen, aber ich glaube, das funktioniert nicht gut. Klebt ja an der Figur selber noch das ganze Gummi dann dran. Sei vorsichtig, nicht zu Festball. Das ist ja ein Testball, nicht der Festball. Ich würde auch sagen, das stört sich deutlich angenehmer als mit der richtigen Wii-Mode. Das ist absolut machbar in der Switch-Version auch. Schöne ich das an. Schöne ich das an, wie ich manövrieren kann. Ich habe gar keinen Grund, abzubremsen. Nur wir nehmen den riskanten Weg. Naja, ich habe die ultimative Kontrolle über mein Gefährt. Seht ihr? Die ultimative Kontrolle. Ich habe als Kind mein Flummi gebissen. Flummi ist, hatte ich als Kind immer große Angst. Ich hatte immer die Fürchtung, dass eines Tages voller Wucht ins Auge oder so zu bekommen. Das ist eine Sache, wo ich immer bis zum heutigen Tage Angst davor habe, wenn irgendwie man einen Ballon platzen lässt oder so. Ich habe das Gefühl, bei Ballons sollte die Angst auch nicht so unbegründet sein, oder? Oder? Ich kann auch einfach direkt ein Gummistück direkt in dein Auge rüber schnipsen. Bei Ballons hatte ich das auch und bis heute. Ich denke, es ist... Nein! Ich denke, das ist ein gutes Ausmaß an Vorsicht an dem Punkt. Hat nicht jeder mal eine Flummi gebissen? Nein. Nein, ich glaube, nicht jeder hat einen Flummi gebissen. Warum soll ich bei dir den Flummi beißen? Nein, nein, nein. Da sehe ich mich nicht. Kennst du die Flummi, machst du jemanden auf Kanais? Klingt widerlich. Oh nein, jetzt geht es wieder los, dass jemand Gurgos anmerkt. Von der Existenz von Gurgos weiß ich nur daher, dass Leute mich hin und wieder nachfragen und ich mir dann immer denke, was sind Gurgos? Ich habe inzwischen nachgeschaut, ich weiß, was sie sind, weil Leute mich öfter nachgefragt haben, aber ihr würdet nicht glauben, wie oft die Gurgos aufkommen als Thema. Was sind Gurgos? Findest du herausfordernd? Das sind so komische Figuren, so eckige. Oh Gott, warum macht mein linker Kopfhörer komische Knistergeräusche? Das ist nicht schön. Ich sehe es und verstehe es nicht. Warum sollte man sowas sammeln wollen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind sie wie Pogs. Die Chaoten des Weltraums, die Chaoten des Weltraums, die Schabernakomets sind aufgetaucht. Oh oh. Die Schabernakometen verwandten Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest, über die Schabernakometen wissen möchtest, frag den Luma dort drüben. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen direkt den ersten Schabernakomete, da er da ist. Wir wollen sowieso alles machen. Gogos waren super, nur dann kommen Leute wie Nogo mit der schlechten Version an. Hat der Nogo einen schlechten Pogo? Gogo? So, bei diesen Kometen muss man immer eine Mission unter einer gewissen Challenge machen, was ich persönlich relativ nervig finde, aber es ist eigentlich nicht mal fast so nervig wie sowas wie blaue Münzen dementsprechend. Es gibt pro Welt immer einen von diesen Kometen, nicht pro Mission. Und in dem Fall müssen wir die Dino Piranha Mission in dem Zeitlimit machen. Fäulich auf die lila Kometen. Ich mag die lila Kometen tatsächlich. Die fand ich immer spaßig. Ach, die Musik. An der Musik erkennt man, dass die Sache langsam ernst wird und wir haben nur vier Minuten. Das Schlimmste hieran ist, dass das Zeitlimit nicht mal fast knapp ist. Er ist nicht mal ansatzweise knapp. lila Kometen auf der Rutschbahn war Spaß. Die Rutschbahn müsste aber Galaxy 2 gewesen sein mit dem lila Kometen. Oh Gott, draußen bellen gerade zwei sehr kleine Hunde. Sehr laut. Oh hey, und es sind noch keine mehr von diesen Steinen. Es sind zwei Kettenhunde. Ich habe sie dieses Mal nicht Kugelwilli genannt. Das sind Banzai Bills, ganz offensichtlich. Ist das etwas das beste Mario, das es gibt? Nein, das ist Mario Galaxy. Au. Oh, du Fiesling. Und dann lacht sie auch noch. Das ist halt echt gemein. Oh, oh. Ich trinke manchmal, wenn ich mich irgendwo entlang schwingen muss, den falschen Knopf. Und jetzt können wir hier auch mal den anderen Weg gehen. Vorhin sind wir bei der Pirandia-Pflanze oben entlang. Und dieses Mal werden wir hier entlang gehen. Geh mal weg. Und dann werden wir sie besiegen. Also, müsste gemütlich neun Monate resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich meine, Galaxy 1 hat ja auch was Nerviges. Kann sein. Ich weiß aber gar nicht. Ich kann mich gerade in keine Rutschbahn mit 100 Lila-Münzen erinnern aus Galaxy 1. Aber wir werden es sehen. Oh, und da ist der Bosskampf. Sie weiß, zeitlich wurde es doch knapp als erwartet. Ich meine, ich habe jetzt die Elf der Zeit schon gebraucht. Warte mal. Warte, oh, wenn man den anderen Weg geht, spart man sich dann den Anfang? Ich muss doch, als ich den Kampf davor gemacht habe, nicht erst das Ei aufschlagen, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Ich finde es schwer, das war nämlich dann schon offen. Ich bin immer noch erstaunt, wie leicht dieser Bosskampf in der Switch-Version ist. Doch, musstest du? Okay, dann habe ich es nur vergessen. Da hat Ben Luigi mit den Nordmünzen war etwas neviger, aber sonst ging eigentlich alles voll klar. Nein, es gibt noch diese eine Mission, wo man innerhalb von dem Zeitlimit den Müll wegsprengen muss mit den Bomben. Und das ist, oh, das ist so eine anstrengende Mission. Die ist echt scheiße. Aber ja, generell ist ansonsten sollte nichts zu übles sein in Galaxy 1. Auf die Mission freue ich mich auch nicht. Der habe ich damals auf der Wii, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, der 8-Bit-Luigi und diese Mission mit dem Müll, den man wegsprengen muss. Das sind beides Missionen, die ich nicht geschafft habe. Es ist ja in der Wii-Version schwieriger. Pass auf, in der Wii-Version ist die Sache, damit Mario den Move macht, muss man seine Wii-Mode halt schütteln. Und es dauert nicht viel länger, aber es dauert ein bisschen länger, bis Mario sich dann schüttelt. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass man einfach ein Stück weit langsamer ist. Durch das Gegenteil sich auch schnell bewegt, kann man dann durchaus, ich meine es ist nicht viel schwerer, man kann durchaus das Öfteren dann mal daneben schlagen. Bei der Müll-Mission gibt es einen guten Trick. Ja, ich weiß, man muss von denen, wo die gelben Punkte aus sind, immer da hinwerfen, ungefähr. Ist aber trotzdem schwer, weil man halt echt nicht viel Zeit hat. Was machen wir schönes als nächstes? Schauen wir da rein. Was ist hier? Kampffelsengalaxie? Oh, oh. Ähm. Die Müll-Spreng-Mission war in der Kampffelsengalaxie, kann das sein? Kann das sein, dass die hier war? Ja. Oh, nein. Oh, nein. Ich meine, wir haben doch kein Schabernack-Kometen hier, also alles gut. Aber, oh, nein. Okay, wir werden versuchen, wir werden die wohl heute direkt versuchen. Oh, sie haben von Robin, äh, 17 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. So, dann nehmen wir noch ein paar, Mann, Münzen. Dafür werde ich mir bestimmt die Arbeit machen, sie mitzunehmen, denn sie bringen fast irgendwas. Ich mag es, dass die Goombas einfach einen Helm haben. Oh ja, hier war der Beyblade-Boss. Let it rip Beyblade. Es gab mal dieses Spin-Off von den Beyblades, bei denen ich auch, das, pass auf, es gibt manchmal Dinge, die passieren, von denen man hört, man sich denkt, das kann doch nicht wirklich jetzt passiert sein. Ein Beispiel dafür war eine Sache, was auf Twitter letztes passiert ist, wo sie Verifizierungserhaken für 8 Dollar verkauft haben und dann, weil das natürlich komplett schief gelaufen ist, haben sie jetzt einen zweiten Verifizierungshaken. Wenn jemand verifiziert ist, steht jetzt darunter noch, ob er offiziell verifiziert ist oder nicht, was echt dumm ist. Und ähnlich ist es auch, ja, und ähnlich ist es auch mit den Beywheels. Als Spin-Off der Beyblades haben sie die Beywheels gebracht, was Räder sind, die man über den Boden rollen lässt. Aber es ist so dumm. Es wirkt so, als wäre es, keine Ahnung, von irgendwie von den Sims oder so, weil sie eine Beyblade-Parodie gemacht haben. Fucking Beywheels. Es sieht so dumm aus. Film-Menschen-Sport, oder was soll das? Yeah. Wer will, wer will Räder haben? Also die sind schon lange nicht, die sind noch gar nicht mehr neu. Aber keine Sorge, die Beywheels, die Idee stammt nicht von Elon Musk ausnahmsweise. Kam es außerhalb von Japan raus? Klar. Beywheels kamen bei uns raus. Sicheraufstieg und Fall von Beyblade. Nein, ich habe ein Beyblade-Video gemacht. Vielleicht will ich irgendwann mal es über Beywheels machen, keine Ahnung. Das Problem ist aber, dass ich, ähm, äh, ich weiß nicht ganz, wo ich die am besten filmen könnte. Uh, die düsten Sternen spielt das ziemlich gut. Ich weiß nicht, wo ich am besten das filmen könnte, wenn man die Teile herumrollen will. Ein bisschen herumrollen lassen will. Ich vermute, man braucht super viel Platz. Naja, irgendwann vielleicht. Ich kann einfach im Flur ein Rennen machen. Yeah. Das ist, aber mein Flur hat keine Fenster, so das sind die Beleuchtung super shit. Ich habe nicht genug richtige Beleuchtung. Mein Flur ist relativ groß, würde ich nicht richtig ausgeleuchtet bekommen. Das sind alles so kleine Probleme. ich habe gerade nachgeguckt, natürlich werden sie Bay Wheels geschrieben mit einem Z statt einem S. Sind auch ziemlich cool. war es die Autoreifen, die man mit dem Starter auf das auf eine Zerstörungspfad durch die Wohnung schicken kann. Ja. Oh, das will ich erwischen. War es nicht wert. War es leider nicht wert. Das war leider dämlich. Komm, komm mal rüber. Schaff mir das mal aus dem Weg. Dankeschön. Und dann befreit du meinen Stern. Gar kein Bock auf Pokémon. Ich spiele Pokémon nicht im Stream. Oh nein, ich hätte an sich mal Lust auf Galaxy. Tatsächlich. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Oh, das ist schon der Bosskampf von hier. Werden wir aber noch nicht machen. Feindliche Basis entdeckt. Oh oh. Also, was haben wir hier noch alles vor uns? Wir haben hier zurück zur Sternshop gelegt. Wir müssen als zweites an der Bosskampf kommen, der ganz cool ist. Und in jeder Welt gibt es auch noch so einen geheimen Stern, den ich glaube ich auch noch nirgendwo mitgenommen habe. Carmex Flotte greift an. Oh, das ist der Carmex Bosskampf. Ja, der ist auch ziemlich lahm. Es gibt in der Galaxy aber auch noch einen wirklich coolen Bosskampf, aber der wird wohl erst ein bisschen später kommen. Das ist Johnny. Johnny hat gewisse Ähnlichkeit mit Carmex. Das kann man ja nicht ausschließen. Sowohl von der Art als auch von der Optik natürlich. Und beide fliegen auch immer auf dem Wesen herum. Äh, Nudelfreundchen, 62 Monate. Re-Sub. Bibi lieben Dank. Vor allem, ob ich zu viele Sternteile mitnehme, aber am Ende braucht man auch relativ viele, also wahrscheinlich habe ich eigentlich mal zu viele mitgenommen. Nur ist Carmex nie zu spät. Sicher, dass Carmex nie zu spät ist? Das halte ich halt auch für Propaganda an dem Punkt. Habe ich Scarlet Violet verpasst? Nein, ich spiele Pokémon nicht im Stream. Was ich, glaube ich, auch Monate im Vorfeld gesagt habe. Lass mich das mal eben nach oben schrauben. Da oben ist schon der erste. Ist das Carmex oder ist das Maggi Cooper, oder? Oder was auch immer Leute in ihre Suppe am liebsten geben. Ich habe zumindest die erste Folge. Ja, das auch. Für mich sehen die alle gleich aus. Sie sehen halt auch alle gleich aus. Kann man hier die Flammen ausmachen? Ist das eine Sache? Oh yeah, dann bekommt man eine Münze dafür. War das schon 12 Uhr? Wo ist die Zeit denn? Als ob schon 12 Uhr ist. Was? Dann muss ich mein Video veröffentlichen. Okay. Und zurück zum Spiel. Ich werde es nicht auf Twitter posten. Twitter ist sowieso aktuell relativ tot. Also was auch immer. Ich werde mir die Mühe aktuell nicht machen. Ja, was ist das? Oh, hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist super cool. Wo ist es du, hast man da rein kann, Fully? Hier war ich noch nie. Ich glaube, ich war da auch nie. Und damit haben wir ihn besiegt. Ich glaube, ich mache noch die Schatzruhen auf. Oh, der gute alte PP. Das steht für Powerpilz. Ich vermute, er heißt Powerpilz. Ich weiß gar nicht, ob er... Oh, der rote Panzer funktioniert wie Mario Kart in dem Spiel. Leider ist es zu spät dafür. Lippenstift. Wer ist das? Ist das Kamek? Was ist das für ein grüner Lippenstift? Hast du TikTok oder so, Kamek? Kamella. Du und deine ollen Kamellen. Dieser Kampf, weiß ich, ob euch das überrascht, aber dieser Kampf funktioniert in der Switch-Version auch ein gutes Stück besser. Wild jetzt ich würde. Äh... Ich werde dieser Frage keine Antwort würdigen. Shit. So, für die Wild waren die leichter zu besiegen. ich Ich hasse es. Ich hasse es. Drücken Panzer raus. Ist ja euch jetzt nicht so. Okay. Einfach geradeaus. Es ist super nervig zu aimen. Kann man hier nicht auch auf das Kreen-Nest hoch? Ich glaube schon. Äh, ja, Fully. Glaubst du, Johnny wird sein Spiel für die nächste Ersatzbank spielen? Nein, ich glaube nämlich auch nicht. Ich bin halt wirklich gespannt. Welches Spiel? Darf ich nicht sagen. Es würde die Überraschung verloren gehen. Es ist, was May vorgeschlagen hat. Oh, oh, roter Komet. Roter Komet. Wie sollen wir nehmen den Risikokomet gleich mit, wenn wir hier sind? Ich hoffe ich muss nicht gleich nochmal die vorhin machen. Soll er Doom spielen? Ich wünschte. Weil es die nächste Ersatzbank geplant. Es wird heute kommen. Hätte nicht gestern kommen sollen, aber gestern hatte ich genug mit anderen Videos zu tun. Zeitangriff der Sternregenpfad. War ist das nicht ein Auto-Strawling-Level? Oh, nein, es ist nicht. Hat es komplett durcheinander gebracht. Okay. Es geht nicht um Zelda-Trailer. Die gute Zelda-Trailer-Lore. Hier ist meine Theorie, wie Links Beziehungsstatus zu Prinzessin Zelda in Tears of the Kingdom sein wird anhand von zwei Minuten Trailer. Und welches Triforce man suchen wird. Hier ist meine Theorie dazu. Tears of the Kingdom Theorie Videos sind der bizarrste Fiebertraum, den ich langer Zeit gesehen habe. Der zweitbizarrste. bizarrste ist nämlich das schon wieder eine Sache, die Frogger gepostet hat. Frogger postet immer all diese Dinge, die mich beschäftigen. Das will ich übrigens in Ersatzbank anschauen. Es gibt diese Videos von ... Das sind so dumme Videos. In den Thumbnails haben sie so dieses klassische Clickbait roter Kreis und sowas. Und zwar gibt es einfach Videos von echten Weihnachtsmann Sichtungen. Zehn echte Weihnachtsmann Sichtungen. Das Thumbnail ist einfach so und bewirkt da und da ist ein Schlitten und da ist ein roter Kreis drumherum. Oh Gott und ich muss seit der ein Stranger davon gepostet ich muss die ganze Zeit dran denken. Ich muss die ganze Zeit dran denken. Oh mein Gott das ist so doof. Die da oben wollen doch gar nicht dass wir wissen dass der Weihnachtsmann existiert. Hier sind geheime Aufnahmen von meiner Dashcam als der Weihnachtsmann vorbeigeflogen ist. Es ist nicht nur ein Bild es sind zehn Bilder okay. Es ist einfach ich kann mir vorstellen es ist so dumm es wird so dumm ich bin so bereit dafür. Ich hab's noch nicht angeschaut bisher aber ich denke es wird absolut glorreich. Es gibt sogar Videos da muss es ja stimmen da muss es ja stimmen ich hab mir heute übrigens wieder eine Tüte Spekulatius gekauft das Problem ist ich habe aktuell gar keine Lust noch Spekulatius nachdem ich zwei Tüten die sie ja schon hatte aber ich muss sie trotzdem holen als sie vorbeigelaufen bin ich konnte nicht anders ich will ich will keins essen muss ja trotzdem mitnehmen wenn noch der Brief vom Nordpol oh Weihnachtsmann und Co KG aktuell dieses Jahr auf dem Togo YouTube Kanal sind sie dabei alle Folgen hochzuladen welche leider auf 16 zu 9 gecropped sind was bisschen nervig ist aber offizielle Weihnachtsmann und Co KG uploads meine Freunde dachte ich mir das solltet ihr wissen irgendjemand wird mit der Information was anfangen können ich habe letztens so einen vegan Spekulatius Aufstrich gekauft nur habe ich nicht realisiert dass ein riesen 500 Gramm Eimer ist und ich mich jetzt frage was ich damit alles machen soll was ich heute auch gesehen habe war dass sie beim Bäcker sie hatten Krapfen oder Berliner was auch immer ihr sagen wollt oder Pfannkuchen sie hatten welche in der Spekulatius Version da war so eine leichtbräunliche Creme oben drauf und oben war so ein Mini Spekulatius drauf da war eine Mini Windmühle ich war so kurz davor es mitzunehmen hauptsächlich wegen dem hauptsächlich wegen dem Mini Spekulatius wegen der Mini Windmühle die muss ich haben ich habe sie nicht geholt aber ich hätte es machen sollen ich meine ich bin auch ganz kleiner Krapfenfront hier im Süden außer im Inferno J äh frischer Sub schleich dich in die Riesenfestung der neue Spekulatius Schnaps war wild klingt besser als Eierlikör für mich als Diabetiker war dieses Jahr eine echte Erfüllung zu sehen dass es zuckerfreie Spekulatius gibt ich fühlte mich wie im Himmel würde mich wundern wenn es keine geben würde oh da sind die ersten Bob-Oms oh nein ab jetzt geht's richtig los au das Gefühl das ist die Zeit nicht wert für die paar Sternteile ich glaube hier ist die Mission ja wir machen aber erstmal ganz regulär okay und danach sehen wir weiter ich habe jetzt auch nur Teller-Biscuits geholt die sind ganz gut aber nicht so krass wie ihr neuer Tierlist gesagt habt oh ja da ist der der einen zu der Mission rüberbringt dafür braucht man wahrscheinlich die Sternteile oh und da kann man dann auch die Kettenhunde kaputt machen um mehr Sternteile zu bekommen das sind alles Dinge die wir nicht brauchen dementsprechend gehen wir einfach weiter oh ne gehen wir nicht es gibt viele Leute die mögen Teller-Biscuits nicht so sehr aber das ist besser so ist einfach besser für dich als äh Person es nicht zu mögen ist jetzt so als würdest du sagen ja ich bin nicht süchtig nach Crack das ist einfach das ist das ist eine gute Nachricht danke hier ist das für dich Verwandlung diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben mit den Nutella Spekulatius freunden bleibt mehr für mich Nutella Biscuit für mich warum der Powerpilz habe ich schon die Müllmission geschafft nein da bekomme ich Kopfschmerzen ich hatte in letzter Zeit eine sehr üble Kopfschmerzphase die letzten sieben Tagen nicht für ganz die letzten sieben Tage aber letzten Zeit hatte ich drei Tage innerhalb von einer Woche wo ich Kopfschmerzen hatte es war absolut grauenhaft Donnerstag war es zuletzt auch wieder so aber da habe ich mir eine gute Packung Ibuprofen gekauft mich mir die Scheiße nicht mehr länger bieten lassen muss oh das sieht so cool aus und seitdem ich hatte einmal Kopfschmerzen dann ging es wieder das mal ganz angehen vor allem letzter Sonntag war wirklich mies ich glaube sie hören bei mir die Kopfschmerzen irgendwann gegen 20 Uhr oder so wieder auf letzten Sonntags war da wo ich auch der AXE 2 gestreamt habe da haben sie einfach bis ich schlaf gegangen bin gar nicht aufgehört so pass auf wenn man hier richtig schießt reicht es glaube ich es gibt zwei Dinge die man hier macht kann in der Mission Nummer eins ist zweimal dagegen schießen erst mal die äußere schicht dann die innere aber ich glaube wenn man richtig zielt kann man instant beide schichten durchdringen yes do not mean bestest man muss nur aufpassen nicht wie smarties reinzufressen sollte man auch mit es ist auch nicht zu viel evo fäden die reinschmeißen ich persönlich mache immer zwei gleichzeitig ich habe die rezeptfreien halt die 400er und eine einzige ist bei mir immer zu wenig ich habe wahrscheinlich mehr elefanten aus das ist einfach nicht die richtige dosierung aber wenn ich zwei habe eine gute 800er quasi das erfüllt dann seinen zweck ich habe so nicht kopfschmerzen habe die sogar noch nach dem schlafen andauern ich fühle mich richtig verarscht ja mit kopfschmerzen aufstehen ist super widerlich das ist das schlimmste an dem punkt weiß man ja heute wird kein guter tag 2400 milligramm evo ist die höchstdosis das klingt nach viel das ist übrigens auch wesentlich schwieriger auf der wii weil man da bisschen wackeliger zielt hat ich habe ich habe seit montag eineinhalb tagen evo 600 genommen bringt evo profil etwas bei der mandel entzündung was ich bekommen habe das ist natürlich meine alte klassische geschichte ich hatte immer das gefühl dass also es war auch das was damals mir der arzt empfohlen hat dass mit der domedan direkt was halt so lutschpasteen sind dass die ziemlich gut sind hilft gegen das fieber okay dass die ziemlich gut sind für den hals selber um da das alles zu betäuben und sie haben noch den fucking widerlichen citrus geschmack was noch ein netter bonus ist die bam 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 galaxie ich hatte als ich jünger war sehr oft Kopfschmerzen und sehr oft Ibus genommen bis ich erfahren habe dass zu viele Ibus Bluthochdruck auslösen können das wiederum zu Kopfschmerzen führen kann ja mit Schmerzablette ist halt immer ein schmaler Grad den man geht muss man immer ein bisschen aufpassen deswegen an sich würde ich auch lieber keine nehmen aber kannst halt nicht immer dann wirklich vor allem keine Ahnung wenn du am PC arbeitest ich habe das Gefühl ich meine wenn man draußen unterwegs oder so okay dann kannst du mit Kopfschmerzen noch das so machen aber Kopfschmerzen sind nicht gut kommen es halt auch nicht wirklich zu irgendwas was war das für ein Move Mario aber okay wir leben noch jemand hat Musik Noten okay das klingt einfach herrlich wenn ich das zu sagen darf weil das war das die mission ich dachte ich musste alle von diesen grünen teilen auflösen oder so das war lahm von Nile oh Gott Nile glaube ich das war so falsch 10 Monate wie lieben dank ich sehe gerade die Ibus sind entzündungshemmend ich meine ja ich glaube es kommt auch immer drauf an aber ja kann wahrscheinlich nicht schaden passt schon okay was halt davon wenn wir ein bisschen Müll entsorgen gehen wie würdet ihr euch damit fühlen äh warte welche Mission waren das ich bin falsch ich bin falsch machen wir danach ich bin noch falsch abgebogen so oder ist dieses Lied hier das ist auch ziemlich schön einer aus unserem Suchtrupp ist auf der Suche nach einem Power Stern auf diesem Planeten gegangen aber er konnte einfach nicht mit zurück du hast ein Raumschiff warum fliegst du nicht rüber dieser Captain ich bin froh dass er nicht mein Captain ist wie steht ihr zu diesen Weltraum Spinnen die sehr haarig sind ich persönlich muss sagen nicht der größte Fan bin nicht der größte Fan davon oh shit kann ich noch zurück fällt gerade ein man braucht hier bei dem Luma Sternteile oder ist der für eine Bonus Mission ich weiß gar nicht noch zurück ich würde mich gerne noch mehr Sternteile mitnehmen sonst wird das alles sehr knapp na stellen wir nicht mehr ganz gehen einfach vor schön der aber noch andere ab weil jetzt trotz eigener verantwortung typisch chef etage halt ja dem captain kann man nicht vertrauen Hauptsache der chef ist wieder fein raus er muss hier im büro bleiben wie viel brauchst du ich glaube es waren viele 50 finde ich so viele wie erwartet war hier nicht noch irgendwo welche nein ok dann gehen wir jetzt da rein hier gibt es noch eine Menge Sternteile zu finden das Problem ist nur wenn man die Sternteile alle geholt hat muss man irgendwie den Weg nach draußen finden aber willkommen für 50 Sternteile 1 1 up deswegen habe ich so viele Leben in dem Fall war es nicht so schwer den Weg nach draußen zu finden weil ich nicht weit vom Eingang entfernt war aber es kann nervig sein herr herr gemacht, um weniger Leben zu bekommen. Okay, das ist was anderes. Test doch, Yoshi! Kommt hier irgendwo ein Stern oder so? Okay, wir müssen also wirklich Zeit verschwenden. Hey! Komm schon, ich will doch nur eine coole Combo an den Tag legen. Vier Stück? Ist nicht schlecht. Zum Wissen, dass ich fast tot bin, aber es war nicht schlecht. Abgesehen von dem Teil, wo ich gestorben bin. Oh Gott. Oh Gott. Aufpassen. Ich wollte schon, ob ich vielleicht noch einen Rekord hinlegen kann, aber naja. Oder hinstellen. Äh, irgendjemand fehlt hier noch. Hallo? Weil, fehlt hier jemand, oder hätte ich eine gewisse Combo? Nein, da fehlt jemand. Ich dachte schon, ich hätte eine gewisse Combo jetzt machen müssen. Dann hätte ich die einfach verkackt oder so. Danke, Yoshi, für den Stern. Äh, da. Und von Mergo, sechs Monate. Ries up. Vielen lieben Dank. So, das war auf jeden Fall nicht die richtige Mission. Ich meine, es war eine Mission. Eine Mission ist besser als keine Mission. Weil wir schon dabei sind. Was macht Yoshi denn hier? Was macht er denn hier? Der ist doch gar nicht in Galaxy 1. Ich würde sagen, wir werden jetzt, wenn wir schon eine Bonus-Mission gerade gemacht haben, werden wir gleich noch eine machen. Denn wir haben auch eine Menge Leben angespart. Oh, ihr wisst, wofür es Zeit ist. Es ist an der Zeit, den Müll nach draußen zu bringen. Wenn sich jemand von euch angesprochen fühlt, dann tut mir das leid. Aber ihr seid selber schuld. Ich meine, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann wird das wohl seinen Grund haben. Würde ich einfach nur sagen. Jetzt können wir nicht von irgendwo her. Ich habe jetzt schon fast genug Sternteile. Da bin ich mir sicher. Oh, oh. Die Steuerung ist teilweise sehr seltsam, wenn man irgendwo runter geht. Oh ja, und ich muss ja da drüben das Teil noch freisprengern. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem Müll laufen wird. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass vielleicht auf der Switch, dass ich einfach nur per Knopfdruck werfen kann. Ich glaube, in der Wii-Version musste man schütteln, um eine Bombe zu werfen, oder? Oder einen Bob-Omp. Ja, ja. Das heißt, vielleicht würde ich glaube, dass ich einfach Knöpfe drücken kann dafür. Vielleicht wäre ich da in der Lage sein, präziser zu werfen. Oh was, man kann die auch wegsprengen. Warte mal hier auf mich. Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Ich habe alle erwischt, wie es aussieht. Ich würde sagen, das sind mehr als genug Sternteile. Die Mission war so krampfig. Oh ja. Wie viele Sternteile willst du? Ich gebe mir Sternteile. Wenn ich... 30? Aber ich habe schon auf der ersten... Ich hätte nicht mal, bevor ich überhaupt hierher gekommen bin, alle Sternteile mitnehmen müssen, um genug für ihn zu haben. 30 scheinbar ein bisschen wenig zu sein. Vor allem soll... Das ist doch so ein geringer Preis für die beste Mission im gesamten Spiel. Hallo? Sehr die gelben Punkte. Man will seine Bombe dann auf die gelben Punkte hier werfen. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer... Jemand hat hier nicht verbrennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du ihn ja sauber. Na klar. Oh, danke, danke. Shit. Mario. Vor allem das Hauptproblem ist, dass die Bomben auch Jahre brauchen, bis sie explodieren. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt dann gleich noch eine werfen werde, wird es sowieso schon zu spät sein. Da eventuell wird die nicht mehr explodieren. Ich kenne einen sehr lauten LP-Part dazu von mir. War ich am Brülle heulen, während ich die Mission mal gemacht habe. Irgendwann 2013. Ich weiß nicht, dass ich damals mal ein Let's Play zum Spiel gemacht habe. Nein, wir sind schon wieder zu spüren. Das war noch ein Frame vor der Explosion. Das habe ich nie geschafft. Ja, bei mir war es auch eine Mission, die ich lange Zeit nicht geschafft habe. Ich brauche eine Bombe. Könnte hinhauen. Die liegt doch komplett falsch. Yes! Ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Jemand hat wohl einen Stern weggeworfen. Sie haben einen Trick. Du musst eine Bombe, wenn du sie hast, was? Direkt die nächste antippen, um sie zu starten. Oh ja, sie gibt Sinn. Eine mal ein bisschen aktiv machen. Aber ich muss sagen, Mission ist nicht so übel wie in meiner Erinnerung. Aber damals war ich komplett überfordert damit. Machen wir die, machen wir den Bayblade-Boss. Dann ist es Zeit für Let it rip Bayblade. Die Bedrohung. Ich würde gerne sagen, es ist ein spaßiger Bosskampfer. Ich denke, er ist... Okay. Im Gangstieg 2 gibt es das mit Kisten und der Feuerblumen. Ich finde die so viel schwerer. Ja, die war auch nicht optimal. Die mit Feuerblumen... Ich meine, ja doch, sie ist schwerer. Denn auch heutzutage ist natürlich auch die Mission mit den Bomben für einen, wenn man ein etwas reiferer Gamer ist. Nicht mehr so wild. Was ist denn Monty von mir? Shit. Ich habe keine Ahnung. Also gehen wir einfach. Auch bei dem Teil. Keine Ahnung, was von mir will. Aber wir gehen einfach weiter. Uh, das bewegt sich. Das bewegt sich ja. Au. Bei dem muss man, glaube ich, stampfen. Oh. Ergibt Sinn, denke ich. Da sie im Boden sind. Mit dem Schütteln schüttle ich manchmal ein bisschen zu viel und schieße zwei Bälle. Das verschwendet viel Zeit. Oh ja, ich wollte gerade sagen, du spielst doch einfach auf der... Du musst doch nicht mehr schütteln. Wenn du es in der 3D-Collection spielst. Pulli, spiel doch Galaxy 12 auch in der 3D-Collection. Da musst du auch nicht mehr schütteln. Stellt euch doch nicht so an. Muss doch nicht mit dieser veralteten Steuerung mehr spielen. Mehr als dreimal schütteln heißt, du spielst mit ihm. Ja. Ja, man muss einfach stampfen. Man sollte aber natürlich die Wichtigkeit des Abschüttelns natürlich nicht unterschätzen. Sonst kann es nämlich unangenehm ausgehen, wenn man eine graue Jogginghose trägt. Ihr wollt nicht, dass es zu der Situation kommt. Oh oh. Oh oh. Mario Bros. 1 Feuer. Sehr spezifisch. Ja. Hab ich gehört, dass das unangenehm dann aussehen kann. Oh meinst du mir die Mühe gemacht für wirklich 5 Sternteile. Oh, das war hier. Okay. Ja, ja, sicher. Warum nicht? Gut, gehen wir nach links weiter, glaube ich. Ich lebe jetzt übrigens, wie Mario geduckt herumläuft in dem Spiel. Ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass es ein bisschen dumm aussieht. Oh, und die Roten sind die Tödlichen. Von der Schranke will man sich fernhalten. Okay, so weit zu gut. Warum sind hier überall diese Punkte? Gibt es so viele Leute, die ja so viel Schaden nehmen, dass sie hier Millionen Münzen brauchen, um ihre London HP wieder reinzuholen? Okay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Große Töne von jemandem, der gerade getroffen wurde. Aber trotzdem. Jetzt haben wir die auch aus Mario Odyssey geklautzt. So habe ich das halt auch verstanden. Ich glaube, ich muss die da oben rein. Reinschubst. Das sind halt wirklich einfach Beyblades. Kleine Kampfkreise. Oh, hier war die Stelle mit der Explosion. Die 2003 Beyblades wo ist Dragoon? Das ist die Frage. Wo ist er denn? Habt ihr diese Beyblades-Serie damals tatsächlich geschaut? Vielleicht hat sie ein bisschen geschaut, aber sie war mir immer, sie war mir echt immer zu albern. Wenn die aber so ein Beyblades gehabt hätten, wer weiß, wie es dann ausgesehen hätte. Komm, lass mich mal auf den roten Knopf drücken. Bleib doch mal stehen! Der ist wieder typisch. Okay, die kleinen Beyblades fangen an, mich ein bisschen zu nerven. So, ganz kleines bisschen. Die Mutter aller Beyblades. Geben wenigstens ne Münze. Die revanchieren sich wenigstens mal. Oh, das lief noch okay. Ich hab nur Beyblade-Metal-Fusion gesehen. Na, da war ich viel zu alt. Ich fand die cool, war damals auch die Zielgruppe, denke ich. Ich war auch die Zielgruppe damals. Ich war auch zehn Jahre alt oder so, als Beyblade rauskam. Es war halt trotzdem dumm. Es ist halt schlicht und greifend uninteressant, wenn es darum geht, dass sie ihre Kreise gegeneinander kämpfen lassen. Seht schon, Leute sind große Fans von Beyblade-Metal-irgendwas. Uh, der Risiko-Komet. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein 2-1-Risiko. Oh, muss ich jetzt den Bosskampf machen? Du warst bestimmt fast 16, als das Inn war. Nein, 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 nein. Ich glaube, die Bedrohung war der Bosskampf. Ja. Kann ich jetzt ja mal zeigen, was ich drauf habe. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich hier bei Beyblade-Metal-Fusion war, denn ich habe davon nie irgendwas gesehen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass ich bei Beyblade-Metal-Fusion 16 war, würde ich sagen, kann durchaus hinkommen. Müssen wir erst mal die kleinen Zitronen-Beyblades loswerden. Was ist eure liebste Beyblade-Geschmacksrichtung? Man kann sagen, Mario macht mich jetzt nicht traurig. Gute Sache ist, dass der große Kreisel sehr passiv zu sein scheint. Karamell. Mit Zitrone. Ich würde sagen, das lief ziemlich gut. Oh, eine gute Klabusterbeere. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Oh, ein Ampelstrudel-Beyblade. Oh, das klingt auch so gut. Bommel-1990, 44 Monate. Resub. Wir lieben Dank. So, wir haben jetzt ordentlich was abgeschlossen bekommen. Schau dich das an. Eine Menge Sterne. Es fehlt aber noch der Bosskampf von hier. Und ich glaube, dann sollten wir 100% in dieser Kuppel haben. Ich denke, das ist eine ziemlich ordentliche Leistung, wenn ich das so sagen darf. Darf ich das? Darf man das heutzutage noch sagen, ja? Dass man eine ordentliche Leistung vollbracht hat? Oder ist es auch schon wieder zu Dingens? Darf ja gar nichts mehr sagen. Ich glaube, dieses Mal werde ich keine Sternteile mitnehmen. Oh, der Yoshi ist noch da. Sieht so dumm aus. Das ist fantastisch. Ah, wir werden, ich würde mich nicht zu sehr auf Sternteile fokussieren, denn wir brauchen nicht allzu viele. Wir lassen das prüfen, Herr Mythos. Yeah, ist auch besser so. Oh, ich höre noch direkt rüber zu Yoshi. Wenn ich das wollen würde, das will ich aber nicht. So, wo ging es hier rein? Ah, können wir kurz über eine Angst reden, von der ich gerade herausfinde, dass ich sie habe? Und zwar, pass auf, Mario ist ja hier auf einer Glaskuppe unterwegs, okay? Stell dir mal vor, ihr seid einfach nur auf so runden Glas unterwegs, das ist so ein bisschen rutschig und ihr wisst, wenn ihr erstmal stürzt, es wird absolut lächerlich aussehen und es wird so schmerzhaft. sein, ihr werdet einfach auf das Glas knallen und dann werdet ihr irgendwie hin und her strampeln und dann werdet ihr euch noch weiter herumrutschen und stürzen und alles ist hart und es tut weh und ihr werdet, ah Gott, ihr könnt irgendwo anders hin, ihr werdet einfach nur komplett kaputt geprellt und blutig dann irgendwie von dieser Glaskuppel wegkommen. Das ist nicht schön. Ich bin gegen riesige Glaskuppeln. Glaskuppeln. In so einer Situation will ich mich gar nicht erst begeben. Mario ist heute auch aufgewacht und dachte, dass er nicht auf einer riesigen Glaskuppel entlanglaufen wird. Jetzt schaue die lädierte Klempnernase mal an. Schlimmste, die Goombas, die einen von unten beobachten und lachen. Oh, das ist, das ist widerlich. War es schon mal Schlittschuh fahren? Eis hat viel mehr Textur als Glas, mein Freund. Also bitte. Ups. Oh Gott, oh Gott. Das war mein PC, nicht das Spiel übrigens. Der hat einer pro Tag immer so einen zwei Sekunden Lag aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, jetzt haben wir auch Moment, jetzt haben wir auch ein bisschen Sound Delay. Lass mich die Capture Card mal eben schließen und dann wieder öffnen. Stichofan fühlt sich bei meinen Skills aber auch an, wie genau eben beschrieben ist. Ja, aber auf dem Eis ist das nicht so wie gesagt, Eis ist nicht so rutschig. Nein, ich will nicht so sterben, warte. Das ist eine gemeine Unterstellung, dass ich da hin zurück will. Ich frage mich, warum er alles voll mit Spinnen ist. Eis ist nicht so rutschig. Eis ist nicht so rutschig wie Glas. Eis ist so viel rutschiger. Warum sollte Eis rutschiger sein? Du hast ein paar, du hast ein bisschen, ist ja ein bisschen rau, wo du dann wenigstens halbwegs draufstehen kannst. Ich bin schon klar, dass Eis rutschig ist, da will ich nicht zweifeln. Ich will nur sagen, dieses fucking Glas, weil es einfach komplett glatt ist. Eis ist nass. Mein ja, aber beim Glas ist halt nichts, woran du irgendwie ja, wo du dich irgendwie festhalten kannst. Ich will sagen, es ist Zeit für den Bosskampf. Ich versuche aktuell, Toads zu meinem Vorteil auszunutzen. Glasböden sind eine Sache, die existiert. Ich traue trotzdem keiner von diesen runden Glaskuppeln. Ich muss diese komischen, oh, Mario, bewege dich doch. Wir müssen die grünen Teile erwischen. Ich will sagen, das ist definitiv einer der besten Bosskämpfe aus dem Spiel, wenn nicht der beste. Oh, mitten aufs Gesäß. Glorreich. Gute Neuigkeit, ich habe getroffen. Oh, Gott. Warte, war es das? Nein, okay, ich wollte gerade sagen, die wachsen doch noch mal nach oder so. Was läuft jetzt das grüne Zeug, das nach einem geschossen wird? Ich glaube, es ist Kiwisaft. Oh Gott. Er springt einfach nie hoch genug, um die Scheiße zu erwischen. Danke, dass du hoch genug gesprungen bist, Mario. Und wir haben ihn. Eingefärbter Purple Flurp, Green Flurp. Warum nicht? Mountain Dew. Na, Mountain Dew ist nicht grün. Das Mountain Dew Grilled Cheese Sandwich, das musste ich mit Lebensmittelfarbe einfärben, damit es grün wird. Sowas vertraue ich schon mal überhaupt nicht. 24 Sterne. Ich muss sagen, Mario Galaxy ist ein sehr viel gemächlicheres Spiel als Sunshine oder Mario 64. Denn wir haben jetzt nach knapp drei Stunden gerade mal 24 Sterne. Hallo? Mountain Dew kein Hit. Nein, Mountain Dew ist echt nicht gut. Wie viel Sternteil willst du, mein Großer? Vielleicht kann ich da was für dich tun. 400? Da kann ich was für dich tun. Verwandelung! Wohl eher Mountain Dew Sand wäre. Yeah. Das war das ekligste Sandwich, das du je gemacht hast. Nein. Fliege mit Klebekokos. Oh, das war das hier. Ah, das Mountain Dew Sandwich, ich meine, es war nicht gut, aber es war okay, denke ich. Ich glaube, aktuell, das ekligste Sandwich, wenn ich aktuell drüber nachdenken müsste, es wäre, ehrlich gesagt, der fränkische Apfel-Toast. denn die Likör-Note. Die fucking Likör-Note vom fränkischen Apfel-Toast. Shit. Interessant, was für dich inzwischen als okay durchgeht. Ich meine, der ganze Sinne der Mountain Dew Sandwich war ja, dass es dumm aussieht. Okay, 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 okay. Wollte gerade sagen, so schlecht klang das gar nicht, aber die Likör hat dich wieder verdrängt. Ja, an sich wäre es auch nichts, äh, und die Lint kann ich noch nicht mitnehmen. Wäre es auch nichts, äh, zu ungewöhnliches und sowas, aber der Likör halt, ja. Der hier, der hier kann man besten Sternteile fern, by the way. Da nenne ich mich noch, dafür muss man aber zum Pfeil kommen. Was aktuell nicht meine Stärke ist. Ich muss sagen, das läuft gerade sagenhaft scheiße aus irgendwelchen Gründen. Okay, so weit, so gut. Bisschen knapp, aber haben wir überstanden? Oh ja, und dann haben wir hier noch die, äh, Sternteile. Nicht zu schnell einsammeln, sonst wird Mario nämlich anfangen, sich zu drehen. Nein! und das wünscht sich ja niemand. Okay. Jetzt kommt das große Finale. Es gibt schon mal Checkpoints in dem Spiel. Beziehungsweise in dieser Mission. Im Spiel generell ist es nicht die Größe, aber schon, das war auch schon wieder so fucking knapp. Ich kann nicht sagen, aus irgendwelchen Gründen war ich, äh, auf der Wii besser darin zu zielen. Kann aber auch sein, dass ich es gerade in falschen Erinnerungen habe. Aber ich könnte schwören, dass ich damals besser war. Damals, als ich noch jung und fit war. aus dem Fond, äh, oh Gott, ich glaube, Leonis, easy. Leonis, zess, äh, frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Und Chipanius, drei Monate, resub, dafür. Wie viel lieben Dank. Ich meine, lief nicht perfekt, aber lief okay. Komet in der Terrasse, Komet in der Terrasse. Oh, der Schattenkomet. Der nicht so gut ist, wie der aus Mario Galaxy 2, aber das ist okay. Schattenkometin, nein, warte, hier hätte man, glaube ich, ein Rennen auf Zeit gegen, äh, den Schatten, oder? gegen Cosmic Mario. Ja, ich glaube, darauf lief es hinaus. Oh, oh, da ist er. Ich glaube, wenn man ihn berührt, kommen Sternteile aus ihm raus. Ich werde gewinnen, Schatten Mario. Mein Cosmic Mario. Yeah, siehst du das? Das sind absolute Gewinner-Movs, die ich hier an den Tag lege. Äh, Cosmic Mario ist einfach nur, äh, eine kosmische Gestalt, die Mario nur dann sehen kann, wenn er genug Einsicht hat, um die Welt mit, äh, für das zu sehen, was sie ist, was nämlich eine Welt ist, erfüllt von schrecklichen, grauenhaften Wesen, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen. So auch sein eigener Schatten, der sich manifestiert hat, um ihn in dem zu, äh, um ihn, um ihn in dem zu besiegen, was er am besten kann. Was nämlich Laufen und Springen ist. Aber wir haben ihn besiegt. Außerdem gibt's ab für Smokey Joe von, äh, Leonis. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Oh, Cosmic Mario wäre super cool als Fahrer in Mario Kart. Tanuki Mario ist aber auch ganz cool, aber Cosmic Mario wäre definitiv cooler. Haben wir noch einen Kometen? Näh. Es gibt ja auch noch eine andere Mission. Kann ich schon sehen, wo die ist? Es gibt ja nämlich noch mehr zu tun. Müsste ja irgendwo ein Fragezeichen sein, oder? Nö. Okay, müssen wir scheinbar erst einen Hinweis dafür bekommen. Alles gut, ich hier ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder auf dem Weg nach draußen. Was kommt denn jetzt noch? Ja, ich glaube, es war was mit Luigi oder so. Ich finde es generell komisch, dass alternative Kostüme eigene Slots sind. Man, ja, aber... Im Endeffekt will man sowieso nur, äh... Drybone oder Skelett-Bowser nehmen. Also, wen interessiert's? Oder Lakitu. Oder der gute Lakitu. Bowsers Sternenfabrik? Bowsers Sternenfabrik? Bowsers, wo kommen eigentlich die Sterne her? Ah, ich spiel die Switch-Version. Ich spiel's nicht auf PC. Ich bin Wario-Man, ich bin stolz. Sobald es nicht war, Luigi, ist das okay. denn, oh mein Gott. Es war Luigi als, äh, Joke für mich durch. Na ja, war mal lustig, aber... Das ist so viele Jahre inzwischen. Ja, es ist so overused für so lange Zeit gewesen. Shit. Aber ich würde niemals auf Immolator spielen. Nein, jetzt gerade nicht. Dann würde ich auch eher sagen, dass ich auf Dolphin spiele als auf PC. Ehrlich gesagt. Wir wollen schnell das One-Up mitnehmen. Wir wollen ja nicht hier im Over-Game. Wir wollen ja nicht hier im Over-Game gehen. Wie ist der Eindruck zu der Pokémon-Version? Keine Ahnung. Ich habe, äh, knapp zwei Stunden gespielt. Ich denke, oh, oh, das ist verwirrend gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht ganz genug ist, um sich in irgendeiner Hinsicht für eine Meinung gebildet zu haben. Maluigi plus Pünktchenkart plus kleine Reifen ist win. Das habe ich bei Japanern gelernt. Na. Du willst, du willst, äh, du willst Knochen-Bowser in, äh, in einem Mercedes haben. Spricht es was? Leon ist ätzend aus. Ah, das ist ein Z. Was? Äh, vielen Dank für 5 Euro. Ich befürchte, diese Schreibweise, das sehe ich nicht ganz. Wie waren die FPS? Wie, wie waren die FPS? Was ist das für eine Frage? Wenn du fragst, wie die FPS in Pokémon waren, dann weißt du, wie die FPS in Pokémon waren. Nein! Das ist morgen oder so. Madame hat, äh, nun Termine. Oh, du willst Dark Souls 2 nicht verpassen. Äh, viel Spaß noch. Viel Erfolg. Fuck! Oh Gott, es sind so viele, so viel Feuer hier. Da hat jemand Feuer im Blut. Ich mag's, dass, äh, Bowser random angefangen hat, irgendwelche Meteoriten zu spucken. Wir brauchen keinen Powerpilz. Das wäre übrigens ein großer Fehler. Diese Arroganz an der Stelle. Ach, shit. Ich hab zu sehr auf ihn geachtet. Ich wollte, ich wollte sehen, was er da herumspuckt. Okay? Ich war abgelenkt. Und jetzt werde ich den Powerpilz erst recht nicht mitnehmen. Aus Trotz. Die Kurve ist aber auch, weil sich die Kamera ändert, ein bisschen verzwickt. Haha, du bist weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Wir müssen ihn auf das blaue Teil springen lassen. Dann verbrennt er sich seinen Arsch und dann machen wir das. Machen wir das. Ich mag den Bowser-Kampf nicht sämmerlich aus Galaxy. All die Fragen, wie man Pokémon-Fans sind immer Leute, die sich über die Grafik beschweren. Habe den Release und den Stream geguckt und das hat sich zehn Stunden so durchgezogen. Oh Gott. Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, Leute, die fragen, wie man, wie man Pokémon fand. Ich weiß nicht, ob ich denen jetzt zwei sagen würde, dass sie nur sich über die Grafik beschweren wollen. Ich denke, das ist nur eine normale Frage beim Spiel, das rauskommt. Ehrlich gesagt. Und wir haben ihn. So gut wie. So gut wie. Das funktioniert übrigens auch einfach auf der Switch fürs Protokoll. die letzten zwei Frames der aktiven Hitbox. Oh, ist das müß gelaufen, aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Ha 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 ha. Ich meine, das Spiel steht komplett broken. Das Spiel, die Fragen sind teilweise berechtigt. Müssen wir sagen, es ist berechtigt, wenn Leute einen Streamer, der das Spiel gespielt hat, fragen, wer das Spiel findet? Ist das eine berechtigte Frage? Was ist das für ein Standpunkt? Vorher muss man grüßen? Ja, richtig. Natürlich ist das eine berechtigte Frage. Jetzt sieht es aus wie ein Apfel. Früher habe ich grüne Äpfel geliebt. Heutzutage nicht mehr. Ich glaube, ich schichte euch ein Apfel wiederzielt, ich weiß nicht mehr. Aber ich habe früher diese grünen Äpfel geliebt, aber inzwischen habe ich immer das Gefühl, Äpfel, die einfach nur eine einzige Farbe haben, die wirken so künstlich auf mich. Ein Apfel muss für mich eine gewisse Balance aus Rot und Grün haben, vielleicht ein bisschen Gelb, ein bisschen verspieltes Gelb noch zwischendrin. Aber nicht einfach nur eine einzige Farbe, das ist das nicht schön. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Du kannst jetzt so an der Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht. Ich hasse es, dass sie immer sagt, die dir kostbare Person. Im Zentrum des Universums. Ja, 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 ja. Ich weiß. Das wäre die Antwort nicht komplett offensichtlich. Das ist eine sehr komische Frage. Aber natürlich sieht Galaxy besser aus. Ich würde sagen, die wenigsten Nintendo-Spiele sehen besser als Galaxy aus. Aber da kann ich noch gar nicht rein. was bist du für einer? Warum bist du rot? Eine wie dir werde ich doch nicht mein Geheimnis verraten. Oh. Was heißt der eine wie mir? Was für einer bin ich? Was soll das bedeuten? Ah, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Küche und dann schlagen wir uns den Bauch voll. Nein, roter, ein Italiener. Ich meine, vielleicht meint er das bei Mario. Wer weiß es? Wer weiß es schon. Okay. Starten wir mit der 16. Oh, der Glasstrand. Denn mit 16 Jahren, da fängt das Leben an. Was glitzert da am Meeresboden? Kann ja wahrscheinlich einen Stern. Was ist das für eine Frage? Ich würde nicht sagen, dass es eine Top-Tier-Galaxie ist. Dann wiederum der Bonus-Stern hier ist super cool, aber das ist eine Galaxie, die die Vibes hat, die man sich wünscht. Das ist das Paradies der Pinguine, der Glasstrand. Warum mögen Pinguine den Strand? Das ist nicht ein bisschen warm für euch. Macht den Skip, dass ich nicht eine Ahnung von sowas hätte. Fragt ein Meereskumpels, wie man schwimmt. Sie werden es hier sagen. Ich glaube, ich finde es selber heraus. Finden wir heraus, was da unten so glitzert. Oh mein Gott. Ich kann einfach, indem ich Y... Oh mein Gott. Oh, das ist komplett broken. Ich kann einfach schnell schwimmen. Weißt du, dass Pinguine nicht nur in der Antarktis leben, oder? Schon klar, aber trotzdem. Ich verbinde Pinguine trotzdem nicht mit dem Strand. Die Pinguine leben auch in Zoos. Hey, das ist der Aal. Der gute alte Aal. Wo sind noch Sternteile? Shit, warte, ich habe doch gerade mal erst zwei. Wo sind die anderen? Muschel? Du hast auch was. Yeah, wusste ich es doch. Ein aalglatter Schwätzer. Ein dreister Meister. Äh. Ich schaue mal nach oben. Aber warte, in der Kiste da unten ist bestimmt noch eins. Moment. Aha. Kennst du nicht die surfenden Pinguine? Apropos. Wovon ist das letzte? Ich habe mir überlegt, ich habe ein bisschen Gameplay zugesehen und ich habe mir überlegt, wenn ich mir 1080 Avalanche für den Gamecube zulegen will. Hat jemand von euch gespielt? Ist das cool? Snowboard-Spiel, in dem man einfach nur von einer Lawine wegfährt und ich glaube, das könnte ziemlich spaßig sein. Oh, dann kannst du für einen Zehner oder so. Oh. Nein. Wunderschön. Wunderschön. Da geht einem das Herz, auf wenn man sowas hört. Shit. Kann ich ja nicht walljumpen? Schief. Okay, machen wir es noch mal. Macht Spaß, aber der alte war besser. Kann auch sein, dass ich hier in Nostalgie geblendet bin. Wahrscheinlich. Denn der Teil von davor, der war, es war der N64-Teil, oder? Wenn wir in 60 spielen, ist immer das Problem, dass sie halt super wenig Frames haben. Vor allem bei Rennspielen ist das dann bis hierhin immer... Und hallo, lieber Stern. Mission Nummer 1 abgeschlossen. Weißt du noch, das gute Wave Race war ein richtiges Spiel. Ich habe nie den Appeal hinter fucking Wave Race gesehen. Ich weiß nicht, warum es für Leute das Spiel das beste Spiel aller Zeiten ist. Ich habe es nie verstanden. Das ist der fucking Appeal hinter Wave Race. Ich fand es nie so aufregend. Machen wir richtig diese Glasstrand-Mission. Ich meine, es ist ganz nett, aber... Keine Ahnung. Ich würde es nie wirklich länger als 20 Minuten spielen. Oh, die Abschlussprüfung. Uh, da kommen Änderungen zurück. Es war spaßig für zwei Runden. Die Wellenphysik. Ja, Wellenphysik ist okay, denke ich. Keine Ahnung. Was ist das für ein Punkt? So, im Erstspiel für Game-Photel ist auch am meisten rum. Oh nein, ich meine nicht den Game-Photel. Ich meine N64-Teil. Den Game-Photel mögen Leute nicht. Üblicherweise. Ah ja, immer wenn ich Wave Race spiele, denke ich mir, ist okay, aber... Wie die Pinguine herumschwimmen. Das ist einfach nur die friedlichste Gegend. Schaut euch an, wie die Pinguine herumpaddeln. zauberhaft. Ich habe auch an einer Stelle in Pokémon Kamesin, da war so ein Teich, da habe ich einen Anton herumschwimmen gesehen. Und das war einfach nur, das war einfach die Erfüllung meines, äh, meines Lebenstraums. Da muss ich ja nicht, ich glaube, ich muss hier mit dem Panzer die Wand kaputt machen. Da habe ich über den Koopa-Shell gesehen. Das ist der Punkt, den alle Wave Race-Fans überbringen, die beiden sind so realistisch. Ja, ich meine, ja. Äh, weil, ist der Panzer da unten? Irgendwo. Da sehe ich oben erst den Schlag. Wo stimmt ihr hier hin, Jungs? Hier ist soweit kein Panzer zu sehen, weit und breit. Hier sind nur wieder die Aale. Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Ich glaube, dann kommt man vielleicht von irgendwo weiter oben. Wie stehst du zur technischen Umsetzung zu neuen Pokémon-Spiele? Ich liebe es, dass sie mit, äh, sie mies laufen. Weil, weil, weil es ist immer, warum fragen das alle Leute? Ich meine, wir alle wissen die Antwort. Warum, warum, warum wollt ihr alle die ganze Zeit sie noch 20 Mal bestätigt haben? Willst du den Test bestehen, lass dir Tipps von meinem Kollegen geben. Wer ist denn Kollege? Das ist komisch hier. Okay. Äh. Wie können wir hier nach oben? So? Ist das richtig? Ich scheine auf jeden Fall nach oben zu kommen. Oh, ich glaube, dann werden die ganzen Bricks zu Sternen teilen. Okay. So, jetzt ist sie gut. Oh Gott. So, ich glaube, ich will hier außenrum noch irgendwo entlang. Er soll seinen Kollegen fragen. Aber wo ist der Kollege? Wo ist Kollege Pinguin? Hier ist auf jeden Fall eine Schatztruhe. Ja, ich kann mich schütteln mit dem Panzer abfeuern. Aber wo ist der fucking Panzer? Ich muss doch irgendwo... Okay, ich werde jetzt den Schwimmlehrer fragen, okay? Legst du auch die Abschlussprüfung ab? Äh, aber sicher. Oh, ich muss den... Test besteht daran, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der im Meer liegt. Oh, das ist die Bisschen mit dem goldenen Panzer. Den müsste irgendeiner von den Pinguinen haben und dann klaue ich ihn den und dann bestehe ich die Prüfung. Da ist er. Heißen Dank, mein Freund. Das ist jetzt mein Panzer. Entschuldigung, ich mache eine Abschlussprüfung. da kommt jemand und klaut euch einfach das Gefährt für eure Prüfung und sagt, ja, jetzt habe ich bestanden. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Wie ein Baumarkt, frag Kollegen, aber es gab nie einen Kollegen. Das hast du gut gemacht, aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Ja. Ich glaube, in der Mission wollen wir dann auch, wissen wir, was wir machen? Direkt die optionale Mission in dieser Galaxie. Denn die optionale Mission ist ziemlich gut. Stell mal, ich schnappe den Pinguinanzug. Gott, ich hasse den Pinguinanzug. Der sieht so scheiße aus. Dann wiederum die komplette Art Direction aus New Super Mario Bros. Wii ist sehr... Äh, wie sage ich es am besten? Kot belastet. Die Biene ist nicht aus New Super Mario Bros. Wii. Morgi ist ein optionaler Otto. Ja, zum einen, zum anderen. Wir wollen alle Sterne holen. Ja, aber von Wii, wie von Wii, Mario Galaxy und New Super Mario Bros. Wii sind zwei komplett unterschiedliche Spiele. Ich akzeptiere es nicht, dass du sagst, ja, aber es ist auch ein Wii-Spiel. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Oh Gott. Äh, wie machen wir das am besten? Erstmal die Bremsen einschalten. Okay. Einhundertprozent, Herbert. Oh ja. Oh ja. Wait, das ist gar nicht das, was ich dachte. Oh, das ist aber auch cool. Hier sind nämlich die, äh, Catacrux aus Super Mario Sunshine. Spielt's gerade das Spiel, über das ich rede. Ja, aber mein Punkt war, ich hab gesagt, dass die Designs aus New Super Mario Bros. Wii generell scheiße sind. Oh, das ist auch mein Lieblings-Shit-Power-Up. Ebenfalls super fürchterlich in New Super Mario Bros. Wii. Es ist die Eisblume, aber in Galaxy ziemlich spaßig. Kann ein bisschen das Eis gefrieren. Walljumps an Wasserfällen sind, denke ich, so eine gute Idee. Es ist so eine gute und spaßige Idee. Nein! Okay, wir haben es noch geschafft. Folge mir, mein Freund. Nein! Er ist leider gestorben. Das machen wir noch mal. Ich hab ihn nicht umgebracht. Das Wasser hat ihn umgebracht. Wichtiger Unterschied. Sehr wichtiger Unterschied. Und ich möchte, dass ihr das nicht durcheinanderbringt, okay? Okay. Dankeschön. Er ist nicht unbedingt ertrunken. Vielleicht ist er auch erfroren. Ist nämlich Eiswasser. Sollten wir mal nicht unterschätzen. Und hier in der Kirche gibt es noch einiges zu erledigen. Machen wir eine von den Missionen. Testblase. Test. Test. Hallo? Test. 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 Von der großen Blase geschüttelt. Habt ihr mal eine große Blase geschüttelt? Und nein, das wird die Cola Zero. Die ist leer. Keine Sorge. Oh, die Skybox. Vielleicht konnte er schwimmen und kommt mit Kälte klar, oder er ist tot. Er ist tot. Vielleicht kommt er weder mit Kälte klar, noch kann er schwimmen. Unser Pilzschiff musste hier in Not landen. Oh oh, ich hasse es, wenn das passiert. Oh oh. Ich will einen von den Toads eine überbraten. Guck mal her. Na, scheint durchzuklippen. Das ist ein Giftsumpf. Wenn du hineinfällst, bist du geliefert. Oh oh. Und da ist auch schon der Käpt'n. Der Wind weht stark. Wenn man sich vorne ertragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Hm. Ich glaube, was wir bräuchten, wäre eine Art Testblase. Test. Bla, bla, bla. Ach so. Sie hat einfach keine Lust, sich noch einen Dialog auszudenken. Bla, bla, Blase. Oh Gott, das ist so dämlich. Ja, ja, die große Lass mich in Ruhe, Schildbürger. Ich glaube, die Schilder heißen jetzt mal anders. Es gab Captain, Captain Touch in Galaxy. Ja. Ich dachte auch, dass er zuerst in Galaxy 2 vorkam, aber nein, er ist aus Galaxy 1. Oh, schau euch die eckigen Pilzköpfe an von hier oben aus. Ist einfach ein N64-Spiel an dem Punkt. Mario Galaxy kam doch für das Nintendo 64 raus. Mich wundert es übrigens immer, dass die Blase von den Propellern nicht zum Platzen gebracht werden kann. Wie stehen hier eigentlich dazu, dass Kumpel Blase zuletzt dabei erwischt wurde, wie er nach seinem Besuch in dem Club unter dem Einfluss von verschiedenen Substanzen sein Blubberblasenmobil fahren wollte und daraufhin zwei Blasenleben gefährdet hat. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe das Gefühl, dass ihm der Ruhm auch etwas zu Kopf gestiegen ist. Er war wohl sehr ausgelaugt. Er ist auf jeden Fall traurig, was aus ihm wurde. Verantwortungslos, absolut. Meinen die Substanzen sind ihm gelöst? Ich denke, die Substanzen waren in dem Wasser, aus dem er, im Spülwasser, aus dem er geblasen wurde. Krumpelblase war ein komischer Charakter. Übrigens, diese Mission, ich weiß nicht, ob ich das anmerken muss, aber ebenfalls ein gutes Stück angenehmer als auf der Wii. Wie eigentlich alles, was mit Motion Controls zu tun hat, funktioniert einfach so viel besser mit dem Gyro von dem Pro Controller oder generell der Switch. Wäre nicht sein, dass man es nur mit dem Pro Controller spielen kann, aber man sollte es mit dem Pro Controller spielen. Klingt nach Blasphemie. Verstehe ich nicht, erklär das bitte. Da habe ich keinem Blasen Schimmer quasi. Oh, da drüben ist der Stern. Oh, da drüben ist der Stern. Ich frage mich, gibt es hier eigentlich einen Skip, wo man einfach zu dem Stern instant rüber kann oder so? Ich habe das Gefühl, das ist so eine Situation, wo man einfach rüberhüpfen kann. Oh, ich merke auch gerade, dass es ziemlich kalt hier im Raum ist. Swissworn mich das erinnert. An kalte Temperaturen. Ich habe gehört, dass gestern in Berlin um die minus 6 Grad waren. Bibi, steht dazu, dass es arschkalt wurde inzwischen? Und damit meine ich, stellenweise scheinbar wirklich kalt. Ich glaube, ich war bisher noch nicht im Minusbereich, aber ich weiß nie, was noch alles passieren wird. Was dieses Wetter sich wieder einfallen lässt. Wer Switch-Game zu ernst hat mit Joy-Cons im Dock-Modus benutzt, ist sowieso verloren. Ich sehe auf jeden Fall, wenn man keinen Pro-Controller hat, weil die Pro-Controller scheißteuer sind, dass man es dann macht. Aber ansonsten, wenn man einen anderen Controller zur Verfügung hat, wüsste ich auch nicht, wo man mit den Joy-Cons freiwillig spielen würde. Bei mir liegt Schnee auf die Dächere, ich hasse es. Warum hast du Schnee? Was ist das für ein Take hier gerade? Warum hast du es, wenn Frau Holle die Bettlaken ausgeklopft hat, geschüttelt? Ich spiele Tetris Effect mit Joy-Cons, weil das Steuerkreuz präziser ist. Ja, bei solchen Nischenanwendungen, da sehe ich es auf jeden Fall. Das Kacke stand über 20 Minuten vorm Döner gestern. Ruhrgebiet ist voll von Schnee, ich bin so aufgewachsen. Wenn ich an Ruhrgebiet und Schnee denke, da denke ich auch nur an ekligen, braun-grauen Schneematsch, der unter dem Auto klebt und wenn das Auto falsch in die Kurve fährt, irgendwo gegenflatscht und einfach nur ein Geräusch macht. Und wenn man ihn abbekommt, würde man wahrscheinlich sich eine Entzündung einfangen, die einen umbringen könnte, wenn man kein Antibiotikum da hat. Ich war gerade bei Galaxy mit dem Gerosensor vom Pro Controller nicht sehr überzeugt. Wirklich? Also, ich habe hauptsächlich den Vergleich zum Originalspiel und wie gesagt, ich bin sehr überzeugt davon, dass es viel besser funktioniert als im Original. Das ist echt akkurat, aber du hast die Tonne in Salz vergessen. drei Flocken stehen und die Straßen werden mit Salz geflutet. Im Saarland gab es einen kurzen Tornado. Das ist auch so angenehm. Puh! Spaßig. Ich hatte kein ungewöhnliches Wetter in letzter Zeit. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Na dann wiederum einmal, das war dieses Jahr, da habe ich vorhin auch ein Video von geschickt, weil ich da kurz gefilmt habe. Da hat es halt super stark geregnet und sowas hier und da habe ich aus dem Fenster rausgeschaut und das war eine Sache, die ich auch noch nie gesehen habe. Da stand halt wirklich Wasser da draußen, weil halt einfach die Gutes nicht mit daher kamen und da stand einfach Wasser. So wie 30 Zentimeter war oder so. Ganze Straße. Vorhin dachte ich mir, oh shit, so muss es also sein, wenn es regnet, wenn man in Köln wohnt oder wo auch immer. Wo ich in die Nachricht nur so irgendwelche Screenshots sehe von diesen absurden Wassermengen, wo ich mir denke, großer Gott. Aber dann war es nach 10 Minuten auch weg. Da lohnt sich das Schlauchboot im Haus richtig, richtig. Oh, das war die Mission hier mit dem Geist. Folge mir, Buhu. Ein Porträt von dem Buhu. Das ist eine Super Mario Sunshine-Referenz, wenn ich jemals eine gesehen habe. Ah, shit. Folgt mir mal. Folgt mir mal nicht. Muss ich die nicht killen oder so? Oh. Ist das die Mission, in der wir den Elf finden? Geister sind empfindlich gegenüber Licht. Ja, wir haben ja kein Licht. Oh. Ist das ein Lichtschalter? Das ist ein Lichtschalter. Lakito, ja. Yeah. Das Amtsgericht an der, äh, Mosel, an dem ich arbeite, hat ein Amtsboot für Hochwasser, um die Akten zu retten. Es klingt lustiger. Ich glaube, es ist nicht verkehrt. Auch wenn ich mir an dem Punkt, auch wenn ich mir an dem Punkt die Frage stelle, warum man die ganzen Sachen dann nicht digital irgendwo absichert, aber... Deutsche Behörden. Braucht noch ein bisschen. 50 Jahren sind sie auch soweit. Ich mache das auch gar nicht, dass ich bei mir den Führerschein nicht, ähm, mir einfach zuschicken lassen konnte. Ich musste den von der Verkehrszentrale abholen und die war scheißweit weg. Wir mussten da fast eine halbe Stunde hinfahren. An dem Punkt stelle ich mir da auch die Frage, was ist der fucking Sinn denn da, wenn man so weit fahren muss, um Führerschein abzuholen? Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Aber okay. Aber okay. Den holt man ja hoffentlich nur einmal ab. Ich weiß nicht, wie sicher Server gegen Hochwasser sind. Hier sollst du die Server auch nicht an einem Ort haben alle. Logischerweise. Der ganze Sinn hinter Backups ist ja, dass du, äh, dass du nicht, äh, alles auf einmal verlierst, wenn was passiert. Hast du keinen vorläufigen Schein? Nein, der vorläufige Schein ist so eine Sache, die man bekommt, wenn man den Führerschein mit 17 macht. Der Wisch, den ich bekommen habe, der war dann, ähm, also ich hätte Führerschein so oder so abholen müssen. Ist ja keine Frage. Aber der Wisch, den ich hatte, ähm, da stand, äh, spezifisch drauf, dass der nicht als Führerschein zählt. Ja, manche, bei manchen Prüfern, also manchmal hat der Prüfer direkt einen Führerschein dabei und manchmal nicht. Das ist so eine Sache, die ich auch, äh, gelesen habe. Und wenn der, wenn der Prüfer... Da ist doch der L! L! Ich bin unterwegs! Wenn er den nicht dabei hat, muss man ihn halt dann bei Verkehrszentral, was auch immer das war, abholen. Ich hatte vorläufigen und habe es mit 18 gemacht. Oh, wirklich? Ha. Ja, keine Ahnung. Äh, der Wisch, der nicht bekommen hat, aber auf jeden Fall, äh, nicht gültig. Vielleicht ist es auch eine Sache, die von Bundesland zu Bundesland schwanken kann. Könnte ich mir auch vorstellen. Keine Ahnung. L! Ich bin unterwegs! L ist real. Ich mag es nicht, wie er mir Geist Mario die Zunge rausstreckt. Nein! Ich bin auch direkt richtig, war aber auch 20. Mein Prüfer hatte meinen direkt dabei, brauchte aber auch drei Versuche. Das sagt ja nicht aus, ob du jedes Mal da den gleichen Prüfer hattest. Bei mir war er nur zusammen mit dem Ausweis gültig, ist aber auch fünf Jahre her. Ja, ich habe keine Ahnung. Das Gefühl ist, er kann einiges, er kann es einiges in Variablen geben. Auf jeden Fall war mein Wisch nicht gültig. Ah, fuck, nein. Jetzt habe ich es verkackt. Oh, nein. Tut mir leid, ich habe es verkackt. Die Sache ist, wenn man als Geist zu Luigi rüberkommt, dann hat er Angst. Und das ist halt, oh, das ist einfach so eine beiläufige, wundervolle Referenz, dass man als Buu dann Luigi Angst machen kann. Ich habe es leider verkackt. Bruderherze, bist du eigentlich, ich habe die Toads aus den Augen verloren, das war furchtbar. Aber ich habe einen Powerstein gefunden, siehst du? Ich bin doch zu etwas zugebrochen. Sei doch nicht so hart zu dir, Luigi. Du bist immer zu etwas zugebrochen. Kann man vor Luigi einschlafen? Ich meine, warum nicht? Ab nach Hause. Ich hätte nicht mal meinen Fahrlehrer dabei, als ich bestanden habe. Mein Fahrlehrer hatte auf dem Weg zum TÜV einen Unfall. Uh. Ist das mit 17 nicht irgendwas mit begleiteten Fahren? Ja, mit 17 ist begleitetes Fahren und deswegen bekommst du keinen regulären Führerschein. Also vermute ich, dass damit zusammenhängt, weil du ja auch nicht richtig regulär fahren kannst, deswegen bekommt man den erst mit 18. Wir kommen zurück. Dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er, sagte er, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen, schau mal bei der Garage vorbei. Das ist mein Bruder. Und die Sache mit Luigi ist, das war eine Sache, die super charmant war, wenn man das Spiel auf der Wii gespielt hat. Und zwar, es gab dieses Wii-Postfach, wo man halt, das war der Nachrichtendienst der Wii quasi, wo man sich dann, keine Ahnung, wahrscheinlich gegenseitig Nachrichten schicken kann. Bekam dann auch immer eine Teechen Nachricht, je nachdem, wie lange man welches Spiel gespielt hat. Und bei Luigi ist die Sache, ab irgendeinem Punkt im Spiel sagt er einem dann, dass er einen Stern gefunden hat. Und die Nachricht, dass er einen Stern gefunden hat, die hat man dann in diesem Wii-Postfach, wo man dann den Brief öffnet, dann hast du dann auch so ein Bild von Luigi bei dem Stern. Ich bin gespannt, wie sie in der Switch-Version umgesetzt haben, aber das war super cool auf der Wii. Das war halt super charmant. Und man bekam auch von dem Briefträger, der ist halt auch nicht umsonst hier, wenn er was für einen, ne, Captain Toad, der Briefträger, wenn er was für einen hat, dann bekam man halt auch einen Brief. Das ist super cool und pass auf, noch eine Sache, was es auch gab. In Pokémon Snap, wenn man das auf der Wii runtergeladen hat, von der Virtual Console, dann, obwohl es nur, an sich nur Emulationen war, da könnt ihr mal, könnt ihr mal erfahren, wie gut Nintendo 64 Emulationen ursprünglich mal war. Und zwar haben sie einfach, es gab dieses Feature von Pokémon Snap, das war glaube ich auch nur für USA und Japan wahrscheinlich nicht, wo man dann irgendwie seinen Spielstand mitnehmen konnte und dann gab es so Pokémon Snap Station, wo man dann die, seinen N64 Memory Card Teil reinpacken kann und dann kann man ein paar seiner Bilder ausdrucken, wenn man das will. Das war eine Sache, die es gab, so Pokémon Snap Stationen. Und bei dem Feature für, um das Bild zu speichern, das haben sie dann in der, in dem Virtual Console Release ein bisschen, äh, umgeändert, so dass man die Bilder dann sich selber an seinen, äh, Postfach schicken lassen kann von der Wii. Was auch nicht wirklich für irgendwas gut ist, ich meine, man kann dann das Bild, denke ich, anderen Leuten schicken, die man freundlich hat oder so, aber allein, dass sie es gemacht haben, dass sie dieses Feature irgendwie versucht haben noch zu retten, ich denke, das ist super cool. Ich habe die alten Briefe noch. Ja, ich habe auch noch ein paar Dinge auf der Wii irgendwo herumschlummern. Äh, Chrissy Fels, 30 Monate, resub, wie, wie lieben Dank, Frozen Throne, 33, äh, 23 Monate dafür, wie, wie lieben Dank. Vielleicht auch auf der SD-Karte ziehen? Ja, vielleicht. Aber ich, ich würde Nintendo da mal nicht, zu sehr überschätzen, was das angeht. Bruder, du suchst auch nach Power-Sternen, oder? Sag mal, was, was püppelst du mich jetzt hier gerade so an? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in deinem Eierplanet-Galaxen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief, versprochen. Bruder, du suchst auch nach Sternen. Vielleicht könnte ich dir helfen. Oh Gott, die Emotion, wie Luigi sich dreht. Äh, warte, habe ich, nein, meine Chrissy-Fans habe ich angemerkt. Okay. Brudimus Lucy, yeah. Ich war froh, dass ich meinen Fahrlehrer dabei hatte, denn mein Prüfer war mutmaßlich betrunken und hatte öfter versucht, mich in den Einbahnstraßen zu lotsen. und wollte sich auf Firmenpark platzen, einparken, zeige und ähnliche Späße. Oh, das klingt absolut fürchterlich. Das klingt fürchterlich. Pass auf, also seid ihr bereit für ein bisschen, äh, Lore? Oh. Mamun zu Mario. Dann lasst uns beginnen. Ich denke, das ist super cool, dass es das überhaupt hier gibt. Dass man ein bisschen die Geschichte erfahren kann. Erstes Kapitel, zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihm lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind, Wer bist du? Was machst du hier? Dieses antwortete, Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden. Aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma, Weißt du, wenn es so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma. Doch dann hat es eine Idee. Lass uns deine Mama suchen. Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternenschiff wieder auf Hochglanz. Und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Was ist denn mit der Familie von Rosalina? Zweites Kapitel. Sternenstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen. Aber bisher hatten sie weder Luma's Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsklumpensterne. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht. Sagt er das Mädchen seinen ungerigen Bauch reibend. Ja, so geht es mir auch immer bei größeren Ausflügen. Allerdings geht es bei mir dann um Ketchup. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete, hat es in seinen Rucksack gestopft. Doch eine wesentliche Sache fehlte. Die Marmelade. Wie konnte ich nur Wasser vergessen? Ich schussel. Oh, Wasser ist natürlich wichtig für Leben, habe ich gehört. Sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternenstaub habe. Wie wäre es? Probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen bissig. Haha, das findest du wohl witzig. Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Du hast recht, ich nehme mir mal ein bisschen. Es zerrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack. Sie hatte auch noch einen Bruder und die beiden begannen Sternenstaub zu sammeln. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternenschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternenstaub schmeckte wie süßer Honig. Warte, wie haben sie jetzt das Wasserproblem gelöst? Sag mal, warum haben wir, habe ich was übersehen? Sie können jetzt das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig machen, weil sie jetzt honigsüße Sternteile hat, aber der Staub stillt den Durst. Ja, wahrscheinlich. Drittes Kapitel, der helle Stern. Warum haben sie nicht angemerkt, dass sie irgendwie, dass sie, dass der Sternenstaub irgendwie, keine Ahnung, auch Flüssigkeit in sich hat oder so? Ich habe das Gefühl, es hätten sie anmerken sollen. Ich meine, es ergibt sich aus dem Kontext, aber so ein bisschen. Aber es ist komisch, weil sie direkt den Punkt, mit dem, dass sie kein Wasser hat, angesprochen haben und dann nurieren sie es einfach. Wie auch immer. Ich will nur sagen, ich hätte eine bessere Geschichte schreiben können, okay? Durch das runde Fenster Sternenschiffes strahlte ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe? Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte, komm, lass uns zu dem Stern gehen und dort aussteigen. Das ist bei der Küche. Unser Stern, in der Mitte die Sonne, ist gerade grün. Smaragdgrün. Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher, aber Lumas Mama fanden sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumps auf seinen Hosenboden fallen und blieb erst mal sitzen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstopp eingeschlossen. Klasse, oder? Luma schien stolz zu sein. Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies und Wasser gibt es hier auch. Okay, ich ziehe alles zurück. Das Wasserproblem wurde gelöst. Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf diesem Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Wie viele Kapitel haben wir hier gerade? Kommt nicht erst nach und nach im Laufe des Spiels dazu? Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Warte, sie sieht aus wie Rosalina. Und sie hat einen Plüschhasen. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne. Am Abend bin ich der Mond. Und immer dann sehe ich nach dir. Oh, sie ist tot. Das Mädchen wurde so traurig. Es war nicht zum Aushalten und fragte, wenn es regnet und weder die Sonne noch der Mond zu sehen sind. Die Mama antwortete mit einem Lächeln, dann werde ich einen Stern und warte über den Wolken, bis du aufhörst zu weinen. Oh, das ist so traurig. Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens Tränen benetzt. Luma, der sich an es schmiegte, sagte, aus seinen Augen fließt Sternenstaub. Das Mädchen trocknete sich die Tränen. Das ist kein Sternenstaub. So schön sind Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen. Diesmal fing Luma an zu weinen. Mama, Mama, auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreichen Kometen, aber Lumas Mama war auf keinem von ihnen zu finden. Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es drei Tage Regenwetter. Das Mädchen nahm Luma sanft in den Arm und sagte, wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich. Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft, ich werde deine Mama. Bisschen komisch. Okay, das fand ich ein bisschen komisch jetzt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die mehr eine Geschwister-Dynamik haben. Aber das ist eine wundervolle Geschichte. Mein Gott. Ich hatte komplett vergesst, dass das tatsächlich traurig ist. Das reicht für heute. Ich hatte komplett vergesst, dass das tatsächlich ein bisschen traurig ist. Das ist eine gute Geschichte. Fun fact, das Spiel sollte eigentlich ein Story-Game werden, aber dann wurde es doch nur in einem Bilderbuch gecancelt. Yeah, das ist wieder ein klassischer Miyamoto-Moment gewesen. Sag mal, es geht gerade in der Geschichte darum, dass die beiden ihre Mütter gesucht haben, die sie ja nicht finden werden, weil sie langsam realisieren mussten, dass ihre Mutter tot ist. Und hier können wir jetzt alle mit, oh, Rosalina, das ja, die würde ich auch gerne Mami nennen. Komm schon. Komm schon. Ich stehe dahinter. Dein Problem. Buhu-Bett. Buhu-Bett. Oh nein, der Buhu-Bettläufer. Wir reden nicht über Rosalinas Hosenboden. Das ist ein bisschen komisch, wie sie es gesagt hat. Ja, aber weil sie mehr eine Geschwisterdynamik hatten für mich, da sie bei ihr ja ganz klar relativ jung waren. Was ist heute mit Rosalinas Vater und Bruder? Vielleicht erfährt man das noch. Ich meine, hat sich mal Mario Kart auf der Bike gesehen? Ich meine, komm schon. Tatsächlich nicht. Alle tot? Oh, cool. Sie hat vielleicht die Schwester? Äh, ich glaube nicht. Der hat so geglitzert. Den muss ich mitnehmen. Da kann ich mir nicht helfen. Ihr Bruder ist sie. Ich lasse Discharge. Oh nein. Ich glaube, ich brauche hier einen, äh, Schlüssel. Gleich werde ich den Schlüssel mitnehmen. Keine Sorge. Der Boden hat sich weiter bewegt, als ich das gedacht hätte. Okay. Was hat denn das Teil jetzt gemacht? Oh, es hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass sich die Lichter bewegen. Das ist halt auch ein gutes Level. Ich meine, es kann ein bisschen nervig sein, aber die Kreativität des Levels lässt sich ja wohl kaum abstreiten. Hosenboden? Fragezeichen. Ja, was glaubst du, ist der Hosenboden? Was befindet sich wohl am Hosenboden? Irgendwas, worauf man sich setzen kann. Du kannst dich nicht auf deine Füße setzen. Mit denen steht man. Oh, hallo. Oh nein, jetzt wird die ganze Sache schwierig. Ich rede natürlich von dem Arsch. Mein Hund sitzt manchmal so empfohlt, das sieht dämlich aus und süß. Ja, du bist ja nicht dein Hund. Nein! Du meinst die vier Buchstaben? Oh ja, ich meine das Po und das Po. Ja. 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 Und hat von jemand von euch inzwischen das Teletubby Reboot geschaut. Ich meine, niemand von euch muss doch gesehen haben, oder? Ihr seid doch Teletubby-Fans. Leute sind doch immer so begeistert von ihren Serien. Wollte ich mir sagen, niemand von euch hat die Teletubbies gesehen. Ist hier ein Reboot, die Serie war mal weg. Ja, Teletubbies lief tatsächlich nicht ewig, aber aktuell gibt es Teletubbies auf Netflix. Warum gibt es ein Reboot davon? Weil Teletubbies erfolgreich sind und es lange her ist. Also haben sie gesagt, ja, was wenn wir einfach wieder ein bisschen Teletubbies machen? Da ist er! Hier ist ein Brief von Luigi! Ich habe einen Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft, er mich zu finden. Was ist das für ein Ort? Der wird vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigi's Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Ja, okay, Wählberiefssymbol. Okay, das könnte man glaube ich auch so in Game immer anschauen, aber ein bisschen was ist verloren gegangen im Vergleich zum Wii-Release, muss man sagen. Sind die immer noch so gruselig? Klar, sind die Teletubbies? Ich weiß noch nicht, ob Reboot zwangsweise der richtige Begriff dafür ist, aber es ist halt die neue Stadt von Teletubbies. Sie haben halt neue Schauspieler und sowas, weil von damals machen lange was anderes. Stimmt ist, dass die Teletubbies wegen Kinderverdommung abgesetzt wurden. Das hat man sich bei uns auf Schulhof immer erzählt. Nein, nein, stimmt das nicht. Vor allem hat Teletubbies ja auch ist halt keine verdummende Serie. Sie haben halt auch Dinge erklärt in den Videos und sowas und dann hatten sie auch ihre moralischen Standpunkte, zum Beispiel, dass Nono nicht einfach den Tubby Pudding von Lala einfach klauen darf. Ihre Sprache war halt nur sehr simpel. Da soll einem ein Kostüm gestorben sein, aber die bringen einen trotzdem kein richtiges Sprechen bei. Was erzählst du da gerade? Jemand ist im Teletubbies im Kostüm gestorben und Teletubbies bringen einem nicht Sprechen bei. Ich glaube, das ist doch nicht ihre Aufgabe. Du hast dich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass, Bruderherz. Du willst den Power stellen, oder? Dann habe ich gefunden. Hier. Danke, mein Großer. Das ist mein Großer. Ja, habe ich so gehört. Was hast du so gehört von beiden? Beides? Was soll das überhaupt bedeuten, dass jemand im Teletubbies gestorben sein soll? Einer der Schauspieler? Was ist die Geschichte? Will Spawn nicht in Ungarn verboten, weil es zur Schausstellung von Homosexualität war oder so. Das ist auch nur ein Schulhof-Gerücht. Äh, keine Ahnung. Kann sein, muss nicht sein. Ich denke, sie würden dann auch nur eher gewisse Folgen bannen. wenn hier will ich nicht hin. Soll Kinder bei der Sprachentwicklung fördern? Ich kann mir vorstellen, dass die Serie das eher verlangsamt. Ich meine, wenn ein Kind nur die ganze Zeit die Täter schaut, wahrscheinlich, aber sie reden auch dann in der Mitte, da kommt ja das eine Video, das zweimal durchläuft und da reden sie dann normal. Ich denke, es ist halt einfach nur Täter in so einer komischen Magiewelt, die lustig reden. Ich glaube, dass einer beim Kostüm mal dringend musste, uns nicht rechtzeitig geschafft hat, Reißverschluss nicht rechtzeitig zu öffnen. Ja, das ist ein Unfall, den man sich nicht vorstellen will. Ah, machen wir den Luma hier. 600? So viel habe ich gerade übrig, mein Freund. Gerade so. Das war's, mein Bauch ist voll Verwandelung. Richtig ins Kostüm geknodert. Ausbruch des der Riesen-Aale. Oh, nein, 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 das ist der Bosskampf, oder? Nein, die Riesen-Aale. Den Täter haben sich ja nicht bei Sprachentwicklung geholfen, aber ob sie halt Kinder davon aktiv zurückgehalten haben, ich denke, eine einzige Sendung in 15 Minuten läuft schwer zu sagen, wovon mindestens ein Drittel Leute sind, die normal sprechen. Vergiss den Punkt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Punkt, ich kann mir halt vorstellen, an dem Punkt, dass das auch so eine Sache ist, wir werden gleich den Kampf machen. Ich kann mir halt vorstellen, nach den Dingen, die man heute zeige, wo man Dinge mitverfolgt und komische Takes hört von Leuten, die mehr Autorität haben, als sie haben sollten. Ich habe mal vorgestellt, dass das einfach politisch motiviert ist. Seitdem, wenn ich Leute gesagt habe, ich mag die Serie nicht, finden wir nicht ein paar Gründe, warum sie schlecht ist, damit ich sie nicht mehr hören muss. Ich kann es mir halt wirklich vorstellen. Ist halt irgend so ein alter Sack, der dann sagt, ja, und ich finde, das verhindert die Sprachentwicklung ohne jegliche Basis für die Behauptung. Ich kann es mir jetzt so gut vorstellen. Scheint, scheint diese Rieschen alle aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Das kann ich machen. Das war komplett falsch. Tätami sollen unpolitisch bleiben. Dann hätte Ticke Wink immer keine Handtasche tragen sollen. denn Handtaschen tragen nur zwei Arten von Leuten. Frauen und ich werde es nicht sagen. Ihr kennt Diskandal. So. Wo ist der Aal? Muss ich den kleinen Aal besiegen? Muss ich hier die Aal einfach besiegen? Ich glaube, das ist nicht der Bosskampf, vor dem ich mich gefürchtet habe. Wer trägt den jetzt Handtaschen? Verdammt! Aal was ist das? Also da ist noch einer. Oh. Geben wir direkt nochmal einen roten. Ah shit, ich habe auch mal beim Kindheitsfreund von mir. Wir haben sie immer Oh ja, sie haben Cooper-Panzer immer Kugeln genannt. Ich glaube, es war Kugeln. Das hat mich immer zutiefst irritiert. Ist doch ganz klein grün und ein roter Panzer. Warum nennst du die Kugel? Was soll das denn? Das sind doch keine Kugeln. Was ist mit dem Gebiss von dem Typen? Was sucht der überhaupt sein Gebiss? Ich glaube, er war nur wie den Ahlen sauer. Das ist ein Pinguin, der hat gar keine Zähne. Ich glaube, der hat mich angelogen. Ich finde, Teletubbies sollten zeigen, wie und wenn man wählen sollte, um komplett politisch zu werden. Ja. Können auf jeden Fall ein bisschen mehr über sich zum Wahlprogramm äußern. Ich meine, wenn sich die Teletubbies dazu nicht äußern, muss ich die Frage stellen, ob sie überhaupt an den demokratischen Prozess glauben. Oder wollen sie unsere Kinder zu Kommunisten machen? Verstehe ich das richtig? Ich sehe bisher nichts, was dagegen spricht. Zuerst liegt einer in der Handtasche und dann will einer die Revolution ausrufen. Es geht Schlag auf Schlag mit den Teletubbies. Zeit für Tubby. Wähle, wähle. Po ist nicht umsonst rot, dieser Kommunist. Po war damals mein Lieblings Teletubby. Ah, denn die Sache war, dass ich, ich wurde sehr früh eingeschult. Ich bin nämlich, ich war halt gerade, ich war halt sechs Jahre alt, als ich eingeschult wurde. Oder war ich, warte, das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich früh. War ich vielleicht, nein, mit fünf wird man nicht eingeschult. Keine Ahnung. Wir waren damals auf jeden Fall im Gespräch, dass ich vielleicht jetzt in eine Vorschule gehe, aber wir haben uns dann dazu entschieden, mich relativ früh, sechs doch nochmal. Ja, aber ich war irgendwie trotzdem, ich glaube, ich war, warte, ich glaube, die Sache war, ich war nicht zwangsweise, ich war auf jeden Fall einer der Jüngeren. Wo ich mit fünf, ich habe gerade keine Ahnung. Ähm, nein, es war mit sechs, nein, es müsste mit sechs angewiesen sein. Auf jeden Fall, ich war nicht zwangsweise der Jüngste, aber ich war auf jeden Fall mit viel Abstand einer der Kleinsten aus der Klasse. Das ist natürlich, Fully kann natürlich relaten zu der Sache. Und wenn wir im Sportunterricht oder so immer nach der Größe aufgestellt wurden, vielleicht wirst du ja gerade sechs, würde ich auch sagen, aber ich wette im Februar habe ich Geburtstag, also kann es gar nicht sein, dass ich dann gerade erst sechs wurde, dass ich eingeschult wurde. Auf jeden Fall, wenn wir im Sportunterricht aufgestellt wurden, war ich halt auch immer der Kleinste und sowas. Und, ähm, deswegen war die Sache, mit Po konnte ich immer sehr relaten, weil es der Kleinste von den Teletubbies war. Und natürlich auch, äh, auch wenn man ältere Geschwister hat, ist man natürlich auch der Kleinste und Jüngste. Also in dem Fall eine Schwester, aber trotzdem. Das heißt, Po war in sehr vielen Hinsichten sehr, ähm, konnte ich sehr vernachvollziehen. Ich mochte einfach die Farbe Rot. Wenn man nie die Wohnung verlässt, kann es ihm egal sein, wie groß man ist. Ich bin leicht über dem Durchschnitt, mein Freund. Wir reden hier von 1,82 Meter. Ich war meist eines der älteren und einer der kleinsten. Ich meinte auch mich selbst bin 1,67. Oh, 1,67 ist ziemlich klein. 1,82, ein Gigant. Was, Durchschnitt? 1,76 oder so? Leicht über dem Durchschnitt, meine Freunde. Und ich denke, das ist auch eine Sache, das ist eine Sache, die, ich denke, das ist ein wundervoller Maßstab für ungefähr alle Dinge. 1,67 geht noch, das sagst du, Fully. Ich weiß nicht, ich denke, 1,67 ist schon ziemlich klein. Ich denke, das ist eine Sache, die man auch für sein gesamtes Leben als guten Maßstab nehmen kann. Wenn man leicht überdurchschnittlich ist, das ist absolut fantastisch. Muss nirgendwo der Beste sein oder so, das ist ein unrealistischer Maßstab, aber wenn du leicht überdurchschnittlich bist, komm schon. Das ist, das ist super. Besser als der Durchschnitt. 1,58, ich habe Schuhgröße 36. Sind das große oder kleine Schuhe für die Größe? Ich glaube, das sind große Schuhe für die Größe, oder? Ich habe Schuhgröße 42, 43 oder so, deswegen, ich habe keine Ahnung. Pass auf die Fleischstücke auf. Okay, don't. Ich habe 38, 39 mit 1,55. Was hast du für Riesenlatschen, Fuli, was? Wie, doch Schuhgröße 38, 39 und bist 1,55. Was hast du doch für riesige Füße? Das scheint mir doch überdurchschnittlich zu sein. Du willst ihn haben? Du musst mich im Rennen besiegen. Ist mir recht. Ein Fuli lebt auf großem Fuß. Ich habe auch 42, 43. Lass meine Schuhe und Socken tauschen. Also dann, auf geht's. Auf geht's. Shit. Das sind die Fleischstücke, auf die muss ich aufpassen. Die sind gefährlich. Die Mission finde ich immer relativ schwer. Das heißt, mal schauen, wie es laufen wird. Hier kann man sehr schnell mal verkacken! Wenn man zum Beispiel daneben greift oder so. Was man sich natürlich nicht wünscht, aber es passiert manchmal einfach. Oh, der Shortcut! Shortcut! Shit, das war so dumm. Nein! 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 Oh, nö! Was für 1.30 Bestzeit! Wie es mit Roche Controls auf der Switch gelöst wird. Oh, das ist einfach mit Gyro. Wird ein Update zu den PETA-Spielen kommen? Äh, das Video ist, shit, ist das neun Jahre alt oder so an dem Punkt? Ich denke nicht, dass ich das Peter Games Massacre 2 machen werde. Das ist ein echt altes Video. Okay, jetzt werde ich es schaffen. Rennen verloren gegen jemand ohne Beine. Ja, aber der kann hier überall entlang fliegen. Was ist das denn? Warum greift der das nicht? Seht ihr die Scheiße? Habt ihr es gesehen? Ich hab nach den fucking Sternen gegriffen, aber er hat einfach nicht zugegriffen. ich kann noch aufholen, denke ich. Einfach, weil er echt langsam gegen Ende wird, aber mal schauen. Ich darf halt keine zu großen Fehler machen. sehen. Ich bin wieder quasi im Spiel. also hat miserabel Funktionen. Ich bin überhaupt nicht im Spiel. Naja, den kriege ich nicht mehr. Warte, warum fliege ich nicht einfach da außen entlang? Ich kann nach rechts einfach entlang fliegen. Muss ich jetzt das fucking Rennen noch zu Ende machen, wirklich? Okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich versuche, nach den Sternen zu greifen. Von wo war Greif nach den Sternen? Das war Digimon, oder? Was? Digimon? Ich versuche gerade, das beim Kopf zusammenzufassen. Denn ich glaube, an mich bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Was Digimon? Frontiers? Zweitbeste Marke, die jemals einen Frontiers-Ableger bekam. Ich will noch Sonic Frontiers spielen. Wir haben vorher ein bisschen davon erzählt in der Ersatzbank. Ich habe auch ein bisschen Gameplay gesehen. Es sieht super spaßig aus. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft. Ich habe diese Woche hauptsächlich für zwei Tage relativ viel Powerwash Simulator gespielt. Ich habe nicht gesehen, als das im Game Pass war. Ich habe es zwei Tage lang gespielt und nach diesen zwei Tagen hatte ich zwölf Stunden Spielzeit und ich traue mich nicht, es anzufangen. Wenn ich mit einem fucking Level anfange, es geht dann wieder zwei, drei Stunden oder so, es ist einfach so viel Zeit vergangen. Willst du mich verarschen? Auf die zweite fucking Kugel bist du... Oh mein Gott. Er ist auf die zweite Kugel hinter zurück geschleudert worden. Wie geht das überhaupt? Das ist doch Schwachsinn. Sieht jetzt nicht nach allem aus, aber nicht nach Spaß. Doch klar sieht Sonic Frontiers spaßig aus. Was soll das denn? Ich will ihn haben. Los geht's. Der erste Mensch, der hier dreimal verloren hat. Das stimmt nicht, dass ich hier dreimal verloren habe. Was natürlich nicht ausschließt, dass ich der erste Mensch bin, der hier dreimal verloren hat, zugegeben. Ah nein, ich denke, die Mission ist ein bisschen... Das ist eine leicht verzwickte Zwiebel. Wenn ich das mal so obszön sagen darf. Oh, jetzt habe ich den Dreh aber raus. Schau ich das an. Jetzt greifen wir aber nach den Sternen. Außer mir können wir gar nichts sagen, denn es gibt nicht viele unter euch, die die 120 Sterne ins Sunshine geholt haben. Wenn ihr das nicht gemacht habt, habt ihr mir auch an der Front gar nichts zu sagen, denn ich bin ganz offensichtlich der bessere Mario-Gamer. Oh, Sub1. Ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen, ich gebe dir diesen Stern. Ich habe sie, darf ich also weiter kritisieren? Das darfst du, ja. Ich will nur sagen, dass er RASIX die Schnauze halten soll. Ich meine, er hat nur über Sonic Frontiers geredet, aber trotzdem. Ich will das nicht hören. Das war die einfache Variante, by the way. Wir werden sehen, wie das noch laufen wird. Machen wir die Schwimmlandgalaxie, die mache ich ja auch nicht sonderlich. Die Marine-Festung. Besserer User-Score als Elden Ring. Elden Ring ist auch schwer, äh, zumindest als zum Release. War Elden Ring auch schwer overrated. Was ist ja das auf fucking Metacritic des 96? Das ist lächerlich. Absolut lächerlich. Ich meine, es ist ein gutes Spiel und alles, aber fucking 96. Da haben wir da rum. Ich glaube, Metroid Prime hat auch eine 96. Und ich konnte bisher noch nicht mit vielen Leuten reden, die sich die Mühe gemacht haben, Metroid Prime überhaupt durchzuspielen. Und wenn, dann haben sie es gehasst. So, da unten war noch irgendwo was Geheimes. Wir gehen aber erstmal nach oben. Nein, warte, wir müssen wir müssen das Gewicht, äh, wegmachen. Folge mir, Kugel, Willi. Wenn ich nicht so viel leveln müsste, hätte ich Eldering mehr gespielt. Du musst ja nicht leveln. Kannst doch einfach weniger getroffen werden. Versuch's mal damit, Anfänger. 20 Game Magazine oder so haben Eldering eine 10 von 10 gegeben. Das wirkt schon irgendwie seltsam. Kein Spieler hat so viele 10 von 10 Wertungen verdient. Doch, ich denke Resident Evil 4 hätte die verdient, aber Eldering nicht. Eldering nicht. Ich weiß, halt allein so viel recycelten Content aus den Vorgängen. Ah, Gott. Nennen sie fucking Dungeons. Fucking Dungeons sollten mindestens 10 Punkte abziehen. mindestens. Ja, dann wiederum. Ich kann mir auch vorstellen, dass von den Reviewern die wenigsten Eldering überhaupt durchgespielt hatten zu dem Zeitpunkt. Es ist halt ein echt langes Spiel. Ich kann mir wie viel das überhaupt durchgespielt haben. Und wenn sie es durchgespielt haben, dann wahrscheinlich auch noch ein Bruchteil von dem, was es in Eldering gibt, weil es ist halt so ein gewaltiges Spiel. Man kann das ja auch gar nicht in dem, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, hier, ihr habt ja, das ist eine Woche, mach mal Eldering. Das ist ja zu wenig. Das ist ja zu wenig. Kommen sie in der Woche doch nicht durch den Eldering-Content. Wenn nicht aus dem Magazin gerne ein bisschen erpresst bei Ratings, indem sie keine Zusammenarbeit mehr bekommen, Games früher, etc. Das versuchen manche, ja, aber bei Eldering ist halt einfach... Nein, denke ich nicht. Dark Souls 2 hat glaube ich auch auf... Was hat der Dark Souls 2 auf Metacritic für einen durchschnittlichen Score? Ich glaube es war... Ich glaube es war auch eine 94 oder so. 91. 91. Da gibt es schon einen dicken, fetten FromSoft-Bonus. Der ist noch ein bisschen mächtiger als der von Nintendo, wie sich herausstellt. Zu Recht. FromSoft-Bonus darf sich einfach generell für erlauben. Aktuell. Das Kritiker mal einen Punkt abziehen. Ja. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass generell... Ich würde sagen... Ich stimme der generellen Meinung, die inzwischen bezüglich Eldering herrscht soweit zu. Also in der Zwischenzeit gab es viel... Kritik, die rauskam und sowas, wo es Leute mehr gespielt haben. Ich sagen muss, ja, das sehe ich alles. Hauptsächlich, dass Millennia absolut trash ist. Und was ich immer noch so erstaunlich finde, dass fucking Eldering einfach neun einmalige Bosse hat, die man nur einmal bekämpft. Wo waren es überhaupt neun? Ich glaube, es waren sogar noch weniger. FromSoft-Reist-Diesel, ich klappe auf wie CD Projekt Red. Jo, aber Cyberpunk hat auch aktuell einen gewaltigen Hype, seit der Anime rauskam. Cyberpunk hatte letztens die populärste Zeit, die es jemals hatte, populärer, als es zu Release war. Ich glaube, der letzte grüne, äh, blau, der letzte blaue, der letzte blaue Stern heißt bei dem da oben, oder? Yeah. 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 Das Gefühl, das ist ne Sache, die man verweise, oh, Pokémon-Freunde! Habt ihr gehört, ihr mit Pokémon? Da ich das Richtige für euch? Ein Pokéball, was? Schau ich das Prachtstück mal an. So sieht es also im Inneren von dem Pokéball aus. Ah ja, das ist ja, ich hab das Gefühl, dass das sagt, jemand fairerweise bei, äh, Cyberpunk auch sagen muss. Ich meine, es war eine gewaltige Shitshow, als es rauskam, aber sie scheinen auch soweit wirklich, äh, sich noch Mühe gegeben haben, Dinge in Ordnung zu bringen. Bei dieser Pokémon-Referenz werde ich pur pur vor Freude. Feuer-Pokémon, äh, tun wir im Inneren des Pokéballs sehr leid. Nein, der ist ja damit Feuer gefüllt. Und hier haben wir einen Luigi-Stern, Freunde. Seid ihr bereit? Auf Last-Gen ist Cyberpunk immer noch nicht gut spielbar. Ich fasse das erst wieder an, wenn ich irgendwann eine PS5 hab. Ja, dafür würde ich ausgehen. Ich meine, Setting spricht mich halt auch so überhaupt nicht an. Zur Röhre will ich hin. Kann ich ein Kugel-Willi haben? Da ist einer. Warte, wie heißen die, äh, Torpedo-Kugel-Willis? Die haben doch auch irgendeinen anderen Namen. Die haben alle einen anderen Namen. Shit. Mario, nein. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich mag's, dass diese Röhre so einen kleinen Sog hat. Ich frage, wann wir endlich mehr zu Electros 6 sehen. Äh, Es wird ein Bethesda-Spiel, also. Ja, ich, also. Zeiten, wo man da irgendwas erwarten konnte, sind, denke ich, lange vorbei. Vor allem, denn ein komisches Space-Open-World-Spiel sah auch echt hart scheiße aus. Laut Wiki sind es Torpedo-Teds. Mein Name ist Torpedo und das ist mein TED-Talk. Shit, komm schon. Yeah? Yeah! Oh, ein Grünstern. Astros 6 kommt zum, äh, Playstation 6 Release. Ich glaube auch. Aus dem Maurice Müller, 24 Monate. Resub. Oh, die zwei Jahre. Wie viel lieben Dank, Lord Nina. 47 Monate. Auch dafür. Wie viel lieben Dank. Wenn wir es jetzt noch mal Skyrim verkaufen, dann weine ich. Ich meine, wie oft haben sie Skyrim immer wieder verkauft? 20 Mal. Nein, ja, aber... Ja, keine Ahnung. Das finde ich immer komisch, es gibt so viele Spiele, die so oft released werden, aber irgendwie... Meckern Leute immer nur über Skyrim? Ich bin mir sicher, Rayman 2 wurde viel öfter verkauft. Fucking Resident Evil 4. Für jede nur der Plattform kam es raus. Sie haben Android-Shitport gemacht. Es kam letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, für VR raus. Jetzt kommt ein Remake. Leute haben so viel... Sie haben so oft Resident Evil 4 re-released und darüber beschwert sich niemand. Aber Skyrim ist dann immer... Bei Skyrim ist es auf einmal ein Problem. Also wenn es ein Spiel ist, dass er dessen Entwickler ich mag, dann stört es mich nicht. Sieht so aus, als hätte so einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powerstern haben besondere Fähigkeiten. Minecraft wird auch ständig für jede Plattform, die es nur gibt, released. Darüber beschwert sich auch niemand. Aber Skyrim ist dann auf einmal ein Problem immer. Vor allem bei Skyrim fügen sie ja auch, ich meine, nicht viel neuen Content. Ich weiß, dass Bethesda absolut scheiße ist. Verstehe mich nicht falsch, aber sie fügen ja auch immer wieder mal noch neuen Content hinzu und überarbeiten es minimal. Oh, wenn du mehr wissen willst, frag die grünen Luma. Grüne Powerstern haben besondere Fähigkeiten. Dafür bekommt man zwischendurch noch relevante Resident Evil Games. Das stimmt. Das stimmt. hier ist ein Brief vom Prozess in Peach. Warte, wie können die mir Briefe vom Zentrum des Universums schicken? Lieber Mario, ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg, aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich laufe fest daran. PS, ich habe dir diesen Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? mit einem Telegramm. Telegramm ist natürlich besonders schnell. Ich habe mal nachgeschaut. Man kann inzwischen, man kann immer noch Telegramme verschicken. Allerdings sind Telegramme nicht mehr so schnell, wie es mal war. Du kannst mit einem Telegrammbrief nicht am selben Tag zustellen, aber am Tag danach. Das heißt, wenn ihr ein Telegramm verschicken wollt, es ist technisch gesehen noch möglich. Ich weiß noch nicht, warum ihr das machen solltet, aber es ist möglich. Brieftot ist ein interstellares Wesen. Das kann halt auch sein. Der Willkommix, Kalios. Brieftot ist die Brieftaube des Mario-Universums. Ich mag den Gedanken. Ich meine, er ist eine Brieftaube. Es gibt ja nicht nur die eine Brieftaube. Auch gesundene Telegramme. Ich denke, es kommt darauf an, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Oh, sehr vorgesehen. Äh, Drei Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, wir machen das Rätsel der Strudelhöhle. Oh, das war, glaube ich, die Mission mit dem... Yeah, genau, das ist die. Oh, da, wenn man da, wenn man die in doppelter Geschwindigkeit spielt, dann gibt es aber Rambazamba, meine Freunde. Was hat Bowser für eine schlechte Kontrolle über Informationen, die nach außen gelangen? Ich weiß nicht, ich glaube, er versucht es nicht zu verhindern. Ehrlich gesagt, er ist ja immer relativ offen. Ich meine, als er als er ein Paper Mario Peach gefangen hat, hat er sie ja auch selbstständig in die Küche gelassen. Was einfach ein fantastisches Beispiel ist. Um den Punkt zu untermauern, dass sie relativ viel Freiheiten bei ihm hat. Und damit, ich würde sagen, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt und ich habe recht. Aber ja, ich denke auch, er ist zu selbst sicher. Das war eigentlich der Fat Guy. Oh, der Fat Guy, das war ein vernünftiger Charakter. Au! Will ich mal bitte weggehen? Dankeschön. Hat Bose eigentlich jemals in irgendeinem Spin-Up oder was auch immer was damit gemacht, wenn er irgendwie die Welt Derobert hat oder sowas? Oder pimmelt er einen immer rum und sagt, oh ja, jetzt habe ich alles, was ich wollte. Ich glaube, wir hätten nie wirklich was angefangen, oder? Bedingungsloses Grundeinkommen. Gutes, passives Einkommen. Das sieht so cool aus mit diesem Wasser als aus dem schwarzen Loch. Au! Ich versuche... Was soll das denn? Ich wollte gerade herausfinden, ob... Oh, komm schon. Ich wollte gerade schauen, ob das so eine Situation ist, wenn man es sich lang genug anschaut, ob es dann so aussehen, als ob das Wasser da reinfließt und nicht da rauskommt. Ah, jetzt kommt aus dem schwarzen Loch raus und fließt in das rein und dann kommt es vielleicht wieder beim anderen raus. Clevere Technik. Ich dachte, dass ich jetzt so eine Situation wo sich die Richtung ändert, wenn man es lang genug anstarrt. War es nicht. Wir sind zu riskant. Sowieso seltsam. In Mario Welt hat Bowser als einziger sowas in der Art von Militär und beherrscht ja noch nur sein eigenes Königreich. Stell dir mal vor, du hast ein riesiges Militär und kannst nicht mal kleine Länder nebenan einnehmen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas geben würde. Ah, ich werde da nicht rüberspringen, denn da werde ich sterben. Hey, 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 Peach hat die Toads. Toads eignen sich 1A, um den Angriff zu kontern. Ich könnte das beweisen. Gehe jetzt sofort nach Lichtenstein und nehme es einen für Deutschland. Los. Ich warte. Wenn ich mal Lichtenstein einnehmen kann, das sind 30.000 Leute oder so. Komm schon. Lichtenstein einzummen, sie haben kein eigenes Militär. Seht ihr? Jemand, der sich schon diesbezüglich schlau gemacht hat scheinbar, stimmt mir zu. Dann müssen wir erst durch Österreich und die Schweiz. Das gefällt denen sicher nicht. Ich muss doch nur durch eins von beiden. Ich muss nicht durch beides. Gewissentlich kannst du einfach durch, da fällst du gar nicht auf. Sag einfach, wenn dich Polizei auffällt, dann sagst du einfach, oh, ich wollte gerade einkaufen gehen, ich habe meinen Sackhall leider vergessen und dann lass ich dich einfach weiter. Kein Problem. Einfach nur nicht auffallen. Fulltime Games spielt also Pokémon Karmisin. Ich habe das Video über die Militärstrukturen von Bowser gesehen und der Affe aus Mario 64 hat den höchsten Rang von allen bekommen. Weltallschutt und der Geisterboss. Oh, das ist der Geisterboss. Probleme damit? Ich habe diverse Probleme damit, Fulli. Diverse Probleme, nicht nur eins. Schweiz ist schon ein paar Mal Lichtstein einmarschiert, als sich ein paar Soldaten verlaufen slash verfahren haben. Wer wäre passt auf Lichtsteine überhaupt auf? Ist das Schweiz oder Österreich? Das ist zumindest auf eins und bei hinauslaufen, oder? Das ist bestimmt so eine Schweiz-Situation. Schweiz? Ey, mein. Ich denke, dann ist es okay, wenn die Soldaten sich verlaufen. Teilen sich das sorgerecht. Wo wollen der große hin? Oh Gott, der rollt hier rüber. Ich dachte, der fällt noch irgendwo runter oder so. Lichtstein ist in der EU. Aber die EU sagt ja wenig über das Militär aus. Wer mich nicht alles täuscht. Die EU sollte auch hauptsächlich Handel sein. Lichtstein ist nicht in der EU. Jetzt kommt es langsam raus. Sie erfahren, jetzt zeigen sie langsam ihr wahres Gesicht. Schüttler die Wi-Mode, um schwarze Geister herumzuschleudern. Wenn sie etwas treffen, explodieren sie. Mit einem Druck auf Y klappt es übrigens auch. Das ist wahrscheinlich der beste Bosskampf aus dem Spiel. Das heißt, wir sollten ihn genießen. Hey, danke schön. Oh Gott, dieses Teil, da können wir irgendwie Trampoline spawnen oder so. Das war dann eine nervige Mission. Außer dem Beowolf, 22 Monate wie lieben Dank. Es gibt ziemlich viele Spinnengegner in diesem Spiel. Jetzt lasse mich in Ruhe. Die sind auch noch aggressiv mit ihrem herumschütteln. Aus MBO Wolf 10 11 22 Monate 3 Sub und von Lenny 9 Monate dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Von Spinnen in den Schubskreis gepackt. Das ist peinlich. Okay. Los geht's. Schöner Treffer. Ich habe fast 50 Leben inzwischen. Original hat man noch nicht so viele Leben bekommen in diesem Spiel, oder? Das kann doch nicht sein. kein dummen Fehler machen. Das ist das Wichtigste. Ich habe gerade fast einen dummen Fehler gemacht. Ich wollte mir jetzt zu dem anderen Teil rüberschießen. Wir wollen den Schussstern nehmen. Kleiner Schuss hat ja noch nie geschadet. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo was abgeändert hat. Ich meine einzustellen, mit wie viel Leben man mehr Leben bekommt, wäre eine Kleinigkeit. In Sunshine behält man auch die Leben auch wenn man das Spiel beendet hat. Was wenn mich nicht alles täuscht im Original nicht so sein sollte. Das war knapp. Nein, nein, alles gut. Wir machen kein knappes Gameplay. Warum bin ich nicht einfach außen rum entlang, statt über dieses dumme Teil zu springen? Ich werde keinen Pilz kaufen. Sehe ich gar nicht ein. Okay, Gerümpelheimer. Kommt mit, die Jungs. Oh, der Doppeltreffer. Ein schönes Ding war das. Das ist doch Digimon. Nein, nein, nein. Das ist ja aus Yu-Gi-Oh! Der legendäre Stein-Oga-Grotto Nummer Nummer 2. Und jetzt hat er Hände. Vorsicht, die sind gefährlich. Oh! Schöne Treffer. Man kann auch seine Hände kaputt machen. Und eine Münze. Schönes Ding. Komm schon. Nein! Ich habe gegoold und du hast absolut recht, es ist Stein-Oga-Grotto Nummer 2. Das ist so ein dummer Name. Wer ist überhaupt Stein-Oga-Grotto Nummer 1? Vor allem gab es, bevor es den normalen Jinso gab, gab es Jinso Nummer 7. Aber wer sind Jinso Nummer 2 bis 5? Warum hat die Jinso-Rei überhaupt mit Jinso Nummer 7 angefangen? Vielleicht sahen die nicht so geil aus. Jinso Nummer 7 sah auch dumm aus. Hat auch niemand daran gehindert. 1 bis 6 waren unbrauchbar. Nein, Jinso Nummer 1 ist ein absoluter Hit. 6 Sterne, 2500 Eingriffspunkte und keine Fun-Karten mehr. Hallo? Uh, der Himmel-Korridor. Auf Zeit. Das ist eine gefürchtete Mission. Ist eh noch der im Kopf geblieben, den Joey Wheeler im Battle City Turnier bekommen hat. Ja. Jinso Nummer 7 war halt auch, der hatte irgendwie 600 Angriffspunkte oder so und kann halt direkt angreifen. Aber komm, wen interessiert Jinso Nummer 7? Ich bin inzwischen für Sterne-Mons mit dem Effekt. Mit inzwischen meinst du, es kam in der GX-Ära raus, oder? Ich glaube, es war der Panther-Krieger. Ich glaube, der müsste zu GX rausgekommen sein. Kann aber auch sein, dass nur er selber von Fallenkarten nicht getroffen werden kann, als ich das gerade verwechsel. Ja. Immer schön warten. Och. Nein, halbwegs aktuell. Okay. Äh, nochmal bitte. Das wäre das doch Schwachsinn. Was wurde aus Digimon? Gibt es das noch? Ja. Äh, sie haben zuletzt ein Reboot von Digimon Adventure gemacht und das ist vor nicht allzu langer Zeit fertig gelaufen. Digimon ist ziemlich aktiv, äh, inzwischen. Kam auch, äh, letztens ein Spiel raus, das für Ewigkeiten in der Arbeit war. Ganz vorsichtig. Warum mache ich nicht einfach das? Ja. Immer schön schnell unterwegs sein, Mario, wenn wir uns nicht erwischen lassen. Stehen so hin oder her, niemand kann was gegen Dinos machen. Reden wir von Yu-Gi-Oh! oder einfach nur generell? Einfach nur generell Dinos. Denn ich würde so oder so zustimmen. Mecker-Dinos? Näh. Soll ich mal nicht so scheiß von der Seite anmeckern? Und wir haben es geschafft. Das lief sehr viel besser als erwartet. Digimon Survive hat meine erste Visual Novel mit Strategie-Gameplay-Elementen, was ich tatsächlich mal mochte. Wie viele andere Visual Novels mit Strategie-Gameplay-Elementen hast du gespielt? Die Extreme Dinosaur sind so eine Scheiße. Wenn ihr euch digitieren könntet, was wäre es und warum ist es Agamon? Was ist Agamon? Ich habe eine Shiba Inu Visual Novel gespielt und die hatte Strategie-Gameplay? Bosa Juniors Schiff-Fabrik. Verjage Bosa Samada. Bosa Samada weg! Welches Digimon würde ich mich digitieren wollen? Das wäre eine gute Frage, aber die Sache ist, ich glaube, ich will gar kein Digimon sein. Nein, nein, nein. Ich habe eine Wahl. Ich habe eine Wahl. Ich habe eine Wahl. Und zwar zählen auch Fusionen oder wie auch immer das hieß. War es DNA? Ich glaube, es war DNA-Digitation, oder? Wenn sie fusioniert sind. Warum sollte man Agamon werden wollen? Nein, passt auf. Ich würde Peldramon sein wollen, denn erinnert euch an die Animation. Peldramon war die Fusion aus Ex-Vimon und Stingmon aus Digimon Adventure 2 und passt auf, wenn sie dann ihre Digitation gemacht haben. Sie hatten so rechts und links in ihrer Hose zwei so Knarren runter, okay? Und die haben sie dann hochgehoben und dann da, 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 da gefeuert. Und das fand ich damals so scheiß cool. Das fand ich so scheiß cool. Ihr habt keine Ahnung. Dementsprechend absolut, ich will dieses Maschinengewehr haben. Und zusätzlich könnte meine weitere Digitation dann einer der ich weiß, was war es? Sieben Heiligen Digimon sein oder so mit Imperialdramon im Champions-Mode. Das heißt, das wäre auch ganz nett. Und Imperialdramon kann natürlich auch die hässliche Megaform haben, in der man einfach überall hinfliegen kann. Paledramon ist eine 1A-Wahl. Ist das so ein Digimon-Ding, dass alle mit Mon enden? Ja. Vergiss jetzt mal, dass man die so killen kann, wenn man eine Stampfattacke Leben sie macht. Ich weise mich, meine wertvollen Sternteile auszugeben, um diesen fetten Luma noch mehr in den Rachen zu schieben. Galantmon ist Peak, also Gilmon. Hab Digimon Thamer nicht wirklich geschaut. Kann ich nicht beurteilen. Moggi ist für mich sowas von Monster Emon. Ist ja ein fucking Bär. Ja. 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 Au. Oh Gott. Zum Glück bin ich auf einem riesigen Skateboard unterwegs. So sollte das unangenehm ausgehen können. Da haben wir stehen Kamek. Ich brauche eine Münze. Dankeschön. Gilmon Thamer ist wirklich charmant. Ich weiß, dass Leute die Gilmon Thamer sehr mögen, aber die eine sind solche Edge Lord Charaktere. Ich meine, die eine hat ein Shirt an, auf dem ein Herz ist. Und dieses Herz ist in der Mitte zerbrochen. Sie hat ein T-Shirt mit dem gebrochenen Herzen drauf. Du gibst wohl nie auf. Da muss ich dich eben persönlich plattwalzen. Wenn du einen großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. Okay, dann mache ich das. Wirf, Mario. Es waren früher 2000er, da waren Edgy-Sein noch cool. Das ist... Komm schon. Edgy-Teenager sind eine Sache, die immer cool sein wird, zu jeder Zeit. Die eine mit Leomon hat mich mega genervt. Leomon stirbt immer. Spoiler. Aber wenn sie zeigen wollen, dass Stigmund sterben können, sagen sie sich, hatten wir denn nicht noch einen Leomon? Oh mein Gott, das ist wie Star Fox Adventures. Oh mein Gott. Nein! Ich muss sagen, hier ist gerade eine Menge los. Im Lauf der Serie entwickelt sich ihr Charakter und jetzt halte ich fest, sie trägt dann ein T-Shirt mit einem ganzen Herz. Die Sache an Tamas ist auch hoffentlich, dass es wirklich lustig ist. Oh nein! Ich bin jetzt nicht mehr unglücklich. Seht ihr? Oh Gott. Ich sollte Tamas irgendwann mal schauen. Ich sollte generell wieder Digimon schauen. Kann man aktuell irgendwo außer Crunchyroll streamen? Ich weiß, dass sie öfter Digimon bei Prime Video hatten. Aber es wurde immer wieder mal runter genommen. Blau. was Charakter entwickelt. Ich wünsche Samus hätte auch so ein Shirt. Samus in einem T-Shirt. Das wäre ein komischer Anblick. Ich fand selber Leomon ziemlich gut. Hercules Carbuterimon natürlich Hercules Carbuterimon ist so cool. Leider nicht. musste mir auch eine shady Seite aus sagen die es mit deutschen DUB anbietet. Ich glaube sie sollte inzwischen auch Shit Nein darf ich das wurde runter genommen das kann man nicht mehr ansteuern und das ist fürchterlich. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerks alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum obersten Stockwerk wieder anspringen wird die Sternwart des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Fast verplappert. Ich bin mir sicher es gibt diese ganzen Seiten eh nicht mehr inzwischen. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Pass auf folgender Vorschlag wir machen jetzt noch die nächste Kuppel und dann lassen wir fertig für heute. Dann wird das gute Erdgeschoss gemacht. Hier ist ein Brief von Luigi. Ich weiß wo das ist Luigi. Ich bin unterwegs. auf legalen Wege kann man meine ich sowieso nur das Reboot und die aktuelle Staffel streamen vielleicht noch Fusion. Ja das ist ein bisschen Shit. Ich vermisse die Zeit als sie hatten Digimon Adventure 1 Digimon Adventure 2 und der Frontiers und ich glaube sogar Tamers auf Amazon Prime. Das war ziemlich angenehm aber die Zeit sind vorbei. Die von Naruto ist inzwischen ein Episoden Guide geworden. Das ist eigentlich ganz nett. So hier wollen wir hin. Das war kurz vor Geldstrafe. Ganz kurz davor. Riesenfestung aufgetaucht. Ich glaube eher hier ist Luigi versteckt. War es ja nicht auch so dass man dieses blaue Teil gar nicht braucht dass man auch geschickt warte mal naja sieht nicht so aus ich dachte es wäre vielleicht funktioniert es irgendwie es gibt einige solche Teile wo man und dann einfach dadurch eine gewisse Anziehungskraft haben und dass man den richtigen Weg geht hoch springen kann aber keine Ahnung ob das hier eine Situation ist äh äh warum okay pass auf wenn ich den Namen von irgendwelchen Websites nicht genannt hab was war was war die Botschaft die man da raus schließen sollte was wollte ich euch damit zu verstehen geben also ich glaube Luigi war da ganz rechts drüben dass die ab 18 sind nein du hast die Aussage nicht getroffen so funktioniert das nicht ich will nur sagen ich bin dazu verpflichtet darauf zu achten dass Leute im Chat nicht gewisse Dinge schreiben die sie nicht schreiben sollten nicht dass jemand jucken würde aber ich will nur sagen keine fucking Diskussion über irgendwelche illegalen streaming seiten an okay auch wenn Twitch fucking egal ist den Leuten haben mir für lange Zeit die größten Streamer serien illegal gestreamt aber trotzdem wo jemand noch nicht ganz verstehen was damit auf sich hatte übrigens wie das einfach niemanden interessiert hat oh ich hab's geschafft weil der ist gar nicht der Louis der ist doch da drüben woher wächst luigi woher kennst du rosalina ah ja sie hat kurz mit dir geredet der power stern gehört mir willst mich verarschen luigi warum sollte der dir gehören luigi weil er grün ist ist er nicht nur sein outfit luigi ist nicht grün luigi ist begeisterter begeistertes mitglied bei der fdp nur weil sein outfit was anderes sagt heißt es nicht dass es so ist ihr sollt leute nicht nach ihren farben verurteilen und auch dann wenn sie nike shirt an haben bei dem zufälliger weise scheinbar das nike logo auf der brust den farben weiß blau und rot ist dann solltet ihr nicht anfangen mit diesen Leuten darüber zu reden dass sie scheinbar russland unterstützen und was dieser streamer von den sanktionen hält das ist nur ein fucking t-shirt das ich seitdem nie wieder in dem stream getragen habe und nicht mehr werde es waren nur zwei leute aber oh mein fucking gott oh gott das war unangenehm sollst es wieder tragen nein ich frech den déjà mit gebrochen dein herz drauf oh shit dein herz ist auch gebrochen feindliche basis entdeckt und wir messen unerhöht große energie mengen was treiben die da bloß aber wir könnten hier schon überall hin fangen wir mit der 24 an die windgarten galaxie bei endestreams ist es ganz das wäre poetisch weil es lustig weil mein t-shirt mich zu beginn auch kurz verwirrt hat was weil okay deins okay ich wollte gerade sagen wie deins weil ich kenne auch dein t-shirt nicht ich bin dafür als ausgleich mit dem t-shirt dein gesicht gelb und blau machst damit verwirrst die leute nein 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 ich trage einfach ein t-shirt auf dem nichts drauf ist einfach nur grau die einzige Aufgabe die es erfüllt ist mal den oberkörper zu bedecken nicht mehr und nicht weniger und da ist das ultimative Lied der Mario Reihe welches inzwischen man hat so oft gehört ich habe das Gefühl es hat jegliche Wirkung verloren an dem Punkt grau ist das ein Statement zu irgendwas nein es ist die pure Neutralität viel neutraler geht es nicht wobei das natürlich auch ein Stück weit ein Pech T-Shirt ist denn das T-Shirt hatte ich an als ich in der Fahrprüfung durchgefallen bin das heißt man sollte nicht das erklärt wahrscheinlich die Leistung heute hier ist egal was auf dem Rest des Planeten passiert ich mein prinzipiell egal ist jetzt ein großes Wort aber was soll ich machen ich versuche doch nur Mario zu spielen ich hoffe der Glücksshirt war das Russland Shirt nein das Shirt mache ich generell nicht weil ich glaube das ist so ein Bodybuilder Shirt oder so die Sache ist nämlich die Ärmel sind so ganz komisch geschnitten so ein bisschen sehr weit und bisschen kürzer und so Ich glaube das ist für Leute die ein muskulös sind finde ich komisch mag ich nicht Danke für deinen Service Bitte Mythos auf Funken Nehmen mir das One mal eben mit Das Eins Up Ich meine du gibst Ernährungstipps auf YouTube das stimmt Ich war mir gerade so sicher dass ich sterben werde Ich war mir so sicher Ich bilde meinen Body mit Cheeseburgern Cheeseburger jetzt gern Cheeseburger Mogherino ist Pumperino Ja bisschen Pumpernickel hier bisschen Pumpernickel da Ernährungstipps beschränken sich aber auf Apfelsgut und es nicht zu viel Zucker Ja Ich habe nicht gesagt dass Niemand hat gesagt dass viel Ernährungstipps sind aber sie sind vorhanden Also Bitte Heute kamen übrigens zwei Süßigkeiten Box damit ich noch relativ gut einfach zu produzierenden Content für die gute Weihnachtszeit haben Das ist so bezeichnend für die Zeit in denen wir leben welche Weihnachten sind Nährungstipp Mon Deuce Sandwich ist okay Das ist kein Tipp ist einfach nur ein Fakt Leute stellen sich immer zu sehr an Yippie Die muss man aufdrehen Da drehe ich richtig durch wenn ich so eine Information jetzt endlich erfahre Das Weihnachtsgeld wird mitgenommen Ja Vor allem möchte ich dann Übrigens Ich kann direkt mal eine Ankündigung tätigen an der Stelle wenn wir schon dabei sind Weihnachten fällt dieses Jahr aufs Wochenende Ich glaube 24. ist Samstag oder 24. Sonntag Irgendwie sowas Ich glaube 24. war Samstag und 25. war Sonntag Das heißt Pass mal auf 24. 25. meine Freunde 24. Samstag Ja genau Ich werde nicht streamen Ganz recht Ich dachte Das solltet ihr direkt schon mal wissen Glaubst du du kannst mich fangen Und ich hab letztens mal nachgeschaut auf Twitch Tracker Twitch Tracker ist so eine toxische so eine fucking toxische Website Ich hasse Twitch Tracker Denn ich weiß dass sie mich zu einer schlechten Person macht Auf Twitch Tracker Seine Website da kann man sie trackt halt verschiedene Stats von Twitch Und was du halt einsehen kannst ist bei Leuten wie viele Zuschauer sie durchschnittlich haben was der Peak vom letzten Stream war den sie hat wie viele Follower sie pro Stream gemacht haben und so was hast halt Zugriff auf einige Statistiken und du kannst ein bisschen schadenfroh sein du kannst Statistiken schauen und denkst dir so oh das ist aber sehr niedrige Zahl die ich vor mir sehe mein Freund das schaue ich schaue dazu auf da checke ich irgendwelche Leute danach auf Twitch Tracker ich finde das super faszinierend auf jeden Fall da kann man auch sehen da ist auch eingetragen wann immer gestreamt wurde und was an welchen Tag gestreamt wurde da gibt so eine Übersicht und meine Wochenend Streams meine Wochenend Streams wisst ihr wann ich die mache ich habe die letztes Jahr im Oktober oder so angefangen ich glaube es war vielleicht sogar September und dementsprechend wie sah der Track bei Maven aus ich track Maven was soll das denn genau und dann seit über einem Jahr sind wir inzwischen bei den guten alten Wochenend Streams will ich relativ regelmäßig sind nicht so oft ausgefallen bei Deutschland war ich mal einer der Top 400 Streamer aber die Zeiten sind hinter mir die liegen hinter mir also ist die Website wie Trainingsuhren quasi Begegnung mit General Maulwurf General Maulwurf das müssen wir uns alle immer morgen zahlen lustig machen versuch's mein Stream ist nämlich ein gutes Stück gewachsen seit zum einen Wochenend Stream zum anderen Isaac hat denke ich auch geholfen ich denke dass der Stream hat Zahlen mit denen ich durchaus leben kann ich glaube durchschnittlich 500 Viewer oder so das heißt vor den Wochenend Stream waren es glaube ich 230 oder so im Durchschnitt wenn ich mal spontan schätzen müsste dementsprechend du du kannst mir gar nichts ich habe letzte Woche fein wenn sie 12 gestreamt am peak 475 Viewer ok willkommen eine Mail von Twitch nach dem Stream woher die Zahlen drin stehen für das Protokoll ich Twitch track mich nicht ständig selbst beziehungsweise ich bekomme eine von Twitch und dann hat man selber noch wenn man auf Twitch selber noch eine Übersicht wo man die Daten einsieht ich habe einen Viewer ich bin berühmt ich meine einen Viewer ist schon mal für den Anfang ist das ein starker Sprung von 0 auf 1 das vervielfacht das ist 14 Viewer mal das ist ein Jübel der einzige Smart Stream für die ganze Familie ja aber ihr könnt mich nicht einschüchtern wenn ihr über irgendwelche Twitch Zahlen redet ok was halt ziemlich gut ist bei meinem Stream um ernsthaft eine Sache darüber zu sagen was mich sehr freut ist dass ihr zuschauer relativ gleichbleibend bei ich meine es ist nicht komplett egal es gibt natürlich man kann natürlich gewisse Dinge streamen die keinen Arsch sehen aber prinzipiell relativ gleichbleibende Zuschauerschaft soweit was ziemlich gut ist das ist nicht eine Sache die allzu viele Leute schaffe ich meine das ist die Sache die ich auf YouTube nicht schaffe wenn ich auf MOP zum Beispiel bin der geboren der streamer ich sehe schon äh warte gibt es hier noch irgendwas oder wollen wir einfach abhauen ich glaube wir einfach zum Stern rüber und abhauen Gott heute ist wieder kalt in der Wohnung ich glaube die Heizung ist heute wieder nur so halb an das ist halt peinlich das ist peinlich ich glaube ich will hier die Maulwürfe killen wir sind nicht für das Spiel da sondern für dich ich meine auf Twitch scheint das zu funktionieren ich muss auch noch verarbeiten dass ich mittlerweile seit fünf Jahren immer wieder mal hier reinschaue wo ist die Zeit hin ich glaube für zwei Jahre oder so hast du kaum reingeschaut zwar da als Lost dich immer getimeoutet hat was ziemlich toxisch war okay das war der letzte Maulwurf Fanbase ist real ich meine ja das sagt die auf Twitch inzwischen sehr viel stabiler ist als auf YouTube ist das halt irgendwie als Mythos of Playing zumindest die was wo da eigentlich aus Videos sind relativ stabil ich meine da war ich MOP ist halt immer komplett drunter und drüber hauptsächlich drunter wenn man es hochlegt da ist immer super schwer einzuschätzen was ein bisschen anstrengend sein kann aber das ist okay ein bisschen Risiko gehört schon dazu seit der Trashpack Zeit an deiner Seite das ist sehr anfänglich schau ich den Apfel an bisschen gelb kein grün aber schau ich den Farben an ein Träumchen hier lief Isaac auf YouTube Isaac lief immer ziemlich gut auf YouTube bringt halt nichts wenn ich keine Lust hab bringt halt nichts wenn ich nicht wirklich Lust hab dann für keine Ahnung 10 Stunden pro Woche Isaac zu streamen Isaac schmeiß Zack das hab ich hingeschmissen oh oh einmal da so hier ist die Steuerung gerade komisch aus dem ich liebe diesen komischen Wurm wir werden gleich schau ich an wie er sich noch in den Apfel rein frisst wir werden gleich noch sein Gesicht sehen das sieht super dumm aus dürfte 5 Jahre da sein mit 16 Account gemacht mittlerweile 20 ich dachte es wäre dein 20. Account oder dein 16. ich wollte gerade sagen kommt daher die 16 im Namen aber was wenn du nur 9 Stunden Isaac spielst das ist die Frage das ist die Frage vielleicht hab ich dann mehr Lust drauf ich würde die Kugel noch mitnehmen ich hab das Gefühl ich sehe gerade wie ein Vollidiote aus wenn ich Galaxy spiele aber dadurch dass ich hier gerade so komisch herumlaufen muss ich muss meinen Kopf drehen um um die Drehung irgendwie auszugleichen keine Ahnung ob man das sieht ich hab jetzt als ich auf dem Apfel unterwegs war die ganze Zeit meinen Kopf aufgedreht ich habe kein Erinnern dass ich gerade das Zeug .exe kennengelernt hatte und unbedingt mehr von sowas finden wollte ja das war meine Stärke zu der Zeit siehst sich dümmer aus als sonst keine Sorge Dankeschön ich hab keine Lust auf die Käfer wir gehen jetzt einfach schau euch die Facettenaugen an dem kann man den seine Neuigkeit kann man nicht leicht senken und die Zähne tatsächlich sind das keine Facettenaugen ist okay ich geh einfach weiter damals immer wieder eure Top 5 meistgeharsten Feinde geliebt ich meinst meine ich glaube es war ja genau die Top 5 nervigen Gegner Teil 1 und 2 oh nein warte bei Teil 2 haben die Zuschauer abgestimmt nein das mit eure stimmt sogar Schätzt auf Popo Mystery Dungeon Team Himmel muss ich nicht mehr warten äh ja richtig ich mein schau ich den Maulwurf an das ist ein bisschen er ist ein okayer Bosskampf Popo Mystery Dungeon Team Himmel ich hab zwischenzeitlich auch alle meine Spielstände der Wii U verloren fangen wir mal damit an das war über die Wii U Virtual Console glaube ich nein bleib stehen Zuschauer wurden früher wenigstens nach ihrer Meinung gefragt ja aber irgendwann muss man auch mal vernünftig werden au ich wollte gar nicht den Dreher machen einzig dass die Meinung der Zuschauer dumm ist komm nur raus mach doch mal Brotpommes wir wollen aber nur das gleiche Video nochmal sehen ich mein woher sollen sie auch wissen was sie neues sehen wollt wenn sie noch nicht noch nicht gesehen haben komm schon wir haben ihn wir haben ihn huuuh liebungsstern was im Video war mit dem Kooper der aufdachlos wurde ja ich erinnere mich wir haben das Video vor gerade als wir es im Stream auch wieder ein paar alte Videos angeschaut haben irgendwann war das vor ein paar Monaten wahrscheinlich müsste bald ein Jahr sein dass das her ist oder so aber ja es war ein Hit morgen kommt ein neuer Part von Team Himmel sogar mit Riki und Woller zu es wird dann richtig lustig auch apropos letztens habe ich bei der letzten Expertenrunde die kam hat einer ein Kommentar geschrieben und zwar es war irgendwie was war der Wortlaut ungefähr irgendwas von wegen oh ja und danach kamen keine Videos danach kam nie wieder eine Folge weil der Grund war weil ich so geldgeil bin dass ich weniger Videos gemacht habe denn damit verdient man mehr Geld da dachte ich mir oh shit so geht das also los bei Leuten wenn jemand sagt yeah ich glaube es ist einfach nur überhebliches Arschloch schlüpfriger Eisberg was natürlich zu gewissen Ausmaß nicht auszuschließen ist aber in dem Fall von einem populären Format keine Videos mehr zu machen ist keine Sache die man macht wenn man hinter dem Geld her ist okay man würde genau das Gegenteil machen oh die Eisvulkangalaxie wart ihr mal auf dem schlüpfrigen Eisberg seht das ist viel dann viel mehr Profil auf dem Boden als wenn ich auf naja als wenn ich auf Glas wäre hey Opa übst du auch noch Eisrutschen was soll denn das lass uns gegeneinander antreten kannst du mich fangen ich kann nicht fangen wenn ich wollte ich will dich nur nicht bleib mal stehen ich werde dich erwischen es hängt mich daran dass ich auch mal ein Video gemacht habe es waren meine drei liebsten äh ja es war 3D Jump'n'Runs du hast es drauf Opa wenn es jemand schaffen kann dann du und die drei liebsten 3D Jump'n'Runs die ich genannt habe waren Mario Galaxy Rayman 3 und Sonic Adventure 2 also für den Video würde ich nicht mehr zustimmen Sonic Adventure 2 das ist nicht mal der beste Sonic Adventure Teil Sonic Adventure 2 weil das ist ein Spiel das so fucking nervig die man gerne vergisst wenn man für den Chao Garten ein paar spaßige Level macht ich meine Mario Galaxy würde ich nicht sagen dass es mein Lieblings zwangsweise Plattformer wäre genauso wie Rayman 3 aber es sind so nie die Spiele soweit fucking Sonic Adventure 2 nein 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 also jetzt will ich da drüben über die Teile springen Mario was war das was war das denn jetzt Phil Yooka-Laylee ja mein Top 3 sind Mario 64 Rayman 3 und Dark Souls yeah Dark Souls ist ein gutes Jump'n'Run manchmal Jump'n'Runs manchmal Run'n'Runs Light Town einfach alles was man sich wünschen kann komm schon yes glaube ich da oben rechts wäre noch eine geile Mission gewesen Bombman 64 ist ein Lieblings Plattformer oder nein aktuell würde ich wahrscheinlich Rayman 2 sagen ehrlich gesagt ich denke Rayman 2 ist schwer in Ordnung man würde meinen dass es ein bisschen gealtert ist aber das entspricht nicht der Wahrheit ist einfach von Anfang bis Ende gut spielbar oh Gott Minecraft Adventure Maps sind nicht mein liebster 3D Plattformer so viel kann ich euch versprechen jetzt bin ich in einem Raum in 2 bin ich mal weitergekommen war bestimmt die Hülle der Albträume was mit Minecraft Bad Wars naja Minecraft Bad Wars mach ich ja ich hauptsächlich die Lore außerdem weiß ich nicht was Minecraft Bad Wars wirklich ist shit ich spiel grad die 3D All Stars Version und ich muss sagen für Mario Galaxy 3D All Stars Version absolut empfehlenswert das ganze nochmal dafür fahre ich den Namen von Globox so witzig hat Klo im Namen ja das sehe ich auf jeden Fall dass man das das Kind erheitern findet das war knapp oh ja hier muss ich die Blume holen dann müssen wir zu ihm hoch zu dem alten ich lade ihr wisst das Sorbeti der ist doch Sorbeti ich glaube der Boss heißt Sorbeti das macht ja nicht mal Schaden was soll das für ein Angriff sein Sorbeti Sorfetti das ist einfach nur fies und kalt ich muss sagen das Level passt aktuell zu der Temperatur hier in dem Raum ach nö jetzt nicht das ich dachte hier noch rüberschwimmen Rayman wurde von seinen eigenen Hasen aus dem Geschäft gedrängt vielleicht aber ich weiß nicht das Gefühl Raving Rabbids Spiel sind dann doch sehr anders sehr anders als Rayman bei mir auch ich muss das Fenster wirklich zumachen was ist das fucking Fenster auf dem wer er muss hier alles wieder komplett neu aufheizen sag mal heizst du mit Gold oder so Sorbeti heißt der aus Galaxy 2 mit roter Nase verstehe ist der Name von dem Boss bekannt ich hoffe doch nur mit meiner Körperwärme das ist ziemlich kostengünstig wenn du der Teufel bist spring der Trick ist ich heize gar nicht das ist kein guter Trick den Trick fühle ich gar nicht man würde meinen dass vom PC und von der Beleuchtung ein bisschen Wärme ausgeht aber das ist weniger als man denkt ich mag Heizungsluft einfach echt nicht ich mag kalte Luft echt nicht so sehr ich meine ich heize nicht so viel vielleicht sollte ich auch einen Pulli anziehen zugegeben aber trotzdem Schattenkomete warum denn nicht nur meine Hände sind scheiße kalt bei mir sind es gerade die Beine die sehr kalt sind kalte Beine das wünscht man ja niemanden die Rohre gehen durch meine Wohnung das heißt meine Nachbarn heizen für mich mit bei mir zum Teil sie gehen durch den gesamten Gang bei mir aber die Scheiße bringt mir ja nichts ist ja nicht im Wohnzimmer ich würde nicht den Gang aufheizen aber wenn ich wollte die dümmste Scheiße ist ich habe im Gang sogar eine Heizung stehen warum würde ich die jemals anmachen wollt ihr mich verarschen warum soll ich den fucking Gang heizen riskanter Move das war zu riskant meine Hände sind auch gerade dabei zu Eisklumpen zu werden der beste Trick ist ja natürlich wisst ihr was die Hände wenn es kalt ist besser aufheben als alles andere ich meine zum einen wenn man die Heizung wahrscheinlich anmacht aber zum anderen was fast so gut aufheizt Arschwärme müsst euch einfach auf die Hände setzen früher oder später werden sie dann schon wieder ein bisschen wärmer wie steht ihr zur Arschwärme ich denke sie ist höchst effizient und sollte in ihrem Nutzen nicht unterschätzt werden das ist übrigens eine spaßige Schatten Mario Mission beziehungsweise Cosmic Mario oh 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 wir haben sogar einen einbauten Handwärmer sogar zwei davon was sind deine eingebauten Handwärmer nicht gut wenn man von draußen kommt da würde ich die gute Achsel empfehlen ich würde sagen die Achsel ist durchschnittlich der übelriechendste Körperteil das heißt wenn du da deine Hände reinhältst dann die riechen doch nach Scheiße dann also nicht im übertragenen Sinne nach Scheiße okay Sand oh die Sand in der Galaxie die mach ich gar nicht wer wäscht sich denn nicht ich mein schon klar aber es ist bestimmt besser wenn du gerade aus der Dusche bist aber das hat sich relativ schnell Schweiß an das wäre Survival Trick von meinem Kollegen wenn der richtig äh wenn der richtig kalt ist musst du dich nur anscheißen das gibt dir die nötige Wärme in der Wildnis hat er deswegen die Kloschüssel nicht getroffen es ist nachgewiesen dass die Achsen etwas Kotbestandteil haben oh jetzt in der Wüste sein das würde mich umbringen mir sind meine keine Ahnung wie warm es hier gerade ist sagen wir 15 Grad oder so die sind mir lieber als in der fucking Wüste sein Johnny spielt Kirby sag mal was spielen die denn aktuell alle auf ihrer Switch was sollte das denn jetzt also komm schon ich bin ich bin doch auf den Tornado zugeflogen ich bin doch mit reingeflogen ich liebe übrigens die die Kopteranimation von Mario ob dreht sich Marios Kopf nicht mit äh das ist eine gute Frage wie wir alle wissen ist Mario er ist ein Mensch aber er ist ein etwas anders geformter Mensch vielleicht ist deswegen auch vielleicht dreht sich deswegen sein Kopf auch nicht mit versuchen wir zu der Röhre rüber zu gehen der alte Röhre ich würde uns schon helfen na ich will das mitnehmen der Trick ist der Trick ist auf den Schatten zu achten nur weil er italiener ist nein weil er generell anders geformt ist das ist eine Sache die Leute gefragt haben die Leute gefragt haben bei Odyssee da gibt es ja New Donk City und da sind ja überall normal große Leute da steht Mario daneben und der sieht einfach komplett anders aus da stellt man sich natürlich die Frage ist Mario überhaupt ein Mensch aber ja ist er sieht nur ein bisschen anders aus oh stark was war noch da drinnen werde ich mir gar nicht erst die Mühe machen irgendwas zu machen mehr äh mehr ist Manchester's Klempner ja vermeintlich ich glaube das wurde auch inzwischen für nicht mehr Kerlen erklärt dann wiederum sie Klempner ein bisschen in der 3D World hm wer weiß die ändern ihre Entscheidung auf was den alten Mario angeht Mario ist jetzt Allrounder würde ich irgendwas sagen dass er Tischler sein soll warum sollte Mario Tischler sein ich habe ihn noch nie mit einer Säge in der Hand gesehen das einzige Mal dass ich Mario gesägt habe war es dass er in Mario 64 wieder mal eingeschlafen ist oh mein Gott der Schreinermeister Mario Luigi Herrschaftszeit Luigi hier ist kein Pudding wenn du jetzt nicht aufhörst denn Mario hat er einen Hammer ja aber ich bin mir sicher Klempner haben auch verwenden auch Hammer Hammer ist ein sehr grundlegendes Handwerkswerkzeug würde ich sagen Gott warum schon wieder oh mein fucking Gott Feuerblume unsere erste Feuerblume Feuerblume ist leider unfassbar scheiße in Galaxy damit meine ich mein Gott sie ist so schlecht oh Gott ich hätte gerade ein bisschen Angst vor der Sekunde bezahlt man die Schüssel damit es der Deppert zum Beispiel dafür könnt ihr den Klempnernhammer verwenden kann ich mich jetzt nicht wieder an dummes Huhn Marios Vater wird Zirkusdompteur ich glaube die Geschichte von Marios Vater sind auch nicht kennen auch wenn ich sie immer wieder faszinierend finde dass auch nach all den Jahren immer wieder das Donkey Kong und Bari Universum immer noch zusammen gehören obwohl sie so komplett unterschiedlich sind an dem Punkt also gehört immer noch irgendwie so ein bisschen zusammen ist mir irgendwie lustig und irgendwie verwirrend ich sag Dr. Marios Marios Vater Miramotus Marios Vater er ist zumindest der Vater nein die Mutter von Bowser Junior Gott wie dumm das aussah von der Seite haben wir das gesehen ich muss sagen diese Wüstenwelt bin ich der größte Fan davon sie ist irgendwie sehr ich will nicht sagen langweilig aber ich würde sagen langweilig das macht es nicht besser der neue Mario Film sollte hier ein bisschen Lore bringen der ist eh nicht kennen das kann ich euch jetzt schon sagen es kommt davon wenn man sagt dass man die Wüstenwelt nicht mag wenn du dich mit der Wüstenwelt einlässt verändert sich nicht die Wüstenwelt sondern die Wüstenwelt verändert dich ok ich glaube wir haben es Android oder IOS ich spiele das Spiel auf meinem Sony Ericsson gibt es an dem Punkt überhaupt noch eine offizielle Mario Lore es gab nie eine wirklich offizielle Mario Lore jetzt sind meine Füße kalt es geht zu Ende Jungs zieh dir Wabe Socken an nicht auf deinen Blackberry ich habe tatsächlich keinen Blackberry da gehen wir da rein die Honig-Kraxel-Galaxie was mit der Brooklyn-Geschichte die Brooklyn-Geschichte stammt aus Super Mario Land 2 das ist ja wohl nicht Canon Kraxel zum Himmel Bienen Mario Kraxel zum Himmel Lauf an ihm wirklich existent wie er Motor hat es selbst gesagt er wäre Baby-Bowsers Mutter ja womit er sagen wollte hört auf solche dummen Fragen zu stellen und jetzt kraxeln wir los jetzt nur Perspektive super komisch aber das ist okay manchmal braucht man einfach eine komische Perspektive um das Leben besser zu schätzen zu wissen Mia-Moto will er Mami-Moto oh ja das sehe ich oh mein Gott haben wir die Scheiße gesehen ich habe nur zufällig den Stern in der richtigen Richtung und ich habe einfach Millionen Sternteile mitgenommen oh Gott also von oh Gott Daniel Philo äh Ray vielen lieben Dank willkommen au gott ich musste präventiv au sagen au genau deswegen damit genau sowas nicht passiert damit genau sowas nicht passiert bin ich schlecht ich habe nur noch ich muss nur noch lernen ich bin wie ein Schwamm der erst noch das Wissen aufsaugen muss über die Welt die Welt des Mario shit das Problem ist das Problem ist dass die dummen Sternteile mich auch immer ablenken ich bin mir zu verleitet die Sternteile mitzunehmen das ist ein dummer Fehler oh so viele Sternteile es war kein Fehler es bin ich aber so gut an sie mitzunehmen die Mario World die Mario World ist Dinosaur Land letztes erstes Video von dir angezeigt wo ich mir Motor vertont habe das habe ich komplett vergessen oh Gott dieses fucking Video ich habe mal drüber dachte ich dachte mir ich glaube das könnte wirklich mies kommen die einzigen Leute die es heute noch anschauen sind Leute die es von damals kennen sonst wird das niemand mehr anschauen auch wenn natürlich das ein oder andere Nintendo NX die Nintendo NX Reveal die Information natürlich sehr verlockend sind oh nein warte da ging es darum dass es keine Informationen gibt das war eine Konsole die seit 6 Jahren draußen ist ich werde es mir jetzt anschauen es war war nicht mein bestes Video es war im Edgy Jahr 2016 wenn du willst kann ich es aber runternehmen Blocky ich würde es verstehen ne ich mag es ok oh ein neues Bilderbuch Kapitel ich glaube wir machen später lieber wenn noch ein paar mehr verfügbar sind ich meine ich habe keine Lust jetzt vorzulesen lad es nochmal hoch das ist mir damals passiert als ich eine Stelle aus aus diesem aus diesem Easter Egg Video also diese Easter Egg Video ich glaube es war das zweite Mario Easter Eggs Video wollte ich was rausschneiden und dann der YouTube Editor war damals so komisch dass dann einfach eine Kopie von Videogeschichten ich öfter erzählt ich weiß es tut mir leid aber er wurde eine Kopie von dem Video gemacht wo die Stelle die ich rausschnitten habe nicht mehr drin war und die hat YouTube dann automatisch hochgeladen und in den Feed der Leute gepackt und dann ich habe das erst ich habe den ich habe natürlich äh nicht alles Videomansch und keine Ahnung die Kommentare und sowas bei Myths of Gaming immer auch das heißt ich habe dann erst irgendwann das abends gesehen vor allem das Video das war auch Jahre später erst und ähm das Video kam dann sogar gut es wurde sogar relativ gut geschaut und sowas dann dachte ich mir shit was soll denn das das fucking reupload und Leute es wird trotzdem okay geschaut vielleicht fühle mich die selben lustige wie die 90's Game Shows wie auf dem Weg nach Lavandia City ich denke also die Miyamoto ich fand das damals scheiß lustig was ist mit dir mach was Poki was willst du jetzt von mir hast du Angst oder was hä okay wie soll man den bekämpfen Picknick Song wurde mir noch eins vorgeschlagen der Picknick Song ist nicht so alt der war doch von der oh Gott Pokémon Smaragd Randomizer oder wann war Pokémon Smaragd Randomizer 2020 das ist nicht so lang her shit ich glaube ich will den Pilz mitnehmen leider immer noch darüber greift wenn ich anscheinend null ich spiele Galaxy über die 3D All Stars Collection auf der Switch ah shit Akademie hätte ich vielleicht rauskommen sollen zu spät zuerst das ganze Spiel was müsste das laufen wahrscheinlich nicht ist das 1080p keine Ahnung ist auf jeden Fall höher aufgelöst als Original ich wollte gerade sagen muss man da nicht irgendwelche so Sternteile sagen aber yeah hier muss man sich den Weg irgendwie merken machen das und dann hier in die Mitte und dann hier kurz abspringen das läuft gut wenn ich das mal so sage wenn ich das mal so von mir selbst behaupten darf shit nein ich habe jetzt übersehen alles gut ich habe eins übersehen es läuft doch nicht so gut ich glaube da war irgendwo noch eine Truhe oder ja da war irgendwo noch eine Truhe nein okay so okay wir haben jetzt zwei Richtungen warum ich denke ich gehe hier entlang oh ist das ein Fadenmast das ist ein Fadenmast das ist Mario Bros das ist eine Referenz meine Freunde so schade dass der zweite Teil nicht dabei ist aber Michael Jackson hat damals Musik dafür kombiniert deswegen ging es nicht apropos Yuji Naka wurde letztens verhaftet dann meine ich gestern oder so und zwar wurde er verhaftet weil er irgendwie Insider Trading mit Dragon Quest oder so gemacht hat irgendwie sowas wer Yuji Naka der Typ der Sonic gemacht hat dann nach Sonic 06 von Sega gegangen ist und sowas und dann hat er steht wie hieß es Balan Wonderland zuletzt gemacht was Leute geliebt haben aber ja er wurde wurde letztens verhaftet glaube ich warte ich habe warte ich habe den Artikel nicht angeklickt jetzt muss ich darüber nachdenken vielleicht war es Parodie aber es klang so dass es es klang so als ob es realistisch wäre er hat nämlich viele komische Dinge gemacht in letzter Zeit immer korrigiert mich wenn ich falsch liege also der Creator von Sonic wurde schon länger verhaftet er würde auch so schnell nicht mehr rauskommen Inside Aktienhandel gemacht okay es war okay ja Balan Wonderworld war kein allzu erfolgreiches Spiel dann haben wir doch schon direkt das Motiv für den Insiderhandel oh nein hier war das mit dem Zeitlimit oh nein ich hasse das oh nein ich hasse diese Stelle okay versuchen wir es fuck stark oh stark abgekürzt mies daneben gesprungen yes ich finde immer noch dass die Augen des Tornados super unpassend aussehen warum haben manche Tornados Augen und manche nicht ich habe von Balan in Wonderworld absolut nichts gesehen das nur dass es irgendwie echt scheiße sein soll 50 Sterne haben wir schon wir haben eine Menge geschafft heute ich habe von diesem Spiel effektiv kein Gameplay gesehen ich glaube das Konzept dahinter war dass du irgendwie 3D Plattform hast die man nur mit einem Knopf spielt ähnlich wie es auch bei Sonic eine Sache war dass man so mit einem Knopf spielt gehen wir als nächstes in die Eisvulkangalaxie weil der Fähler von Sonic und der mit seiner dementen Mutter geschlafen hat ja Laberweg im Land des Eises hatte hunderte Popes die natürlich dann auch nur eine Sache machen dann gab es aber Anzüge die nicht springen konnten man wurde gezwungen bei jedem Sprung wieder das Outfit zu wechseln eine Katastrophe es klingt fast so als ob ich Baller und Wanderweiter mal spielen wollen würde es klingt irgendwie es klingt interessant vielleicht wird es eine meiner neuen Top 3 3D-Jummen-Runs Oh Gott Willkommen Kiana Hat irgendjemand Dragon Ball Breakers gespielt? Echt nicht sieht grauenhaft aus Ich habe das Gefühl ein Dragon Ball Dead by Daylight ist keine Sache nach der ich mich in meinem Leben gesehnt habe Dazu muss man sagen ich habe mich generell nach keinem Dead by Daylight in meinem Leben gesehnt also Aber Dragon Ball Dead by Daylight ist noch Warum haben sie das überhaupt gemacht? Das sieht so komisch aus Ach Gott Oh das mit der schmelzen Lava sieht so gut aus Jetzt ein Lava-Kuchen Du wirst 100% sitzen und sagen ja so schlimm finde ich das jetzt auch nicht Ich finde das schon echt kreativ Ja da sehe ich mich auch Willkommen von dem Spiel Augenschmerz Leute die dafür anfällig waren haben epileptische Anfälle bekommen Von Balan Wonderworld oder Wonderland Das ist nicht gut Die komischen Pelzfreunde die kann man auf jeden Fall mit einer Feuerblume rösten Ich höre mal einen vernünftigen One Piece Fighter Ich sage es mal so in dem Video das ich heute hochgeladen habe habe ich einen One Piece Fighter erwähnt Ganz recht Ich bin Mann von Welt Ich meine ich habe es nie gespielt aber trotzdem Großartiges Video Byway Dankeschön Ich denke es ist ganz nett geworden Mochte das auch an dem Pokémon Stadium Video wo ich dann über alle Spiele der Reihe kurz bis geheht habe beziehungsweise alle die mehr oder weniger dazu zählen Wann kommen die intergalaktischen Schädeldecken wie ein Dosenöffner öffnende und gehirnrausschlabbernde Metroids 2032 Ich hasse diesen Joke Ich auch keine Sorge Er ist auch sehr lange her Er ist sehr lange her Ich muss sagen ich bin in der Lava Welt aber ich fühle keine Wärme der Lava Irgendwann werde ich mir ich werde mit dem Pulli an ziemlich fertig gestreamt habe Dafür ist noch Zeit Und ich habe natürlich noch einen guten alten Durstlöscher da Mit Durstlöscher meine ich Löschzwerg Ich bin nur ich bin nur muss nur zu sehr an das Löschen denken Ich ertrage den Joke für Metroid Das ist okay Dann kommt Metroid Prime 4 Wie sieht es denn aus? Ich hätte gehofft dass die Musik noch unendlich weiterläuft Durstlöscher ist trash Ich hatte noch nie einen Durstlöscher Jemand hat bei Dickmerimme in Kommentaren vorgeschlagen dass ich mal ein Video machen sollte in dem ich alle Durstlöschersorten probiere und das ist eine fantastische Idee Das ist eine Sache die ich auf jeden Fall machen will Vor allem das Problem für mich an Durstlöschern ist dass sie super ranzig aussehen Packung sieht aus nach irgendeiner Billigscheiße die keine Ahnung die ich echt nicht haben will Sieht aus wie irgendwas das man an der Kasse von Poco bekommt oder so und das sage ich weil ich hatte mal von der Kasse von Poco die hatten da so Energy Drinks das war irgendwas ganz das war ein komischer Energy Drink und auf dem war nicht mal Pfand auf der Dose Keine Ahnung was das für eine Scheiße war der war auch nicht gut Mein Lieblings Durstlöschersorte ist Thunfisch Wasser und Zitrone Apropos Dickmirimme diese Woche ich habe ein relativ schnelles Video gemacht und zwar ich habe mir ein paar von Fucked Up Nein Fucked Up Looking Foods von dem Twitter Account ein paar Sachen angeschaut und auf der Skale von 1 bis 10 bewertet wie sehr ich sie essen würde ich denke das ist ein ganz spaßiges Video das wird am Sonntag dann kommen da war auch was mit Thunfisch dabei will ich einfach nur sagen und mit bisschen Thunfisch Wasser ich muss das da drüben erwischen geh mal weg naja kein Treffer ich würde ich will von hier oben aus rüber feuern ja das war nicht so schwer jetzt interessant dass ich ein paar von denen scheinbar random einfach irgendwann erwischt hab los das sind einfach Low Budget Capri Sonne ich glaube du sprichst das falsch aus mein Freund du schreibst das ja ganz falsch die haben sich mit der Umbenennung nicht viele Freunde gemacht ich verstehe nicht warum sie es gemacht haben vielleicht damit es mehr im Einklang mit der internationalen Marke ist oder so ja auch immer hätte sie nicht machen sollen Durstlöscher dagegen die schämen sich nicht für ihre Herkunft auch wenn sie es sollten vielleicht haben sie sie probiert aber ich dachte mir ich schäme sie einfach mal ein bisschen meins ach komm schon auch schöner Treffer es gibt deutlich bessere Eistees auch wenn alle Eistees viel zu süß sind meine Geschmackssache ich würde sagen viele Eisteesorten sind nicht so süß ich habe das Gefühl dass Lipton generell also es ist natürlich vom reinen Zuckergehalt sprechen ist natürlich jede Menge drin keine Frage aber Lipton zum Beispiel das Gefühl dass es nie dann wiederum doch 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 warte nein 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 das stimmt nicht das ist nur meine Erinnerung ich habe vor einem Jahr oder so dann eine Flasche Lipton geholt und es war einfach es war mir viel zu süß ich mochte es überhaupt nicht ich habe sie geholt weil ich dachte oh ja so süß war es doch gar nicht es war eigentlich ganz gut aber nein war es dann Arizona und Fusedees schwer in Ordnung Fusedees na ich mochte es mehr als es Nasty war vielleicht dachte sie sich ah shit das klingt wie Nasty vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir uns anders nennen zwischen eiskalt und glutheiß Nasty gibt es aber noch gibt es ist bei Nasty wurde doch zu Fusedee oder nicht was wurde dann zu Fusedee es war doch Nasty oder nicht Pfanne ist die Beste war was warte gab es war es von Rauch wo es den grünen und sowas gibt das ist nämlich auch guter Stoff Fusedees von Coca-Cola ich könnte schwören dass das irgendwie dass sie das unbenannt haben ich habe keine Ahnung jetzt soll ich die fucking Wikipedia Seite aufmachen Mandela-Effekt nein 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 ich habe das damals so gemacht Leute haben mir zugestimmt damals im Laden war auch irgendwie Nasty irgendwie weg und dann war stattdessen ein Fusedee ich glaube die Flasche war auch sehr ähnlich das wäre jetzt kein Mandela-Effekt das ist einfach nur falsch ich habe keine Ahnung wenn es von verschiedenen Herstellern ist sind die Fakten scheinbar auf der spreche ich direkt dagegen aber prinzipiell bin ich mir relativ sicher dass Nasty aus den Läden verschwunden ist dann war Fusedee stattdessen da jetzt ein Bronner oh 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 Mario positiv hat jemand den Welleneffekt aus Premiere Pro über das Bild gemacht ich finde für einen One-Up sollte man aufgeheilt werden Nasty gibt es noch vereinzelt befasst sich mir mit der Eistee-Lore nein ich kaufe so gut wie gar keinen Eistee mehr ich werde mich nicht damit befassen das können wir schön ihr machen ihr mit euren Durstlöschern Nasty wird von Coca-Cola produziert aber von Nasty vertrieben also Fusedee unter anderem Namen es ist also das gleiche da unten ist ein da bin ich dran das sehe ich doch direkt gib mir das war es nicht wert Kamera danke schön hatte gestern Eistee mit Wodka war cool oh mein fucking Gott du stellst dich jetzt nicht hier hin und tust unironisch so als ob Eistee mit Wodka eine gute Mischung wäre das ist die ranzigste Scheiße überhaupt es ist nur ein Schritt besser als mit dem Pennern am Bahnhof einfach Korn aus der auf dem Flachmann so einer Mini-Flasche zu trinken ist nur so ein kleines bisschen besser ich bin sowas von tot nein Wodka mit Eistee ist halt das ist die ranzigste Scheiße hast du es getestet ich habe Eistee als Mischgetränk probiert und es war immer fucking widerlich ich wüsste nicht warum man das freiwillig machen würde lass ich nicht mit mir spaßen hast du es getestet ich meine Flachmann mit Pennern äh tatsächlich nicht nein gib uns bessere Mission Herr Bartender pass mal auf pass mal auf du gehst du gehst du gehst zum Bierregal dann holst du hier einen guten alten Löschzwerg mit Cola der ist schon vorgemischt in eine gute Dose denn ich habe so eine im Kühlschrank stehen okay ich habe die beste Mische im gesamten Süden das war ein bisschen verallgemeinert dem stimme ich zu aber ihr wisst was ich meine das ist ein weiter Sprung Mario ich liebe es um diese Kurven zu springen oh oh Vorsicht okay ich habe es noch geschafft jetzt kommt das große Finale aber ich glaube hier bin ich auch oft gestorben als ich zuletzt gespielt habe Eistee ist so ein widerliches Mischgetränk es gibt ja quasi Cola Energy und Saft als Mische für Sprit yeah und Eistee ist halt immer so ich sehe halt auch immer nur so eine Tüte Ja Eistee vor mir wenn ich an sowas denke aber Eistee überdeckt halt den Geschmack auch nicht so richtig vermute ihm fehlt die Kohlensäure dafür um wirklich ausreichend davon abzulenken das ist übrigens gerade so viel Glück auf einmal da habe ich mir direkt einen Schuss Eistee in meinen Wodka verdient wie viel kostet inzwischen Ja Eistee im Tetra Pack Wie viel muss man dafür hinblättern bei der Rewe Filiale seiner Wahl Ich habe den zuletzt gekauft als ich 18 war oder so Was über 11 Jahre her ist an dem Punkt fürs Protokoll Das war ein sauberer Durchlauf so weit mal Schau ob ich das noch verkacken werde Okay Okay Gibt es die noch ist die Frage Klar es gibt noch das ganze Ja Produkte Zeug Na das will ich nicht Jedes fucking Eistee Unternehmen hat alle zwei Jahre das Bedürfnis sie denken sich okay uns fällt keine neue Sorte ein Wie wäre es wenn wir unseren üblichen Sorten einen gewissen Twist geben Wie wäre es wenn wir einfach Eistee mit Kohlensäure machen werden Jedes Mal aufs Neue und es ist jedes Mal fürchterlich Es ist genauso wie alles von der Mars Kompanie alle Süßigkeiten die es gibt sie sich regelmäßig sagen was wenn wir das mit weißer Schokolade machen oder was wenn wir das mit Zartbitterschokolade machen Meist funktioniert es mit Zartbitterschokolade nicht so gut Die Riesenfalle in der Wüste Widerlich ist auch der Bubblegum Eistee von 4bro Ich sag's mal so Wenn du ein Produkt wie einen Bubblegum Eistee von 4bro kaufst dann weiß ich wie man dir noch helfen soll Das ist der Eistee für Bros wie mich Und meine Bros lieben Bubblegum Diese Stelle ist auch super kreativ Die Blöcke mal weiter runter kommen Das ist super spaßig Ist wie Kaugummi der nach Shisha Tabak schmecken soll Okay Wer kauft Kaugummi der nach Shisha Tabak schmeckt Also ich meine Irgendwo muss es ja wohl mal aufhören Da ist die Schatztruhe Nein warte Yes Erinnere mich an diesen Deutschrapper Eistee Den Bratee gibt's doch immer noch Vergesse ich dass das Capital in Capital Bra das steht nicht für die Hauptstadt sondern für das Kapital das er macht Die Capital Bra Produkte mochten die Leute doch sogar Ich weiß dass Leute die Pizza immer mochten Das Das ist die Frage Milch mit Tabak Geschmack oder Tabak mit Milch Geschmack Oh jetzt ne Milch mit Tabak Geschmack Ich Ich hatte den Bushido Eistee Okay erstens Es gibt Bushido Eistee Fragezeichen Zweitens Wer ist die Zielgruppe Ist der Typ nicht super abgestürzt Idiot Ja aber ich hab's nicht gekauft Also kann es ja wohl auch nicht so ganz stimmen Merkst du ja selber oder Pass auf der Stream auf Twitch Mir auch egal Also von dem was Leute über ihn sagen muss ich sagen ich bin doch einer definitiv einer der netten Leute Wenn man den irgendwo auf Twitter oder so mal erwähnt sieht Oder die Antworten unter seinen Tweets Ich bin definitiv einer der netteren Leute nicht weggezogen weil er böse Buben angelockt hat Ich glaube er hat weniger böse Buben angelockt als gerichtlich gegen eine arabische Großfamilie ausgesagt Weil es übrigens die Situation ist Müsste ich nicht haben in meinem Leben In sehr vielen Hinsichten War ein guter Move von ihm Aber die Geschichte war doch dass die ihn irgendwie auch eingesperrt haben und sowas Fast so als ob das echte üble Leute wären mit denen man sich nicht ein lassen sollte Aber ja Keine Situation die ich beneide Scheinbar alles gelogen von ihm er verliert den Prozess gerade Oh nein was Das ist das Doppel er hat außer von der pass ik mein er frischer sap wie lieben dank Ich möchte speichern. Das ist ein Luigi-Stern. Das sind wir ja nie fertig. Wir machen die nächste Bisschen in die Windgarten-Galaxie. Wo die Schwerkraft hinfällt. Wo fällt sie denn hin? Das ist doch was anderes für eine Mission. Oh, okay, das war die. Ich verstehe doch nur, wie Flair und Pushy so verfeindet sein können. Das sind beides einfach die perfekten Horenssöhne auf ihre eigene Art. Ja, aber das ist halt mit großen Egos nicht so viel Platz. Da ist halt nur Platz für einen. Ich glaube, hier bekommt man zur Bonus-Mission, wenn man alle drei von diesen Fragezeichen erwischt. Beziehungsweise zum Bonus-Stern. Was ich ein bisschen verkackt habe. Bonus-Stern und sowas werden wir übrigens auch beim nächsten Mal machen. Wir werden jetzt noch alle regulären Missionen machen aus dieser Welt. Dann sind wir fertig für heute. Ich meine, wir müssen ja auch fürs nächste Mal noch ein bisschen was übrig lassen. Wo ist er? Da ist eine nette Kugel. Hören wir noch eine? Da haben wir noch eine. Was ist meine Aufgabe hier? Oh! Ach ja, mir kommt mal einen Stern und kann man den Kollegen aufmachen. Und den kühlen Kollegen würde ich gerne mal knacken, wenn ihr versteht, was ich meine. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter, ohne zu sterben. Aus der Welt kommt der Song Gasti Garden. Das ist der Gasti Garden, ja. Das war der goldene Kugel-Willi gerade, richtig. Ich glaube, da unten kann ich einfach gegenspringen. Oh. Uh, das gefällt mir gerade gar nicht. Ah. Ah. Mario. Sich verarschen, oder so. Wahoo. Was ist das eigentlich für ein Planet da unten? Diesen Planeten habe ich noch nie gesehen. Und ich habe in meiner Zeit so einige Planeten gesehen. Aber den dann nicht. Die Erde. Oh, ist ganz hübsch da. Oh, da wohne ich. Tolles Video, Mogi. Vor allem das Snapper-Cosplay. Dankeschön. Moodyear-Planeten-Kritiker. Dieser Planet hat nichts mit einem Planeten zu tun. Warte, ich bin seit 6,5 Stunden online. Ah, shit. Wir machen wirklich nur noch die Hauptmission von hier. Ich glaube, es war langsam genug für heute. Genug Galaxy-Spaß. Overworking. Ja, wenn man sich das gar nicht erst vorstellen, sowas. Was soll denn das? Mario. Hätte sich auch oben festhalten dürfen. Und dazu habe ich ja am Mittwoch auch noch Portal durchgespielt im Stream. Stell euch das mal vor. Oh, das macht so ein komisches Geräusch. Diese Pfeiler. Hey, das ist doch wie Sunshine. Kennt ihr noch Super Mario Sunshine? Ich erinnere mich an Super Mario Sunshine. Damals, als Spiele noch Spiele waren. Man sich nicht dafür geschämt hat, Nintendo-Spiele zu heiraten. Morgen dann noch 6 Stunden Dark Souls 2. Die Woche wird ein Hit. Darauf will ich mich nicht verlassen. Dass die Woche ein Hit wird, meine ich. Okay, die Kugeln sind über mir. Okay. Wahoo! Das war gut. Das war anscheinend das neue Spiel mit dem gewalttätigen Gott, der andere Götter tötet. Äh, ja. Ist Kratos ein Gott? Ich glaube, er tötet nur Götter, oder? Was soll das denn? Wo war denn die? Ich habe die Kugel nicht mal gesehen. Ja, ist er? Okay. Och, komm schon. Ich dachte, er wäre einfach nur ein Götterschlechter. Haben wir gesehen, wie die Kugel den Goomba weggeschossen hat? Das war lustig. Kratos ist ein Halbgott. Oh, jetzt? Jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Auf einmal kein ganzer Gott mehr. Deswegen stellt sich heraus, dass die Hälfte der Gott ist eigentlich auch nur... Also, ich bin tatsächlich ein Sechzehntel Gott und deswegen ist es eigentlich okay für mich, das N-Wort zu sagen. So, ich glaube, ich will die Münze noch mitnehmen. Sind Halbgötter furchtbar? Äh, fruchtbar? Also, ich würde sagen, alles, was mit griechischen Göttern zu tun hat, ist sehr fruchtbar. Sehr fruchtbare Leute sind das. Mit N-Wort ist nicht Gott gemeint, oder? Nein, ich meinte Neptun. Ich darf das sagen, ich bin Halbgott... Sechzehntel Gott. Äh... Nein, das machen wir jetzt nicht. Okay, ich habe alle regulären Missionen. Zeit! Für! Die dunkle Materiefabrik. Oh ja, wir kämpfen ja sogar gegen Bowser, glaube ich. Oh mein Gott, Neptun beim Dreizeit, mir wird schwindelig. Die Pläne des Koopa-Königs... Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Koopa-König... Punkt, Punkt, Punkt. Fackel. Nein, war es Fackel... Punkt, 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 oder war es Fackel-Zwinker-Smiley? Okay, ich weiß es nicht mehr. Spowser in der Art nicht auch ein Gott? Nein. Außer du, äh... vertrittst die Meinung des Gottherrschers. Was ich verstehe, wenn du für die CSU gestimmt hast... Da verstehe ich, wie du darauf kommst, aber ansonsten eher nicht, nein. So, hier oben hin. Es war Fackel-Zwinker-Smiley. Ja, vor allem, dass du mit der Fackel-Zwinker-Smiley hast, es war viel zu früh. Das hat nicht mal Sinn ergeben. Werde ich da links rüber? Ups. Äh, was mache ich jetzt am besten? Ich wünschte, ich wäre da nicht links rüber. Söder nicht ein Gott. Äh... Kommt drauf an. Oh, One-Up mitgenommen! Nein, Mann! Äh... Äh... Das ist mal dumm. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Söderin Gott wäre, würde es CSU-CDU heißen und nicht andersrum. Nein, 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 nein. Mehr kann ich dazu nie sagen. Mir fällt nichts Schlagwertiges ein. Oh mein fucking Gott. Ich habe komplett vergessen, wie es aussieht, wenn Mario in dunkle Materie hüpft. Er löst sich einfach auf. Das ist so eine gute Todesanimation. Er ist einfach weg. Das ist gerade eben fast normal passiert. Einfach aufgelöst, wie unser Beziehungs-Status auf Facebook. Wee! Nein! Okay, da fällt nicht einfach der Abbruch runter. Können wir noch 69 Leben zusammen bekommen? Ich denke, für den Abschluss des Streams wäre das herrlich. Herz allerliebst! Bezaubernd! Okay, dann haben wir jetzt das Plus. Das ist doch das Steuerkreuz des Switch Pro Controllers! Was? Unglaublich. In Galaxy waren sie einfach alle vorhanden. Und jetzt muss ich aufpassen, nicht zu hoch zu springen. Sonst geht es nämlich wieder in die dunkle Suppe. Und das wollen wir natürlich nicht. Was macht Copa König mit dunkler Materie? Keine Ahnung, Distanz zwischen dem Planeten verringern oder so. Nimm die Treppe hier. Danke, Luma, der Treppe. Verdunkle Sachen. Hallo, König Koopa. Schmalzfliege, bist du auch schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein, Mario. Aber hier endet dein Dasein als mein Erzfeind. Ach, Johnny. Erstmal Rant darüber halten, dass Leute das Spiel nicht kaufen. Weil es kacke aussieht. Aber dann... Aber dann direkt Johnny startet Pokémon Kamezin. Jeden so politisch wie die Teletubbies. Sollten politischer sein. Ich denke nicht. Wir alle wissen, was er meint. Es war nur ein bisschen... Es war ein bisschen... Wir haben das ganze Gespräch in die komische Richtung gelenkt, glaube ich. Ich wollte nur sagen... Ja, wäre wahrscheinlich besser, wenn es besser wäre. Und dann habe ich gesagt... Also tatsächlich... Nein! Was macht denn die ganze Zeit den Nahkampfangriff? Und dann ging das Ganze für fucking eineinhalb Stunden. Oh Mann, ich hatte 69 Leben und ich habe es ruiniert. Wie habe ich es generell nicht geschafft, in dem fucking Kampf zu sterben? Warum hat die ganze Zeit den Nahkampfangriff gemacht? Geht vom Boss weg, dass ich Dark Souls... Nein, ich muss nur... Ich muss nur richtig ausweichen. Das ist doch mit jedem Pokémon-Teil so, oder nicht? Sind auch alle inzwischen irgendwie im Vorfeld immer irgendwo geleakt. Ich weiß, dass die Pokémon-List die volle schon auch vor drei Wochen oder so geleakt ist. Ich habe sie mir natürlich nicht angeschaut, weil... Komm schon! Ich will sie ja selber sehen und nicht in Form von einer fucking Bliste. Ich will doch nicht selbst, dass sie die Überraschung kaputt machen. Damit ich eine dumme Liste sehen kann. Nein, Borussia! Okay, ich glaube, wir haben ihn zum zweiten Mal erwischt. Komm mal rüber. Nein! Borussia, wo gehst du hin? Mach mich doch nicht schwach! Außer Mr. Pigeon, 38 Monate. Resub, liebe, liebe, lieben Dank. Ein paar weirde Pokémon, kann ich dir sagen. Ich denke, es wird nicht so weirdes dabei sein, wie die Ultra-Bestien. Shit. Also, für die Ultra-Bestien waren das seltsamste. Wenn man an ein fucking Mosquito oder sowas denkt. Oder Stonehengemon. Warte, das war einfach nur Schwert und Schild, glaube ich. Es gab auch... Gab sich auch irgendwie alles, dass es einfach nur so eine Säule war. Beziehungsweise ein paar Säulen oder so. Ultra-Bestien sind so unnormal rar. Schlinking ist auch gut. Hahaha, du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Doch genug des Lobs. Während wir uns hier amüsieren, schreit dir mein Plan seiner Vollendung entgegen. Ja, mal schade, Mario. Und schon haben wir den nächsten großen Stern. Das ist ein guter Freund für mich, der große Stern. Bowser, der Meister-Shittalker. Yeah. Am besten ist Bowser ja immer noch in Mario Party, wenn man die dual-hälst-92-Sterne erwischt. Es steht dual-hälst-92-Sterne, Bowser. Tja, ähm... Zeit zu gehen. Und er springt weg. Hahaha, das ist die beste Bowser-Aktion überhaupt. Vor allem, ich habe das auch erst irgendwann auf YouTube gesehen. Ich habe früher immer die 90 Sterne gesehen, als ich es gespielt habe, aber die kamen bei uns nicht dran auf N64. Keine Ahnung. Aber, oh mein Gott, das ist so gut. Er springt einfach weg. 90 Sterne. Uh, so spät schon. Hahaha, ich gehe dann mal. Hahaha. Wir haben herausgefunden, wo die dir kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Das ist eine Platte. Immer die gleiche Platte. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen eines Zielorts im Zentrum des Universums nötig ist. Wenn du Power-Sterne zurückholst, nimm diese Zahl ab. Und noch fünf Stück. Wenn sie auf Null sinkt, wird die Sternwarte auf den Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Okay. Ich würde sagen, wir hätten noch einen Brief, aber schauen wir uns später an. Wir haben soweit, äh, wir haben okay viel geschafft in dem Spiel. Kommen auf jeden Fall schneller voran als in Sunshine. Definitiv schneller als in Sunshine. Äh, 6,5 Stunden, 55 Sterne. Für meine Verhältnisse ist das okay. Für meine Verhältnisse ist das okay, würde ich sagen. Und nächsten Samstag werden wir weitermachen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ganz durchspielen werden. Ich vermute aber nicht. Ich habe das Gefühl, das Ende könnte ein bisschen langwierig werden. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ja, morgen werde ich natürlich wieder Dark Souls 2 streamen, wie üblich. Keine Ahnung, wie weit wir in Dark Souls 2 kommen werden. Aber ich habe das Gefühl, Dark Souls 2 wird noch lange gehen. Und wir sind aktuell bei 68. Okay, wisst ihr was? Nein. Das mit den 68 Leben kannst du nicht weitergehen. Lass mich das mal eben fixen. Okay. Ich würde sagen, jetzt sind wir bereit, das Spiel für eine Woche zu pausieren. Oder nicht? Spiel beenden. Speichern und beenden. Ganz wichtig, damit wir die Leben nicht einfach so verlieren. Und ja, morgen schreien auf Amarna. Oder ist das mit ein Hit? Ich möchte wirklich beenden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mein Dragon Ball Budokai Tenkeiichi Video an. Und ich muss noch einen Ersatzband für heute so halt fertig machen. Also hochladen. Die verlierst du trotzdem? In Sunshine hat man sie behalten. Lass mich nachschauen. Ich meine, dass man sie in Sunshine behalten hat, in der 3D-Collection. Oh ja, hier verliert man sie. Bisschen komisch. Vor allem, ich glaube, im Original Sunshine hat man sie ja auch verloren, oder? Das ist eine Sache, die sie geändert haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, wie gewonnen, so zerronnen. Ich habe gerade 65 Leben verloren. Schön. Ne, war immer so ein Sunshine. Oh, wirklich? Ha. Das ist scheinbar eine Sache, auf die ich nie geachtet habe. Komisch. Ich weiß aber, dass ich öfter bei diesen paar Missionen ohne Flood Game Over gegangen bin. Aber es war auch immer direkt in der ersten Welt, wo man eh noch keine gesammelt hat. Minus 65 One-Ups. Ja, das ist das Leben manchmal. Also okay, ich habe einen Brief da, wo wieder 5 Stück drin sind. Ich bin schon wieder quasi auf dem Weg zu 99. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen Dark Souls 2. Es wird ein Fest. Äh, bis dann und tschüss. Okay, aber machen wir mit Galaxy weiter. Hallo. Hier ist ein Brief von Luigi. Der alte Lugi. Ich weiß doch, wo das ist. Das ist doch bei den Honigbienen. Er wird vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Dankeschön. Ja, 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 ja. Okay. Und ich habe 69 Leben verloren. Beziehungsweise 65 seit dem letzten Mal. Was ziemlich cool ist. Warte, wo war Honigbienengalaxie? War die hier? Die war hier, oder? Wäre schon cool, wenn Sancho die Framerate nicht komplett killt. Aber ist okay. Im Falle von Pokémon, Kamesin und Purpur wäre einiges schön, wenn es die Framerate nicht komplett killen würde. Manchmal ploppt ein NPC auf das Spiel, denke ich, wow, okay. Jetzt mal ganz ruhig. Das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Fliegt Bienen Mario? Wir suchen Bienen Luigi. Ich bin sehr gespannt, wie du später auf gewisse Sachen reagieren wirst. Ich bin gespannt, was bei Pokémon noch alles kommen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bisher aktuell mich nicht traue, die Raids zu machen. Einmal die Schnauze, ich versuche gerade meinen Bruder zu suchen. Ich traue mich nicht, die Raids zu machen, weil ich nicht weiß, wie stark die Pokémon da sein werden. Und online ist irgendwie niemand dazu gejoint. Das heißt, das war ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich will mich hier zu Bienen Mario machen, bevor wir nach dem alten Noogie suchen. Mir wurde es bisher zum Glück noch bei dem Sandsturm kritisch. Ja, was man auch machen soll bei Pokémon, kann man sehen, und Popo ist, weil das Spiel immer wieder mal zu beenden, weil der Speicher vorläuft, wenn es zu lange läuft. Zumindest erzählen das die Leute. Das heißt, ich habe das gestern da mal einen kleinen Reset an den Tag gelegt. Was unnütz war bei genauer Überlegung, da ich sowieso jetzt Galaxy gestartet habe und das Spiel deswegen beendet habe, aber wie auch immer. Wenn man das alleine macht, Joint CPU. Oh, okay, okay, okay. Das ist das Problem. Ich habe die eine Nachricht. Ich wusste noch nicht ganz, ob es hinausläuft. Da habe ich das gelesen und dachte ich mir, okay. Okay, aber sie sollte dazu schreiben mit CPU oder so, nicht einfach alleine. Okay, dann kann ich auf jeden Fall ein paar Raids machen. Die Frage ist, will ich Raids machen? Ich weiß, es ist... Ich habe viel davon gehört und ich habe schon gehört, dass der Hype berechtigt sein soll, aber bin ich wirklich bereit für den Spaß, den eine Partie Raid Shadow Legends mit sich bringen wird? Das weiß ich nicht. Das könnte schon kriminell spaßig sein. Das ist übrigens auch eine Sache, die immer, wenn ihr eine gute YouTube Business Mail habt. Ich weiß, die habt ihr alle. Dann erkennt man übrigens gut, wie gut sich die Kanäle machen. Denn wenn niemand mehr schreibt, dann denkt man sich, ja, okay, wahrscheinlich ja nicht so gut aktuell. Und wenn viele Leute schreiben, denkt man sich, okay, scheint wohl okay zu laufen. Aber, wovon ich eigentlich hinaus wollte... War Luigi nicht hier irgendwo? Geh doch mal in die Ego-Perspektive. Geh ich in die Ego-Perspektive? Oh, mit dem rechten Stick, nicht mit dem... Ich will Steu-Kreuz nach oben drücken, wegen Pokémon-Kamesin. Wovon Luigi? Lass mich auf das Foto schauen. Oh, das ist gar nicht der Baum hier. Aber wo hängt der denn? Der drüben wahrscheinlich. Wir gehen da rüber. Den finden wir schon noch. Auf jeden Fall genau, was ich sagen wollte. Ich dachte mir gerade, warte, wo war ich stehen geblieben? Ähm, was ich sagen wollte... Es gibt auch immer diese Firmen, die halt immer wieder anschreiben. Und dann schreiben sie, hey, falls sie meine Mail übersehen haben. Und dann, weil manche aktuell ist irgendein komischer T-Shirt-Anbieter, was auch immer. Sagen dann so, hey, ich habe ihn schon mal geschrieben. Aber falls sie es mal sehen haben, hier ist es nochmal. Und dann bei mir steht halt einfach nur... Au. Was einfach nur dran steht, ist einfach... Da steht einfach eine 6. Vor der Mail. Vor dem Betreff steht eine 6. Und ich muss sagen, wenn du 5 oder 6 Mal schreibst, hey, kriege ich jetzt eine Antwort, dann macht das die Sache nicht besser. Ich würde sogar sagen, das würde die Sache extrem komisch machen, wenn ich antworten würde. Vor allem, warum schreiben sie die Mails dann nicht einfach neu? Ach so, sie werden sie wahrscheinlich neu schreiben, aber... Oder schreiben sie dir als Antwort einfach. Ich weiß gar nicht, warum das mir als Antwort angezeigt wird, aber in welcher Welt wäre das denn eine Sache, wo sich Leute sagen, oh yeah, jetzt sehe ich, dass du mir 6 Mal das Gleiche geschrieben hast, dann ist wohl Zeit für mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Oh, da oben wird Luigi sein, da oben ist noch so ein Baum. Okay, das bekommen wir hin. Erst nach dem 8. Mal ist es wieder cool. Ja, ja. Aber bis zur 8. Ey, ist bisher noch keiner hochgegangen. Es gibt auch so ein fucking Medienunternehmen, beziehungsweise sie... ich poste irgendwas von irgendwelchen Videospiel-News, keine Ahnung. Und die haben... die haben mich auch in ihren Newsletter eingetragen, in die Pressemitteilungen. Ich bekomme immer die Scheiße von denen. Es ist so uninteressantes Zeug. Oh, Shakespeare hat ein neues Update bekommen. Ja, wie wäre es mit... Nein. Aber die Schnauze schickt mir keine Mail damit. Und das sind immer verschiedene Leute. Ich habe die schon blockiert. Sie haben... Sie haben kein... von dieser Mail, von diesem Newsletter abmelden. Nicht mein MMO. Mein MMO ist doch... Die schreiben doch keine Mails. Oh Gott. Ähm. Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich will es nicht wissen. Auf jeden Fall. Ähm. Ist das so ein... Die haben auch so viele. Ich habe sie regelmäßig blockiert, aber es kommen immer neue nach. Es kommen immer neue, die mir ihre fucking Mails schreiben. Die irgendwelchen dummen Spielen, die mich nicht interessieren, die irgendwelche Updates bekommen. Hallo an unsere Pressepartner. Ich bin kein Pressepartner. Ihr habt mich eingetragen. Und ihr gebt mir nicht die Möglichkeit, mich abzumelden. Gott. Oh, ich wäre auch so ein Arbeitgeber, der keine Absagen rausschickt und die Bewerber einfach nie wieder was von hören. Ja, so machen es die meisten Leute. Glückwunsch, schreibt eben an, hey, du kannst die Bewerbung abholen, voll Idiot. Vielleicht kannst du mit der Mappe noch was machen. Hier wirst du auf jeden Fall keinen Cent mehr rausbekommen. Kann man da nicht rechtlich was gegen machen? Ich könnte ihnen antworten, dass sie aufhören sollen, mir eine Mail zu schreiben, aber an dem Punkt ist es ein... Es ist ein Blockieren. Es ist ein Wettbewerb. Ich kann an dem Punkt nicht einfach eine Mail schreiben und sagen, sie sollen aufhören. Ich will sehen, wie viele Leute dafür arbeiten. Ich glaube, bisher sind es mindestens 10. Aua, aua, aua. Ah, Bruderherz. Ist der Riesenkäfer weg? Dann lass den Powerstern nehmen und nichts wie weg von hier. Ich weiß nicht, welcher Riesenkäfer... Oh, der Kleine da unten. Oh, von dem hatte Luigi Angst. Ich muss gerade die Kammer da rechtlich was dagegen machen, Aussage, auf mich wirken lassen. Hallo, Herr Rechtsanwalt. Ja, genau, 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 genau. Und die habe ich in den Newsletter eingetragen. Und da ist gar kein Button zum Abmelden. Da haben wir einen ganz klaren Fall, oder? Das ist so nervig. Ich hasse das. Warte, dann hier sollte man alles haben. Der Anwalt, der schickt mir schon wieder eine Mail. Ich will das nicht. Ich will nicht wissen, welches Spiel ein Update hat. Und, da vorne ist ein Komet. Und wir werden jetzt den roten Komet mitnehmen. Ab in den Knast mit denen. Ja, berechtigt. Absolut berechtigt. So, ich werde mir hier unten noch das One-Up mitnehmen, weil ich feige bin. Hier ist die Küche. Das ist eine prachtvolle Küche, muss ich sagen. Ich mag es wie das Besteck irgendwo an den Wänden hängt. Ich spiele die Switch-Version von Galaxy. Oh. Das ist nicht der Komet, zu dem ich wollte, aber yeah, warum nicht? Warum denn nicht? Lieber Dirk Mirimme, wir haben gesehen, du machst tolle Videos auf deinem Kanal. Check diese Shakes und Fidget-Updates aus. Ich weiß nicht, für Dirk Mirimme ganz offensichtlich, aber ich bekomme auch sehr viele... Das ist eine coole Mission. Das ist wahrscheinlich der coolste Risikokomet. Ich bekomme sehr viele Product Placements. Ich kann eigentlich... Pass auf, ich werde euch jetzt eine Sache sagen, die viele Leute nicht gerne hören werden, aber von jemandem, der Mails für Sponsorings und sowas bekommt, muss ich leider sein, dass die Wahrheit entspricht. Genshin Impact ist das, was früher mal Raid war. Es ist einfach alles voll mit Genshin Impact-Updates. Dazu muss man sagen, Raid Legends, okay, man merkt, dass man sell-out ist, man darüber was macht, aber es ist weniger peinlich, als für Genshin Impact. Und jetzt meldet euch an und holt euch auch euer liebstes Anime-Mädchen, mit dem ihr Schwert schwingen könnt. Genshin Impact sieht im Vergleich auch spaßig aus. Ja, ich meine, ich denke, der Erfolg von tatsächlicher Spielerschaft ist von den beiden Spielen kaum zu vergleichen. Denn das eine spielen Leute tatsächlich in Massen und das andere ist Raid. Ich frage mich immer noch zu glauben, dass jemand tatsächlich Raid gespielt hat. Ich meine, jemand muss es gespielt haben, weil sonst hätte es hier kein Geld für diese ganze Werbung, aber es ist ein Spiel, das man dafür kennt, dass einfach nur sie Werbung machen und dass es Shit ist. Wer würde das tatsächlich spielen wollen? Die wichtige Sache ist nicht sterben. Kleiner, kleiner Geheimtipp für Videospiele von dem alten Mögi. Genshin, Genshin ist ein Gacha-Game, zieht ihr das Geld direkt aus den Taschen. Ja, aber das ist Raid auch. In Raid Shadow Legends, dem preisgetrönten RPG für eure Mobile Devices. Sollte er ebenfalls Gacha-Elemente haben. Ich meine, es hat auch jedes Mobile-Spiel heutzutage. So ziemlich. Wenn ich Werbung, wenn ich eine Anfrage bekomme für Raid, ist inzwischen auch so weit, dass sie nicht mehr Raid schreiben. Sie schreiben immer das preisgekrönte RPG mit 3,5 Millionen Spielern oder sowas. Was auch relativ interessant ist. Nein! Mario! Dir ist ein Stein auf den Kopf gefallen. Jetzt ist Karmicin das preisgekrönte Mobile-Spiel-RPG. Nein, Karmicin hat einen super schlechten Durchschnittsscore. Ich glaube, das hat er auf Metacritic durchschnittlich eine 77. Wozu ich sagen muss, was? Ihr gebt, warte, ich glaube, darüber haben wir letzte Woche schon geredet. Ihr gebt Elden Ring eine 96 und Karmicin eine 77. Elden Ring ist das bessere Spiel. Kein Wettbewerb, wenn ihr mich fragt an der Stelle, fürs Protokoll. Aber eine 77, komm schon! Ich habe nur Dokkan gespielt, das ist nicht mehr angefasst. Es gibt eine deutsche Übersetzung. Seid es die deutsche Übersetzung gibt, keine Ahnung. Ich habe Dokkan-Battle auch lange aufgehört. 3,5 Millionen Spieler. Davon haben 3 Millionen nach 10 Minuten das Spiel deinstalliert. Dann hätten sie immer noch 500 Millionen Spieler. Ich glaube, du wolltest ein M schreiben. Nein! Was machst du da, Rumpelbruder? Oh, schöner Treffer! Raid war ein Spiel, das die 1% aller Spieler anlocken wollte, die bereit sind, hunderte von Euros auszugeben und geschmutzt zu bekommen. So funktioniert jedes Mobile-Spiel. Das ist das ganze Konzept hinter dem Wail-Marketing oder sowas, dass sie nur nach den Wahlen suchen. Leute, die einfach anfällig für eine Sucht sind und ihr komplettes Leben ruinieren werden, um diese zu finanzieren. Was natürlich ziemlich cool ist, dass Leute da, dass auch YouTuber und sowas für genau diese Spiele immer ohne schlechtes Gewissen Werbung machen. Aber dann heißt es, oh, also diese Gambling-Streams, da bin ich ja dagegen. Aber ich finde, wenn irgendwelche Mobile-Spieler das Gleiche machen, ist eigentlich ganz gut, dass man dafür Werbung machen kann, dass man nicht dafür bezahlen. Ich habe nämlich auch nie hinterfragt, warum ausreichend diese Anbieter für die Spiele immer die sind, die so viel Geld für Werbung übrig haben. Aber man wird wohl keinen weiteren Grund haben. Gibt es wohl nichts für mich zu hinterfragen, denn die Kassen klingeln, meine Freunde. Ach, komm schon. Was wurde aus Oddworld, beziehungsweise Aufstieg und Fall von Oddworld? Bekam Oddworld nicht vor zwei Jahren ein Spiel oder so? Wer mich nicht alles täuscht. Ich meine, dass Oddworld noch lebendiges Franchise ist. Das heißt, ich mal eben, kann ich die Kamera ein bisschen nach oben drehen? Äh, yeah. Okay, sehr schön. Mein Kopf ist nicht mehr abgeschnitten. Und Hallo, Stern. Oddworld ist so lebendig wie nie. Neue Teil bekam so letztens ein Switchrelease. Ja, genau. Kam doch irgendwas. Echt jetzt? Ich dachte, es wäre tot. Mein Freund, du hast einen wundervollen neuen Oddworld teilt, der nur auf dich wartet. So, jetzt gibt es ein ziemlich interessantes Video. Viel mehr, als man denkt, sind wirklich reiche Menschen, die nicht viel Zeit haben, Unmenge an Geld haben und sich mächtig fühlen wollen, indem sie alle anderen traschen. Ich meine, bestimmt, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass relativ viel er hat Glücksspiel ziemlich sehr so eine Aussage und derartige Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, wie Gacha-Elemente, man sagt, ja, aber viele sind ja sowieso reich, also nichts zu sehen, Freunde, sind nur reiche Leute, die reiche Leute Dinge machen. Geht weiter, geht weiter, nichts Ungewöhnliches. So, hier gab es noch ein paar Dinge zu erledigen. Oh, hier gab es eine Menge Dinge zu erledigen. Fangen wir hier mit an. Schlüpfriger Eisberg. Glücksspielsucht bei reichen Menschen ist mir egal. Ich meine, ich muss fairerweise sagen, ich meine, was jucken mich die Geldprobleme von reichen Leuten. Es tut mir ja leid, dass du jetzt drei von deinen fünf Villen verloren hast, aber mir gehört nicht mal eine Wohnung, also muss hart sein. Ist ein L-Take? Schon klar, aber gleichzeitig. Na. Juckt mich dann doch nur bedingt. Solches Spiel überleben, aber Fable bekommt nur drei Teile, wo der zweite und dritte Teil schon schlechter wurden. Mir scheint, dass du nicht viel mit dem Development von Fable und mit einem gewissen kahlen Mann hinter Fable vertraut bist. Kann das sein? Der alte Peter. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum einfach sein Spiel das wurde, was daraus wurde. Komm, schauen. Yes. So wie ein Klickspiel damit zu verteidigen, weil es sind eh reich, vor allem stimmt das nur bedingt viel zerbrechen, damit ihr leben. Stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Fangen wir mal damit an, dass der geringste Teil der Leute reich ist. Außerdem Captain BlackEye, 55 Monate. Wie viel lieben Dank. Außer dem Confused Ghost, äh, frischer Sub. Auch dafür. Viel, viel lieben Dank. So, warte. Wo war hier? Ich meine, mich dunkel zu erinnern, wo der Bonusstern. Der war da drüben. Hab ihn gefunden. Gute Neuigkeiten. Oh oh. Gib mir mal eine Eisblume. Könnte Glücksspiel sein, der schlimmste Suchkrankheiten aufgrund der Selbstmordrate. Äh. Äh. Ich denke, ähm, Abhängigkeit von Substanzen ist, hat sehr viel Potenzial, sehr viel destruktiver zu sein. Indem es nicht nur deine, nicht nur dich mental zerstört, sondern auch da den Körper. Ganz zu schweigen davon, was für kriminellen, äh, Kreisen man sich ganz schnell bewegt. Da ist ja auch noch alles Illegals und sowas. Ich meine, ja, Glücksspiel ist nicht optimal, aber... Äh. Was ist hier oben? Bin ich hier hin? Aber ja, ich habe das Gefühl, Substanzen haben mehr, äh, potenzielle Zerstörung in sich. Ganz recht. Ganz recht. So, hier war ich auch. Nein, das ist auch schon der nächste Weg. Sag mal, wo war denn, war denn der Weg für, für den Geheimgang? Der war doch da drüben, oder nicht? Doch, doch, der war da drüben. Okay. So, geh du erst mal weg. Mal, sollte jemandem mit der Pilzsucht helfen? Ich weiß nicht, ob sowas wie eine Pilzsucht existiert. Ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich eine Sache. Aus, wir reden natürlich von den guten Champignons aus der Dose. Direkt von der Dose ins Glas und rein in den Rachen. je nach Pilz. Starker Sprung. Nein. Fuck. Da komme ich auf jeden Fall aber irgendwie hoch. Ich weiß gar nicht, wie. so, pass auf. Jetzt schaffen wir es, okay? Ich habe schon ein bisschen Trippelsprung hinbekommen. Yes. Ich glaube, ich habe es. Hatte man gerade darüber geredet, Dosen-Champignons zu trinken? Hier gibt es ein Problem damit, oder so? Tut mir leid, nicht jeder hat die ganze Zeit Zugriff auf Frische. Manchmal muss man auch das Zeug aus der Dose, wobei die von der Dose sowieso üblicherweise frischer sind, als die gekauften Frischen, denn sie wurden mir im optimalen Frischegrad eingedost. Ich werde mich hier nicht schämen lassen für einen Schluck vom Dosen-Champignon. Nein! Das war ein komischer Sprung. Ja, ich mag Dosen-Champignons auch nicht, weil ich gerade sehe, es schmecken ekehaft. Oh, eiskalt erwischt! Denk mir, Dosen-Champignons-Verkostung wann? Ich habe ein paar gute Dosen da, also. So, eine Frage der Zeit an der Stelle. Nein, was? Nein, stopp. Nein, was? Ich habe die da. Das ist keine Frage. Nächste Woche kommt ein Spam-Rezept, Elobahn. Ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, du freust dich schon. Greif doch an! Ach, Gott. Sehr gut, wir gehen schon runter. Ich muss mir scheiß von einem Store bestellen, wo sie irgendwie UK-Zeug anbieten. Und ich habe da auch noch zwei andere Kötze. Ich habe da noch ein paar andere leckere Dinge mitbestellt. Das eine war ein gutes Glas Marmaid. Marmaid. Ihr wisst, was ich meine. C-F-Extrakt-Zeug. Was interessant werden könnte. Oh, oh. Dann noch eine Dose mit Mac and Cheese. Die wurde mit einem halben Stern bewertet. Das heißt, Leute waren sehr euphorisch, was das angeht. Und, worauf ich sehr stolz bin, einen Steak and Kidney Pie aus der Dose. Mh! Ist das etwa Nierer aus der Dose? Die habe ich ja ewig nicht mehr gegessen. Das klingt so fürchterlich. Ja. Gab es auch Brot aus der Dose? Nein, ich glaube nicht. Ich habe aber, weil ich mir dachte, vielleicht will ich ein Video machen, wo ich einfach ein paar komische Konserven probiere. Deswegen habe ich noch bei einem anderen Store geschaut, wo sie Konserven und sowas verkaufen. Da hatten sie sehr viele Dosen von Brot. Sehr viele Sorten von Brot aus der Dose. Was ich da auch gesehen habe, war, das war auch eine Sache, die sehr traurig klang. Das war Spiegelei und Bacon aus der Dose. Ich glaube, es war noch irgendwas anderes dabei, aber keine Ahnung. Aber was habe ich mir mit Ei, wie habe ich mir Ei und Bacon aus der Konservendose vorzustellen? Wenn ihr die aufmacht, das riecht wie Pech, Schwefel und viele andere unschöne Dinge. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird stinken wie die Hölle und ich weiß nicht, ob es genießbar sein wird. Hey, und da ist der Stern. Der stinkt nicht wie die Hölle. Pringles aus der Dose kann man machen. Du kannst einiges aus der Dose machen. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie klingt Dosen-Nieren-Brei noch viel schlimmer als Dosen-Niere. Das ist ja kein Brei, das ist ein Pie. So ein Kuchen. Eine Pastete. Neues Kapitel im Bilderbuch. Gehen wir später rüber. Mäuse-Gulasch aus der Dose. Das ist so unlustige Scheiße. Oh Gott. Es gibt auf Amazon diese Geschenkzeug. Und da ist dann sowas wie Mäuse-Gulasch oder keine Ahnung. Ich glaube, es gab auch Einhorn aus der Dose. Da ist ein Kuscheltier drin. Das ist so unlustig. Vor allem, weil es echt widerliche Dinge gibt, dann sagen sie, oh, das ist eigentlich nur ein Kuscheltier. Richtig auf Facebook-Jog von 2010. Ja, und was Amazon auch liebt, sind diese fucking Bücher und Kalender von Tieren, die scheißen. Das und das Zeug aus der Dose. Amazon liebt dieses Zeug. Das drehen sie einem jedes Mal an. Ständig. Hauptsächlich aber diese Bücher und Kalender und was auch immer von Tieren, die kacken. Das liebt Amazon so sehr. Warte auf mich, Herr Maulwurf. und nein, Mario, nein. Was? Komm schon. Meine Tante, sah ich dir, die konnte ich nicht mehr einbekommen. Es ist nicht umsonst, Boomer-Humor. Die finden das halt scheiß lustig. Wenn du da noch draufschreibst, meine Frau liebt mich nicht, dann werden sie, werden sie, vielleicht werden wir Todesfälle vor, äh, Lachanfällen bekommen. Hm. Ich meine, alle Generationen haben, äh, Zeug, das sie lustig finden. Ich habe das Gefühl, Boomer-Humor ist schon ganz besonders scheiße. Es ist schon ganz besonders unlustig. Ich meine, wir reden von der Generation, die Mario-Barte zu einer, zu einer Comedy-Größe gemacht haben. Dein Humor ist ganz besonders scheiße. Das ist ja okay. Aber Grünzeug ist, das werde ich nicht essen, denn ich packe nur Fleisch auf den Grill. Bist du bei der richtige Haltestklasse, dann verstehst du es? Nein. Damals war Humor eben noch nicht erfunden. Ich meine, ja, wahrscheinlich. Sollen wir hier noch was? Ja, wir haben hier noch eine Menge zu erledigen. Gehen wir direkt hier wieder in den Windgarten. Wo die Schwerkraft hinfällt. So, hier war die Sache, dass ich mit der Blume weit genug fliegen muss, wenn mich nicht alles täuscht. So. Nummer eins. Nummer eins. Okay. Jetzt Nummer eins. Yeah. Mit dem äußeren Rand des Blütenblattes. Ich glaube, das habe ich verkackt. Nein, aber ich nicht. Alles gut. Alles gut, wir sind noch im Spiel. So. Dann machen wir dich. Oh, da ist dieser Unverwundbarkeitsstern. Ah ja, und dann ist da der goldene Kuh gewesen. Ganz Kommentare hier gerade, könnte man direkt in dem Facebook-Minion klatschen und auf Facebook posten, zu dieser Seeminion packen. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass diese dummen Minion-Posts tatsächlich eine Sache sind. Ich verstehe es nämlich nicht. Wie kann das wirklich eine Sache sein? Es ergibt keinen Sinn für mich. Das kann doch nicht sein. Oh oh. Nummer 60? Ihr wisst, wo wir jetzt hingehen könnten. Hast du hier den Minions-Teil gesehen? Nein. Keine Ahnung, ich war 20 oder so, als die Minions rauskamen, glaube ich. Warum hätte ich das anschauen sollen? Die Kraft der Sternenwart des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternenschiff. Das ist ein Bits-Joke. Sie fungiert. Seht ihr, der Humor ist viel besser in diesem Stream. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der, der kostbare Mensch wartet. Warte, warte, warte. Zu einer Frau? Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Da werde ich wohl noch ein bisschen Zeit nehmen. Schlafzimmer. In Schlafzimmer, in Kometen. Und nicht mit meiner Frau. Schlimmer, dass wohl bei jungen Menschen Jamba-Werbefiguren, dass junge Menschen Jamba-Werbefiguren entdecken und mögen. Warum solltet ihr die heute halt nicht mehr mögen? Ich fand Minion zur Zeit auch lustig. Da war ich auch 20. Ja, ich habe es ja nicht angeschaut. Roter Komet. Geht. was er nur 15 Monate resub und gags die 999 12 Monate. Das volle Jahr von 9 Minuten. Viel, viel lieben Dank. Und ich glaube, White9, äh, 7. Äh, frischer Sub. Viel, viel lieben Dank. Zeitangriff jenseits des Treibsands. 4 Minuten 30. Das schaffen wir. Ich glaube, ich bin fest dran. Jetzt nur das Problem, dass ich immer noch nicht weiß, wie man den, äh, Poké besiegen soll. Ich denke, das hat relativ schnell geklappt. Ich kann übrigens nicht zu eurer Konversation, welchem Minion-Teil ihr am Ort beitragen. Ich denke, das solltet ihr vielleicht über mich wissen. Denn da habe ich schon gesagt, dass ich keinen Teil gesehen habe. So, ich werde nicht mal den einen Pilz mitnehmen, denn ich brauche keine Bonus-HP. Nein, nein, nein. Mir reichen drei Hits. Nummer eins. Jetzt weiß ich, wir nehmen die Schatzruhe mit. Boom. Nummer zwei. Da ist auch schon die drei. Oh, ich bin schnell unterwegs. Wenn irgendjemand die Frage stellen will, ob das hier ein Speedrun ist, kann ich diese Frage nur mit einem, äh, nein, aber vielleicht beantworten. Peak-Boomer-Humor sind aktuell diese Witz-Videos von irgendwelchen 50-Jährigen, die einen Witz erzählen. Elobahn, ich liebe diese Videos. Ich liebe diese Videos so sehr. Es gab ein paar, es gibt, beziehungsweise, ich habe länger nicht mal reingeschaut, aber es gab über die Jahre den einen oder anderen, äh, Boomer-Witze-Arzähl-Kanal und auch Gruß-Kanal, die ich absolut immer wieder mal reingeschaut habe. Es ist einfach nur Qualitäts-Content. Ich mag den Teil, wo die Witze immer aus irgendwelchen Gründen anstößig sind. Es sind einfach, es sind einfach diese 50-Jährigen und wahrscheinlich sogar älter, die einfach sich irgendeine fucking Talking-Angela oder Schlumpf-App holen oder so und dann die Stimme damit komplett grauenhaft eben hochgepitcht wird und dann, äh, diese 3D-Figur bewegt sich dann ganz buggy, so ein bisschen wie, ähm, oh Gott, ist das der richtige Weg, den ich hier gerade gehe? Ich bin so unsicher. Er bewegt sich dann so ein bisschen buggy nach dem, ähm, nach dem, was sie erzählen und das sieht absolut fürchterlich aus. Da ziehen sie an Witze und das ist einfach, das ist einfach Content. Auf TikTok gibt es jetzt so viele davon. Das glaube ich. wie fühlt es sich an, wenn man eine coole Plattform hatte und dann die Boomer kommen. Denn ich kann euch sagen, die haben schon so einige Plattformen zum Fall gebracht damit. Mit ihrer schierenden Existenz. Facebook kennt das? Na, ich denke, jede Plattform ist absolut und absolut zu dem Shit fest, wenn die Boomer aufgetaucht sind. denn die sind unzufrieden und unlustig. Sind wir da, sind wir eins von beiden entweder unzufrieden oder unlustig. Hauptsächlich aber unzufrieden. Es gibt mehr Boomer als junge Menschen, also zahlmäßiger Gewinn. Ich meine, es gibt am meisten Boomer. Das ist deren... Daher kommt ihr Name. Send mich an einen meinem Profi in der Online-Klausur, der seinen hohen Stimmverzerrer nicht ausbekommen hat. Was ist jetzt mit dem Schlafzimmern auch alles zu machen? Ganz schön Vorurteil behaftet. Das ist kein Vorurteil. Ich sage nicht, dass alle so sind. Ich sage nur, dass... dass es gewisse Trends gibt. Die Riesenfalle in der Wüste. Es gibt gewisse Trends dort im Internet, wo Boomer auftauchen. Aber hier wird es wahrscheinlich irgendwo so einen hungrigen, hungrigen Luma gegeben haben. immer schön die Sternteile mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, das Wichtigste. Es gibt gar nichts Wichtigeres. Welche Altersgruppe sind Boomer eigentlich? Sollten so wahrscheinlich 55 bis 70 geboren sein oder so? Wann war der Babyboom? Auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Ob ihr es dem glaubt oder nicht. So. Dann schießen wir uns mal eben rüber. Also mit deiner Geburt, Großvater. Ich wünsche dir. Ist schon mal auffallend, dass die alle ein fucking eigenes Haus haben. Zu der Zeit, als sie in unserem Alter waren, waren Dinge bezahlbar. Mit ihrem Lebensstandard, den nie wieder eine Generation nach ihnen haben wird. Mach mich krank. Shit. Jungs, komm mal runter. Komm mal runter. Jetzt muss man mit Boomer über 60 bis 70 Jahre reden. Ist ja beängstigend. Yeah, und die Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg werden rar. So langsam aber sicher. Die sind unnormal rar. Nein! War ein Panzer. Mein Vater hat einen drei Seiten für niedrigen sechsstelligen Betrag gekauft. Ja, auch wenn ich denke, was meine Eltern damals für ein Haus gekauft haben. Man musste viel renovieren und sowas, aber was war das für 300.000 oder so? Da sind potenziell vier Wohnungen drin. Es sind nicht mal vier allzu klein. Das ist halt lächerlich. Ich bekomme nicht mal das Geld, bekomme ich nicht mal eine fucking drei Zimmerwohnung. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Nein, Kiste! Yes. Können bald zu Bares für Rares. Da wiederum, jetzt wo ich drüber nachdenke, als meine Eltern damals das Haus gekauft haben. Das war so ein bisschen äh, das war zu der Zeit, als es zum Finanzcrash zuging. Ich glaube, ich verstehe, wie sie es, warum es günstiger war oder besser, als man es sich leisten konnte. 2008 also. Keine Sorge, der Finanzcrash hat nicht nur, ich meine, 2008 war der Crash an sich, aber was dafür gesorgt hat. Es hat natürlich lange vor 2008 angefangen. Warte, ich muss irgendwo rüber und Melonen holen. Sag mal, wo ist hier eigentlich der Luma, den ich suche oder so? Ich habe bisher nämlich noch keinen gefunden. Habe ich den schon verpasst? Das ist nämlich ein echt langes Level. Wo ist hier der alternative Stern? Da unten vielleicht? Ist hier ein Luma irgendwo zufälligerweise? Nö. Bierenmarkt ist der schlechteste Witze der letzten zehn Jahre. Ja, würde ich zustimmen. Komm schon. Bist schon dran vorbei? Ich bin schon dran vorbei. Wo war der denn? Wo mache ich denn diese fucking Mission weiter? Wir verschwenden Zeit. Wo ist denn der dumme Luma? Ich habe zwischendurch sogar vergesst, dass ich den gesucht habe. Vater hat das kurz nach Bonn-Fall geholt. Viele wollten investieren, erkauft billig. In Dresden quasi drei Häuser. Oh ja, das ist ein cleveres Timing dafür. So Riesenfalle in der Wüste. Willkommen Johannes. Aus dem Triggerino hat der Lucky Joker subgegiftet. Auch dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Das wird wohl doch kein Weltrekord. Es wird knapp. Es wird knapp. Jetzt muss ich die Scheiße am Anfang wieder machen. Der Luma ist in der zweiten Mission. Aber warum wird dann die dritte Mission anmarkiert für den geheimen Stern? Aber beim geheimen Stern wird doch die dritte Mission markiert. Warum macht die das, wenn der Luma in der zweiten ist? Was? Oder ist der grüne Stern in der zweiten Mission? Ich bin so verwirrt. Ich meine, ich suche wahrscheinlich einen Luma. Suche ich einen Luma überhaupt bei der dritten Mission? Was suche ich bei der dritten Mission? Mein Luma wird wahrscheinlich zum grünen Stern führen. Shit, was suche ich denn da überhaupt? Das ist so eine lange Mission. Oh, ich hätte vielleicht bei der einen Stelle... Oh, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Es gab so eine Stelle, es gab so eine Stelle, wo man so Plattformen, in die man auf den Planet gegangen sind, entlang gesprungen ist. Da konnte man nach oben und nach unten. Vielleicht sollte ich mal nach unten schauen. Vielleicht wäre das meine Überlegung wert. In dem Moment werden wir bestimmt auch eine neue Welt machen oder so. Apropos... Apropos... Es hat nicht wirklich was damit zu tun, aber es hat ein bisschen was da... Nicht wirklich. Ähm... Ist das eine Sache die ich aktuell überlege? Ich habe die Zahlen angeschaut, okay? Jetzt wisst ihr, es ist ernst. Wir reden schon wieder über Zahlen. Und zwar bei den, ähm... bei Sunshine oder Dark Souls 2 oder was auch immer, was ich, ähm... die Stream-Aufzeichnung hochgeladen habe. Und wisst ihr, was mir dann immer wieder auffällt? Ich weiß noch was bei Sunshine. Ähm... Die erste Folge hat irgendwie 20.000 Videos oder so. Zweite Folge ich glaube 8.000. Und, äh... die dritte Folge... Shit... 2.000. Es ist extrem wenig. Das heißt, ich glaube, was ich machen sollte bei diesen, ähm... Stream-Aufzeichnungen... Ich glaube, ich sollte einfach warten, bis ich das Spiel komplett durchgespielt habe und dann das einfach als ein Video hochladen. Denn das eine einzelne Video schon viel mehr Leute an. Och, komm, schon wie die Kiste ist nicht hier. Ich glaube, das wäre relativ clever. Schreibt Dark Souls in Titels, zieht immer... Nein, Dark Souls habe ich ja vorhin... Das habe ich ja schon letztens gemacht. Ich kann sich einfach die ganze nur Dark Souls machen. Ich habe es versucht. Da hast du halt nur ein Video. Ja, aber das ist ja... Wenn das eine Video mehr geschaut wird, ist das ja gut. Das wird ja dann mehr Promoted und sowas, wenn es mehr Watchtime hat. Da wird die Watchtime aber im Arsch sein. Was? Nein, warum sollte die Watchtime bei einem längeren Video schlechter sein? Das ergeben doch gar keinen Sinn! Schatztruhe, Schatztruhe, wo ist die Schatztruhe? Oh, da ist sie. Ach ja, ich habe das schon... Egal. Weil es Video drei Tage geht vielleicht. Ich glaube, ihr wisst nicht, was Watchtime ist. Kann das sein? Wenn das Video drei Tage geht und mir seine Person drei Tage angeschaut, dann habe ich eine Watchtime von drei Tagen auf dem Video. Oder denn, ich lade diese langen Videos hoch, weil sie... weil YouTube das nicht gerne sieht. Ist der Durchschnitt relevant? Nein, der Durchschnitt ist überhaupt nicht relevant. Es wird alles drauf gerechnet. Er hofft auf den Schlafalgorithmus. Das ist nicht unbedingt. Leute können das Ganze auch nebenbei laufen lassen. Mir ist das egal. Wir können nebenbei Videospiele spielen, was sonst der Versager da draußen alles machen. Was, wenn wir den Poké mal killen würden? Wie kille ich den? Ah ja, warte, ich muss die Belohnen holen. So kille ich den. Wenn die Wörter in Folgen nicht geklickt werden, haben die Leute nicht das Interesse, das lange Video zu Ende zu schauen. Nein, würde ich auch nicht sagen. Die Frage ist nur, ich meine, vielleicht willst du es anschauen wollen, aber dann kommt ein Video, die Fortsetzung irgendwie eine Woche später und denkst dir so, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr. Wenn es aber am gleichen Tag ist oder so, dann denkst du, ja, warum nicht? Und das eine Video, wenn es vorgeschlagen wird, denkst du, oh ja, das kann ich noch weiter schauen. Fängt es ja nichts Neues an. Das ist natürlich immer eine gewisse Blockade, bevor man was Neues anfängt, weil man sich denkt, ja, will ich jetzt wirklich die Zeit und Energie investieren und im Endeffekt vielleicht enttäuscht werden, denn es ist nur ein alter Mögistream, das heißt, wie gut kann es realistisch gesehen sein? Und dann ist der rote Bike da und man denkt sich, oh ja, ne Ahnung, was könnte ich nebenbei laufen lassen? Oh ja, der ist noch. Das ist doch ein 80-Stunden-Video. Das hat quasi auf mich gewartet. Warte, wo bin ich denn jetzt? Ich bin so verwirrt gerade. Ist das die gleiche Mission wie vorhin? Ja, war ich doch vorhin gar... Habe ich denn einen Weg verpasst, wo ich eigentlich anders entlang gehen wollte? Wo ist der andere Stern hier? Ich habe keine Lust mehr. Wo ist der Stern? Das ist so eine lange, lineare Mission. Wo muss ich dafür hin? Auf dem Planet mit diesen Antennen sollst du dich umschauen. Okay. Planet mit den Antennen. Verbessern wir es die... Was verbessern wird, ist die Views wahrscheinlich, aber die Stream-Aufzeichnungen verkaufen sich immer schlecht. Nein! Nein! Ich glaube, du redest einfach nur von Zeug, von dem du keine Ahnung hast, ehrlich gesagt. Planet mit den Antennen. Nicht vergessen zwischendurch. Ah ja, das ist eine Sache. Wenn ich mir denke, vor allem, wenn ich ein langes Video mache, dann kann ich mir auch die Mühe machen, Timecodes dafür zu machen. Was, denke ich, auch immer eine ganze alte Sache ist. Ich denke, ich werde Galaxy als ein einziges Video hochladen. Und das wird ein absolutes Fest. Sollte wahrscheinlich dann gute 14 Stunden lang gehen. Apropos, weil so Leute manchmal fragen, wie lange dauert der Upload und die Antwort ist, nicht zu lange. Ah, ich habe... Oh, jetzt muss ich das schon wieder machen. Wollt ihr mich verarschen? Ich will das nicht mehr machen. Ähm... Ich würde sagen, ich habe relativ schnell einen Upload. Ich habe 50er Upload. Und das ist das, die ich heute auch geschaut habe, weil mein Download super scheiße ist, die Tage. Und... Äh, was ich dann gesehen habe beim Speedtest war... eine absolute Erfüllung. Ich habe heute... Wo ist die Schatzruhe? Oh, ich habe die Schatzrüsche wieder verpasst. Jetzt bin ich doch mal in Ruhe. Ah, ich habe heute einen Upload von 50, ganz regulär. Und einen Download von 3. Das ist das Leben manchmal. Aber es ist okay. Es reicht, um YouTube-Videos in 1080p zu laden. Also, mir egal. Ich hoffe, es wird die Tage wieder höher. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas tatsächlich runterladen will, dann stehe ich nicht gut da mit dem 3er-Download. Und da ist das letzte Teil. 3... Was? Äpfelbirnen? Typisch Deutschland. Äh, nein. Ich habe... Ich habe gutes Internet hier verfügbar. Vermutlich, ich will das Holzteil erwischen. So, ich hoffe, der Planet schrumpft irgendwann auch wieder. Wenn der Planet nicht mehr schrumpft wird, dann werde ich nicht begeistert. sein. Okay, schrumpft. 3080p bei mir sagen meine 25er-Zuschauern manchmal nein. Ja, dann sind es aber nicht die 25 mehr an dem Punkt. Ich konnte damals auch, als ich... Ah, was hatte ich denn damals in einer anderen Wohnung für einen Download? Der war richtig mies. Ich glaube, es war 1,2 oder so. MB pro Sekunde. Und damit könnte ich auch 1080p-Videos schauen. Nein. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Es wird schief gehen. Oh, es ging nicht schief. Es ging nicht schief. Es ging nicht schief. Eine Kanone. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meiner Bambus-Leitung damals ein 30-minütiges 27p-Video hochladen wollte und es den ganzen Tag gedauert hat. Ja, mein Upload war auch absolut katastrophal damals. Das heißt... Ja, das war nicht gut. Was passiert hier jetzt? Oh, das ist ein M. Oh oh. Ja, Kugel, Willi. Wie sieht's denn aus? Kommt der runter? Der kommt runter! Nein, das wollte ich nicht. Aber okay. Nö, schon mal da sind. Ja, ich spiele die Switch-Version. Ja. Wollten wir die Switch-Version von Galaxy unbedingt mal anschauen, weil viele Leute davon geschwärmt haben und ich kann bestätigen, dass es auf jeden Fall der überlegene Weg ist, Galaxy zu spielen. Und auch Galaxy 2. Moment, nein, warte. Ich bekomme gerade... Ich bekomme gerade News rein. Galaxy 2 kann man nicht auf der Switch spielen. Fand ich aus schießen die nicht. Das ist besser als Zahnstatt auf der Switch. Zahnstatt auf der Switch ist super mies. Also ja. Och! Was ist das denn? Okay, wir haben ihn. Danke für die News, Mögi. Weiter geht's mit dem Wetter. Ja. Das ist das Wetter. Feucht und kalt. Ich wünsche, es würde wenigstens schneien oder so. Aber ich denke, das ist... Das ist nicht neueste Erkenntnis. Best Version ist auf Dolph in 4K 120 Hertz. Okay. 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 Was bringt dir ein Spiel mit SD-Texturen in 4K? Das Model bekommt auch auf irgendeinem Punkt keine Polygone mehr. Das ist doch... Das ist doch auch ein Rundnütz. Also im Tasteful Kahuna. Frischer Zapf. Vielen, vielen lieben Dank. Äh... Wir haben ja noch den grünen Stern. Ich denke mir auch immer, wenn es schon kalt ist, kann es auch schneiden. Sonst ist es umsonst kalt. Ja. Das geht aber auch nur dann, wenn man nicht raus muss. Ja. Das ist der Straßverkehr. Der sieht den Schnee nicht so gerne. Okay. Mission Nummer 2. Ich vermute, hier suchen wir nach einem Luma. Nach... Äh... Von allem, was ich so gehört habe. Deutsche Bahn sieht Schnee nicht gerne. Ich meine... Niemand aus dem Verkehr... Aus irgendwelchen... Verkehrsmitteln sieht Schnee gerne. Außer reden von Schlitten. Ich denke, die kommen ganz gut klar mit... Schnee. Was war denn das für ein Schwachsinn? Deutsche Bahn kommt zu spät. Das ist ein sehr kreativer Joke. Was ist gerade passiert, ähm... Er hat ein... Er hat ein breiteres Gesäß, als man zunächst meinen würde. Das hat Mario einfach vollkommen über... Ähm... Überwältigt. Das war zu viel für ihn. Okay. Wie soll man den denn besiegen? Ich bin wirklich verwirrt. Man trifft den doch nie. Ja, drehen mit dem Drehangriff. Oh ja. Warum habe ich Schaden genommen? Äh... Mit der Kraft der Freundschaft. Ich weiß nicht, ob Mario tatsächliche Freunde hat. Er wirkt wie ein Typ, der... Einfach nur für seinen Job lebt. Und... Dementsprechend, ähm... Er hat keine Interessen oder so. Ja, und er ist halt einfach immer nur da. Leute denken sich, oh ja, das ist ein netter Typ und sowas, aber... Wirklich, wir Freunde mit ihm scheinen niemand zu sein. Ich freue mich schon mit dem Luma unter der Mütze. Näh. Da schärzt du den Luma aber falsch ein. Hey, da ist ja ein Luma. Konzessin Peach. Ja, weil ist sie so gut mit ihm befreundet. Wirkt mir eher, als wäre er so eine Art, keine Ahnung, Bodyguard oder sowas. 20? Das ist nicht viel. Wir haben nur eine Zweckgemeinschaft. Ja. Yoshi geht wohl eher als Diener. Ich weiß nicht, ob Yoshi zwangsweise ein Diener ist. Ich würde ja sagen, dass Yoshi ein Haustier ist. Dementsprechend. Meine Haustiere können Freunde sein, aber... Also, komm schon. Gleichzeitig halt aber auch nicht so richtig. Sag mal, Kamera, willst du vielleicht mal kooperieren? Zumindest sagt Peach, dass sie nur befreundet mit ihm sein will. Ja, und das ist ein Schicksal, das Mario und Bowser verbindet. Mario, was? Hör auf damit. Seit wann dürfen wir aus dem Olympischen Spiel mitmachen? Zwei Worte. Sonic-Universum. Das sind alles Tiere. Und wenn die mitmachen, dann kann auch Yoshi mitmachen an dem Punkt. Außer Matt, wo ist der Erste? Ein frischer Sub. Viel, viel lieben Dank. Aber das ist eine ganz spaßige Mission hier. Mit dem Sand. Und die silbernen Sterne finden muss. War so eure liebste Sternfarbe. Warum ist es Silber? Ich will nicht sagen, dass Silbersterne edler aussehen als die normalen, aber ich will sagen, dass sie cooler aussehen. Fußball darf Yoshi doch auch spielen. Darf einiges? Ich würde ihn eher als... Ich meine, wenn er in dem Mario-Spiel auftritt, würde ich ihn eher als... Als Haustier klassifizieren. Oh oh. Bin ich jetzt tot? Oh nein, okay. Hört mir auf mit grünen Sternen. Ich bin mir noch unsicher, ob wir die grünen Sterne in Galaxy 2 mitnehmen wollen. Ich meine, wir sind noch lange nicht so weit, aber werte eher Pro- oder Contra-grünen Sterne. Denn an sich wollen wir ja die 100% holen, aber... So, die Frage, zählt das zu den 100% oder nicht? Wollen wir? Ich meine, ich hätte, glaube ich, auch Lust darauf. Yoshi darf auch Kart fahren. Also hat er einen Führerschein. Äh, warst du schon mal Kart fahren? Wenn ja. Wo war der Teil, an dem sie nach dem Führerschein gefragt haben? Denn an den kann ich mich nicht erinnern. Du hast alle blauen Mütze geholt, grünen Sterne sind nichts dagegen. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Das sind echt viele grünen Sterne. Aber ich hätte an sich auch Lust, die mitzunehmen. Was kann ich hier noch irgendwo weiter links? Okay. Baby-Charaktere sollten auch keinen Führerschein haben. Ja, aber für Karts braucht man generell keinen. Zählen grünen Sterne zu morgens 100%, ich denke. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Spiel nochmal mit Luigi durchspielen. Im Falle von Galaxy 1, dass das nicht zu meinen 100% zählt. Denn das werden wir nicht machen. Schau ich denn. Ich glaube, grün ist doch die beste Sternenfarbe. Jetzt, wo ich ihn so vor mir sehe. Ich glaube, da übertreibst du ein bisschen. Ein gewisser Code-Faktor ist natürlich nicht auszuschließen. Aber so weit würde ich nicht gehen. Sieht aus, als hättest du alle grünen Power-Sterne wiedererlangt. Wir haben alle grünen. Das Tor zur Prüfung reaktiviert. Oh, ich hasse die Prüfungen. Nein! Nein! Du hast doch zu Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich... Nein, ich will die Prüfungen noch nicht machen. Warum habe ich das getan? Oh, Moment, ich habe einen Brief. Der ist ein Brief von Prinzessin Peach. Ich bin im Moment an deinem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube, fest daran. Pass, ich habe dir diesen Brief fast mitgeschickt. Ob es dir hilft? Von Peach. Die Warner-Pilz würde ich gerne annehmen. Es ist geil, wie sich möglichst Lieblingsfarbe alle zwei Sekunden ändert. Yeah. Es ging von Silber zu Grün. Innerhalb von zehn Minuten. Ich frag mich, welche... Was als nächstes meine Lieblingssternfarbe sein wird. Wird es etwa gelb sein? Nein. Also. Was ist hier? Fangen wir mal damit an. Oh, das ist der Rückweg. Okay. Wird es gelb sein? Nein. Gelbe Sterne gibt es zu viele. Willst du reisen? Reise zählt Challenge. Ball. Also dann. Gibt keinen Grund, sich weiter vorzudrücken. Los geht's. Oh, Challenge Ball. Challenge Ball. Puzzle-Stern Ball. Wohin willst du? Aber wir spielen die Switch-Version. Also alles gut. Alles gut. Hier ist nicht der große Luigi dabei, oder? Der kommt, glaube ich, erst später. Richtig? Denn vor dem hatte ich an sich Angst. Aber ich glaube, der kommt erst am Ende, wenn man alles andere gesammelt hat. Kannst du schon mal den Grab schaufeln? Na, 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 wir bekommen das hin. Seht ihr? Da ist das One-Up. Ah, wir haben das noch mal. Ups. Alles gut. Warte mal. Ah, okay. Wir müssen da ein bisschen... Wir müssen da ein bisschen durchschmettern. Wollt ihr lieber schmettern oder brettern? Was würdet ihr bevorzugen, wenn ihr die Wahl hättet? Ich würde lieber brettern Wollt ihr Mission als Abwechslung? Wir sind ziemlich grauenhaft in der originalen Wii-Version Aber hier sollte es eventuell okay sein Sprettern? Sprettern ist auch stark Müssen wir herausfinden, wo der absolute Stillstand ist für Mario Was ist das für ein unbefriedigender Würfel, der nur eine 4 hat? In dem spiele ich nicht Mario Party Oh nein Oh nein, die wollen mich runterkicken Nein Okay Ganz vorsichtig Puh, so weit, so gut Knattern würde ich sagen, knattern ist auch stark Oh, Mario knattert jetzt richtig los Oh, und da vorne haben wir eine Sunshine-Referenz Das erkenne ich doch sofort Ist das jetzt ein bisschen verzwickt? Nein, nein Meine Hände sind zu schwitzig Ich bin zu nervös Ah, das lief gut Sag ich doch Steuerung auf der Switch absolut überlegen für diese Mission Absolut überlegen Oh, was für ein Try Aus dem Play of Senpai 25 Bits Vielen, vielen lieben Dank Und Apologize Oh Gott 67 Monate Resub Dafür Vielen, vielen lieben Dank Was eine Leistung 64 Das ist doch wie der Nintendo Der heißt auch so Okay Nächste Mission würde ich sagen Ich finde es schade, dass man hierfür keine grünen Sterne bekommt Weil das habe ich Ihnen gerade eben gemacht Was bist du? Challenge Surfen Oh, Challenge Surf bekommen wir hin Soll ich diesen Stern und sage mir, dass er nicht köstlich aussieht? Meinst du den gelben Stern? Apropos Wenn ich jetzt gerade den durchsichtigen Stern Transparenten Stern sehe Es gibt nicht viele Dinge, die unbefriedigender sind Als diesen dummen, transparenten Stern zu bekommen Weil man eine Mission schon mal gemacht hat Ruhezeit 64 nach dem Nintendo 64 benannt Ah, soll ich das Verstand haben? Ja Du willst den Rochen reiten? Ich will den Rochen reiten, mein Freund In Ordnung, du hast maximal drei Minuten Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren Und nicht den Kopf zu verlieren Jetzt wird der Rochen geritten Okay Festzeit ist eineinhalb Minuten Man hat insgesamt drei Minuten Wichtig ist natürlich, manchmal vom Gas runter zu gehen Dann ist es wie auf der Landstraße, wenn die Radfahrerkolonne vor einem fährt Manchmal muss man auch einfach vom Gas runter gehen Nein, nein Oh Gott Der flattert ja richtig im Wind Warum liegen hier überall Warnabs rum? Das ist mal eine knappe Kiste, mein Rochenfreund Ich glaube, hier kann man auch ein paar Abkürzungen machen Indem man da irgendwo runterspringt und sowas, was ziemlich cool ist Ich für meinen Teil habe davon aber keine Ahnung Ich versuche einfach nur zu überleben Ich frage mich, wie Waverace-Fans zu diesem Minispiel stehen Ich meine, man hat hier auch ein fortgeschrittenes Wellengefühl Hier hätte ich schon 20 Mal runterfallen sollen Will ich einfach nur mal eben anmerken Da vorn war das Ziel Die Kurve war zu steil Das mit den Radfahrern Ich glaube, das mit Radfahrern nagt wirklich an dir Nein, ich fand das super, dass ich mit den Radfahrern Nochmal drei Fahrstunden machen musste Und die Prüfung nochmal machen musste Und jetzt dann nochmal 500 Euro gezahlt habe Weil sie sich dachten, dass sie einen fucking Ausdruck auf einer Landstraße machen Das war eine echt coole Situation Das nagt überhaupt nicht an mir Das ist einfach schwer in Ordnung Ich denke, jeder fände das ziemlich cool Manchmal glaube ich, es nagt an dir, bei der Prüfung durchgefallen zu sein Nein, nein, war cool War eine einzige Erfahrung Das nagt nicht an mir Ich liebe sowas Oh oh Haben die damals in irgendeiner Form darauf reagiert Man muss halt anhalten Keine Ahnung Das waren bestimmt Sabines und Jochens auf dem Rad Yeah, das waren irgendwie die Juppies Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig, habe ich gesagt Ich mag die Sprünge nicht Das Gefühl nach den Sprüngen ist immer der Punkt, wo mir am meisten Fehler widerfahren Und ich mache nicht gerne Fehler Außer an, wenn ich welche gerne mache Aber ansonsten nicht Ganz vorsichtig So, hier kommt der schmale Weg Einfach ganz geschmeidig bleiben Jochen Jochen der Rochen Okay Das Wichtige ist natürlich beschleunigen Damit man aus dem Wasser nicht rausfällt Schließlich ein Looping Wasser Looping So, hier ist die gefährliche Stelle Ich glaube, das war die gefährliche Stelle Yeah Oh, das ist ein Schein-Sprite quasi Sehe ich jetzt erst Sehr schön Oh, ich wollte noch runterfallen Wow, nur 1, 17 Säule in Zeit Ist nicht leicht zu erreichen Alle wollen dich treffen Also geh und begrüße sie Ja, würde ich unterjochen Wahrscheinlich Das war echt uncool und willkürlich Ich habe bei meiner Prüfung Fast einen Radfahrer am Zifrastreifen überfahren Meinen Lappen trotzdem bekommen Na, bei mir war das Problem Das war nicht nur die Radfahrer Ich bin fast in den Gegenverkehr gefahren Das war scheiß gefährlich Das war schon vollkommen richtig Durchzufallen Äh, Lipkin666 67 Monate Resub Vielen, vielen lieben Dank Die Galaxie ist komplett Du, dass da nichts passiert ist Äh, ich meine Ja, schätze ich Außer im Kranich 5, 49 Monate Resub Auch dafür Viel, vielen lieben Dank Das war sowas zu Nein, nein, nein Den Challenge Sperr machen wir nicht nochmal Oh, die Challenge Blase Ich weiß ja nicht Dann näht sich das wie ein Fidget Spinner Ich esse gar mal diesen komischen Fidget Spinner Hype Den habe ich nicht verstanden Den habe ich schlicht und reifend nicht verstanden Uh, das wird ein Abenteuer Ich habe einen Führerstein mit dem Kommentar Das war wirklich nicht gut Aber sie haben bestanden bekommen Ich habe, ich habe fehlerfrei dann bestanden Muss ich sagen Da gab es nichts zu beanstanden Oh, es gibt hier mehrere Stationen Okay, Kumpel Challenge Blase Zeigen, wo wir hinwollen Da nicht, okay Ist ja auch eine Videoidee Was wurde aus Fidget Spinner Wie, was wurde raus Gibt es immer noch Aber sie sind nicht mehr Ein viraler Trend Was sie aus irgendwelchen Gründen waren Ich meine, den Fidget Spinner gab es ja lange vor dem Hype Keine Ahnung, was ich mit dem dann auf sich hatte Soweit Aber es ist nicht so, als ob die an dem Punkt eine neue Sache waren Oder sowas Bei meiner Fahrprüfung hat mein Lehrer den Prüfer die ganze Zeit abgelenkt Wir haben nichts Relevantes gemacht Keine Autobahn oder sonstige schweren Moves Gott, ich bin auch so froh, dass wir nicht auf die Autobahn sind Habe ich nämlich gar keine Lust drauf Ganz vorsichtig Ganz ruhig, Kumpel Blase Wir wollen ja nicht, dass irgendwas Schreckliches passiert Ich habe schon so lange keinen mehr gesehen, als ich sie völlig vergessen habe Ja Das ist nichts, als wir sie gesehen haben Es war Ah, ich schaue mal an Das war 2020 Das war noch, bevor ich Dekme-Ribbe gemacht habe Da habe ich auf Myths of Gaming so ein Video gemacht Wo ich ein paar Süßigkeiten von der Kasse Geholt habe Und was da auch dabei war War so ein komischer Zitronenbonbon Äh, Fidget Spinner Der kaputt war Und ich habe den Sinn nicht ganz verstanden Aber Ja Fidget Spinner Das wäre der nächste Gegenstand, den es schon so lange gibt, der als nächstes Hype bekommt Keine Ahnung Ich denke, sowas ist eine Sache, die inzwischen aktuell, die überall passiert Nur Ist halt der Unterschied Bin ich auf TikTok Dementsprechend Da komme ich sowas lange nicht mehr mit Zur Zeit, als es mit Fidget Spinnern war War halt YouTube noch Plattform Nummer 1 Ah, die Zeiten liegen soweit natürlich hinter uns Beziehungsweise Plattform Nummer 1 für die Jüngeren Ja, es fühlt inzwischen auch so eine Sache YouTube ist irgendwie eine relativ alte Plattform geworden Was komisch ist Wenn man länger da ist, wo man sich noch erinnern kann Also es ist immer noch so Eher eine Plattform war, auf der die ganzen Kids waren und sowas Aber Zeiten sind vorbei So hole ich ihn gerade hin Oh, da hinten ist der Stern Gibt ja Twitch-Streamer, die Fahrlehrer sind und die Stunden streamen Ich meine, es gibt Alles, was man Alles, was man streamen kann, werden Leute streamen Vor meiner Erstprüfung haben wir damals Nur einmal Einparken geübt Dementsprechend bin ich wegen Einparken auch durchgefallen Ihr habt das nur einmal geübt? Was ist das für ein Fahrlehrer? Ich würde fast sagen, das ist sehr fahrlässig, ehrlich gesagt Wir haben Einparken relativ oft geübt, logischerweise Wobei ich mir gewünscht hätte, dass wir Vorwärts Einparken noch ein bisschen öfter geübt hätten Aber Ja Ist an sich, wenn man ein Auto hat, das nicht so riesig ist wie das Fahrschulauto Also es war kein riesiges Auto Es war schon Es war nicht so klein Keine Ahnung, was das ist Irgendwo weh Ähm Und wenn man eins hat, dass ein kleineres Auto hat Ist Vorwärts Einparken Ein absolutes Träumchen, sage ich euch Fährst du jetzt regelmäßig ein Auto? Nein Ah, ich werde wegen Auto auch erst im Laufe des nächsten Jahres schauen Aufgrund von Lebensumständen Ich bin einmal gefahren seitdem Wir sind noch gar nicht fertig Mein Fahrrad hat mich immer vor Supermärkten parken lassen Damit er sich schnell einen Snack holen konnte Ja, wir sind Wir sind Wir haben ein paar Mal beim TÜV geparkt Oder bei der Tankstelle Weil er Aufs Klo musste Minus 3000 Euro Was? Minus 3000 Euro Für 3000 Euro bekommst du kein Auto Wenn du bekommst eins Aber das Auto, das du bekommst Muss dann Kannst dich erstmal auf ein paar Werkstätten Kannst dich erstmal auf ein paar Besuche In der Werkstatt vorbereiten Ist übrigens auch eine Sache Was viele Leute meinten Was ich interessant fand Ähm Mit der Frage, ob Automatik oder Ähm Gott, Schaltgetriebe Weil den brauche ich gar nicht Brauche ich den? Ich weiß nicht, aber Egal Ähm Was auch viele Leute meinten Ist, dass Automatik sehr viel Reparaturanfälliger ist Die Reparaturen dann viel teurer sind Wo ich mir dachte Oh ja, das Nein Das ergibt Sinn Dementsprechend ist wahrscheinlich Allein, wenn man nicht ständig In die Werkstatt Zur Werkstatt antanzen will Und da so viel ausgeben will Ist wahrscheinlich Ähm Schaltung schon sehr hilfreich Ich hab keine Ahnung von Autos Aber Ich sehe es absolut Dass bei Automatik Viel mehr Verschiedenes Zeug kaputt gehen kann Was Äh Auch eine Sache ist Jetzt muss ich drüber nachdenken Kann es sein, dass das echt scheiße wird Wenn Elektroautos wirklich die Norm sind Die müssen ja unbezahlbar sein Für jede Kleinigkeit Wenn mal was kaputt geht Ist ja alles so kompliziert Ich hab einen sehr soliden Audi Für 1500 bekommen Da hatte ich auch Glück Weil mein best Freund In seiner Werkstatt arbeitet Und da auch immer Er hin kann Falls was ist Ich meine, wenn man jemanden kennt Und sowas Kontakte helfen mir immer Der Fahrlager hat mir von dem Schüler Erzählt, der mit dem Auto In seiner Fahrprüfung gefahren ist Selber gefahren Der durfte dann Nicht die Prüfung machen Ich hoffe, er muss den MPU dann machen Oder so Ich hab da in den Rückspiegel geguckt Zeiten aktuell Für Europa Entsprechend ist sowieso schon Alles von der Pandemie Und sowas teurer Und Autos sind halt so teuer geworden Ich hatte einen 18 Jahre alten Automatikpulat Aber nie Was an der Schaltung kaputt Ich meine, man kann auch Glück haben Und sowas Aber Kann immer irgendwas kaputt gehen Oder so, schätze ich Elektromat Motoren sind tatsächlich Sehr viel simpler Die Autolobbys sind unter Gegen Autos Weil sie Werkstatten killen könnten Oh, okay Interessant Okay, interessant Ich hatte keine Ahnung Ich dachte immer Weil moderner und alles Das ist eher kompliziert Damit zu reparieren Aber wie gesagt Ich hab keine Ahnung 800 Die drücken wir ab Mein Bauch ist voll Dann wollen wir loslegen Verwandlung Kennt ihr das Wenn euer Bauch voll ist? Elektromatoren sind super stumpf Ich sehe schon Jetzt machst du einfach Bei Energie drauf Und dann macht es schneller Brumm Brumm Steckst es in die Steckdose Und dann geht es los Ich will das Problem nicht Ist ganz einfach Goldener Köder Das Nein Der Urfischplanet Das war die Mission Warte Ist das die Ist das die Wo ich gegen den Aal kämpfen muss? Den mach ich nämlich gar nicht Voller Bauch In dieser Ökonomie Na Mein Freund 400 Gramm Spekulatius Für 1,29 Euro Das ist mein Versteck Ein perfekter Ort zum Angeln Ja Sieht ganz gut aus Aber du hast keine Angel Also Weiß nicht Ob es wirklich so effizient ist Ich habe das Gefühl Ich hätte irgendwo Ein Panzer bekommen können Oh nein Das ist gar nicht die Mission Wo man gegen den Aal kämpft Alles gut Ich bin mir sicher Ich hätte irgendwo Ein Panzer herbekommen können Ich glaube In dem Spiel muss man Erst den Let's Pause machen Bevor man einige Sterne holen kann Oh ja Da war irgendwas Das einiges Zeug dann erst Spawned Es gibt ja Weihnachtsgeld Da kann man sich gönnen Und wenn du Glück hast Gibt es Weihnachtsgeld Fand ich Cooper gleich am Anfang Zu spät Ich spiele das Spiel Weder auf der Wii Noch auf dem Emulator Ich spiele die Ähm All Stars Collection Auf der Switch Oh und da ist der Panzer Und zurück Das ist eine spaßige Mission Irgendwie Ich meine sie ist Gameplay technisch echt langweilig Aber ich mag die Atmosphäre Und dann können wir noch ein paar Boohus zerstören Einfach traumhaft Oh die Lieder Münzkometen Spawned erst nach Bowser Yeah Stimmt Stimmt Oh Captain Puh ich war beinahe Erstickt Oh Mario Ah ich wollte gerade Einen Powerstern aufheben Der ist Der ist in diese Schatzruhe gefallen Das war furchtbar Jedenfalls nimmst du bitte Einen Powerstern Den ich gefunden hab Ist gut Hier bitte Einen Powerstern Dankeschön Wenn er jetzt gestorben wäre Oh ich muss irgendwann noch Captain Toad spielen Ich glaube ich würde Man will es auf der Switch holen Oder Ich meine ich hätte es Digital auf der Wii U Aber ich bin mir sicher Das Spiel bekommen Man eh für Für ein Apel und ein Ei Okay Okay passt auf Ich mach euch mal Einen Vorschlag Okay Ich will Das Lieder Münzkometen Am Ende nicht alle Auf einmal kommen Was würdet ihr davon halten Folgender Vorschlag Wenn wir jetzt noch Zwei Sterne holen Und dann gehen wir zu Bowser Danach machen wir Die letzte Welt Wii U und Switch Da sind nicht so unterschiedlich Ja aber Wii U Mach ich nie an Üblicherweise Das heißt Switch ist da Angenehmer Der Controller Schon allein angenehmer Weil da bin ich noch nicht hoch Bei der Inflation Wären auch ein Apel Und ein Ei Immer teurer Das stimmt Oh stimmt Wir haben das abgeschlossen Habe ich noch irgendwo Zwei schnelle Sterne Die ich holen kann Ohne die neue Mission Anzufangen Hast du etwa nicht Den Wii U Pro Controller Mein Freund Ich sag's mal so Heute in 44 Minuten Wird ein Video Veröffentlicht werden In dem diese Frage Beantwortet wird Hey Switch nicht Geile extra Level Ich meine mich auch An sowas zu erinnern Aber Wie so oft Habe ich keine Ahnung Da kommt ein Video Über den Steam Controller Und dort sieht man auch Meinen guten alten Video Pro Controller Der grauenhaft aussieht Durch eine Kamera Bewegt mal Ja bewegt mal Und schabern da Kometen nirgendwo hin Lass mal Lass mal spawnen Mampf Mampf Verzieht euch Verzieht euch Verzieht euch Doch Da ist kein Komet Und ist alles gut gelaufen Ist überhaupt nicht gut gelaufen Okay Gehen wir hoch Gehen wir hoch Gehen wir hoch Wir müssen auf jeden Fall Noch zwei Sterne sammeln Bevor wir Zu Bowser gehen Das ist wichtig In der Switch Version Von Captain Toad Gibt es ein paar Level Die an Odyssey angelehnt sind Oh das klingt ziemlich cool Der Steam Controller Übrigens Das war auch eine Sache Die ich gelernt habe Viele Leute mögen den Steam Controller Nicht weil Oh das sieht dumm aus Ich habe Über den Steam Controller Auf Twitter etwas gepostet So viele haben dann geschrieben Beziehungsweise Ich glaube der Tweet war Wochenende werden wir herausfinden Woran der Steam Controller Gescheitert ist So viele haben geschrieben Oh weil er dumm aussieht Sieht dumm aus Wer will das Sieht doch dumm aus Oh Gott Wir haben ihre Basis An der Front entdeckt Ja 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 Lass mich erstmal anfangen So eine starke Argumentation Sieht doch dumm aus Aber hier haben wir noch Ein paar klassische Welten Oh Reifemozian Spielzeugschachtel Machen wir erstmal kurz Herbstwald Herbstwald ist keine klassische Welt Das ist nämlich einfach Nur der Honigbienenwald Nur im Herbst Aus dem Grund scheitern Auch viele Menschen Das stimmt Das stimmt Das stimmt In der Wii U Version Gibt es 3D World Level Diese beiden mal nach Aber schlechter Als die Der Switch Warte In der Wii U Version Von Captain Toad Gibt es Level Die auf 3D World basieren Und in der Switch Version Level die auf Odyssey basieren Aber keine Von beiden Beide Ist auf der einen Seite Cool Auf der anderen Seite Ein bisschen schade Ganz genau Okay Naja Ich werde wahrscheinlich Irgendwann mal die Switch Version holen Ich glaube ich hätte mal Lust auf Captain Toad Ist ja ein relativ ruhiges Spiel Bisschen entspannend Früher Früher als das Spiel Ich wünsche euch da an Wonder One Galaxy Parts Wir haben da unerwartet Viel geholt Wir haben es glaube ich Nicht zu Ende gemacht Weil bei mir irgendwie Auch die Kometen Nicht gespawnt sind Und so Es war ungünstig So und wir suchen Bei den Mondhasen Die Blauen Sternchips Ich glaube die Hießen Sternchips Ich mag das gerade Die Bonus Mission In jedem Level Ja wie gesagt Wenn ich aktuell Darüber nachdenke Captain Toad zu spielen Ja ich hätte schon Lust drauf Aber halt damals Als es rauskam Ich meine vielleicht Achso warte Das wäre Weil ich gerade Gerade geschrieben habe Der mich an One on one Dazu Ich glaube da haben wir Auch die ganze Zeit Über immer Bei Captain Toad Geschimpft Wie scheiß langweilig es ist Und sowas Ja wir haben uns damals Viel über Captain Toad Beschwert Aber wie gesagt Heutzutage Ich glaube ich bin bereit Ich habe die geistige Reife Erreicht Die dafür notwendig ist Ihr habt es sehr gehatet Yeah Sternchips Klingt wieder so köstlich Ich habe mir Für dieses Wochenende Irgendwelche Chips geholt Die ich noch nie hatte Ich habe vergessen Welches waren Es waren irgendwelche Die nur gesalzt sind Ich glaube es war von Crunchchips Irgendeine neue Variante Von Chips Keine Ahnung was das Besondere war Irgendeine Form von Ofenchips Ja Roasters Das waren die Roasters Die habe ich geholt Ich denke zu interessant Wird es nicht Aber Ne Man muss ja probieren Schauken Schauken macht Spaß Das stimmt Schauken macht Spaß Die gute alte Schauke War halt immer 1A Apropos die Oh 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 Das hat nicht so geklappt Wie erwartet In der nächsten Ersatzbank Die heute kommt Die hätte ja nicht schon Vorgestern kommen sollen Ähm Da werde ich sehr Oft werde ich sehr viel Über die Schaukelise reden Das heißt Wenn ihr ein bisschen Wenn ihr Interesse habt Ein bisschen Schaukelise Lore Dann habe ich genau das Vonach gesucht Da unten war doch so ein Fragezeichen Da wollte ich ran Das war doch da unten Oder nicht Vielleicht der Spawn Der letzte Sternchip Oder so Muss ich jetzt eigentlich Alles wieder von vorn sammeln Ja muss ich Neue Chips sind meistens Eine Enttäuschung Das stimmt überhaupt nicht Es gibt immer wieder Aufregende neue Chips Und natürlich ist halt Die Sache Oh ein L Das wird extra Für mich angebracht Dankeschön Ähm Ich meine die Sache Ist halt Die Frage ist natürlich Wie Ähm Was sieht man Als Enttäuschung Natürlich ist die Sache Wenn du neue Chips Probierst Die Wahrscheinlichkeit Dass sie welche Der Lieblingssorten werden Ist natürlich sehr gering Das kann ja trotzdem Ganz nett sein Muss ja nicht immer Beste Sorte aller Zeiten werden Manchmal denkt man sich nur Ja das ist ganz nett Ich habe sie jetzt einmal gehabt Vielleicht werde ich sie Nochmal irgendwann kaufen Wahrscheinlich aber nicht Und das war es Ist ja vollkommen okay Ich denke das ist trotzdem solide Eine Enttäuschung sind sie Wenn ich sie nicht Nochmal kaufen würde Als ob du so oft So enttäuschend Was Was für enttäuschte Chipsorten hattest du In letzter Zeit Das scheint ja Das scheint dir ja Oft zu passieren Außer im Lappen TV 16 Monate Resub Baby lieben Dank Ob die Kameräte Was denkt ihr Welche Sternthaube schmeckt Am besten Schokolade Ich hoffe ich konnte Deine Frage Beantworten Ich denke Schokolade Ist die schmackhafteste Farbe Kauft mir Regenmix Dann war es mit dem Was ist mit dem da unten Es war nicht gut Und da habe ich Und da habe ich noch ein paar Probiert Ich habe sie dann weggeworfen Weil ich sie wirklich Schlecht fand Popcorn Chips waren auch Enttäuschend Da muss ich gerade an so Es gibt auch so Reiswaffeln Die wie Chips sind Die halt mit Paprikabürz Und sowas sind Die sind halt auch schwer In Ordnung Okay enttäuscht heißt Wie gesagt nicht Dass sie mir nicht schmecken Aber viele sind einfach Vielleicht gerade mal Durchschnittlich Ich meine Ja Weißt du Weißt du was Der Durchschnitt bedeutet Weißt du was Durchschnitt bedeutet Eloban Das bedeutet Dass sie So gut sind Wie der Durchschnitt Wenn du sagst Die weißt du Durchschnittlich Das ist wie Es funktioniert Grüne Sterne Spektach Wasabi Kann ich gar nicht leiden Das ist viel zu scharf Beziehungsweise Meerrettich Ist ja kein richtiger Wasabi Was wir haben Wie komme ich zu dem Darüber Hm Das verhärtet aber Die Fronten Den Bekannten Bei den bekannten Sorten zu bleiben Ich meine Ja du kannst Bleib bei deinen Alten Sorten Wenn du Angst hast Was Durchschnittliches Zu bekommen So komme ich da noch nicht rüber Doch ich komme so rüber Oh Was ein Talent Grüne Stern Grüne Sterne Schmeckt nach Sternfrucht Schmeckt Sternfrucht Nicht nach Nichts Wird einfach nur für Dinge Verwendet Weil sie schön Aussehen Aber eigentlich ist sie Sehr fade Vom Geschmack her Weiß nicht die Sache Mit der Sternfrucht Hab ich das gerade Wirklich in der Ego Perspektive gesehen Dass du auf einem Länglichen Baum Dass du auf dem Länglichen Baum One up war Ich habe absolut Keine Ahnung Aber vielleicht Ja Äh Oh ja Da ist auch ein Stern Mit dem man sich Hochschießen kann Wollen wir es versuchen Wir versuchen es Wir gehen jetzt ran Sternfrucht kann lecker sein Sehr erfrischend Okay Bisschen wie Kiwi Achso Hätte ich hier rüber Kommt Oh Okay Äh Ne Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Wie man da rankommt Vielleicht in einer anderen Mission Goldene Sterne schmecken ziemlich sauer Wie eine Zitrone Ich habe sie ja mit regulären Keine Ahnung Wie nennt man das Mit ganz normalen Kuchen verglichen Der auch so ein bisschen bräunlich-gelblich ist Eierkuchen vielleicht Oder Jetzt sieht er Jetzt sieht er Nur Pfannkuchen Was mich eher stört Ist, dass sie meistens Nicht mehr originell sind Linsenchips mit Gurke Sind spannend Beispielsweise Ah Die zwanzigste Salzsorte Wo neu drauf steht Ist R&L Das stimmt Das stimmt Ich dachte kurz Du willst dich über Die Gurkenchips beschweren Dabei sind die 1A Glaubst du kannst mich fangen Das glaube ich Du bist bis heute Dass dein 1A Auf der Baulkrone ist Ich auch nicht Jetzt bin ich Ich bin genauso verwirrt Wie du gerade Soweit wir können doch Die Wände hochklappen Okay, was ist das? Ich habe verloren Dafür gebe ich dir diesen Stern Ich glaube im Abgrund War eine Freizeichenmünze Aber weiß nicht Ob das die Lösung ist Nein, ich weiß nicht Von welcher Münze Du redest Ich glaube nicht Dass da eine Freizeichenmünze Im Abgrund ist Nein, 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 nein Nein, 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 nein Das kann ich mir Gar nicht vorstellen Durch goldene Fische Denk ich gerade Ein Goldfisch Die sind 1A Ich habe mir heute Sesamfischlis gekauft Das war es aber Zu hart beruflich Ich mache YouTube Videos Okay, noch einen Stern Machen wir die Spielzeugschachte Galaxie Das sind die guten Mein Freund Mir erzählst du da Nichts Neues Stellander Koloss Robo Bowser Ich wurde früher Ja auch Sterner Koloss Genannt Ja, wir kommen Unit Jo, Captain Wo fahren wir hin? Was ist mit dir? Wir kommen Das ist die Spielzeugschachtel Und wir kümmern uns Um diesen Ort Oh, okay Abfahrt und vorwärts Diese Galaxie habe ich geliebt Echt nicht unbedingt Aber es ist auf jeden Fall Eine der Das ist eine der Kreativsten Galaxien Aus dem Spiel Ich meine Hier kommt auch Die Sprungfeder vor Und die lieben wir doch alle Shit, wer war es Was, was Fully oder Johnny Der letztens den Take hat Dass die Sprungfeder Gar nicht so scheiße ist Einer von beiden war das Weil die Level drumherum Aufgebaut sind Sicher Schon okay Schon okay Stockholmsyndrom Ist ja eine bewiesene Sache Muss ich nicht dafür schämen Wer immer das gesagt hat Hat vollkommen recht Na, ich weiß nicht Meine Sprungfeder Sie ist halt nicht spaßig Sprungfeder schlicht und greift Nicht spaßig Oh Gott Das ist ein so viel kreativeres Level Als das andere Zeug Oh oh Ich mag den Chat Klingt nach dem Johnny Take Nachricht darunter Ist ein Shit Take Also Fully wahrscheinlich Jeder hat eine andere Meinung Ich hätte früher so viel Probleme Bei dem Timing der Sprungfeder Muss kein kritisch sein Für die Sprungfeder Letztlich nicht mal so schlecht steuern Wie alle immer sagen Aber sie ist halt sehr langweilig Es lässt sich nicht so schlecht steuern Du kannst halt auch echt nicht viel damit machen Kannst springen und Ach Shit So kommen wir da nicht rüber Kannst springen und springen Und äh Springen Ist das die eine Situation In der man tatsächlich kriechen muss Nein Ne, irgendwas fehlt mir hier Ehrlich wird man nochmal nach oben springen Nein Schwerkraft Was soll das denn Wer hat die Schwerkraftplatten hier angebracht Wer war das von euch Klingt so als ob das Fully gewesen wäre Oh da kann man nach oben Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen Von wem wurden die gefangen Von einem gewaltigen Mixer oder was Niemand will deine Freunde haben Seid hässlich und dumm Dazu heult ihr noch die ganze Zeit Was heult ihr überhaupt Er wird dort drüben gefangen gehalten Ich glaube außerhalb der Galaxie Kommt die Sprungfeder einmal vor irgendwo Keine Ahnung Warum kann man überhaupt hier hoch Auch weil hier eine One-Up ist Oh okay Jetzt sehe ich wo ich entlang muss Rätsel gelöst Viele Items in Galaxie exklusiv Sind alle ganz kreativ Ja Auch wenn ich sagen muss Ich hasse die Feuerblume aus Galaxie Feuerblume ist üblicherweise immer so ein nettes Power-Up Aber In Galaxie ist sie einfach super scheiße Sie macht überhaupt keinen Spaß zu verwenden Alles gut Alles gut War gar nicht knapp Ich lerne heute irgendwie so viele Stellen Wo er kennt Wo einfach nur One-Ups sind Ja aber die Sache ist die Bis du das Spiel das nächste Mal spielst Hast du die alle wieder vergessen Oh da ist er Du wolltest zu Federmario Ich wollte versuchen Gegner zu bekämpfen als Federmario Hat nicht gut geklappt Die Heißblume ist fünfmal cooler als die Feuerblume Ich meine in Galaxie auf jeden Fall Aber ansonsten Nein In Galaxie ist sie definitiv aufregend Ich meine man kann Walljumps zwischen Wasserfällen machen Was einfach eine super spaßige Idee ist Was ist das Soundeffekt Oh Gott Oder ist noch was da oben Nein Mario Willst du mich verarschen Wir nehmen jetzt das da oben mit Yes War es das wert Auf keinen Fall Auf gar keinen Fall war es das wert Es war so viel Arbeit für nichts Oh oh Einmal so viel Spaß wie Mario haben Wenn er gerade auf die Schnauze fällt Jahu Yippie Oh wisst ihr warum mich diese Welt erinnert gerade An Schlemmer's Küche aus Pikmin 2 Hieß es Schlemmer's Küche Es war dieser Dungeon in dem alles voll mit Essen ist Oh den fand ich so cool damals Einer der Schätze Einer der Schätze die man beim Boss davon bekommt Ist ein Spiegelei Da war man halt auch in so einem kleinen Kinderzimmer und so unterwegs Solltet ihr vielleicht wissen Achja wir bekämpfen ja Robo Bowser Ich denke mir gerade Wo ist eigentlich das Ziel von hier Ist aber nur ein Vorgeschmack auf den anderen Bowser Okay so weit so gut Gehen wir hier mal rein Ah okay Das spart Zeit Was geht's Oh Man muss hier mal Schrauben rein und raus drehen Ja das ist ein ziemlich spaßiges Konzept für den Bosskampf Vor allem ist es ein Bosskampf Der nach einem etwas anderen Prinzip funktioniert Als die üblichen Mario Bosse Wo man einfach immer eine gewisse Menge von Treffern landen muss Aber hier Hier müssen wir ihn von innen heraus vernichten Und damit meine ich von außen heraus Aber ihr versteht schon So gehen wir hier rein Das ist quasi ein Bosskampf Das ist ein etwas anderer Bosskampf Ähnlich wie meine Dose mit Spam auch Fleisch ist Und ich muss euch dazu eine Sache zeigen Es gibt natürlich ein Qualitätssiegel bei dieser Dose Spam Das Qualitätssiegel ist Mindestens 90% Fleisch Mindestens Sie wissen nicht genau wie viel Fleisch drin ist Aber sie garantieren Dass es mindestens 90% sind Den genauen Wert versucht er die Nase noch herauszufinden Aber 90% Minimum Mindestens 90% pürierte Schweineschulter Oh oh Reportet wegen Spam und geblockt Wie der Typ bei Dark Souls 2 Okay da kommt Werbung und geblockt Ich fahre mich immer noch wie er mich blockiert hat Warum hat er mich blockiert? Der hat auch meinen Stream geschaut Was will der denn von mir? Oh nein da sind sie gefangen Schau mal im Stream Ich bin der der ihn blockieren kann Ich habe ihn nicht blockiert Weil ich ihn lustig fand Aber Oh Mitten ins Gehirn Absolut vernichtet Komm schon Das ist quasi ein Bosskampf Ich vermute die anderen 10% in Spam Ich kann mal nachher schon so weit Ich vermute es wird Gelatine sein Pork Starch Water Salt Ham Was ist Starch? Also starrig Was ist das? Oh Stärke wahrscheinlich oder? Außer wir haben 69 Sterne Stärke? Okay Da gibt es Sinn Und jetzt sind wir bereit Das Universum zu retten Nein Die Galaxie Die Mario Galaxie Maschinenraum ist über uns Ja 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 Ich bin schon unterwegs Mein Freund Außerdem noch 19 Minuten Da kommt mein Steam Controller Video online Das Fleisch hält wohl von alleine nicht zusammen Lecker Natürlich halt das Fleisch von alleine nicht zusammen Das ist durchpürierte Schweineschulter Rettest du nicht nur Peach? Ich rette die mir wichtige Person Endlich ist die Zeit gekommen Geht zum Zentrums Universums Wo der dir kostbare Mensch war Ich meine natürlich der mir kostbare Mensch Ich gehe Dann lass uns gehen Ist das sowas wie Leberkäse? Ja aber nein Glaub ich Und jetzt geht's los Seid ihr bereit Euch mit Lichtgeschwindigkeit fortzubewegen Zum Zentrum des Universums Gebt mir 5 Millionen Jahre Und wir haben 5% des Weges geschafft Ah Spam ist wie Frühstücksfleisch Ja das ist auch so Dosenfleisch Oh wir zerstören noch die Schiffe unterwegs Geht mir bitte aus dem Weg Oh das ist Ufo von Bowser Sie sind dort Beeil dich Habt ihr jetzt die Sprachausgabe oder nicht Entscheidet euch jetzt mal So ne Brücke hat man auch in einem Level In Timesplitters Future Perfect gebaut Glaub ich So bevor man den komischen Mutanten bekämpft hat Das war in der Zukunft Nicht die Router Zukunft Sondern die Nicht ganz so sehr Zukunft Das Schicksal des Universums Punkt, Punkt, Punkt Das ist einfach nur ein Backseat Kommentar An der Stelle von dem Spiel Kannst du Äh einfach nur der Kommentar Das Schicksal des Universums Punkt, Punkt, Punkt Mach doch mal Ich habe Mama gefragt Du kämpfst nicht für uns Sondern auch um deine geliebte Person zu befreien Pass gut auf dich auf Und was auch geschieht Verblieh bloß nicht Meine geliebte Person Diese Lichtgege haben ihre eigene Gravitation Folge ihnen Meine geliebte Person Puh Lichtgege sind eine ganz spaßige Idee Die Schwerkraft Kegel Wenn es andere vor dir selbst merken Ich weiß nicht, ob die Strahlung mit der Gravitation gesund ist Naja, Mario hat eine Bleischicht in der Mütze Keine Sorge Ansonsten wäre die Strahlung hier im Weltraum alleine schon sehr gefährlich Ich liebe übrigens diese komischen Steine hier Sehen so gut aus Bei diesen Steinen Bei dieser komischen glibberigen Textur Fällt es mir immer schwer zu glauben Dass das Spiel auf der Wii rauskam Das ist doch Raytracing Hervorragend Hat er Bleiunterwäsche? Keine Ahnung Ich habe Mario mal gefragt, ob er mir ein Unterwäschebild schickt Und er hat gesagt Ja sicher Dann kam aber nie eins Er hat mich blockiert Am nächsten Tag wurde Deutschland von Bosa Überfallen Das heißt, ich weiß noch nicht ganz Was damit zu tun hat Aber das Timing ist schon verdächtig Das Timing schien mir doch Das passiert ja schon wieder Das Timing schien mir doch sehr verdächtig zu sein Ja, willkommen Noxy Oh, hier entstehen jetzt die Ja, das ist eine ganz cool Stelle Ich weiß noch, dass ich von hier aus super oft Wieder angefangen habe Als ich das Spiel damals Die echten Fans werden sich erinnern Als ich das Spiel damals Oh, oh Oh, die verschwinden ja Shit Als ich das Spiel damals Für das gute alte Let's Play gespielt habe Von 2013 Bei denen gibt es einen kleinen Funfact zu erzählen Ich habe das Spiel damals einfach Ich hatte es nicht selber da Das heißt, worüber ich jetzt gespielt habe War einfach über so Und ich hatte es halt auf Dvd-Rolling gebrannt Allerdings war da Keine Ahnung Wahrscheinlich hatte ich Falschgeschwähigkeit gebrannt oder so Auf jeden Fall hatte die Wii dann Probleme Damit die Videos Richtig abzuspielen Ohne dass sie ruckeln Das heißt, das Video selber Habe ich dann von einem anderen Video genommen Und rein editiert Weil das, was ich aufgenommen hatte Das konnte man nicht anschauen Das war super ruckelig Ich dachte mir, das solltet ihr wissen Was haltet ihr von diesem Funfact Noch nie veröffentlichte Informationen sind das hier Jetzt kommt alles raus Ja Mehr Funfacts bitte Ja, keine Ahnung Mir fällt nichts mehr ein Mario, habe ich recht Ich stehe ja zu Mario Was muss ich hier machen Oh nein, das war die Stelle Die ich so oft wiederholt habe Oh ja, ja Hieran erinnere ich mich gut Sehr gut sogar Oh oh Äh, ja okay Warum nicht Da bin ich hier öfter gestorben Ich meine, das ist ja ziemlich Das ist ja ziemlich Baby-Bubi-Modus Easy Walsch jetzt groß In der Klatschpresse Der Skandal um MOP Das ist das Problem An der fucking Klatschpresse Die berichten über Leute Die viel irrelevanter sind Da ist ich Was soll denn das Ich sag's mal so Ich hab ne größere Reichweite Als Der Graf vom Shitsee Ist mir egal, ob seine Eltern Irgendwie Durch Inzest entstanden sind Oder so Berichtet doch mal über Leute Die noch am Leben sind Berichtet bitte nicht über mich Vielleicht will ich dort nicht In der Klatschpresse stehen Aber es geht ums Prinzip Ich liebe den Grafen von Shitsee Gab's schon mal so ein Artikel Über dich? Natürlich nicht Warum sollte jemand Über mich schreiten? Nein, Mario Oh Gott Das machen wir gerade noch Die ganze Zeit vorwärts Weiter gelaufen Oh, das scheint mir wohl Ein Disconnect des Controllers Zu sein Ich kenne nur den Graf Von Monte Black Ich kenne nur den Graf Von Monte Cristo Und der hat mir Ein Donut Sandwich Beschert Zumindest war das Die Lore Die ich da rausgezogen habe Wir haben mich jetzt als Reporter Und bringen uns Prinzip den Moggi-Artikel Vielleicht berichten sie Auf meinen MMO Über mich Wenn ich Meine Arschback Vor der Kamera Im Stream Spreize Oder so Oh mein Gott Habt ihr das gerade gesehen? Ja, ihr habt das gesehen? Dark Souls 2 Was ist da los? Stell dir mal die Hitboxen Von Mario Galaxy an Oh, saubere Leistung Oh, nein Streng dich mal an Mit den Bäckchen Ich will aber nicht Ich will aber nicht Wo suchst du denn Was suchst du denn? Prinzessin Peach ist hier drüben Mario Oh, jetzt hast du ihn sauer gemacht Weil es gibt Gibt es jemanden Der die von mir Beschriebene Aktion Mal gemacht hat? Ich habe nämlich Nur nach dem obszönsten Nachgedacht Was mir gerade Einfallen wird Mario, warum läufst du im Kreis? Das Gefühl der Controller Hat wirklich nicht Die perfekte Verbindung aktuell Fast zumindest Oh Gott Zeit ist gekommen Der große Königsstern Der der Kern meines neuen Universums sein wird Nähert sich seiner Vollendung Sieh genau hin Muss man nicht noch über Lava laufen oder so? In diesem Stern im Zentrum Werde ich zusammen mit Peach Mein 10.000 Jahre während Das große Galaxie Imperium errichten Oh nein, nein, nein Mach nicht Mach nicht das 10.000 jährige Reich Bowser Mach jetzt nicht den Und mein Imperium Wird sich wieder Urknapp im ganzen Universum Ausbreiten Bowser, nein Nein, 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 nein Und das heißt Mario Du musst zuerst Aus dem Weg geräumt werden Das verstehst du doch, oder? Das muss ich hier machen Ja Das sieht so dumm aus Ah, fantastisch Wissen Sie was das Problem ist? Ich habe vor Ich hätte vor nicht allzu langer Zeit Ein bisschen Ich will noch irgendwann ein Video machen Über die Ludolfs Wahrscheinlich war es Wurde aus den Ludolfs Wahlaufstieg Und Fall der Ludolfs Wäre doch ein bisschen Toxischer Tite Auf jeden Fall Habe ich deswegen ein paar Folgen geschaut Und natürlich auch Peter kocht Und seitdem ist ein bisschen Dieses Fantastische In meinem Wortschatz Eingetaucht Ha Absolut fantastisch Herrlich Wie sind Mario Galaxy Sieht besser aus als Pokémon Keine Ahnung Aber Mario Galaxy Ist ein einziges Spiel Nein Ich sage es euch Diesen Bowser Den hätte ich gerne als Super Als Ultra Smasher Wie auch immer die heißen Super Smash Angriff aus Smash Bros Das wäre fucking cool Stattdessen hat man Gigabowser Schnarrig Uwe Manfred Yeah Die ersten paar Folgen Lass mich den Kampf machen Erinnert mich daran Dass ich euch noch Was von den Ludolfs Erzählen wollte Diese Stacheln Auf dem Glas Krass Oh das ist so unangenehm Das ist so unangenehm Auch Gigabowser Gigabowser wäre auch ein guter Kandidat Für Einen dummen Charakter Über den ich gerne mal ein Video Machen würde Denn ich fand Gigabowser Super interessant als Konzept Aber natürlich nie Ich meine Was hätte man damit auch machen sollen Zwar nur so ein Smash Bros Ding Aber ich fand es trotzdem interessant Er war wie Bowser Nur war er Giga Nicht zu verwechseln mit Der Fernsehsendung Beziehungsweise dem Sender Bowser meine ich Jetzt wird geschmettert Bowser Yes Du meinst gesteckt Brief quasi Hey oh Gott Oh nein Ich habe das Ende komplett vergessen Ich meine Es ist nicht zu unüblich Dass Bowser in der Lava landet Aber Ich meine In Lava landen ist eine Sache Aber in einem fucking Stern Also bei der Lava Kannst du mir sagen Okay Vielleicht beim Knochen übrig Aber bei dem Stern Der bleibt nichts mehr übrig Der bleibt nichts mehr übrig Aber ja Es ist Es ist brutal Immer wieder zu sehen Dass Bowser einfach In der fucking Lava landet Am Ende Ich bin jetzt glücklich Der Mann ist tot Ehrlich gesagt ja Denn ich habe Einen großen Stern erhalten Der ist ein harter Hund Der hält das aus Ursprünglich war Bowser ja mal ein Ochse Du wolltest noch was Über den Ludwigs sagen Vorhin Gleich 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 Wir sind aber noch Wir müssen noch das Ende anschauen Danach können wir wieder Random Mission gehen Du hast die Story durch Ja Ich bin mit 69 Sternen da rein Und mit 70 raus Jetzt bin ich bereit Mario 64 durchzuspielen Habt ihr gesehen Habt ihr gesehen wie sie seine Hand gehalten hat So viel Handhalte Action wird Mario mit Peach nie wieder bekommen Nie wieder Wir holen 100% in Galaxy Wir haben also noch eine Menge vor uns Wir sind noch lange nicht fertig Und ich droppe heute super viele Frames Sehe ich gerade Verzeihung dafür Und Galaxy ist einfach Ich meine okay Der ist nicht gerade Von Narn saß Wie Warte Nein 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 Bowser gib mir den Ring Nein Bowser Was macht der jetzt Springt jetzt in die Lava Wie hat der das überstanden Zum einen Leihsam glaube ich Das ist überhaupt keine Simulation Das ist unrealistisch Zum anderen Springt jetzt in die Lava Oder so Mein Königstern Mein Kosmos Er schrumpft Oh nein Oh nein Bowser wird so Das Supernova Oh mein Gott Okay Jetzt ist Bowser wirklich tot Als ob Bowser eine Supernova Überlebt Oh nein Luma Wir haben so viel Miteinander erlebt Oh ja Sie machen Sie gründen jetzt Eine neue Galaxie Und das ist glaube ich Der Punkt An dem Galaxy 2 Dann ansetzt Oder so Ich habe keine Ahnung Oder ist Galaxy 2 Einfach nur Ja Wir haben die Zeit Zurück gedreht Aus irgendwelchen Gründen Ich meine So ein Stück weit Darüber reden wir Wenn wir bei Galaxy 2 sind Das mehr als der Supernova Ist der Urknall Nein Ist nicht der Urknall Wie kann es der Urknall sein Wenn um Wenn um das ganze herum Schon Materie ist Und anderes Zeug Der Sinn in dem Urknall Ist doch Dass da nichts ist Schreit ein Baby Ein Sternenbaby wurde geboren Was Dieses Kind wird sicherlich Der 1 Eine neue Galaxie werden Das habe ich komplett vergessen Dass das eine Sache ist In diesem Spiel Das ist Bloodborne einfach Wenn das Licht Eines Sterns verblasst Zerbirst er zu Sternenstaub Wenn man diesen sammelt Und zusammenfügt Wird er wieder zu einem Stern Und so dreht sich Der Kreis des Lebens weiter Aber es wiederholt sich Nie das gleiche Es ist immer wieder neu Oh ihr glaubt Da ist das vorne im Urknall Was war Verstehe ich das richtig Nintendo Und so Und so Oh ja Einfach auf dem Boden liegen Das wärs jetzt Die Umgebung hier Sieht super schlecht aus Ja ich werde das Video veröffentlichen Lass mich doch noch Wir werden über die Ludovs reden Und ich werde mein Video veröffentlichen Aber Wir müssen noch das Ende begutachten Stell ich die Tauben an Und da ist Bosers Schiff Oh das Baby Bowser Mario Du hast meinen Vater In einer Supernova Zerstört Oh nein Da ist er wieder Da ist Bowser Er wurde Er wurde In den Stern Gekickt Dann in der Supernova Ist er zu nichts geworden Und da steht er Ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht Aber ansonsten Geht's Bowser gut Die Videos sehen Irgendwie super schlecht aus In der Collection Ich weiß nicht Haben sie zum Teil Hochskaliert Mit einer KI oder so Teilweise sehen die Echt komisch aus Das Gedächtnis Des Sternenstaubs Wird an ein neues Leben Weitergegeben Und auch an euch Oh Warum steht Bowser Jetzt neben dir herum Ist das jetzt einfach Ich meine Akzeptieren wir das jetzt einfach Ich könnte vielleicht Eine kleine Keine Ahnung Eine Haftstrafe Vielleicht bekommen Von Tag oder so Okay Wir haben Galaxy Durchgespielt Wow Wir sind ja noch nicht fertig Wir sind ja noch lange Nicht fertig Lass mich erst mal Mein Video Veröffentlichen Denn es ist der Aufstieg und Fall Des Steam Controllers Und dann Ich kann die Kräte Ich skippe Wie es aussieht Okay Dann würde ich sagen Wir können kurz Über die Ludolfs Reden Und zwar Ich habe ja Ich habe die Erst paar Folgen angeschaut Und was sehr interessant ist Ist wenn man um Aber das war sein Name Günther Vom Horst Günther Ähm Sie reden am Anfang Dann auch über Den guten Horst Günther Welcher natürlich Wir Wenn ihr mit dem Schicksal Wenn ihr ungefähr Mit Ludos vertraut seid Wisst ihr dass er Nie was gegessen hat Das einzige was er Zu sich genommen hat War immer Sein Kaffee Und Zigaretten Und gegessen hat er Dann nur was Wenn er bei sich Zuhause war Das heißt Er hatte da auf jeden Fall So gewisse Ich vermute Er hatte gewisse Zwänge Und was er dann halt Gegessen hat War dann auch immer nur So Pudding und so Also auch nie wirklich was Und ich meine Er ist dann auch Nach Keine Ahnung Zehn Jahre später Oder so dann Äh An einem Herzinfarkt gestorben Hatte auch einen Extrem ungesunden Lebensstil Und ist auch Am Anfang erzählen sie dann auch Ähm Das war ja natürlich noch Davor und sowas Auch wie die Schwester Oder so Und Manfred Wie sie dann erzählen Dass sie Dem guten Günther Dass sie sagen Ja Günther ist ja nichts Und deswegen Wir können ihn wenigstens Können wir überreden Dass er einmal pro Tag Dann so ein paar Vitamintabletten Zu sich nimmt Und sowas Bisschen traurig Vor allem im Nachhinein Aber ja Ich frage mich Woran das wohl liegt Ja die Sache war halt auch Was sie da auch Speziell anmerken Ist dass er damit Angefangen hat Mit dem ganz Verhalten Als seine Frau Mit ihm Schluss gemacht Ich glaube der hat den Irgendwie auch betrogen Oder so Und das war halt so Die Sache Die ihn als Mensch Quasi gebrochen hat Und sind halt Altmodische Leute Die haben halt auch nicht An sowas geglaubt Wie Therapie Oder sowas Und ja Das heißt Es war an dem Punkt Wahrscheinlich Wird er nicht mehr Wirklich Interesse Ranghabt haben Zu viel Wert darauf zu legen Sich am Leben zu erhalten So nur das Nötigste Zu machen Wollte es um 12. Video hochladen Das habe ich gemacht Aber ja Das fand ich super interessant Ich wusste dass es die Problematik mit Günther gab Aber in einer der ersten Folgen War es auch interessant zu hören Also Manfred und die Schwester Sie dann auch meinten Dass sie eben Noch Vitamintabletten geben Damit er wenigstens etwas Zu sich nimmt und sowas Dann dachte ich mir Oh shit Das ist deprimierend Und das war mein Funfact War ziemlich spaßig oder Schon durch War er eine Zeit lang nicht da Also durch ist jetzt relativ Wir haben jetzt 70 von 121 Sternen Ja aber vergesst jetzt einfach Dass Bowser mal ein 10.000 jähriges Reich errichten wollte Probier Wonderboy Und The Cursed Kingdom Gefällt dir garantiert Nein vielleicht Ich äh Ich werde es nicht jetzt anfangen Gott wir haben wirklich Relativ viele Frames Heute gedroppt Mein Internet ist wirklich Heute nicht so stabil Starkes YouTube Thumbnail Mein guter YouTube Thumbnail Okay pass auf Lass uns darüber kurz reden Gestern Ich saß bestimmt für eineinhalb Stunden In diesem dummen Thumbnail Für den Steam Controller Mir ist einfach nichts eingefallen Das war Johnny Level Von Langsamkeit In Sachen Thumbnail machen Eigentlich bin ich da mal Relativ schnell Und ich habe so viel Verschiedenes Zeug versucht Weil ich im Endeffekt Verwendet habe War dann Das hier Und ansonsten Was ich noch als Anlauf hatte War Was ist das Aber das ist nicht so gut Vor allem der Steam Controller Sieht auch nicht so gut aus Ich denke das was ich habe Ist okay Aber mein Gott Ich habe so lange Dafür braucht Ich habe so viel Verschiedenes Zeug Durchprobiert Ja danke Bitte Bitte Mario Bitte 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 Dem Bilderbuch War ein neues Kapitel Zugefügt Lila Schaberner Komet Aufgetaucht Wir werden speichern Aber ja Für dieses Thumbnail Habe ich lange gebraucht Kein Gelb im Thumbnail Zeiten als der Ein Meme war Sind doch eh lange vorbei Inzwischen sind auch Der Weihnachtsmann Schaberner Komet Das ist ein tolles Wort Ja Willkommen zurück Ich wusste dass du schließlich Zurückkehren würdest Schau auf den Boden Zu deinen Füßen 50 Diese Zahl steht für die Sternenkraft Die du noch brauchst Um in eine andere Welt zu gehen Eine andere Welt Dort wirst du dir selbst begegnen Aber bist das wirklich du? Warum ist das Spiel Zu Bloodborne geworden? Dort wirst du dir selbst begegnen Aber ist dieses Ich dem du begegnest Auch wirklich du selbst Oder ist es nur eine Manifestation Deiner tiefsten Ängste? Hier ist ein Brief von Prozessin Peach Lieber Mario Ich bin im Moment an deinem Ort Ganz weit weg Aber das ist schon in Ordnung Du wirst mich bestimmt retten kommen Wie? Sag mal Sag mal Ich hab dich gerade eben gerettet Was für Gefangenschaft Meine Leben sind auch verschwunden Wann Bloodborne Mobile Stream Das ist die gute Frage Es gibt bei Photoshop Den Filter Staub und Kratzer Wenn du die Ebenen kopierst Den Filter anwendest Und per Maustaste Nur die betroffenen Stellen freilegst Kannst du Bilder Wie auf dem anderen Thumbnail aufhübschen Staub und Kratzer Ist also die Kurzfassung Ich werde es mir mal anschauen Ich werde mir generell mal Ein paar Photoshop Filter Mal wieder anschauen Oh, haben wir vielleicht schon Den lila Schabener Kubät Hier irgendwo? Ich würde sagen Wir werden uns die Geschichte Übrigens am Ende Dann den Rest davon Zu Gemüte führen So, warte, warte, warte Was haben wir Wir haben auf der Terrasse Einen lila Kometen Einen lila Schabernack Kometen Einfach Monate YouTube Pause Um den Photoshop Kurs zu belegen Mein Photoshop Kurs Bringt mir auch nicht viel Weil Ich bringe ja nicht viel Für das Was ich für YouTube Und jetzt brauche Fragen kommen gerne zu mir Äh Ich habe nicht wirklich Fragen Zu Photoshop Glaube ich Ich meine Man macht was man macht Lila Münzen im Eiersternhaufen Und jetzt ist alles voll Mit lila Münzen Nimm den MrBeast Kurs Für Thumbnails in Anspruch Äh Ich würde gerne nichts Einmal in Videos Wie MrBeast machen Ehrlich gesagt Geht nicht ums Technische Oder? Nein was ich mache Ist sehr Sehr minimalistisch Sehr basic Würde ich sagen Dem was ich mache Muss ich wirklich nicht viel In Photoshop können Mal ein paar Dinge Hauptsächlich Dinge freistellen Aber Das geht quasi von selbst Kauf uns mal eine Insel Was für eine Insel Du kannst dir selber eine Insel kaufen Zwei Bergen oder was auch immer Ich werde keine Insel kaufen Kauf mir mal eine Insel Wir wissen damit Da seid auf einmal niemand mehr Was wird es darum geht Dem alten Mögi eine Insel zu kaufen Es ist immer nur Nehmen 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 Aber nie geben Mach mich krank Das waren nur so Lila Münze von hier Au Ich glaube das waren alle Okay Gerade bei dem Arenenleiter Der eine ähnliche Frisur hat Wie du Nur mit mehr Augenbrauen Eine ähnliche Frisur Wie ich würdest du sagen Würdest du also sagen Rasiert Ist eine Frisur Ich würde eine Insel schenken Vielleicht Dann schenke mir mal eine Insel Ich warte Ist wir überhaupt in der Insel Äh Ich glaube ich will weiter Zu Weihnachten Äh Du weißt dass Weihnachten Weniger als einen Monat hin ist Das heißt wenn du sagst zu Weihnachten Dann Dann musst du bald mal abliefern Da gibt es nicht mehr viele Ausreden Jahu Musste ich gedulden bis dahin Okay Er hat mal Tipps gegeben Zum Geld sparen Beim Insel kaufen Es ist scheinbar deutlich günstiger Eine Shit Insel zu kaufen Und Die gut zu machen Als die gute zu kaufen Nur so als Tipp für die Millionäre Da draußen Also ich habe das Gefühl Du musst schon Du musst ein fortgeschrittener Millionär sein Um daran zu denken Dir eine Insel zu kaufen Und sie aufzubereiten Denn Hier auf dem Festland Bekommst du für die Million ein Haus Und das war's Äh Shit Wo sind die letzten 10 Münzen Oh hier muss ich wirklich woanders hinschießen Okay ich hab's Das ist die seichteste 100 Münzen Mission Die es jemals gab Und geben wird Wie wär's in Spanien Steht ein ganzes Dorf zum Verkauf Ja aber es ist ein Dorf In irgendeiner von der Region Die sich äh Von Spanien ablösen will Das Gefühl mit denen könnte es dann schwierig sein Oh 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 Dann will ich's auch nicht Mein YouTuberdorf Was spricht dagegen Nichts spricht dagegen Will ich mehr Wir machen noch ein paar lila Schabern Wir machen noch ein paar lila Schabern Akkomete Wenn wir gerade dabei sind Der alte Maeve Pass auf er ist online Und pass auf Gleich wird stehen Maeve spielt Pokémon Purpur Aber schon seit 30 Jahren Unbewohnt Oh Das ist ziemlich lange her 30 Jahre nicht mehr in dem Dorf Äh Dass da niemand mehr gewohnt hat Sind ein paar Tage Oh Nein War das hier nicht auf Zeit Ich glaube das war hier auf Zeit Mit den lila Münzen Lila Münze Sternenstaubs Ja ich bin mir relativ sicher Das war mit dem Zeit Limit Wahoo Ich glaube wenn man Multiplayer macht Kann der zweite Spieler Oh kann aber sein Dass das nur ein Galaxy 2 eine Sache ist Das ist der zweite Spieler dann mit seinem Shit Dass er dann äh Münzen schnappen kann Oh nein Hier muss man den Weg ja kennen War das überhaupt nicht gut Hier werde ich wahrscheinlich erstmal sterben Wenn das okay ist für euch Ich glaube auch wenn man die Münzen hat Muss man auch dann noch ähm Zurück zum Stern gehen Innerhalb von der Zeit Das ist nicht gut Ich habe viele ungute Erinnerungen An diese Mission Will ich sagen Okay Aber man muss dazu auch sagen Ich war damals auch ein schlechterer Videospielspieler Das heißt Wer weiß wie es dieses Mal laufen wird Oh fies Ich weiß nicht Ich glaube es läuft gut Warum ist die Mission so einfach Wir haben ja noch massiv Zeit um zurück zu gehen Warum hatte ich das als so schwer in Erinnerung Wenn du wahrer Gamer bist Ja Ich habe gerade die Schranktür unter meine Spüle aufgemacht Und da diese auf Hüftür ist Habe ich mir einen Türknopf natürlich mit Wucht in den Johannes gerammt Oh das tut weh Muss echt beschiss im Videospielen gewesen sein Ich bin über die Jahre halt durchaus besser geworden Ich meine ich konnte damals auch ein Banjo Kazooie Gruntini besiegen Vergesst das mal bitte nicht Gibt es im zweiten Teil nicht so eine schwere ähnliche Nein ich meine definitiv Teil 1 Kann sein dass es sowas gibt Aber in meinem Fall meinte ich definitiv die Mission aus Teil 1 Ist ja immer noch ein lila Scherbener Kometen irgendwo Wenn ich gerade dabei bin die abzuschließen Terrasse Schon wieder hier Aber das ist jetzt bei den Honigbienen Damals als ich Galaxy zum ersten Mal gespielt habe Hatte ich bei diesen Münzen auch schwer in Erinnerung Die die wir jetzt machen ist aber Da sind die Münzen ziemlich weit verteilt Das heißt das ist ein bisschen mehr Mario 64 Style Willkommen Maeve Maeve warum hast du Pokémon nicht gestartet Ich habe gesehen hast du Online gegangen bist Da habe ich gesagt gleich wird Maeve Pokémon Purpur statt Und dann ist es nicht passiert Hast du es gestartet es wurde nicht angezeigt Ich habe es gestartet natürlich Okay es wurde dann nur nicht angezeigt Okay Hätte ja auch sein können dass du Keine Ahnung Irgendwas anderes spielst Vielleicht ist ja Metroid Red schon da oder so Ich habe mir übrigens Ich habe mir übrigens doch keinen Xbox Series Controller geholt Die gab es gestern am Black Friday Bei Otto und Saturn und sowas Im Store für 35 Euro Vielleicht auch heute noch Aber ich wollte man sich einen holen Aber gleichzeitig ist halt die Sache Mit meinem Xbox One Controller Stimmt alles Das heißt es gibt nicht wirklich einen Grund Einen neuen zu kaufen Auch wenn ich gerne würde Aber Was soll man machen Wenn der alte One Controller noch alles tut Was er tun soll Das ist ja kein Grund dafür Nur weil das Daumenprofil ein bisschen abgenutzt ist Vor allem sieht der Series Controller auch sehr ähnlich wie der Xbox One Controller aus Also Ich glaube die Schultertasten sehen ein bisschen anders aus Sind auf jeden Fall in der gleichen Farbe Wie auch das äußere Plastik Und Das Steuerkreuz natürlich ein bisschen anders Und ja Ich würde dich auch nehmen Obwohl du ein bisschen abgenutzt bist Siehst du Und das weiß ich sehr zu schätzen Wo haben wir hier überall noch Lila Münzen Gibt es dort Geizheiz noch reduziert? Ja Sollte sowieso für die ganze Woche sowas sein Aber Ich werde trotzdem keinen holen Denn sowas haben wir hier nicht nötig Wir sind echte Switch Pro Controller Gamer Oh Dein New Pokémon Snap kommt heute an Mit dem Series Controller New Pokémon Snap fand ich super spaßig Ist da nicht ganz den Zauber Den Teil 1 hat würde ich sagen Oh oh Aber New Pokémon Snap hat wirklich viel Content Da gibt es sehr viele Pokémon zu fotografieren Vor allem gibt es die ganzen verschiedenen Posen und sowas Ich wollte mal Ich wollte das früher mal komplizieren Aber Dann war es mir doch zu blöd Wird eigentlich die Switch hier reduziert? Nö Also wenn sie an dem Punkt nicht angefangen haben Wären sie damit nicht mehr anfangen Okay Switch jetzt sieben Jahre draußen Ich denke es ist Zeit zu reduzieren Die Wii U haben sie bis zum Ende hin auch nie reduziert Was? Meiner Meinung nach Auch ein Grund für das Scheitern der Wii U ist Den Leute ganz gerne übersehen Ich habe das Gefühl Wenn die Wii U irgendwann mal günstiger gewesen wäre Hätte sie vielleicht auch mal jemand gekauft? New Pokémon Snap ist das bessere Slime Rancher 2 Ich meine Slime Rancher 2 war ganz nett und sowas Ich denke ich spiele nicht mal fast der gleichen Liga wie New Pokémon Snap Stand nicht momentan sogar eher Preiserhöhung im Raum für Konsolen Also für die PS5 Ja bei der Switch Wäre schon sehr dreist Denn Kann es mir nicht sein Dass die Switch in der Zwischenzeit nicht günstiger zu produzieren wurde Vor allem haben sie doch sowieso die OLED-Switch rausgebracht Können sie doch für die einfach mehr verlangen Ich habe seit der Wii U Vertrauensprobleme Warum? Hatte ich die Wii U enttäuscht oder so? Ich meine es war eine gefloppte Konsole aber Die haben ordentlich geliefert für diese gefloppte Konsole 280 für normale 320 für OLED 280 noch für die normale Puh Nein Komm schon Ist die Vollversion von Slime Rancher 2 schon raus? Natürlich nicht Was wir sie rausgebracht haben war nur irgendeine Halbfertige Version Beziehungsweise mit nicht viel Content Auch überhaupt keinen neuen Content Ich glaube sogar weniger Features als das Original an dem Punkt hatte Ich hatte nie die Wii U und ich habe auch nicht das für sich sonderlich viel verpasst hätte Die Wii U war keine schlechte Konsole Von den Spielen her Das Problem ist, dass sie eine schlechte Konsole war Aber von den Spielen her gab es halt War eine okaye Konsole Nicht die beste Nicht die schlechteste War absolut solide Würde ich sagen Die meisten Spiele wurden davon natürlich auf die Switch geported Die gut waren Ja mittlerweile sind fast alle Spiele auf der Switch Ich habe die Wii U und ich habe sie kaum gespielt Ich habe hauptsächlich Wii Spiele auf der Wii U gespielt Die Wii U ist halt auch super einfach um Wii Spiele hoch zu skalieren Für HD Geräte Denn die Wii war eine Konsole die kein HDMI von sich aus hatte Also von meinem Chef her Raid Viel viel lieben Dank Es wird nur noch Wind Waker HD Twilight Princess HD kam auch nicht auf Switch Was ist das? Sag mal Fully Was ist das für ein Achja Fully hasst Twilight Princess Ich dachte mir gerade Was soll das auf einmal? Da ist mir angefallen Ach ja Das Fully ist gespielt Der hat diesen komischen Hero Mode gespielt Und fand es scheiße Ich dachte wir reden von guten Spielen Mein Pro Controller hatte bei der Wii U in Ordnung Der Pro Controller Ich meine Also ja mit dem Gamepad hätte ich sowieso nicht viel gespielt Denn großer Gott Ich weiß Gamepad liegt gut in der Hunter Die Akku dauert es halt shit Der Wii U Pro Controller dagegen Der Akku lebt und lebt und lebt Oh doch ich mag Twilight Princess Aber es ist mein unterwegs gemochtes 3D Zelda Ja 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 Ist auch nicht eins meiner Top 3D Zeldas Aber Spaßig für das was es ist Aber ja 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 Bin auch nicht so enthusiastisch darüber Dahinter im Video hätte ich jetzt gerne Steam Controller Schönen Dank auch super Video by the way Dankeschön Steam Controller ist ganz spaßig Dann der Top 3D Zeldascore Meinst du Fully oder mich Dann Meerbeer auf Platz 1 Ocarina of Time Dann Madras Mars Dann Wind Waker Ah shit Draft der Wild Ich weiß nicht was Dann Wind Waker Nein Willst du mich verarschen Wir werden das jetzt zuerst holen Ich glaubst du magst du den Stein Dann Wind Waker Dann Breath of the Wild Und dann Twilight Princess Und äh Dann der eine Teil Den ich nicht so mag Wo ist Skyward Sword Nein ich bin mir sicher Ich hab Skyward Sword erwähnt Ist das vorhin nicht ähnlich Schon mal passiert Ja Deswegen werde ich es jetzt zuerst machen Skyward Sword will ich mir tatsächlich Glaub ich auch mal für die Switch holen Mal schauen ob es mir mit Controllern besser geht Weil Was ich mich an Skyward Ich mein ich Backtracking ist natürlich ein großes Problem An Skyward Sword Das heißt viel höher als den letzten Platz Wird es für mich denke ich so oder so nicht ansteigen Aber Mein größtes Problem mit dem Spiel Ist halt die Steuerung Ich kann sie nicht leiden Ich komm damit nicht gut zurecht Das ist Nein Ich mag es einfach nicht Dementsprechend Wäre vielleicht die Switch Version Das Richtige für mich Wie viele Streams brauchst du noch Für den schlechteren Dark Souls Teil Viele 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 Dark Souls 2 Streams kommen da noch Hier haben wir noch nicht mal die DLCs angefangen Und die DLCs sind ähm Ich glaub es sind drei Stück Das ist dann auch der ganze schwere Content Das Spiel hat nicht wirklich Backtracking Meinst du dass Du neues Gebiet im selben Bereich kommst Das ist aber kein Backtracking Aber Du kommst Du läufst durch die gleichen Gebiete ständig wieder Kannst von da aus dann irgendwann mal wieder Einen kleinen neuen Bereich Aufsuchen Aber per Definition ist das kein Backtracking Ist mir egal Hier kann die Doktor weiter über Backtracking schreiben Tust du nicht Es ist immer neue Bereiche Nein Ich weiß nicht was du in Skyward Sword siehst Aber ich seh es nicht Ich weiß nicht wie fern es für dich neue Bereiche sind Denn es sind Ich weiß es gibt immer wieder neue Bereiche Aber Du musst auch immer wieder scheiße in den gleichen Bereichen machen Und dann kommst du vielleicht in den kleinen neuen Bereich Oh Gott Ich will hier oben nicht unterwegs sein Wo ist denn jetzt die lila Münze da drüben Ich seh doch so nichts Okay Werde ich hier wegkommen Werde ich richtig fallen Finden wir es ja raus Yeah Ja Ja Okay Sehr gut Ist auch tags zu zweit angefangen Am Anfang finde ich die Boss Patterns irgendwie sehr leicht Erinnert sich das noch Äh Nicht wirklich Nicht wirklich Nein Krabbel hoch Wie ein Mario 64 Das klappt nicht Okay Gehe wieder zurück Muss ich jetzt dann nochmal dahin Och nö Och nö Vielleicht kannst du am Rand hochlaufen Wir machen es so nochmal Jetzt seh ich schon zu spät Mach einfach den Jump Kick Sie haben einfach den Kick von Mario rausgenommen Ist einfach eine Unverschämtheit Zu meiner Zeit Konnte ein Mario sich noch mit seinen Händen und Füßen verteidigen Davon ist ja heutzutage nichts mehr übrig Komplett verweichlicht Okay wir haben die Hälfte geschafft Ah Fehlt nur noch die andere Hälfte Das ist eine sehr langwierige Mission Wieso Mario jetzt bei Synchronium beentritt Ich weiß es nicht Das ist nämlich daran Als ich damals zum ersten Mal Mille gespielt habe Das war bei Expert Da hatten sie so eine Das haben wir in heutzutage gar nicht mehr Diese Station Wo man ein bisschen Videospiele schon anspielen kann Oder Fällt mir gerade auf Ist das noch eine Sache Nicht wirklich oder Auf jeden Fall Könnte man da noch mal ein bisschen Melee spielen Und dieser Control Dieser Gamecube Control Der da war Ich frage mich wirklich was die gemacht haben Dieser Stick war so ausgeleitet Man konnte halt nicht mehr richtig in irgendwelche Richtungen drücken oder so Doch gibt es noch Okay Man konnte einfach nicht richtig in eine Richtung drücken oder so Es war einfach Einfach komplett hinüber Ich frage mich wirklich was die damit gemacht haben Moment Ich trage mich wirklich was die damit gemacht haben Weil Ich damals dann Melee gespielt habe Und dann habe ich gesehen Dass man Bowser spielen kann Ich fand das super cool Es hat noch mal Mediamarkt Seit der Tour Noch ein, zwei Switches zum testen Da Aber sonst sehe ich es auch nie was Demo Räti war meist sehr abgenutzt Oh ja Ich war auch mal bei Toys R Us Und da hatten sie einen DS Der DS war noch relativ neu Es war ziemlich erst Weil ich darauf was spielen konnte Was da für ein Spiel drin war War natürlich WarioWare Hieß es Touch and Go Der DS Teil von WarioWare halt Und Ich habe auch so Station mit 3 DS Na da komme ich nicht hoch So nehmen wir das da drüben mit Ich habe das Gefühl Das wäre ganz hilfreich Für hier Wahrscheinlich gibt es das nicht Ich bin immer wieder in den Saturn Um die Ocarina of Time Demo zu spielen Was ich halt auch super cool fand Oh vielleicht sollten wir uns das mal In dem Stream anschauen Ich meine es ist dumm Aber Dann wiederum Nein Oh das ist schwer Oh 69 Münzen Die Sache ist nämlich Es gab diese Demos Von verschiedenen klassischen Nintendo Spielen Die man auch in der Virtual Console Auf der Wii kaufen konnte In Brawl Und die habe ich damals Da habe ich super gerne reingeschaut Ich meine ich hatte Ocarina of Time Aber Ich finde die Demo trotzdem cool Wo man es für 5 Minuten spielen konnte Oder sowas Und Das Problem ist Ich würde da gerne mal wieder rein Schauen die Demos Von den paar Spielen Die es da gibt Das Problem ist einfach Wenn ich das mache Dann werden Leute sagen Oh spiel mal den Subraum Emissär Ich hasse den Subraum Emissär Ich will den nicht spielen Ich werde nie verstehen Was Leute an dem Subraum Emissär So toll finden Ich meine Die Das ist jetzt nicht euer Ernst Das kann auch nicht sein Okay Subraum Emissär ist ganz toll Ich sehe schon Man darf kein Wii Spiel spielen Und dann über den Subraum Emissär schimpfen Hast du nicht mehr gesehen Wo Leute die Demo durchgespielt haben Ah ich glaube ich habe einen Speedrun mal gesehen Wo jemand den Speedrun von der Von der Ocarina of Time Demo in Brawl gemacht hat Jetzt bin ich sehr auf den Quelle Kaufhaus gegangen Die hatten da Minish Cap Auf dem GBA SP Das man dort spielen konnte Ein Quelle Kaufhaus Ich kann nur Dass sowas die Sache war Mama Können wir zum Leckermann gehen Das war ziemlich charmant Ein Reiz an Smash Ist ja die Welt Enteinander verschmolzen zu sehen Und Charaktere interagieren zu sehen Der Subraum Emissär Macht das eigentlich ganz nett Ich dachte kurz Was du sagst Der Reiz daran war Deswegen Dass man die Demos Von den Spielen hatte Ich dachte mir Oh ja Fully versteht Das hast du Von dem Subraum Wie ist die angefangen Ich dachte mir Nein Fully versteht es nicht Minish Cap Sollte ich ja auch Irgendwann mal durchspielen Ich habe es mir Auf der Wii U gekauft Immerhin weiß ich jetzt Ungefähr wo die Münzen sind Und jetzt kann Gar nichts mehr schief gehen In diesem Level Das ist das Gute daran Ich habe früher Mit meinem Bruder Auf einem Demogerät FIFA gespielt Und wir haben uns Irgendwelche neuen Regeln Ausgedacht Wie wer die meiste Eigentore schießt Und so haben wir uns Mega totgelacht Aber ein Kind Neben hat uns Nur dem ich angeschaut War uns egal Wir hatten Spaß Fällt mir gerade Eine Sache ein Ich habe ein paar Demos tatsächlich hier Die glaube ich für Oh Gott Die glaube ich Dafür verwendet wurden Für irgendwelche Geschäfte und sowas Und zwar Wir haben die Interactive Multimedia Nein Die Interactive Multigamedemo Disk Für den Gamecube Und was relativ Da sind halt ein paar Demos drauf Von Star Fox Assault Oder Barton Kaitos Und sowas Und was auch Interessant ist Da ist auch ein Video Für den DS drauf Das heißt Es gibt diese Demo Und auf der Demo Disk kann man dann Einfach ein Video Von einem Trailer Von dem DS anschauen Oder ist das Wild Ja es sind Trash Demos Da ich noch Ein paar PS2 Spiele Die ich mal Auf Ebay gesehen habe Natürlich Budokai Tenkaichi 2 Selbstverständlich Tenkaichi 1 Ich habe diese Demos Noch nie gespielt Und Das allerwichtigste Höre ich da Dass jemand In der City Livt Wir haben nämlich Die Sonic Gems Collection Meine Freunde Ich weiß gar nicht Was da wirklich Für Content Auf diesen Demos Drauf ist Aber Die PS2 Demos habe ich Ähm Ich glaube die Habe ich für jeweils 3 Euro Oder so Auf Ebay mal gesehen Weil Niemand hat sonst Drauf geboten Weil Wen interessieren die Teile Und dachte ich mir Yeah Ich meine Das sind 3 Spiele Die Gar nicht ganz cool Für sind glaube ich Nette Sammlerstücke Oh deswegen habe ich sie Wurden die Demos Damals verkauft Nein Ah das war Das für die Läden Die werden halt Ich vermute es lief Stimmt wo ich den Controller Ingelegt Da Ähm Er liegt bei den anderen Controller drüben Die noch von Äh Der Aufnahme für das Steam Controller Video Da alle liegen Ah ich vermute es Darauf hinauslaufen Dass halt die Angestellten Haben gesagt Will jemand die Demo Dests mitnehmen Konnten sie sie mitnehmen Und So haben sie Den Weg dann Den Umlauf gefunden Würde ich einfach mal Vermuten Gebe ich so gut Für Retro Sachen Ja Vor allem wenn Es irgendwelche Coolen Sachen Sind die aber Kein Arsch Interessieren Kann man dann So günstig bekommen Ist das Deutsche Demos Ah Ich meine Da war Ein Piggy Rating Drauf Und beim anderen Glaube ich Australisches Nein Äh Texte Oh doch Warte Sie haben Eine USK Wertung Moment Also sie haben Ich glaube das mit dem U das müsste Australien sein Und dann noch die USK Wertung Wenn mich nicht Alles täuscht Ganz recht Direkt frisch Aus der Heimat Schau mal schnell Zum Restaurant Zur goldenen Möwe Dann musste ich Vorhin auch schon mal Denken als ich Ähm Diese Sternteile In Mario Formation gesehen Hab Aber Streamfun Gab es auch immer Schöne Demos Ja das ist ja was anderes Streamfun Demos sind ja Oder Streamfun Distro und sowas Die sind ja für alle Erhältlich gewesen Das interessante Sind ja Demos die Ähm Die man nicht so Einfach haben kann Oder auch haben Konnte Noch schöner Swannup mitnehmen Damit ich nicht Mein ganzes Leben Verlieren werde Kannst wirklich Bald Museum Aufmachen Setze das eigentlich Von der Steuer ab Ich meine Kommt drauf an Wenn es für Videos ist Ja Das meiste Zeug Ist für Videos Falle von dem Demo-Desk aber Äh Ich glaube nicht Meine haben eh Nichts gekostet Mh Wir haben noch mal Rüber 46 Münzen Mit 46 Münzen Da fängt das Leben an Wie viel Geld Würdest du deine Regale schätzen Keine Ahnung Also wirklich Ich habe keine Ahnung Das meiste sind aber Keine wertvollen Spiele Beziehungsweise die Einzigen Spiele Die davon Irgendwas wert wurden Sind halt die Gamecube Spiele Aber ansonsten Weil es zu spät Was ist zu spät Zu spät ist Nicht runterfallen Mario Fall bitte nicht Einfach wieder runter März glaube ich Oder so Irgendwann werde ich da Bestimmt noch Reinschauen Da oben Kann man dann Da entlang Nach sechs Mal Start Muss die Kaufentscheidung Dann auch mal Gefallen Sein Ja Willst du Zedua Live Auf dem 3D Haben Oder nicht Meine Geduld Zeit langsam Ein Ende Entverkaufst Es jetzt Oder du löscht Es Jetzt reicht So ein dummes Konzept Weil man fairerweise Sagen muss Damals gab es Wenigstens noch Demos Demos auf Konsolen Sind doch auch Heutzutage Nur noch Sehr selten Beziehungsweise generell Bei Videospielen Gibt es glaube ich Nicht mehr viele Demos Man bekommt welche Wenn sie Netzwerktest machen Aber das ist auch Nicht als so Uneigennützig In dem Fall Ja Das Geld Für den eShop Kann man doch Leicht über die Switch Einfach aufladen Und dann hat man es Auch auf seiner Wii U Oder 3D Erst wenn man die Accounts So weit verlinkt hat Demos wurden Von Early Access Abgelöst Äh Nein Ich würde sagen Das sind zwei Sehr unterschiedliche Dinge Da oben war auch Eine Münze Oder Da oben sind Noch ein paar So Wir müssen jetzt Nochmal rüber Und ich glaube Dann haben wir Langsam alles Switch hat auch Neuverschaubel Für die Demos Meine ich Wurde er durch Soul Street Free Weekends abgelöst Ja aber die sind ja Auch üblicherweise Zum Netzwerktest Zu gratis Wochen Du bekommst Ja auch nicht Von einem Singleplayer Spiel Ich sage ich Stirb 98 Münzen Nein Nein Alles gut Wir bekommen Das einfach hin Jetzt Und dann Gibt es Keine Probleme Mehr Saints Row 3 Zum Beispiel Wirst du mir Gerade sagen Dass Saints Row Kein Multiplayer Spiel ist Ich bin mir Ziemlich sicher Saints Row 3 Den Korb Modus Hat Abgesehen davon Ist Saints Row 13 Jahre alt Okay Noch 8 Münzen Werden es die Da unten sein Wahrscheinlich Wird mir nach Noch irgendwas Fehlen Und das wird Frustrierend Oh nein Okay Soll ich im Ausmaß Für Server Tests Ich weiß auch nicht Gibt es heutzutage So was noch Wenn man davon redet Warum man ein Spiel Von vor 10 Jahren Nennst Also zur Zeit Von Mario 64 Gab es ja auch Server Tests Also von Kronow 54 Monate Resub Wie viel lieben Dank Der Koko Schrambo 25 Monate Bau Fritz Aus Wernbach 12 Monate Es war vor 20 Minuten Auch dafür Wie viel lieben Dank So Drei Münzen Wo sind die drei Münzen Wahrscheinlich Kann ich irgendwo Am Rand noch Runterspringen Oder sowas Das Händen Haben wir ja schon Okay Ich muss noch vorsichtig sein Bei diesen Dummen Äh Steinen Da kann nämlich Eine Menge Schief gehen Die letzten Drei Münzen Wo verstecken Die sich Wo würde ich mich Verstecken Wenn ich eine Münze wäre Oh ich könnte da Wo ich vorhin war Noch nach rechts Weiter laufen Nein warte Da war ich doch schon Also Da dachte ich Ja da war ich Da rechts ja schon Oh da sind sie Da sind sie Ist mein Resub Nicht angemerkt Danke für den Resub Ich hoffe Du bist zufrieden Willkommen Die Münzen Alles gut Oh Gott Oh mein fucking Gott Okay Jetzt einfach zum Stern runter Ich habe Angst Okay Ganz vorsichtig Vielleicht für die Mission gebraucht Eine Stunde Oder so Warum droppe ich Die ganze Zeit Frames Gott Dieses Internet Ist heute auch Zu nichts zu gebrauchen Apropos Zu nichts zu gebrauchen Heute könnte Sollte wahrscheinlich Der Stream sein Indem ich die 70.000 Follower Knacken werde Als ich vor dem Stream Geschaut habe War ich glaube ich Bei 69.971 Oder so Das heißt Das wird ein magischer Moment Okay Ich habe keine Lust mehr Auf Kometen Wir gehen jetzt in die nächste Welt Wir werden jetzt wieder Ein paar richtige Missionen machen Sonst werde ich hier nämlich Einschlafen 19 noch Stoß mir darauf an Ich könnte eine Paulaner Spezi Anstoßen Dann mache ich mir noch Schnellen Noch 12 Wie noch 12 Erzähl Hast du angemerkt Das haben sie Sieben Leute Gefollowed Wie viele Nicht Follower Florians Sind hier gerade Da Reifbo Ozeangalaxie Oh die war auch Super cool Das war ein bisschen Nervig Aber atmosphärisch Natürlich ein Träumchen Jagd Den Meeresganoven Oh Das sollte Auf der In der Switch Version Auch ein gutes Stück Angenehmer sein Denn auf der Wii Version Ist es ein bisschen Nervig Schneller zu schwimmen Weil man die ganze Zeit Die Wiimote schütteln muss Aber hier Ich werde einfach Y drücken Captain Toad Was gibt es Was gibt es Zu wissen Das ist also Der Meeresganove Den werde ich meine Verpassen Verzeihung Der Captain Hat sehr viele Aggressionen In sich Apospezi Ich habe die Spezi Zero gefunden Ist eigentlich Echt grundsolide Hattest du die nicht Als wir die probiert haben Alter Hattest du die doch auch Oder In der Satzbank Wer bist du denn Dein Freund der Pinguine Wenn du dieses Meer Zurück haben willst Musst du durch die Acht Ringe schwimmen Kein Freund der Pinguine Was soll die Unterstellung Oh oh Ich glaube das ist doch nicht Mein Rennen hier Ich nehme trotzdem Roten Panzer Mal eben mit Ja das ist doch Sehr seicht Von der Geschwindigkeit her Nein das ist die normale Nur Oh wirklich Ja Aber ja Paulana Spezi Zero Ist okay Ist okay Ich habe sie seitdem Nie wieder gekauft War jetzt nicht schlecht Aber Auch nicht Wirklich gut Ähnlich wie dieser Stream Haben wir jetzt schon Die 70.000 Follower Wusste ich mal Dass Spezi Zero Gibt Man muss So was nicht wissen Man kann es auch Einfach spüren Ich meine Von allen Getränken Gibt es früher oder später Eine Zero Variante Ich liebe prinzip Bremsticht In welcher Folge Habt ihr die Spezi Zero Probiert Äh Pfff Ich glaube es müsste Eine der ersten Zehn Folgen Gewesen sein Und äh Ja Der fliegt weit Das ist alles was ich An Hinweisen dazu geben kann Mehr weiß ich auch nicht Nicht schlecht für einen Menschen Nein Hi Ein Wort Kannst du frei im Meer schwimmen Dankeschön Kann mich gar nicht dran erinnern Ich weiß noch Es war eine Ersatzbankfolge Zwei Es war eine Ersatzbankfolge Mit keiner zwei vorne Ja Ich meine Wir sind gerade bei 25 Es war definitiv Nicht in letzter Zeit Ich denke Es müsste irgendwo In den ersten Zehn gewesen sein Das heißt Es sind gerade mal 30 Stunden Content Die Für eine Frage kommen Dafür gibt es keine Light Produkte mehr Ja aber Light und Zero Produkte Laufen mehr aufs Gleiche hinaus Sache war nur Dass War eigentlich die Sache Die dass Männer Light Produkte nicht kaufen wollen Weil es so dieses Image hat Dass es für Frauen war Die abnehmen wollen Deswegen haben sie Zero gemacht Und dann kaufen sie auch Männer Geworfen werden Ansonsten bleibt es Ziemlich gleich Oh der hat ein eigenes Gehege Ich kann ja sagen Ich hätte Pepsi Light Dass mir zweimal Übergeschäumt In Dass mir zweimal Übergeschäumt ist In Links Awakening Das ist ja auch schon Das Pepsi Problem Manchmal sehe ich im Laden Auch Pepsi Max Und ich denke mir Vielleicht soll ich sie Noch mal probieren Und dann denke ich mir Ich mochte sie irgendwie Nicht so sehr Sie werfen Sie werfen dich in die Luft Als wären sie ein Katapult Gibt es Fruchtsäfte Zero Äh ich denke nicht Ich will auch geworfen werden Wollt ihr geworfen werden Seid ihr Seid ihr dumm oder so Ist es das Bienen Seid ihr dumm Was ist mit der Schwarmintelligenz Von der ich so viel gehört hab Oh warte Hier war doch Sehr startet Maeve Pokémon Purpur Und dann Fully Wenn du hochgeworfen Werfen willst Musst du sie Aufwecken So hier gab es doch Auch irgendwo Einen Stern Wo man sich irgendwie Mit einer Blase Hochpusten muss Oder so In diesem Baumstamm herum Ja Das ist so ungefähr Ich glaube es war Die War eine optionale Mission Oder so Kein guter Anfang Nein Yes Wirklich Wirklich Okay Manchmal scheitert man Einfach kurz Vorm Ziel So wie ich Okay So weit So gut So weit So gut Ah ich spiel die Switch Version von Mario Galaxy 75 Sterne Wir kommen gut voran So weit würde ich einfach mal sagen Schattenkomete Ja warum nicht Wenn der Komet schon mal da ist Dann sag ich doch nicht Nein Überhol den Schatten Okay Jetzt bin ich Unstieg zwischen den Versionen Eine Switch Version ist halt Statt der Wii Mode Verwendet man den Controller Wo man ein bisschen ihn bewegt Was ziemlich gut funktioniert Und Ist halt Hörauf gelöst Da es eine HD Konsole ist Aber generell sind es die gleichen Spiele So wo machen wir das Rennen hin Ja Jappi Oh oh Mein Panzer Oh ja man muss ja auch durchschwimmen Durch die Ringe Man muss ja die Ringe mitnehmen Schattbar und Rennen sind aber ziemlich cool Was ist das Ist das eine Kiste die man aufmachen muss Nein Das war ein lahmes Rennen Das war super lahm Wollt ihr mich verarschen Was soll das Okay 15 Sekunden Rennen Wo man Wo statt Mario einfach unter Wasser An einem Punkt die Kurve nicht richtig nimmt Und dann überholst du halt Hast gewonnen Das war echt spannend War es einfach zu gut Ja Ich war wirklich gut Vor allem an der Stelle Als ich Als ich an dem Stern vorbeigesprungen bin Mario trifft Mario Oh mein Gott Das ist mein liebster Videospielcharakter Wenn du irgendwas unter Wasser verkalkst Hast du halt verloren Aber man kann halt ganz gut Auch keinen Fehler machen Yeah Es ist die Mission Wir reden also von diesem Mario Da hinten ist er schon zu sehen Your Captain Alles läuft reibungslos Nichts zu klagen Was sagst du dazu Kapitän Die Arbeit Wie Rosalina sagt Du fühlst dich selbst Aber bist das wirklich du Das werden wir gleich herausfinden Man kann so leicht Die ganzen Sternteile mitnehmen Die Switch Version Ich bin immer noch erstaunt Au Wär mal deinen komischen Superlaser bei dir So eine Lok hatte ich auch mal Leute sagen Das ist kein Kinderspiel Das ist kein Kinderspiel Das ist nur Zufall Dass es voll mit Kinderspielzeug ist So Oh nein Die muss man glaube ich Erst hochschrauben Ja Definitiv Wusstest du beim Steam Control Den Ausschaltsound ändern kannst Nein Aber der Einschaltsound War fürchterlich Das war einfach nur so ein lautes Piepen Der hat mich ein bisschen genervt Das heißt das auf jeden Fall Warum haben sie nicht gleich einen Sound gemacht Der nicht nervig ist Horrorspieler haben auch Kinderspielzeug in ihnen Ja und nicht jedes Horrorspiel ist gruselig Und viele Horrorspiele werden auch für Kinder gemacht Ich würde sagen Alle populären Horrorspiele Die heute herauskommen Werden für Kinder gemacht Nenner 1 Five Nights at Freddy's Hello Neighbor Ein Horrorspiel Nennen wir ein gruseliges Horrorspiel Super Mario Galaxy Diese Mission nur mit Luigi Was wieso hier die Silbersterne Resident Evil 8 ist für Kinder Resident Evil ist keine neue Spielereihe Es tut mir leid das zu sagen Sie darf uns Resident Evil eh nicht gruselig Also wen interessiert's Nein Egal Überleben wir Damage Boost Das war nicht so übel Ich habe das Gefühl Ich kann mich mit diesem Typen hier nicht identifizieren Denn sein Pullover ist Lava Bei Five Nights at Freddy's war der Horrorfaktor nicht die Jumpscares Sondern die Atmosphäre und die Story hinter dem Spiel Niemand hat was von Jumpscares gesagt Du bist der einzige der was davon angewendet hat Lila Komet Machen wir ihn Bringen wir ihn direkt hinter uns Hier 100 Münzen Das ist doch Oh Gott ist hier schon der Luigi Diese Mission habe ich damals nie geschafft Ich weiß nicht ob ich die jemals geschafft habe Aber ich glaube so wild wird sie nicht sein Okay Zeit für mein persönliches Horrorspiel Oh die andere Seite von Mario ist Luigi Was hier aus 3D Horrors gemacht haben Es hätte so viel Potenzial Ich meine Galaxy haben sie wirklich gut hinbekommen Da kann man nichts dagegen sagen Es gibt hier auf jeden Fall mehr als Na shit das war dumm Es gibt hier auf jeden Fall mehr als 100 lila Münzen Das ist schon mal wichtig zu wissen Oh Gott das da drüben dreht sich immer noch Ich glaube die hören nie auf sich zu drehen Das ist nicht gut Ganz vorsichtig Nicht mehr Felder aktivieren als nötig Das ist erstmal das wichtigste Und dann kann auch nicht so viel schief gehen Denke ich Das war mehr Felder als nötig aktiviert Alles okay Gott wir haben so lange für diese Wir haben diese Mission damals so oft versucht Ihr macht euch kein Bild Das her sieht es ganz gut aus Aber schauen wie es weitergehen wird Denn ich habe hier einige Münzen zurückgelassen Die ich wahrscheinlich hätte mitnehmen sollen Aber da hinten sind auch noch echt viele Da drüben ist noch Eine gute Menge auf einer Stelle Aber Oh Gott Das war fucking knapp An dem Punkt muss ich mir nicht mal mehr die Mühe machen Denn wir haben es eh schon geschafft Ich war wirklich schlecht in Videos spielen Kann das sein Also wirklich Wirklich schlecht Wie habe ich diese Mission nie geschafft Das ist super einfach Dann gehe ich jetzt weiter Ich habe noch mit Schatt Marius Das klingt spaßig Ich kann Marius nicht mehr zum Stern zurück Ja Oh Gott Wir haben so lange dafür gebraucht damals Ich weiß nicht Ob ich das überhaupt damals jemals geschafft habe Und jetzt einfach First Try Aber okay Warum nicht Warum nicht Gönnen wir uns was zur Belohnung Gönnen wir uns das nicht Oh das ist es Das ist die Schädel einer Galaxie Ey jemand der erkennt Das es wirklich nicht schwer ist Was heißt erkennen Ich meine Ich bin nicht gestorben Der Stern und die Skelettheie Was stimmt mit der nicht Ich mag den Kampf nicht Ich mag den Kampf überhaupt nicht Yo Captain Captain Sieh mal das Raumschiff Captain Vielleicht wird es okay In der Switch Version Wo ich so viel wie ich will Ähm Herumdrehen kann Das ist einfach nur das Raimann 2 geklaut Das ist gar kein Aal Den man bekämpft Das ist einfach nur ein Skelettheie Das war ein sauberer erster Treffer Neues Raimann wäre super Ich weiß nicht Also an sich ja Aber da arbeitet niemand mehr Der an Den 3D Raimanns damals beteiligt war Ach komm schon Kann ich eine Münze haben Ein Panzer Eine Münze Irgendwas Roter Panzer Ich liebe es übrigens Dass der rote Panzer In dem Spiel auch Wie in Mario Kart funktioniert Yo Yo Shit Nicht zu 100% das Was ich erwischen wollte Aber warum denn nicht Warum denn nicht Nehmen wir erst mal Nehmen wir erst mal Einen tiefen Zug Aus der Blase Ähm Ich versuche ihm ganz geschickt den Oh Roter Panzer Roter Panzer Wir müssen ihm gar nicht mehr den Weg abschneiden Wir machen ihm die Staff Wir machen uns nämlich das Aber man muss ihn viermal treffen Oh mein Gott Das ist doch einer Oh ein roter Panzer Das ist ein starkes Stück. Ein starkes Stück ist das. Und das war unser guter Skelettfisch. Der Kampf lief ebenfalls ziemlich okay, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt es hier nicht auch einen versteckten Stern in der Kiste oder so? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Ich bin mir ziemlich sicher, das bilde ich mir ein. Ja, doch. Ich bin ganz froh, dass Rayman wenigstens nicht ganz vergessen wurde. Irgendwann kommt auch ein neuer Rayman-Teil. Bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur, wann und was es sein wird. Immerhin muss man fairerweise sagen, von den Haupt-Rayman-Teilen haben sie bisher aber auch keine Scheiße rausgebracht. Verhältnismäßig dafür, dass auch Ubisoft gehört, wurde Rayman mit sehr viel Respekt behandelt. Geworfen werden. Ach ja, da waren wir stehen geblieben. Mit Rayman wohl mal wieder 3D. Vielleicht. Ist schwer zu sagen. Ich würde gerne 3D-Rayman sehen. Aber ich mag generell 3D-Plattformen mehr als 2D. Das Gefühl, 2D-Plattformen sind oftmals sehr ähnlich. Ich meine, Rayman, bei Rayman war es nicht der Fall. Ich denke, Rayman Legends Origins waren ziemlich cool. Aber trotzdem. 3D hat schon üblicherweise ein bisschen mehr Charakter. Meinung zu Shovel Knight. Ich mache das erste. Oh, Schnell, das wollte ich gar nicht. Ich mache das reguläre Shovel Knight, aber dann die ganzen anderen habe ich mir nie angeschaut. Also, mit den ganzen anderen Charakteren und sowas. Sahen die nach wirklich nur mit Content aus. Und hauptsächlich sah es auch echt uninteressant aus. Wenn ich Shovel Knight spielen will, dann will ich nicht einen Typen spielen, der mit irgendwelchen Flaschen um sich wirft. Sondern Shovel Knight. Gute Nacht, Biene. Ich hoffe, sie kommen zu Rayman 2-3-Humor zurück und machen nicht noch ein Slapstick-Teil. Ah, du meinst den Rayman-3-Humor. Denn ich weiß nicht ganz, was der Rayman-2-Humor wäre. Rayman-2 war kein allzu humoristisches Spiel. Hey! Oh, da wird jemand sauer. Oh, oh. Wäre mal ganz ruhig. Okay, Schnabler. Dankeschön. Oh ja, die haben hier so einen Labyrinth-Planeten. Jetzt will ich neue Content-Parlevel schneiden. Ja, ich weiß. Aber ich will trotzdem kein von diesen anderen Spielen. Außer Black Sister, 67 Monate. Wie sub. Vielen, vielen lieben Dank. Eigentlich war Glowbox wenigstens ein ganz humorvoller Charakter. Was hat Glowbox humorvolles in Rayman-2 gemacht? Oh. Hey! Ja, es war ja besorgt um seine Familie und hatte Angst vor Robo-Piraten. Hat sich dann versteckt, weil er so große Angst hatte. Oh, die Steuerung ist so komisch. Nein! Hier geht es auch nicht weiter. Der Regentanz. Nein. Der war ein bisschen lustig, ja. Aber allzu humorvoll würde ich das noch nicht nennen. Oh nein, diese komische Stelle. Oh, oh. Shit. Nein! Lass mich mal in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will jetzt weg. Okay, so weit, so gut. Dankeschön. Außer Mleona, 2703, frischer Sub und Fuelsweit. Vier Monate, re-Sub. Wie, wie lieben Dank. So, und dann müssen wir noch zur Blume hoch. Das ist eine unerwartet lange Mission. Definitiv eine der Top-5-Langst-Missionen des gesamten Spiels. Ich glaube, ich muss hier alle Gegner besiegen, damit der Bienenpilz spawnt oder sowas. Warum sind das eigentlich Octoroks hier? Oh, ihr könntet nicht einen halben Meter nach rechts, äh, zum Stern springen. Nein. Wir müssen ja, wir müssen ja ein bisschen Spaß haben. Oh. Das ist doch Jenga für den, Jenga World Tour für den Nintendo DS. Oh, hier drüben ist es. Komm schon. Was ist euer liebster Teil von Jenga World Tour? Ist es der Wii oder der DS-Teil? Denkt bitte genau nach, mit was ihr antwortet, denn ihr könnt nur einen von beiden Teilen nennen und ihr könnt diese Auswahl nicht zurückziehen. Ich weiß, dass beides gewaltige Klassiker sind. Oh Gott. Eindeutig der DS-Teil. Ja, beständlich. Und wir haben den Stern. Wir haben... Ja, wir haben den Stern. Aus der Katze mit Glatze. Ah, er frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Jenga für den Satellar View. Ich glaube, es existiert nicht. Ich glaube, du versuchst dich ja hier über Jenga World Tour lustig zu machen. Jenga für eine Next-Gen-Konsole wäre ein Kassenschlager. Was ich mir auch gekauft habe, wo ich auch in Mögi's Museum mal drüber reden will, ist... Okay, es ist ziemlich dumm. Ah, wo ist denn hier? Oh Gott. Geh dann. Wusst ihr, dass es ein Bobbycar-Spiel für die PS4 gibt? Und ich glaube auch Switch. Super, schnell Ping-Ping-Rennen. Das war eventuell nicht so einfach. Es gibt ein fucking Bobbycar-Videospiel. Neues. Da spielt man Bobbycar, das irgendwie Augen hat. Spiel doch irgendwie den Adventure-Mod. Also ist es nicht mal einfach nur ein Kart-Racer, wie man meinen würde. Bobbycar the big race. Meinst du Kass? Ich meine Bobbycar. Ich weiß schon, was ich gesagt habe, Fully. Aus dem Flughudi. 150 Bits. Viel, viel lieben Dank. Yo. Ich soll ihn mal haben. Ich könnte das Ping-Ping-Rennen nicht gewinnen. Hier gibt es, glaube ich, noch den geheimen Stern. Das Ping-Ping-Rennen wird jeden Augenblick beginnen. Machst du auch mit? Ich mache es. Alles klar, das Rennen beginnt. Es gibt auch einen Kart-Racer dazu. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es gibt so einen YouTube-Kanal für Kinder. Der halt irgendwie... Alex Toy Reviews. Irgendwie sowas in der Richtung. Und der hat auch einen Kart-Racer. Und dieser Kart-Racer ist im Game Pass. Das heißt, wenn ihr immer mal ein Video spielt, zu eurem liebsten Kinder-Toy-Reviewer-Channel spielen wolltet. Es ist im Game Pass. Macht euch da mal keine Sorgen. Ich frage mich, warum ich keinen eigenen Kart-Racer bekomme. Sogar Babys einhaben können. Ich glaube, ich habe das Rennen gewonnen. Denn die Pinguine sind nicht mehr zu sehen. Wenn ich neue Crap-Racer-Folge... Ja. Wahrscheinlich nicht. Das kommt demnächst auch... Oder vielleicht ist er schon draus. Ich weiß nicht. Es kommt auch ein neues... Ein neues Schlumpf-Racer raus. Das will ich mir auch anschauen. Denn ich war natürlich großer Fan von 3, 2, 1... Nee, auf die Plätze, fertig, Schlumpf. Du hast drauf. Hier ist die Gold-Medaille. Was natürlich ein absolut klassischer Kart-Racer ist. Das war mein Mario Kart neben Mohun Kart damals. Bevor ich Mario Kart kannte. Außer von Triggerino. Äh, nein, Moment. Doch, 40 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Morgen ist der Kart-Racer-Tester meines Vertrauens. Ich teste nicht so viele Kart-Racer, aber... Dankeschön. Der wird richtig abgeschlumpft. Das Spiel von damals war super cool. Der neue Teil sieht ein bisschen aus. Er hat mich an den Nickelodeon-Kart-Racer erinnert. Welcher für sich auch nicht unbedingt schlecht war. Aber auch nicht unbedingt gut. War sehr generisch. Wo Gourmet-Luma? Gourmet-Luma wo? Da oben. Ich glaube, an dem Punkt kann ich an sich aufhören, Sternteile zu sammeln. La, la, la. Hey, du, da hast du keine Sternteile. Ich will Sternteile essen. Tausend. Ich habe so viel zu viele. Wer ist der beste Schlumpf für einen Kart-Racer? Torti. Der kann Torten legen, die explodieren. Ganz offensichtlich. Oder Grobi-Schlumpf. Ich glaube, einer hieß Grobi. Ist deine Lieblingspilz. Musiknote. Okay. Welcher ist mein Lieblingspilz? Geist oder Biene? Ich denke, man ist deutlich im Vorteil, wenn man den Buhu mitnimmt. Ich denke, das ist nicht mal ein Wettbewerb. Wiederum, wir nehmen die Biene. Oh nein, habt ihr Mario Skelett gesehen? Oh nein. Mario hat ein absolut widerliches Skelett, wo sein Nase hat einen Knochen. Ich glaube, die wollen, dass man den Buhu verwendet. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich lasse mich mit denen nicht einfach so aufschwatzen. Aber wir nehmen dafür die Bonus-Münze mit. Danke, Schwerkraft. Aber ich habe trotzdem überlebt. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, das war das Level. Okay. Los geht's. Wenn wir nicht alles täuschen, kann man doch auch einfach... Shit. Es hätte funktioniert. Seht ihr? Jetzt mache ich es richtig. Und jetzt machen wir es richtig. Ah ja, okay. Okay. Versuchen wir es nochmal richtig zu machen. Und jetzt machen wir es richtig. Ja, Mission ist viel spaßiger, wenn man nicht einfach versucht, über alles drüber zu springen. Top 10 schwerste Mario-Level. Nummer 1. Komm schon. Jetzt reicht es aber langsam. Diese abgerundeten Kanten, an denen man sich auch nicht festhalten kann. Die schlimmsten. Wahoo! Oh, das ist der Mond? Okay. Sieht fast aus, als wäre es ein Level anders designt, inwiefern, als wäre es ein Level anders designt. So. Wir gehen wieder nach oben. Ich sollte mal den Teleport aktivieren, damit man sich direkt nach oben schießen kann. Denn das dauert ein bisschen lange. Ja, es dauert sehr lange. Ich wünsche, dass es hier in dem... Wie nennt man die Welt? Das Planetarium. Dass es hier irgendwas zu entdecken geben würde. Aber es gibt ein paar One-Ups, die man aber eh nicht braucht. Und das war's. Das heißt, da wäre auf jeden Fall Luft nach oben. So, du machst den Weg nach unten frei, richtig? Oder muss ich dafür... Ich kann hier aber auch wieder hoch, oder? Yeah! Oh, das ist eine Abkürzung. Weltraum gibt's keine Luft nach oben. Doch, doch. Doch, doch, die ist überall. Sonst könne Mario doch gar nicht atmen nach oben. Wir haben überall die dritte Mission jetzt. Machen wir erstmal die dritte aus der Spielzeugschachtel-Galaxie. Dann müssen wir da natürlich noch den geheimen Stern finden. Boing, boing in der Süßigkeitenstraße. Ich spiele jetzt boing, boing in der Süßigkeitenstraße. Und ihr? Jetzt kennt ihr aber noch irgendwelche Secrets gesucht. Du musst enttäuscht feststellen, es gibt keine. Ja. Oh, das ist der Boss. Warte, bekämpft man den in dieser Galaxie nicht zweimal? Beziehungsweise in diesem Teil? Den bekämpft man doch auch in der Herbst-Honigbienen-Galaxie, oder? Wenn mich gar nicht alles täuscht. Was ist das für ein Kuchen da unten? Das Muster sieht aber nicht so lecker aus, wie ich dachte. Oh, wir haben Kiwi und eine gute Eierlikör-Creme. Ein bisschen Erdbeer. Nein, da ist das gut. Da ist ein gut geschichteter Kuchen. Tafel Schokolade. Sieht sehr knackig aus. Dann habe ich das Ganze überlebt, was ebenfalls sehr knackig von mir war. Tiramisu ist das? Das heißt, das ist nicht Tiramisu. Was? Das ist überhaupt nicht Tiramisu. Wenn du jetzt gern Tiramisu hättest, kannst du nicht alles, was mehr als zwei Schichten Tiramisu nennen. Oh, weiße Schokolade. Oh, der Kuchen sieht auch gut aus. Seht ihr die Erdbeer-Creme da unten? Ich meine, okay, die Orangen-Schalen zugegeben. Ich hätte sie nicht mit Schale auf den Kuchen gegeben. Muss ich gestehen. Aber ich backe auch üblicherweise keine Kuchen. Also, was weiß ich schon. Ist Lasagne-Tiramisu? Ja. Der Tiramisu hat immer Zitrone oben drauf und ein schwarzes Loch in der Mitte. Oh, wir sind hier bei dem Eis. Und da ist auch die ruhige Musik. Oh, man ist an Eis am Stiel unterwegs. Ich muss sagen, oh. Mario, nein. Okay, warte, pass auf. Wenn Mario da runterrutscht, bekomme ich völlig das Gefühl im Mund, wenn man bei dem Eis stiehlt. Oh, das zieht gerade mein ganz Körper zusammen, wenn ich dran denke. Wenn man ihn an den Schneidezähnen und an der Zunge vorbeizieht. Ah! Sag's nicht. Ah, es tut mir leid. Es ist vielmehr schwer, es auszusprechen aus irgendwelchen Gründen. Wir schneiden Kuchen viereckig aus. Anarchisten. Na, ich lebe noch. Das hat besser geklappt, als erwartet. Oh, oh. Das hat schlechter geklappt, als erwartet. Willkommen bestimmt auch ein Bonus-Pilz. Da hinten oder so. Ja, der... Oh nein, da ist aber ein Gegner. Du musst weggekickt werden. Okay, Kanonen-Action. Äh, ich denke, ich will einfach in die Mitte rüber. Kann's aber auch sein, dass die Hitbox von dem Stern irgendwie größer ist in Galaxy? Als in, ähm... Also in der Switch-Version. Ich könnte schwören, dass man in der Wii-Version, dass man auch näher... Dass man präziser die Sternteile anstellen musste, um sie zu bekommen. Ich weiß, es ist vermutlich Einbildung, aber... Ich könnte schwören, dass es nicht so einfach war. Absoluter Hit. Wow, ein One-Up. Mensch, danke schön. Das hat sich ja gelohnt. Na, ich denke nicht. Ja, ich denke halt auch nicht, dass sie es ändern würden, aber... Das kommt mir so vor. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass es einfach viel präziser ist mit dem, ähm... Pro-Controller. Warum klingt diese Musik-Version wie Penismusik? Erläutere. Was gibt's bei dem Kuchen? Oh ja, man kann die Kerzen ausmachen. Man muss sogar die Kerzen ausmachen. Vorsicht, haut das Bowser auf deinen Kuchen! Der Kuchen sieht auch okay aus. Weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, dass er aus Löffel-Biskuits besteht, aber das ist okay. Ich dachte kurz, da wäre ein Luma mit einer Münzenerhand drin, aber die kommen erst in Galaxy 2. Ich finde es ein bisschen schade, dass er ausrechnet, dass ein Bosskampf ist, den sie in dem Spiel öfter gemacht haben, weil er ist nicht so aufregend. Oh, iiih! Schau dich diesen traurigen Muffin an! Mit den fucking Smarties drin! Oder Schokolinsen! Und nach oben hin einfach abgeflacht? Wollt ihr mich verarschen? Peach! Wir brauchen dich ganz dringend hier in der Gegend. Hier werden nämlich Kuchen gebacken, die nicht schön aussehen. Es kann so nicht weitergehen. Muffins sind eh kacke. Bist du auf den Kopf gefallen? Wie, Muffins sind eh kacke? Das ist ein kleiner Kuchen. Muffin kann alles sein, was du willst, dass er ist. Außer ein Freund. Wie fern sind Muffins kacke? Ich meine, wenn die Begründung ist, weil man zu wenig bekommt, dann okay. Ich meine, ich denke, ich könnte es akzeptieren, aber alles andere kann ich nicht akzeptieren. Außerdem habe ich gerade große Probleme, an seinen Kugeln vorbeizuspringen. Sag mal! Was? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ich habe große Angst. Alles gut, wir sind wieder im Spiel. Okay. Finale. Ich muss aber generell sagen, die, äh, oh ja, jetzt kann er so eine Elektro-Aura aussteigen. Ich muss sagen, generell, die Galaxy 2-Bosse, welten besser als Teil 1. Um welten besser. Um welten besser. Ich glaube, das war das letzte, beziehungsweise, ich glaube, wir sehen noch irgendwo später die Sprungfeder, aber viel Federmare werden wir nicht mehr vor uns haben. Wollte ich dich auch gerade fragen, ob du auf den Kopf gefallen bist und Muffins schmecken shit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder willst du gerade sagen, dass Kuchen schlecht sind? Ist das die Argumentation? Stimme ich nicht zu, vor allem, diese Drachen sind schlimmer. Nein, ich will nicht sagen, es ist gerade eben schlimmer Bosskampfer oder so, aber es ist halt relativ langweilig. Und ich denke, die Bosse aus Galaxy 2 sind ein viel größeres Spektakel. Ja. Okay. Okay. Einfach, 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 alle Kuchen sind schlecht. Einfach alle. Was ist mit dem Karottenkuchen? Ich finde es unzivilisiert, wenn man Kuchen nicht mag. Ich glaube, ich würde zustimmen. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der Darksum mit dem Steam Controller unangenehm fand. Nein, ich denke, die meisten Leute, die Darksum mit dem Steam Controller probiert haben, fanden es unangenehm mit dem Steam Controller. Das Gefühl, so geht es einfach effektiv allen. Und die Regenwolken. So, wie kommen wir jetzt am besten hier nach oben? Was mit Sandkuchen? Ja, was mit Sandkuchen? So, jetzt habe ich das Power-Up. Wir werden jetzt nochmal gegen die gleichen Boss kämpfen, wie gerade eben schon. Freut euch schon. Freut euch schon, den Boss nochmal zu sehen. Denn ich freue mich schon. Wer hat es sonst probiert? Niemand hatte diesen Controller. Verzeihung, den haben eineinhalb Millionen Leute gekauft. Von, keine Ahnung, wie viele Leute Steam nutzen. Und eineinhalb Millionen oder so. Zu Schätzungsgeraten. Kein Kuchen zu mögen. So, als würde man sagen, man mag keinen Spaß. Spice ist gelogen und einfach deprimierend. Ja, ja. Dem stimme ich zu. Wirst du das Steam Deck kaufen? Ich habe das Steam Deck schon. Tatsächlich kam es an, beziehungsweise es kam in der Woche an, in der ich noch 3D World gestreamt habe. Ja, am Ende von dem Video über den Steam Controller zeige ich auch das Steam Deck, der in der Steam Deck ist. Das sind gewisse Ähnlichkeiten. Ich will nicht alles vorwegnehmen, als wir heute erst rauskamen. Die ihr es natürlich noch anschauen wollt. Das Steam Deck ist super cool. Er ist natürlich auch super teuer. Aber das ist das Leben manchmal. Steam Deck und Kuchen. Was für ein Leben. Ich habe aber keinen Kuchen. Jetzt hätte ich gern Kuchen. Oder vielleicht einen kleineren Kuchen. Wenn mir ein großer Kuchen zu viel ist und ich Angst habe, dass ich ihn aufgeschnitten habe, hier nicht so schnell esst, als er vielleicht ein bisschen austrocknen könnte. Vielleicht hätte ich gern sowas wie Muffin. Zufälligerweise unter Umständen. Kleiner Kuchen. Vielleicht wäre das jetzt genau das Richtige. Ein Küchlein. Ein Küchlein. W-w-w-w springt es dem anderen rüber. Keine Experimente wagen und da komisch hochspringen. War ein Aufstieg und Fall von deinem Talent Mario-Spiele zu spielen. Rasex. Rasex, 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 Rasex. Richtig. Ähm, pass auf. Das Level, in dem man auf dem Luigi die 100 Münzen sammelt, habe ich noch nie in meinem Leben zuvor geschafft. Heute. Heute. Im First Try. Du hast es gesehen. Von welchem Fall redest du dann? Es geht ja nur aufwärts mit den Skills. Ich glaube, ich brauche hier den Bienen-Mario. Ich habe mehr Baumkuchen. Guter Baumkuchen. Ich habe auch welche im Laden gesehen. Da waren irgendwie mit, zum Teil mit irgendeiner Weißschokolade. Welche bestimmte Zuckerguss oder so eine andere traurige Scheiße war. Und sowas kommt mir gar nicht erst ins Haus. Ich habe alles gesehen. Was soll dann dieses aufmüpfige Aufstieg und Fall meiner Mario-Skills? Die ganz offensichtlich größer sind, als sie jemals waren. Nächstes Mal versuchen, Baumkuchen selber zu machen. Ich werde nächste Woche ein weihnachtliches Rezept selber machen. Beziehungsweise es ist nicht weihnachtlich, aber es ist ein Rezept für den Winter. Ausdrücklich. Ich kann es euch gleich zeigen. Moment. Geht man das auch zu sehen? Jaja, ich werde das für Degmerimme machen. Es ist ein köstliches, frisches, weihnachtliches Rezept. Das ist einfach fantastisches. Und zwar... Geht es um den guten alten Fiesta Peach Spam Bake. Summary Feast for Winter's Day. Und im Großen und Ganzen hat man Spam. Dafür habe ich die Dosen da. Im guten alten Spam. Und man schneidet ein paar Schlitze rein. Da gibt man dann die Pfirsiche aus der Dose rein. Dann steckt man noch drei Nelken jeweils da drauf. Die sieht man hier nicht so ganz. Und dann... Übergießt man das Ganze noch mit ein bisschen von dem Pfirsichwasser. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Und ich sag's euch. Es hittet den Spot. Denn da ist Ham in Spam. Das ist ein richtiger Schmackofatz. Dazu kann man nicht Nein sagen. Da fühlt man sich direkt wie im Sommer. Es ist wirklich zweimal in der gleichen Welt dieser Boss. Das ist ein bisschen lahm. Aber okay. Viel Glück beim Probieren. Dankeschön. Ich hab äh... Ich hab letztens ein Video gesehen. Das war über Spam generell. Über die Geschichte davon. Und ähm... Bei dem Video ist an einer Stelle wurden... Shit. Wurden so am Rande ein paar Spam-Rezepte angezeigt. Und eins davon ist mir ins Auge gefallen. Ich dachte mir, warte, 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 warte. Was vernehmen meine Äuglein denn da? Und es war einfach dieses glorreiche Meisterwerk. Dieser Boss, dieser Weg ist sehr viel schwerer, wenn man nicht die Biene ist. Reden wir noch von Fleisch? Wir reden noch von Fleisch. Ich denke, mit Tofu statt Spam könnte das gar nicht verkehrt sein. Ich mein... Ich mein... Wenn du ein Dessert willst, das ein Geschmack einzig und allein auf Dosenpfirsichen basiert, dann... Sicher. Ich persönlich bin ja nicht der größte Fan von Pfirsich aus der Dose. Ja, ist das Rezept nochmal? Keine Ahnung. Such nach Spam-Peach oder sowas. Sollte schon auftauchen. Weil es gibt zwei Kometen im Herbstwald. Warum? Allgemein Dosenobst ist eher ein mehr. Ananas aus der Dose schwer in Ordnung. Bei dem Rest würde ich sagen, ja, 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 ist nicht gut. Lasst uns die Silbersterne suchen. Ja, lasst uns suchen. Es gibt auch in allen großen Level zwei Kometen. Gibt es? Da kam er... Ah ja, okay. Weil es die lila Kometen gibt. Die kamen erst nachdem ich Bowser besiegt habe dazu. Kennt ihr Spam-Musubi quasi wie ein japanisches Onigiri, wo man diese Scheibe Spam auf den Reißbärchen mit Seetang umwickelt hat? Keine ist bisher nur davon. Äh... Ein Cannon ist ein großes Wort, aber... In Wahrscheinlich Sinn, dass es das gibt. Du nur, wenn du das Spiel durchspielst. Ja. Brot aus der Dose haben wir schon vor Ewigkeiten probiert. Und es war okay. Der Kuchen aus der Dose dagegen. Der war ein saftiges... Der war ein saftiges Festival für meine Geschmacksknospen. Oh ja, hier war die eine Mission mit dem Luma. Wie viele Sternteile will er denn haben? Vielleicht können wir das dann jetzt direkt machen. Wie sieht es denn aus, Luma? Wie viel willst du denn? Ich hoffe, es sind 30. 30. Kuchen aus der Dose klingt hart widerlich. Ja, aber es war okay. Ich weiß halt trocken im Endeffekt, was in der Dose drin ist. 40 will er haben. Es wäre halt eklig, wenn es irgendwie... Keine Ahnung, ein feuchter Kuchen wäre oder so, aber... Es sind einfach nur trocken. Relativ. Glaube ich. Wenn ich meine Erinnerung nicht trügt. Da unten ist noch eins. Noch drei Sternteile. Was für den Kuchen war es denn? Ich glaube, es war Donauwelle oder so. Keine Ahnung. Ich habe ein Video gemacht zu... Brot aus der Dose. Wo ich das probiert habe unter den Kuchen aus der Dose. Sagt ihr es mir, was es war. Essenziell vergleichbar mit abgepackten Kuchen. Prinzipiell ja. Ich glaube, es war aber ein bisschen Vanillepudding oder sowas drin. Irgendwie so. War aber okay. Ich wüsste halt auch nicht, warum man... Ja. Wenn man gerade für die Apokalypse was ansparen will, sich auch nicht ganz, warum man einen Kuchen aus der Dose bräuchte. Mitten ins schwarzen Loch. Ein neuer Planet wurde geboren. Ich wollte schon immer mal ein Planet werden. Ich frage mich, ob es hier eine... Es gibt ja bestimmte Reihenfolge, wo man dann tatsächlich das Lied hört. Ich frage mich, ob ich diese Reihenfolge jemals hinbekommen werde. Aber wahrscheinlich nicht. Das klingt einfach magisch. Wenn ihr mich fragt. Absolut bezaubernd. Oh yeah. Ich muss da sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, wie leicht Mario Galaxy 1 prinzipiell ist. Ich meine, vielleicht kommt noch irgendwas Schweres, aber... Ich meine, es ergibt Sinn. Die Wii war sehr casual und sowas. Da habe ich das Gefühl, das Spiel ist schon ein bisschen... Ist ein bisschen sehr seicht vom Schwierigkeitsgrad. Kann das sein? Und da ist mein Stern. Spiel ohne die Bienen reden wir weiter. Spiel ohne die Bienen reden wir weiter. Also im Ilias, 33 Monate. Breeze up. Vielen, vielen lieben Dank. 85 Sterne. Da wird aber erstmal gespeichert. Okay. Oh Gott, lila Komet. Mal schauen, wie das laufen wird. Mal schauen, wie das laufen wird. Ich überlege übrigens, ob wir soweit alles... Ah, dann wiederum. Oh, ich droppe gerade super viele Frames wieder. Wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, ob ich jetzt... Soweit alles bis auf die nächste Welt machen will. Vielleicht will ich das machen. Ich habe das Gefühl, die nächste Welt noch zu machen, wäre mir vielleicht ein bisschen zu viel für diesen Stream noch. Mal schauen. Oh Gott, Zeitlimit. Oh, nö. Oh, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Sehr wichtig, wenn ich darüber nachdenke. Alles bis auf die letzte Welt zu machen, klingt gut. Da können wir beim nächsten Mal auch direkt mit Odysseer anfangen. Und wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Hast du schon 20 lila Münzen? Nein? Dumme Biene. Jetzt habe ich 20 Liedermünzen. Ich bin gespannt, ob das Zeitlimit hier knapp sein wird. Weil bisher war das Zeitlimit bei dem ganzen Zeug, das man macht, immer eher relativ seicht gehalten. Ich glaube, es sind exakt 100. Ja, hier werden es genau 100 sein. Oh, die da links habe ich übersehen, oder? Vorhin. Kann das sein? Sollte ich natürlich unter Umständen erst mal mitnehmen, vorher weitergehen. Das heißt, oh, wenn ich hochgehe... Oh, er sagt, hast du schon 20 Münzen? Damit man weiß, oh, wenn ich hier noch nicht 20 habe, dann soll ich vielleicht umkehren und die noch fehlenden mitnehmen. Und ich dachte mir, ich habe keine 20, lass mich in Ruhe. Und bin weitergegangen. Ich weiß nicht, was das Spiel mir damit sagen will, aber ich mag nicht, dass es so anmaßend ist. 45. Ich mag natürlich 50. Ja, das sollte die richtige Menge sein, soweit. Ich habe 50 Münzen, mein Freund. Ich habe sie alle. Oh Gott, Kamera komisch. Okay, das wird Kamera komisch. Ich als jemand, der die eine oder andere Sache filmt, kennt das, wenn Kamera komisch. Und ich hasse es, wenn Kamera komisch. Das Schlimmste bei mir war mal, dass meine Kamera an einem Punkt meine Speicherkarte nicht mehr erkannt hat. Ich stand übrigens von wegen, oh, das ist vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Format, das nicht richtig ist oder was auch immer. Speicherkarte kann nicht erkannt werden. Ich dachte mir, was? Das Wissen für mich hat nichts anders gemacht. Ist gleich Speicherkarte wie immer. Was eine originale Sony-Speicherkarte ist, weil die die richtige Schreibungsschwindigkeit hat, damit ich auch tatsächlich 100 FPS aufnehmen kann und sowas. Und dann ging das auf einmal nicht mehr. Ich dachte mir, was hat es damit auf sich? Ich habe andere Speicherkarten versucht, wurden genauso nicht erkannt. Am einen Punkt hat meine Kamera einfach aufgehalten, Speicherkarten zu erkennen. Ich habe nach dem Problem mal gegoogelt und so. Das heißt, hier rausgestellt, ich musste ein Update machen. Und dann hat es die Speicherkarten erkannt. Ich weiß nicht, was das sollte. Das war echt komisch. Nein, hör auf! Mario. Du musst mich verarschen! Wie war es die Story? Ich wollte was aufnehmen und dann hat mich die scheiße Stunde aufgehalten. Und das war eine Situation als Kamera. Alles über 60 FPS ist unnötig. Nein, weil du dann Dinge langsamer machen kannst. Ohne, dass man was anderes sieht. Ich kann ein Ding in halber Geschwindigkeit abspielen lassen. Das sieht aus als, keine Ahnung, leichte Dinge, wenn man Kamerafahrten und so macht, wo du ein weniger Wackel und sowas drin hast. Das heißt, alles über 60 FPS ist durchaus für Video-Editing ziemlich hilfreich. Ich meine, ich mache natürlich keine Videos über 60 FPS oder so, weil das dämlich wäre, aber bei mir ein Betrieb filmwert heißt mit 1000 FPS, ja, das ist ja was, ich meine, das ist ja was komplett anderes. Ich denke, die hat einen ganz anderen Zweck als meine Kamera. Ich meine, für 1000 FPS, dann brauchst du ja auch ein 1000er Shutter-Speed und dann brauchst du ja erstmal scheiß viel Licht, um das Ganze auszugleichen. Das ist ja einfach nur belastend. Lasst uns die Silber... Ach ja, da waren wir stehen geblieben. Lasst uns Silbersterne suchen. Welchen Beruf braucht man 1000 FPS? Ich denke, wenn du irgendwelche Dinge... 1000 FPS ist gar nicht mal so viel zum einen, wenn ich so drüber nachdenke, aber wenn du halt Dinge genauer anschauen willst... Es gibt halt auch welche, wo du auf, keine Ahnung, ich glaube, 500.000 FPS oder so gehen kannst. Dokumentarfilme. Ah, für Dokumentarfilme. Ich wollte gerade sagen, vielleicht für irgendein Labor oder so, dann dachte ich mir auch... Ja, das ist wahrscheinlich... 1000 ist dafür eher zu wenig. Ah ja, ergibt Sinn. Wenn du kurz Prozesse auffilmst und du jeden Frame dafür brauchst... Also, eine Kamera von mir kann auch 1000 FPS für eine halbe Sekunde in 480p oder so. Effektiv nur für Slowmotion sinnvoll? Ja. Ich glaube, ich wollte dir sagen, dass ich an den Videos liebe und du niemals aufhören darfst, sie zu machen. Ich darf nicht. Das ist ein bisschen Druck, aber danke. 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 Wir wollen uns hier nach oben schießen. Denn dort war noch ein Silberstern. Man schießt sich scheinbar nicht mit B, wie es sich herausstellt, sondern mit A. Man springt mit B, aber man schießt sich mit A. Das ist okay. Ich traue mich nicht, an diesen Pilz rüber zu gehen. Dann wird man einfach nur sterben, wenn man das versucht. War die Hand immer so fett? Ah, ja. Die Hand sollte immer so groß ungefähr gewesen sein. Das ist eine fette Hand. Also, hier gab es noch irgendwas mit dem Cooper-Panzer zu machen. Komm mal mit. Komm mal mit. Hey. Dankeschön. Mario. Ich kann kein Cooper-Panzer mitnehmen als Biene. Da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Hier war doch noch irgendwo ein silberner Stern. Oh, der war da oben. Ich denke, ich nehme dem mit und dann werde ich mich mal eben um die Schatztruhe kümmern. Ja, da oben. Nummer drei. Ich vermute, Nummer vier wird in der Schatztruhe sein. Wer hat mich nicht alles komplett täuscht. Ey, was mir gerade auffällt. Vorhin meinte ich ja, wir werden beim nächsten Mal noch die Welt, die letzte Welt aus Galaxy machen. Dann fangen wir mit Odyssee an. Das war natürlich Schwachsinn. Wir fangen dann mit Galaxy 2 an. Dass scheinbar niemanden aufgefallen ist. Ich dachte, da wäre so ein Teil drin gewesen. Okay, scheinbar hat niemand aufmerksam zugehört. Das ist jemand, der nie mal Galaxy gespielt hat. Das fällt mir das Aussehen der Coopas sehr. Ja, er sieht ein bisschen dumm aus. Also okay. Es gibt auch recht nicht viele Coopas in dem Spiel. So, dann müssen wir noch dahinter. Ah ja, da mit den Spinnen und auch dem Baum. So, auch 3D Land machen. Ah, wir können 3D Land als Bonus oder so an sich machen. 3D Land kann ich nämlich in einem Stream durchspielen. Vielleicht am Ende oder so. Ich meine, wenn wir auch 3D World gemacht haben. Wer wäre ich dann, wenn ich nicht auch noch 3D Land machen würde? Wobei ich bei 3D Land dann vielleicht auch mal alles holen sollte. Mal schauen. Mal schauen. Weiß nicht, ob ich es direkt zwangsweise in einem Marathon machen werde. Aber generell, ich denke, ich werde irgendwann mal noch ein Shit. Nein! Ach, das kann man ja auch hochdrehen. Ein 3D Land Run machen, wo ich alles holen will. Was ist mit dir? Ich habe die Gegend überprüft, aber von hier bis zum Leuchtturm ist überhaupt nichts. Okay. Oh ja, da kommt man da rüber. Oh, das ist super cool. Ah, da will ich nicht rüber. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Richtig. Ich bin sehr entschlossen, was das angeht. Können wir eine Petition starten, damit Mogi das Super RTL Programm umgestalten darf? Ich glaube, Super RTL gibt es so nicht mal mehr. Ich weiß nicht, ob sie sich schon Togo umbenannt haben. Oder ob sie es noch machen werden. Das heißt, ich glaube, Super RTL umgestaltet ist an dem Punkt. Das dürfte ihnen relativ egal sein. Ich vergesse, dass 3D Land existiert. 3D Land war spaßig. Das finde ich voll Togo. Dass sie es umbenannt haben. Oder werden. Je nachdem. Ja, die Umgestaltung ist dann wohl schon erledigt. Ja. Ich arbeite ziemlich schnell und effizient, müsst ihr wissen. Und rüber. Ich sage es euch, dieses Teil, das wäre eine 1a Wasserrutsche. Vom, sieht das Wasser auch so warm aus hier überall. Was fantastisch ist für einen Tag wie heute, wo alles kalt und unangenehm ist. Das klingt immer falsch. Ich werde mir gar nicht erst die Mühe machen, zu dem One-Up runterzulaufen. Du wolltest nur für das Erlebnis einsammeln. Was ist mit dir? Im Reifen-Ozean ist ganz schön was los. Ist doch irgendwas vorgefallen. Nein. Ich glaube, ich will mir irgendwann mal wieder Resident Evil Revelations für ein 3DS holen. Denn ich habe Revelations auch auf Steam. In irgendeinem der unzähligen Resident Evil Collections, die es gab. Apropos aktuell auf Steam. Resident Evil 2 und 3 Remake. Und dann noch irgendwie Resident Evil Rampage oder so. Keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Bekommt man für 15 Euro. Und ich denke... Man sollte auch Resident Evil 2 vielleicht für ein 10 Euro oder so bekommen. Resident Evil 2 Remake ist ziemlich gut. Auf jeden Fall. Resident Evil Revelations. Ich habe es gerne auf dem 3DS gespielt. Aber auf Steam hatte ich nie das Gefühl, dass es mich mehr gepackt hat. Sag Bescheid. Ich habe es mit mir rumliegen. Irgendwie ist es bei Diabesse aufgehoben. Das Spiel kostet so gut wie nichts, glaube ich. Ich habe auch keine Adresse, wo man Zeug hinschicken kann. Also alles gut. Selbst von Revelations 2 nie gespielt. Schattenkomete. Okay. Ich habe mitbekommen, dass Revelations 2... Es waren so komische Episoden aufgeteilt. Und niemand mochte es wirklich. Wofür sollte ich mir die Mühe an dem Punkt machen? Es bringen so viele Shit Resident Evil Teile raus. Das heißt, da ist es mir dann halt auch wirklich egal. Okay. Das ist nochmal die gleiche Strecke wie bei den 100 lila Münzen, nehme ich an. So ziemlich. Parfait Blick auf alle Resident Evil Spiele geworfen. Das fände ich interessant, ehrlich gesagt. Beziehungsweise... Shit. Es gibt viele komische Resident Evil Teile. Es gibt Resident Evil auf dem Game Boy Color. Da gibt es diese Lightgun Shooter und sowas. Es gibt super komische Resident Evil Teile. Und was ich auch interessant finde ist... Das war eine Sache, von denen habe ich damals... Ich kann auch mal eine Zeitschrift gelesen. Wo ein Bild, was ich super interessant fand. Und das waren die Resident Evil Outbreak Teile. Und ich sage Outbreak Teile. Ich dachte nämlich, es wäre nur eine. Aber es gibt zwei davon, wie es sich herausstellt. Shit. Oh ja, eine Animation für den Stern. Es gibt zwei, wie es aussieht. Und da ist die Sache... Dass man irgendwie gegen einen Zombie-Elefanten kämpft. Das Bild davon sah so cool aus. Einfach so ein Zombie-Elefant. Das wollte ich mir seitdem immer mal anschauen. Ich weiß, welcher Teil auch immer das war. Und heute kam bei mir vor dem Stream... Drei Minuten vor Streambeginn... Auf meine gute 2TB-Festplatte an. Die ich nutzen werde, um... Shit. Oh Gott. Um meine Sicherheitskopien... Auf der PS2 spielen zu können. Und damit meine ich die ISOs, die recht von der Festplatte starten. Ich werde wahrscheinlich das heute nach dem Stream noch einrichten werden. Wahoo! 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 War Benjamin! Dieser Benjamin! Benjamin! Benjamin ist jetzt an dem besseren Ort. In Raccoon City. Ja hier ist ein Benjamin in Waschbeerstadt. Das glaube ich ja nicht. Er ist tot. Er ist auf jeden Fall scheinbar ein Zombie geworden. Aber ich werde mir was zum Trinken holen. Ich mag's also... Warte, oder? Fully, bist du davon ausgegangen, dass Benjamin Blümchen kernenmäßig tot ist. Hahaha. Ja, ich bin schockiert, zwar in meiner Kindheit. Ich heule. Ja. Leider verkauft ein Totener Elefant keine Benjamin Blümchen Terriertorte mehr. Was einfach nur eine Schande ist. Eine Schande ist das! Jetzt haben wir hier noch eine geheime Mission. Ich will irgendein Video machen zu dem 10-jährigen Jubiläum meines YouTube-Kanals. Mario trifft Mario. Jetzt haben wir einen geheime Stern. Ah, ich will irgendein Video machen... Ach ja, da war der Luma mit den Sternenteilen. Zum 10-jährigen Jubiläum. Keine Ahnung, wo ich ein bisschen... Ich hab keine Ahnung. Sollte mir mal was überlegen. Was ich am besten machen könnte. Das Problem ist, dass es noch relativ stark in meine an sich Winterpause reingrätschen wird. Aber das ist okay. Am 13. Januar ist nämlich dieser Tag. Ich hab das Gefühl, wenn man 10 Jahre hat, dann sollte ich ein paar Worte dazu verlieren. 10 Fakten über Mythos of Gaming. Das klingt super kitschig. Hahaha. Hahaha. Aber ja, und ähm... Vielleicht will ich mir dafür dann eine Toreu-Torte holen. Eine gute alte Benjamin-Blümchen-Toreu-Torte. Aufstieg und Fall des Mythos of Gaming. Ah Gott. Ich bin mir sicher, dieser Kommentar wird unter dem Video heute auch wieder super oft stehen. Mach mal Aufstieg und Fall des Mythos of Gaming. Äh, 50. Ich mochte die irgendwie nie. Ich hatte halt eine, als ich 8 Jahre alt war oder so. Ich muss sie irgendwann wiederholen. Das ist ein gutes Ereignis dafür. Jubiläumsvideo wäre richtig nice. Seit dem Creepypasta-Video habe ich euch das Gefühl, dass die alte Zeit etwas mehr Liebe bekommt. Ja, aber das hat ja nichts mit Jubiläumsvideo zu tun. Fakt 1, 2, 3 groß gebräunt und gut aussehend. Ich sag's mal so. Mit 1,82 Meter bin ich überdurchschnittlich groß. Okay. Das werde ich mir von keinem schlecht reden lassen. Von euch Leuten, die statistisch gesehen wahrscheinlich etwas kleiner sind. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Kann ich hier einfach so runter? Ich kann hier einfach so runter. Jedes Jahr zur Geburtstag höre ich mir eine Torte. Ich wäre halt auch irgendwie eine. Es gibt auch eine Minions-Torte. Von der Konditorei, Koppenrad und Wiese. Ich hoffe es. Die ist in der Geschmacksrichtung Banane. Soll ich nicht zu laut meine Freundin gucke? Erstens, du hast keine Freundin. Zweitens, was? Soll ich nicht zu laut sagen? Könntest du einen Gesteckbrief zu dir selbst machen? Die meisten Leute kennen Gesteckbriefe nicht. Das kann ich euch versprechen. Wenn ich dann sage, ein cooles Special, aber was soll das sein? Das ist ein Format, das du vor fünf Jahren mal gemacht hast oder so? Okay, bisschen komisch, aber okay. Sollen wir noch ein paar Fragezeichen? Wann Bibi und Tina Schoko-Vanille-Torte verköstigen? Oh, eine Schoko-Vanille-Torte. Oh, fuck. Ich hab wieder... Oh ja, das war... Oh, ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Au. Dachte ich. Warte, aber da war... Oh nein. Die hier oben hab ich aktiviert, oder? Die hab ich aktiviert. Ich spring mal wieder hoch. Kannst du nicht einfach droppen, dass du 1,82 bist? Achso, wie? Was stimmt mit, dass ich 1,82 bin nicht? Oder 1,81? Ich bin nicht genau vertraut. Vielleicht war es auch 1,62. Warum darf ich das nicht? Da ist es! Meine Freundin ist sehr real. Sie geht nur auf Nadri-Schule, du kennst sie nicht. Ja. An dem Punkt kannst du auch Pilze für einmal am Sonntag machen, oder wie das hieß. Oh ja, ich hab 2013 Podcasts gemacht. Stimmt. Äh. Alle sagen, sie sind echte Fans, aber den Pilze für einmal am Sonntag fragt dann niemand mehr. Äh, wo ist der Stern hin? Ich höre ihn auf jeden Fall. Da. Außerdem von ColdStrench, äh, frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Haben wir eigentlich schon 70.000 Follower? Ich weiß, das letztes Update war, dass wir neun Stück davon entfernt waren. Maeve hat gefragt, ist Maeve niemand? Maeve war damals dabei bei einer Folge. Bin ich mir ziemlich sicher. Dementsprechend zählt er nicht. Sieben noch? Okay. Loser von Hades, äh, 4, 1, 3, 2, 14 Monate Tier 3. Viel, viel lieben Dank, viel, viel lieben Dank. Ich dachte, wir wären näher dran. Auch schon wieder lila Komete, aber okay. Aber okay. Vielleicht gibt's im Spiel doch zu viele lila Kometen. Vielleicht bin ich inzwischen bereit, das einzusehen. Das soll erst aufhören, wenn du die 70k geknackt hast. Ich meine, wenn noch sieben Follower dafür fehlen, ist das jetzt nicht die größte Herausforderung. Dachte ich zumindest, aber dann wollt die letzten neun nicht auftauchen. Ich spiel die Switch-Version von dem Spiel. Und hier müssen wir immer als Bienen Mario unterwegs sein. Okay, das ist ganz nett. Fällt mir auf jeden Fall besser, als durch die gesamte fucking Welt zu laufen und an der gleichen Stelle die ganze Zeit runterzufallen. Wie in einem gewissen Honigbienenkönigreich. Oh boy, der Stern. Na, der wird schon okay. Der wird schon okay. Da bin ich mir sicher. Das haben wir noch alle geschafft. Wie in einem Mario kann auch mal, äh, kann auch mal stechen, wenn du verstehst, was ich meine. Damit meine ich, dass ich den Akte lieben mit Mario eingehen würde. Mit Mario oder mit Bienen Mario? Ich denke, das ist ein gewaltiger Unterschied. Der eine ist eine flotte Sumsebiene und der andere ist ein fetter Typ mittleren Alters. Da bist du ja die flotte Biene. Es gibt Honig von Langnese, ist der. Ist der, den man einfach aus so einer Tube rausquetschen kann. Und, äh, die... Sie werden unter dem Namen der Marke Flotte Biene verkauft. Ich denke, das ist ein fantastischer Name für den Honig. Ist einfach eine flotte Biene. Honig aus der Tube nenne ich das Highlife. Man, das kommt... Es fühlt sich ein bisschen eklig an, aber gleichzeitig... Verbinde ich Honig sowieso nur mit dem Gefühl, krank zu sein. Weil das ist das einzige Szenario, in dem ich Honig zu mir nehme. Na ja, einfach zu leicht. Das Problem ist, dass Mario in dem Fall die Blöcke mit dem Kopf trifft. Und deswegen kann er sie nicht öffnen. Der muss sie eigentlich mit der Faust treffen. Nein, komm an Land, Mario! So. Nein! Ich verbinde Honig mit dem schönen Spam Witch. Okay, pass auf. Spam Witch. Hinten ist ein Rezeptvorschlag, okay? Äh, da sie sehen. Hinten ist ein Rezeptvorschlag drauf. Für ein gutes Spam Witch. Das schießt ein Spam Toasty. Würdet ihr mir zustimmen, dass das ziemlich okay aussieht? Ich denke, da kann man durchaus reingehen. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Es sieht ziemlich okay aus. Ziemlich okay ist ein guter Standard dafür, dass es ein Spam Witch ist. Sieht geil aus, als sie jemals werden könnte. Das tun sie immer. Deswegen ist es wichtig, eine einzige Kochshow mit realistischen Maßstäben zu haben. Versteht ihr? Ich überlege noch, was ich mit der zweiten Dose machen will. Das Problem ist nicht, dass die gar nicht mal so günstig zu bekommen waren. Ich habe 8 oder 9 Euro für eine Dose gezahlt. Ich habe mir auch direkt eine zweite geholt, weil ich mir dachte, es hält sich sowieso für Jahre. Irgendwann werde ich es bestimmt noch für irgendwas brauchen. Deswegen habe ich Star für schlechte Zeiten. Für die contentlose Zeit. Habe ich auf YouTube durch deine Windracker-Randoms gefunden? Wollte mal ein Follow hier lassen. Mir ist echt sympathisch. Dankeschön. Ich bin Windracker-Randomizer. Ich glaube, darüber haben mich nicht viele Leute gefunden. Es war aber ein guter Randomizer. Jetzt die Kochshow, die ich mir regelmäßig anschaue, weil wir ja realistisch bleiben wollen. Ich habe im Laufe der... Ähm... Es war aber Saison, letzte Woche. Es spielt keine Rolle für die Geschichte. Wurden mir einige Kochvideos vorgeschlagen. Ich habe ein paar angeklickt. Und ich habe einen Fehler gemacht, dass ich ein paar zu viele angeklickt habe. Seitdem sind meine Vorschläge voll davon. Und zwar ist es immer so Zeug mit verschiedenen Rezepten, die... Keine Ahnung, nur 15 Minuten dauern oder so. Und das waren gute Rezepte dabei. Eins habe ich nachgemacht. Für eins habe ich mir noch die Zutaten geholt. Das will ich dann morgen machen, denke ich. Das ist eine Linsensuppe. Mit... Äh... Noch mit Karotte und Sellerie. Ich glaube, die wird ganz nett. Wir sind jetzt zum Prepper. Ich bin der Dr. Prepper. Äh... Kann ich da hoch springen auf die Wolke oder fliegen? Yeah! Yeah! Nein, nein, nein! Oh Gott, Wolke, tu mir das doch nicht an! Kannst du dich einfach hochfahren! Das bist du Windows oder was? Das bist du Windows oder was? So, diese Mission ist bisher auch ähm... Bisschen langweiger, als ich mir wünschen würde. Denn... Äh... Pfff... Es passiert nicht viel! Es passiert nicht viel! Also von Guilty God, 36 Monate, 3 Jahre! Free Sub! Vielen, vielen lieben Dank! Noch mehr Kochvideos. Am Wochenende, damit meine ich morgen, am Sonntag, um 9.30 Uhr. Ich habe ja 9.30 Uhr als gute Frühstückshochleidzeit für Dekwereme, ähm... angewöhnt. Ähm... Kommt wieder ein Video und das ist über... Das war so eine Box mit neuen Süßigkeiten vom November. Was ganz okay war. Nicht das aufregendste Video, das es jemals gab, aber... Ist auf jeden Fall... Okay. Dafür machen wir aber nächste Woche dann das gute... Äh... Das gute Pfirsich-Spam-Teil. Das wird ein absolutes Highlight. Wobei, 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 wobei... Bei dem Video waren die Ahoi-Browser-Flips dabei. Das heißt, ich würde sagen, das ist relativ interessant. Denn Ahoi-Browser-Flips existieren. Ist schon mal die erste Sache, die wir daran akzeptieren müssen. Ahoi-Browser-Flips? Ja. Meinen sie Highlight-Flips sind aus, die Flips, aber sie sind nicht wirklich... Flips. Aber ihr werdet schon sehen. Ist natürlich nie so aufregend, wie es zunächst klingt. Ei sind auch nicht so gut. So viel kann ich euch auch schon verraten. Dementsprechend... Müsse ich auch nicht ganz, wer die überhaupt kaufen will. Weil sie sind halt echt langweilig irgendwie. Die Flips sind halt doch okay. Was denke ich wirklich komisch war, waren diese Waffeln von Ahoi-Brause, die ich mal hatte. Also die Ahoi-Brause-Waffeln, die dann mit irgendeiner komischen Ahoi-Brause-Creme gefüllt waren. Und dann hat sie noch Schokolade und sowas. Und die waren echt hart komisch. Waren hart komisch. Aber nicht hart lecker. Einfach nur komisch. So, hier haben wir noch ein paar Münzen. Diese Mission ist so langwierig. Ich habe das Gefühl, ich komme einfach nicht voran. Ich zeige gerade mal 67 Münzen. Das kann doch nicht sein. Komisch im Sinne von lustig. Auch ja, denn sie sehen sehr humorvoll aus. Es ist schwer zu glauben, dass ein solches Produkt wirklich existiert. Ich muss sagen, Ahoi-Brause hat damit geworben, dass sie aktuell, auf ihrer Website zumindest, sie aktuell viel sich für mit Social Media und so einsetzt. Und ich muss sagen, gemessen daran, dass das das dritte Video wird, in dem es um irgendwas von Ahoi-Brause geht. Muss ich leider sagen, ich habe das Gefühl, sie sind relativ erfolgreich dabei. Und die Ahoi-Brause-Flips sind auch von irgendeinem, ist glaube ich irgendein Influencer oder so. Das Problem ist doch, dass ich seinen Namen nicht aussprechen kann. Deswegen... Deswegen keine Ahnung. Ist ein bisschen unangenehm. Ah ja, die werden auf jeden Fall von irgendeinem Typen präsentiert. Werbemerge verkauft, wenn ich super teuer war. Ja, so ein 50 Euro Ahoi-Brause-Handtuch oder sowas. Stirbt bloß nicht. Alles nochmal zu machen, ist grauenhaft. Ich habe nicht vor zu sterben. Aktuell. Wir gehen hier rüber. Wir sind immerhin jetzt schon über 80. Wahrscheinlich wird der Rest der Münzen hier oben direkt sein. Scheinbar von... Sehst du, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Scheinbar... Yunus wahrscheinlich? Was macht er? Yunus, Saru wird da so ausgesprochen? Und was macht er? Warum ist er auf der Ahoi-Brause-Tüte? Und ich nicht. Sitzt nah mit auf sich. Ich meine, ich fand die Ahoi-Brause-Produkte schlecht, aber... Das heißt ja nicht, dass sie mit dem Gesicht nicht werben können. Du hast eine andere Richtung, eine Münze übersehen. Wir werden in den sauren Apfel früher oder später beißen müssen. Langes Uhr aber... Yunus... Bist du eine Brand-Risk? Ich meine... Ich weiß nicht, ob ich ein Risiko bin, aber... Ich bin auf jeden Fall kein Werbeträger. Das Problem ist... Niemand kann sich mit mir identifizieren von Leuten, die sie... Von denen sie wollen, dass sie ihre Produkte kaufen. Und niemand will sonst was kaufen, wo ich drauf bin. Okay, wir haben zwei Münzen übersehen. Shit. Shit, 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 shit. Da ist eine! Okay. Auf der Wolke ist eine. Ich würde alles mit deinem Gesicht drauf kaufen. Ja, aber das ist eine sehr überschaubare Menge. Der Durchschnittskäufer da draußen sagt sich nicht... Oh, das ist doch der Typ, der Spam mit Pfirsich gegessen hat. Das werde ich kaufen. Die sagen sich, warum würde man Spam mit Pfirsich essen? Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Außerdem soll sie sich mal die Nase putzen. Weiß jemand, wo die letzte Münze ist? Hat jemand gesehen irgendwo? In deinem Arsch. Sag mal was, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Oh Gott! Wo ist die denn? Hast du dich auf dem Baum mitgenommen? Ja, die ganz oben auf dem Baum haben wir. In die andere Richtung. Wir wollen also wieder zurück. Auf so einer kleinen Insel. Oh mein Gott, ich bin nicht abgerutscht. Ich bin nicht abgerutscht! Da unten ist eine kleine Insel. Ich glaube, hier ist nicht die lila Münze. Wahrscheinlich suchen wir aber nach einer derartigen... Nein, nicht in die Richtung. Okay. Fuck, warum bin ich hier unten rein? Kann ich sterben, wenn ich diese Wirbel erwische? Die ist da im Horizont, glaube ich. Da war sie doch. Wo war sie? Da hinten. Was ist wieder hinten? Beim roten Pilzschiff? Okay, ich glaube, das ist eine Angabe, mit der ich arbeiten kann. Links! Da links war sie doch! Geh doch mal da rüber! Okay, ich muss aber sagen, diese Mission war fucking langwierig. Wir sind noch nicht fertig, aber... Nur in der Freiheit der Zeit. Warte, beim roten Pilzschiff? Wo ist denn das rote gewesen? Rotes Pilzschiff. Da ist ein gelbes, da ist ein blaues. Rotes! Da ganz hinten? Oh, da ist sie! Oh, da ist sie! Genau auf der anderen Seite! Wollt ihr mich verarschen? Ach, komm schon! Komplett auf der anderen Seite! Fantastisch! Ich werde auf jeden Fall nicht als Biene rüberfliegen. So viel Zeit haben wir nicht. So viel Zeit wollen wir nicht haben. Wie lange sitze ich jetzt in dieser Mission schon? Gott, diese lila Münzen-Missionen. Die ziehen sich aber auch wie Kaugummi. Apropos. Ich habe letztens... Ich habe die Tage ein Video aufgenommen. Das war eine Schmuggli-Schmöker-Stunde. In der ich ein paar alte Werbungen aus Zeitschriften durchgeblättert habe. Und was ich in einer gesehen habe, war... Werbung für ein Eis. Wisst ihr was? Ich werde sie gleich raussuchen. Es war nämlich ein Eis, das der Existenz sich einfach komplett vergessen hatte. Ich habe es gesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, ja, das hat existiert. Es war eine Werbung für die Langnese-Schatzkiste unter anderem. Und da hat es die verschiedenen Langnesesorten, die es damals gab. Auf dem Leuchtturm also. So, ich werde das noch holen und... Oh Gott, dieses Eis. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich werde euch ein Bild zeigen. Sabaluga-Eis? Nein, es gab aber ein Piraten-Eis zu der Zeit. So, jede Sekunde bin ich beim Stern. Und dann können wir jetzt rausfinden. Es war auf jeden Fall irgendein Mickey-Maus. Ich habe die noch hier liegen. Bekomme ich alles hin. So. Warte, lass mich auf die Palme fliegen. Nein, lass mich auf den Block fliegen. Die Sache ist nämlich, es ist durchaus noch möglich, hier zu sterben. Wenn ich zu unvorsichtig auf die Wolken zufliege. Und das ist natürlich eine Sache, die wir verhindern wollen. Ob ihr es dir glaubt oder nicht. Meinst du Bum-Bum-Eis? Nein, ihr werdet schon sehen. Und Bum-Bum gibt es immer noch. Sei der bekanntesten Eissorten, die es gibt in Deutschland. Was ist das für eine Frage? Meinst du vielleicht ein Nogger? Also. Meine Hände sind zu kalt. Ich kann kaum umblättern. Leute, es gab so coole Werbungen. Pass mal auf. Magnum! Erinnert euch noch daran, als bei Kellogs diese T-Rex Sammelkarten drin waren? Diese 3D-Bilder zu Dinosaurier am Reich der Giganten. Ich sag's euch, das war ziemlich cool. Nein, nein. Ihr seid zu jung dafür, aber wenn ihr alt genug wart und interessiert an Dinosauriern wart, dann werdet ihr euch erinnern. Okay, da ist es. Seht ihr das? Wo mein Finger da hin zeigt? Wie dieser komischen weißen Kaugubi-Schokolade und sowas mit dem Zeug da drumherum. Das war ein super cooles Eis damals. Und da ganz unten, ich weiß nicht, wie ich hinzeigen soll. Seht ihr diese komischen Piraten da? Das hat auch existiert. Ah ja, dieses komische Eis mit der weißen Schokolade drumherum und diesem Streusel drin, das innen dann auch so blau und rot ist. Das war ein Abenteuer. Das hab ich gesehen, das hat mich... Ich hab's gesehen und ich dachte mir, nein, ich kenn nichts davon. Dann dachte ich mir, Kaugubi-Schokolade, ich weiß nicht, wie ich's beschreiben soll. Ah, warte, ich sollte vielleicht die Szene noch wechseln. Guter Einwand. Das sieht so räudig aus. Ich denke, das war's auch. Ich glaub, da kann man ein Lied spielen. Oh Gott, ein Lied spielen, wenn man's herausfordern will. Okay, schauen wir, ob wir in den anderen Galaxien noch was zu erledigen haben. Werbung gab's manchmal in lustigen Taschenbüchern. Das kann sein. War wie gesagt aus dem Mickey Mouse Heft soweit. So, wo ist vielleicht noch ein Komet, den wir mitnehmen können? In Finland hab ich vom Langnese-Pendant mal ein Schoko-Eis mit Whisky-Aroma gegessen. Mit Whisky-Aroma. Es gab auch mal so ein Indianer-Eis. Ich glaub, es hieß der braune Bär. Ich weiß nicht, ob das Eis inzwischen gecancelt wurde. Auf jeden Fall war das auch ziemlich gut. Das war mit Karamell oder so. Okay, passt auf. Wir machen jetzt noch die Mission im Maschinenraum. Dann schauen wir, ob noch Kometen spawnen. Wenn nicht, dann sind wir soweit fertig für heute. Und natürlich das gute Kaktuseis. Ich hol mir üblicherweise kein Eis, aber... Ich mag die Gedanken daran. Ich wurde das Kind auch immer brauner Bär genannt. Grund dafür war, dass ich mich einmal am Tag eingeschissen hab. Das ist einfach rasig. Was ist denn los heute? Das Whisky-Eis war super lecker. Ich fand es so bemerkenswert, weil es für Kinder war. Ja, das ist ja im Norden. Die brauchen das ja, um warm zu werden. 70er-Follower. Uh. Seht ihr? Wir haben es doch geschafft. Die stolze 70. Ota-König auf dem Lava-Planeten. Oh ja, der zweite Ota-König-Kampf kommt noch. Ich weiß auch nicht, ob meine kindische Phase. Ich seh schon. Ah, den Geisterboss mit nur einem Leben hab ich schon gemacht vorhin. Ich hab die meisten Kometen auch schon gemacht. Mal schauen, ob wir nach der Mission vielleicht noch welche gespawnt bekommen. Vorsicht, Goomba. Das ist gefährlich. Das ist gefährliche Ware, die wir hier bei uns haben. Das 70k-Special. Mein 50k-Special war, dass ich das Video angeschaut hab mit allen PS2-Spielen. Hier. Erinnert euch daran? Ich glaub, damals war, äh... Ich glaub, damals war, äh... Ging's darum, wenn ich, ähm... Keine Ahnung, 1000 Subs hab, oder... Ähm... Oder 50.000 Follower, dann werden wir ja alle PS2-Videos anschauen. Das waren dann die Follower. Jetzt ein PS3-Spiel. Das PS1-Spiele-Video geht auch ziemlich lang. Es geht auch so 12 Stunden. Das können wir dann vielleicht auch mal nach dem Mario-Marathon und so in Angriff nehmen. Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Denn Papa ist tot, der ist in der Supernova gestorben. Da bleibt bloß noch eins, meine ultrative Waffe. Auf geht's, Ota-König! Ich hab zwei Jahre nebenbei in der Eistil gearbeitet. Jetzt, wo... äh, ich will... Äh, wo ich so viel Eis essen durfte, wie ich wollte. Jetzt schmeckt mir nur kein Supermarkteis mehr. Ich mein, ja, es ist... Ich weiß, ich hab das Gefühl, dieses Eis am Stiel und Eis aus einer Eistil ist halt schon sehr unterschiedlich. Hier muss man natürlich aufpassen, wo man steht, um den alten Ota-König zu erwischen. Oh-oh. Bist du kalt, da friert Mario der Arsch ab. Ignoriert übrigens, dass ich versehentlich den R2-Knopf gedrückt hab. Auf PS5 wird's gar nicht so lange dauern. Die gute PS5. Ich sag's euch, wenn ich den PS5 hätte, hätte ich mich vielleicht dazu, äh, durchgerungen, das neue God of War mir anzuschauen. Ich mein, ich würde den Vorgänger davon erstmal noch spielen wollen, aber... Aktuell, wo ich nur eine PS4 hab, ich würde das Spiel nicht auf der PS4 anfangen. Ich hab doch keinen neuen Spiel für den PS4 mehr. Wann? 400.000 Abonnent-Special auf Mythos of Gaming. Oh yeah, das ist auch eine interessante Sache. Vielleicht wollen wir, vielleicht werden wir das bei der nächsten Ersatzbank mal anschauen. Ich hab für die 400.000 Abonnenten auf Mythos of Gaming, hab ich so eine Statistik bekommen. Beziehungsweise, so ein, einfach so ein Graph, wo ich halt sehen kann, ich glaub, das geht ja alle drei Tage sind nur eingezeichnet oder so. Wo ich halt sehen kann, wie viele Abonnenten ich zu welchem Zeitpunkt hatte. Das ist super interessant, weil man, ähm, viel nachvollziehen kann. PS4 Pro-Version geht, ich hab keine Pro. Kannst du den ersten Teil auf PC spielen? Ja, ich hab den ersten Teil auf PS4. Hahahaha, hab ich mir vor längerem, äh, vor Ewigkeiten schon gekauft. Will ich auch auf jeden Fall mal spielen. Dementsprechend werde ich auch nicht anfangen mit, äh, werde ich auch nicht mit dem zweiten Teil anfangen oder so. Vor allem ist, an dem Punkt wird das Spiel sowieso, äh, soll er so früh später auch auf PC kommen, also, ja. Oh, jetzt haben wir ein paar frische Kometen. Sag mal, ciao, danke für den Stream und, äh, haut rein. Äh, viel, viel Spaß hier noch, Noxy. Und hau rein. So, wir haben im Badezimmer, oh, es sind überall lila Kometen. Oh, machen wir doch nicht schwach mit der Scheiße. Ah, ich will das PS4 God of War auf jeden Fall auch noch spielen. Ich weiß, dass alle Leute es mögen. Es gibt ja so viele Spiele, die ich noch spielen will. Ich will auch vielleicht irgendwann mal in absehbarer Zeit im Stream eine kleine Liste machen mit Spielen, die ich noch, mit einem kleinen Backlog anlegen mit Spielen, die ich auf jeden Fall noch machen will. Ich denke, das wäre eine ganz nette Sache. Ask God of War habe ich für den CR bei Edeka mitgenommen, aber nie gestartet. Ich habe den, äh, ich habe den Ask God of War Teil für den Zwanziger in der Pyramide geholt. Da dachte ich mir, ja, ich meine, soll ein gutes Spiel sein. Neu für den Zwanziger. An dem Punkt war es doch noch gar nicht mal so alt. Das Level ist auch nicht ganz einfach. Ja, hier kann man ein paar lila Münzen verpassen. Mal schauen, wie das laufen wird. Uh, yes! Ich wollte gerade sagen, will die Kamera mich gerade verarschen? Das wollte sie nicht. Ich habe 70 zu Release gezahlt, war geil. 70 Euro. Ich meine, dazu muss man sagen, ich habe auch bei den, ah, bei der Werbung von den alten Zeitschriften war auch, ähm, war natürlich auch welche für Videospiele dabei und da war eine Karstadt-Werbung. Das war zur Zeit, dass N64 noch draußen war. Es waren einfach 130 Mark für Pokémon Snap. Was streng genommen umgerechnet wohl so um die 65 Euro ergibt, aber wenn wir jetzt noch Inflation mit einberechnen, wäre das doch bestimmt, oh Gott, das war so knapp. Wäre das bestimmt ein fucking 80 Euro Spiel oder sowas heutzutage. für Pokémon Snap. Was ein fantastisches Spiel ist, verstehe ich mich nicht falsch, aber das Spiel hat einen Umfang von drei Stunden. Ist halt echt nicht so viel Spiel. Ich glaube, was Sound dazu beigetragen hat, war, dass einfach die Cartridges nicht so günstig waren. Was ein weiterer Grund ist, warum, äh, Nintendo nicht an ihnen hätte festhalten sollen. Bei ihnen war es natürlich wichtiger, dass sie, ähm, sie Raubkopie so weit in den Griff bekommen können. Hast du ja was da an Black Friday geholt? Nein. Und Hallo Stern, das lief ziemlich gut gerade. Oh! Nicht mehr viele Sterne! Und Galaxie komplett. Ihr Speicher doch. Komm schon, wo ist eine Extra-Inladung oder was? Jetzt haben die Raubkopien verkackt, digitale Welt. Nein, 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 nein. Die Welt ist eine andere als damals. Ich meine, keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Erzählen wir nichts davon, okay? Schreibt sowas nicht in meinen Chat. Aber ich habe keine Ahnung, wie es mit Switch-Raubkopien und sowas aussieht, mit Homebrew oder was auch immer. Aber... Es gibt ja für alle Simulatoren heutzutage schon super schnell. Ich glaube, das ist alles nicht mal mehr nötig. Würde ich einfach mal behaupten. Weißt du, dass es einen Switch-Emulator gibt? Bewegen. Na los. Kommen vor Release raus, habe nichts gesagt. Ah ja, stimmt, das ist auch immer eine Sache. Es gibt doch super viel Raubkopien auf der Switch und sowas. Was seid ihr davon, wenn wir den einen Kometen machen, der kein lila Komet ist? Im Maschinenraum. Diese fucking lila Kometen. Überall. Es sind zu viele lila Komete in diesem Spiel. Ich meine, ich dachte immer, ich mag die lila Kometen-Mission im Spiel, aber es sind zu viele. Es ist einfach ein Drittel von dem Spiel nur lila Kometen, lila Münzen sammeln. Nichts anderes. Fuck, das ist nicht der Maschinenraum. Okay, dann machen wir es eben. Ich bin jetzt das, wo ich hin wollte, aber okay. Lila Münzen an der Eisbergsteilwand. Das ist ein langes Wort. Wahrscheinlich wird das mit Zeitlimit sein. Das sieht sehr linear aus. Nein, ohne Zeitlimit. Okay. Sieht trotzdem sehr linear aus. Ach Gott. Jetzt, wo ich schon wieder die ganzen lila Münzen hier sehe, da habe ich schon direkt wieder Lust darauf. Da kommt man direkt Lust auf mehr. Die Hälfte von Mario Galaxy 2 ist grün und Sterne. Ich beschwere mich auch nicht. Ja, das sehe ich ja ganz offensichtlich an dir. Wenn du schlechtes Gameplay willst. Und vertraue mir, ich verstehe einiges von schlechtem Gameplay. Wir werden nämlich morgen Dark Souls 2 weiterspielen. Hast du levelt den geheimen Stern gefunden? Ja. Der geheimen Stern war da, wo ich bei den Schneemannern rausgekommen bin. Beziehungsweise, dafür musste man hier rechts hoch, glaube ich. Nein, musste man nicht. Doch, man muss ja rechts hoch. Doch, doch. Aus den ganzen Welten sollten mir soweit nur noch die Kometen fehlen. Wie lange geht Dark Souls 2 noch? Ich habe keine Ahnung. Lange. Der Dark Souls 2 wird noch lange gehen. Alles okay. Ich kann mir heute auch immer noch vorstellen, dass wir Dark Souls 2 dieses Jahr nicht mehr fertig bekommen werden. Denn ich glaube, wir haben dieses Jahr nur noch... Ich glaube, wir haben dieses Jahr nur noch vier Streams. Weihnachten, also Heiligabend. Und Silvester fallen nämlich auf Wochenende. Und ich glaube nicht, dass ich auch streamen werde. Dementsprechend werden wir da wohl mehr oder weniger eine Winterpause einlegen. Das sind dann doch eher ungünstige Tage für den Stream. Also davon nehme ich die Gelegenheit auch ganz gerne. Nehme ich auch ganz gerne die paar freien zusätzlichen Tage mit. Ich habe sowieso noch vor, bis zur Weihnachtszeit, noch einiges... noch einiges an Videos und sowas raus zu powern. Noch ein kleiner Endspurt fürs Ende des Jahres. Dann kann ich meine Pause einlegen soweit. Ah fuck, ich habe super viel übersehen. Ich sollte ja noch gar nicht so weit oben sein. Aber gut. Jetzt sehen wir nochmal die Blume. Ich habe wirklich viele lila Münzen übersehen. Also nicht mal knapp. Sehr schön. Okay, und hier noch drei Stück. Drei und sechzig. Okay. Okay. Dann... Schauen wir mal, woran es gelegen hat. Warum habe ich so viel verpasst? Aha! Da haben wir doch schon die ersten Übeltäter, würde ich sagen. Nicht schlafen. Uh, so müde. Nicht schlafen, du erkältest dich sonst. Ich sage es mal so, Toad. Wenn du im Schnee müde wirst, wird die Erkältung nicht dein Problem sein. Die Erkältung wird nicht dein Problem sein, wenn du im Schnee einschläfst. Vielleicht solltest du deinem Freund einen warmen Tee bringen oder so. Oh, fies. Vor allem weiß ich am Ende immer, woran es gelegen hat. Ja. Oh nein, hier sind auch rüber noch lila Münzen versteckt. Und da oben ist eine. Oh. Fies ist das doch. Fieslinge sind das. Äh. Äh. Sicher. Wir werden bestimmt die Mühe machen, die Scheiße mitzunehmen. Oh, wenn du Glück hast, bekommst du ein One-Up dafür. Wahnsinn. Was soll das, dass da so viele Münzen spawnen? Das sind fucking unnütz. Warum sollte ich mir überhaupt die Mühe machen? Also wirklich, warum sollte ich mir die Mühe dafür machen? Es bringt nichts. Oh oh. Äh. Ich vermute, ich will jetzt noch ein bisschen... Äh, ich will jetzt wieder ein bisschen weiter. Dann werden da oben wohl noch... Oh, ich will vielleicht einfach da rechts rüber. Ja, da oben sind welche. Das ist nicht gut. Ich kann den Sprung nach oben nicht. Nein! Yes! Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt! Okay, dann wollen wir noch zum Schneemann. Ich finde, die Lesternteil im Level so eklig sollen einen nur ablenken. Mich lenken sie nicht ab. Ich lasse mich nicht einfach ablenken. Ich bin unablenkbar. Oh Gott. Zum Glück bin ich nicht runtergefallen dieses Mal. Bin ich nicht beim letzten Mal runtergefallen. Das war nicht schön. Fuck! Ich muss ja mit der Feuerblume hoch. Der Ablenken der Andrea ist dieses Dealer-Sternteil. Bist du denn nun ablenkbar? Äh, ablenkbar? Nein. Ablenkbar vielleicht, aber ich glaube auch nicht. Ich bin fokussiert auf mein Ziel. Wie Drahtseile. Versteht ihr? Nehmen wir mal Dinge, die fokussierter sind als Drahtseile. Fällt mir nicht sein. Dachte ich mir. So, wir sind hier immer, da fällt den Leuten plötzlich nie was ein. Laser? Das ist ein bisschen charted, äh, das ist im Jahr 2010 oder so. Oh mein fucking Gott. Ja, da ist erklärt einiges. Die Kamera ist super fokussiert. Ja, sie ist auch super fokussiert. Das stimmt aber. Manchmal verliert sie den Autofokus, wenn man die Blende zu weit offen hat. Das heißt, da muss ich ihr auf jeden Fall Minuspunkte geben. Die verdienten Minuspunkte, die sie sich verdient hat. Zwei Drahtseile. Okay, das ist stark. Die sind sehr fokussiert. Ich hoffe, wir kommen ja noch die anderen lila Münzen zusammen. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht mehr viel Weg vor uns hier. Mal schauen. Oh, hier haben wir noch welche. Äh, vielleicht reicht es noch. Vielleicht reicht es noch. Drei Drahtseile. Nein, du kannst nicht einfach die Punchline kopieren. Und als deine eigene ausgeben. Sehe ich gar nicht ein. Nein! Kommen wir hin, bekommen wir hin. Okay. Oh nö! Oh, nein! Das Schlimmste ist, hier sind nur zwei. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Das machen wir im nächsten Mal. Das machen wir im nächsten Mal. Ich habe keine Geduld mehr für diese Scheiße. Oh mein Gott. Scheinbar hätte ich einen Long Jump machen müssen. Okay. In der Küche gibt es noch was. Absolut magisch. Ungeduldige Ursula. Nein, 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 nein. Es wird ja bei 70.000 geknackt. Ja. Vor einer halben Stunde oder so. Pass auf. Wir holen noch zwei Sterne, okay? Aber wir werden ja nicht. Immer die Long Jumps machen in dem Spiel. Ja, ich dachte nicht, dass es so viel Unterschied macht. Wir holen jetzt noch zwei Sterne. Ah, Moment, das ist nur hier. Okay, ich dachte kurz, das wäre der... Wir haben doch... Bin ich dumm? Wir antworten die Frage nicht. Ich dachte, es wäre wieder diese Galaxie mit dem Ring, die wir vorhin gemacht haben. Ich dachte mir, und jetzt hier noch die 100 Münzener, die haben wir ja schon gemacht. Das ist der andere Strand. Ich meine, hier waren sie, glaube ich, auch nicht so leicht zu finden, aber es sollte okay sein. Oh nein, es wird doch nervig. Ich sehe die Liane hier wieder. Da habe ich gar keine Lust. Lianen waren immer eine Enttäuschung. Denn wenn ich als Kind in den Wald war, dann habe ich irgendwann auch so komische... Manchmal auch so irgendein Gewächs gefunden, das von Bäumen runterhängt. Keine Ahnung. Werden wahrscheinlich keine Lianen sein. Beziehungsweise, man wird es wahrscheinlich nicht so nennen. Aber es waren immer so vertrocknete Teile. Bei denen wollte ich mich auch immer entlang schwingen. Das hat einfach nie geklappt. Die waren nie elastisch und saftig genug dafür. Und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr großen Wert auf Safthaltigkeit und Elastizität lege. Bisher kennt Harz. Und das auch. Wenn ich an Tarzan denke, ich habe den Film nicht gesehen, muss ich immer an das Level aus Kingdom Hearts denken. Das heißt, ich habe keine guten Erinnerungen an Tarzan. Was ist Jane überhaupt für eine? Fängt sie was mit dem Hüllenmenschen an? Mit Harz ist es an dem Punkt im Endeffekt ein Hüllenmensch. Und sie denkt sich, oh ja. Das ist mehr Affe als Mensch. Das ist genau mein Typ. War das Level zumindest gut? Nein. Das Level war der Punkt, an dem Kingdom Hearts in sich zusammenbricht. Was ist der beste Spruch, den du kennst? Meiner ist, sei wie Paul, halt dein Maul. Nein, den finde ich nicht so gut. Den finde ich nicht so stark. Ich denke, woran hat es denn nun gelegen? Ich denke, der ist ziemlich gut. Die Frage stellt man sich einfach. Er ist gut trainiert. Nein, sicher. Aber hier hat man die Sprungfeder. Die Sprungfeder ist zurück, Freunde. Auf dem Pinguin ist eine Münze. Die Sprungfeder ist zurück. Was ist mit dir? Warum Naruto rennst du hier? Bleib doch mal stehen. Oh. Schwimmst du an der Oberfläche? Kannst du dich schütteln? Okay, ja. Ich habe nichts gesehen, okay? Tarzan hat Jane gerettet. Wahrscheinlich. Fick den Rochen bis in zwei Wochen. Der ist auch scheiße. Was sollen das für Sprüche sein? Das sind die besten, die du kennst. Also, Michael Dan. Fünf Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Münze, mein Großer. Wie komme ich an die Schaukel am besten ran? Der Einzige mit krassen Muskeln ist Hercules. Nein, Tarzan ist dann auch ziemlich gut in Form. Ich denke, da sollte es ja keine Zweifel geben. Der Hercules ist nur gezielt trainiert, während Tarzan mehr ein Tier ist. Ja, ich muss da drüben aber noch mit der Sprungfeder springen. Deswegen behalten wir sie mal noch eben. Oh. Ja, hu. Nein, Mario. Mario. Ach Gott. Wie? Das war nicht richtig. Dankeschön. Kann wohl nicht sein. Gott, das ist ein bisschen nervtötend. Und da drüben muss man noch auf die Palmen rauf. Ich habe das Gefühl, die letzten paar lila Münzen, die ja noch fehlen, die könnten auch noch ein bisschen langwierig werden. Mal schauen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Weg mit der Feder. Weg mit der Feder. Willen wir uns erklären, warum es das beste Power-Up ist? Ja, klingt nach Folie. Und der andere meinte, es klingt nach einem Johnny-Take. Weil da dachte ich mir, ja, kann wahrscheinlich beides sein. Ich kann ja keinen Fall-Jump machen. Warum? 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 Oh Gott. Okay, das ist die letzte Mission, die wir machen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich kann einfach runterspringen. Ich wusste nicht, dass ich fucking außen rumgehen muss. Und jetzt machen wir das Ganze wieder von vorn. Das ist okay. Wir sind hier geduldig. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Kein Grund zur Eile. Das ist das zweite Mal, dass Folie heute Pokémon Kamesin startet. Wie viel Pokémon Kamesin an einem Tag kann man brauchen? Da wünscht man sich die blauen Münzen zurück. Ja, das wäre es jetzt so ein paar blaue Münzen. Ich habe wegen deinen Videos als 25-Jähriger... Was? Als erstes bin ich mit Blümchen-Torte geholt. Danke dafür. Wie danke dafür? Bin ich der Benjamin-Blümchen-Torten-Mann oder was? Was hat das mit mir zu tun? Ich hatte selber seit 20 Jahren keine mehr. Ich weiß nicht mehr, wie sie war, aber ich mochte sie damals, als ich Baby war. Stolze 50 Münzen! Ja, das bist du. Nein, bin ich überhaupt nicht. Schön, ich kann mit Benjamin... Das kann ja sein. Das heißt ja nicht, dass ich hier Leuten meine Torte aufzwängen will. Von der Konditorei, Kopenrad und Wiese. Traditionskonditorei, Kopenrad und Wiese. Okay? Nicht nur in eine hergelaufene, moderne Konditorei. Nein, nein, nein. Wir reden ja von Tradition. Heutzutage kann ich hier in der Konditorei machen. Bei Kopenrad und Wiese. Ja, das ist ganz noch Tradition. Wo gibt es noch Qualität wie diese? Richtig. Stimmt, das war der Anspruch. Die haben mehr... Haben die damals auch... Ich überlege gerade, haben sie im Fernsehen auch für was anderes Werbung gemacht, als für die Terror-Torte? Ich glaube, ich kenne ihn soweit wirklich nur von der Terror-Torte. Ich meine, der Spruch klingt vertraut, aber ich glaube, der war wirklich nur daher. Aus Tradition modern. Das ist so ein lahmer fucking Spruch. Der ist bestimmt aus den 10er Jahren irgendwo. Habe ich nicht generell für eure Tortenwerbe gemacht? Kann sein. Davon ist immer nichts wirklich im Kopf geblieben, weil... Das sind ja keine Terror-Torten. Ach, komm schon. Hat der Panzer Bremslichter? Ja, und ich liebe die Bremslichter. Es ist so dumm. Ich will mir eben Luft holen gehen. Wir sind noch ein lila Freund. Hallo? Wir sind noch jemand. Lila wie War-Luigi? Ich sage, das waren alle hier unten. Können wir zur richtigen Zeit? Es wird über Torten geredet. Nein, nein, über eine Torte. Über die Torte. Wahrscheinlich muss ich mit dem... Wahrscheinlich muss ich mit dem... Wahrscheinlich muss ich mit dem Sprungfeder hier auch auf die Palmen hochspringen. Das wird nicht gut gehen. Bei auf die sollte ich wahrscheinlich so besser hochkommen. Ja. Okay, läuft auch besser als erwartet. Oh, Tortos. Hast du deinem Vater geholfen? Shit, woher war das? Ich hoffe, über die Terror-Torte. Als ob man jemals über was anderes redet. Ich rede zu oft darüber. Vielleicht bin ich doch der Terror-Torten-Typ. Aber zum 10. Kanal-Jubiläum werde ich eine holen. Oh, Majora's Mask war Tortos. Hier haben wir die Münzen. Das heißt, ich kann mal eben nach oben springen. Die Minions-Torte ist auch gut. Dann habe ich keine Zweifel, aber... Nein, 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 nein. Wenn man eine Wahl hat zwischen einer Torte mit Banane und einer mit Benjamin-Blümchen... Du musst ja den Benjamin nehmen. Du kannst nicht einfach fucking Banane nehmen. Was bist du, Tatsan? Du bist bei den Affen groß geworden. Kamera, hör auf. Ich habe mich gerade mit so Erkältungsbeisam eingekippt. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was bewirkt ist, dass ich stinke. Ich habe ja gesagt, keine Ahnung. Ich habe noch nie so dieses Zeug probiert. Ist das dieses Minzzeug von Vic oder so? Menschenaffen, bitte. Naja, es wäre nur Mensch. Banane-Torte größer als Benjamin-Blümchen-Torte. Change my mind. Die eine ist mit Benjamin-Blümchen... ...und die andere mit den Minions. Ich meine, wie viel Mind-Changing muss ich dabei noch an den Tag legen? Der Stank hält die Viren ab. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich wohl nie krank. Genau, dahin liegt, dass ich nie rausgehe. Aber ich glaube, es liegt auch am Gestank. Welcher wiederum. Dahin liegt... Shit, dahin liegt, dass ich nie rausgehe. Ich mag die Minions mehr als den Elefanten. Das ist doch einfach nur... Das ist doch kein Leben mehr. Das ist doch einfach nur ein Trauerspiel. Mori testet Torte von Kinderserien-Slash-Film-Charakteren. Nein. Lein die fucking Benjamin-Blümchen-Torte. Dafür muss ich dann so eine ganze Torte kaufen. Wisst ihr, wie viel das ist? Ich glaube, ich werde noch mehr davon holen. Wir sollen die Scheiße essen. Davon sind die teuer. Yippie! Tatsatz-Marzipan-Torte. Ich habe mir vorgestellt, dass die existiert, ehrlich gesagt. So, es fehlen jetzt noch drei Stück. Das Problem ist, ich glaube, auf der einen Palme... ...waren zwei. Das ist nicht gut. Oh nein, da ist noch eine. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben sie. Okay, das war ein bisschen toxic. Können wir mich da nicht von hier aus auch irgendwie hoch? Moment. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Das schaffe ich. Vielleicht schaffe ich es nicht. Ich versuche es noch einmal. Yes! Ohne Probleme. Nein, der Abgrund ist noch ein gutes Stück entfernt. Sieh dir? Das ist quasi am anderen Ende der Welt. Als ob ich die beiden da vorne nicht mitgenommen habe. Was ist mit dir? Schau ich an deiner Hohenstelle gut um. Kommst du überhaupt auf die Palme hoch? So hochgeflogen. Kannst du fliegen. Bist du ein Vogel. Okay. Das wird der letzte Stern, den wir mitnehmen werden für heute. Denn ich habe keine Geduld mehr für noch mehr lila Münzen. Oh mein Gott. Und am nächsten Mal machen wir geschmeidig. Ganz geschmeidig und bequem. Den Rest von Galaxy 1 und fangen mit Galaxy 2 an. Dazu kommt, dass ich heute eh noch Pokémon aufnehmen muss. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Lila, die beste Farbe. Was, bist du Twitch oder was? Warte, außer der eine gelbe Komete ist da, okay? Wenn Komet gerade da ist, der nicht lila ist, dann machen wir den noch. Ja, wenn nur lila Kometen da sind, dann bin ich weg. Dann bin ich raus. Ist gar keiner da. Okay, was auch immer. Dann bin ich raus. Okay. Galaxy. Super Mario Galaxy. Ja, haben wir einen Komet zum Warmwerden? Uns fehlen noch 27 Sterne. Oh, Tentagra als Smash-Kämpfer. Das könnte ich mir vorstellen. Ich habe Tentagra vorgestern, als ich das Video aufgenommen habe, habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und es ist sehr erheiternd, wenn man einfach nichts ahnend durch den Router läuft und eine Zone. Und dann auf einmal sieht man dieses Tentagra auf zwei Beinen, wie es einfach unter einem Baum steht. Und der rumläuft. Es ist so dumm. Ich liebe es. Schlick, da habe ich inzwischen auch schon gesehen. Aber Schlick, da war ich damit vertraut. Weil Schlick, da hat man im Vorfeld mitbekommen, dass es existiert. Nicht zumindest. Tentagra vielleicht auch, aber so ungefähr zur Zeit, als ich dann aufgehört habe, Twitter wirklich zu nutzen. Inzwischen habe ich Twitter auch lange wieder auf so eingestellt, dass mir nur noch Tweets angezeigt werden von Leuten, die ich folge. Und seitdem ist die Website wieder erträglich. Ich verbringe trotzdem nicht mehr viel Zeit darauf, aber dennoch. Wir bräuchten 1080 Snowboarder und Smash an Ultimate. Gibt es nur einen Spirit. Besser als nichts, I guess. Ich finde schon bemerksam, dass es überhaupt einen Spirit davon gibt. Oh. Ich dachte, das wäre die Eiswelt hier. Das ist ja was komplett anderes. Rayman und Glowbox sagen Hallo. Ah, Rayman. Die lila Münze im Schweberaum. Es sind 27 die Anzahl an Sternen, die fehlen, um die 100% zu haben. Ich glaube, es fehlen 28, aber prinzipiell ja. Oh nein. Da habe ich ja Lust auf diese Mission. Tentagra hat die beste Laufanimation in Pokémon Change My Mind. Ich weiß nicht. Ja, ich habe gestern Meryl herumstolzieren gesehen. Dementsprechend habe ich das Gefühl, es gibt da von meiner, äh, von meiner Seite aus gibt es da eine Menge Mind-Changing. Das ist wie, es ist wie die MK-Ultra-Experimente. Eine Menge Mind-Changing. So, das läuft gerade auch ziemlich gut. Oh nein. Oh, das war mies. Das läuft nicht gut. Ich wollte gerade sagen, es läuft gerade ziemlich gut mit der Switch-Steuerung, aber... Ey, ich ziehe das inzwischen zurück. Vor allem bin ich zu schlecht, um die Kurven mitzunehmen. So nimmt man die Kurven am besten mit. Nein, Fleisch! Nein! Ach, komm schon! Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht an dem dummen Fleisch hängen geblieben wäre. Welchen DS-Simulator findest du am besten? Äh... Melon ist inzwischen, denke ich, der Beste. Bei Melon kann man nämlich die Auflösung ungemein hochstellen. Ich habe auf Melon aber nicht so ähnlich viel gespielt. Ich habe es mir nur zum Test mal angeschaut. Ich habe sonst immer Desmond verwendet, aber der ist relativ outdated inzwischen. Würde ich mal sagen. So. Oh nein. Ja, das war mies. Das war mies. Das war mies. Ah, fuck ja. Nein. Ich verkack die Kurven gerade zu sehr. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Auf die Kurven zu verkacken, Mario. Bitte? Wäre das eine Möglichkeit für dich? Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr übrig. Hier ist das Fleisch wieder. Nein, das wird nichts. Was soll das denn? Der hängt ja mal... Oh Gott. Oh, der läuft ja immer noch ein Sound. Hat das beste Original-Feeling, finde ich. Mann. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen über Melon versucht. Hat einen guten Eindruck soweit gemacht. Aber ja, kann gut sein. So, ich werde jetzt erstmal außen rum gehen. Ich denke, das ist schon soweit ein guter Weg. Ja, dann wiederum... Ich sollte die Kurve nicht von hier aus nehmen. Ja, generell. Einfach von der Kurve fernhalten. Bei den Kurven kommt nie was Gutes bei raus. Das ist wie mit dem Auto fahren. Kommt nie was Gutes bei raus in der Kurve. Wisst ihr, wo 800% aller Unfälle passieren? In der Kurve. Und ich denke, ich finde, es sollte einen zu denken geben. Oh Gott. Oh mein Gott. Das läuft überhaupt nicht gut. Wisst ihr das? Warum ist überhaupt der Pilz damit? Gibt ihr einem extra Zeit oder so? Vielleicht sollte ich mal versuchen, ihn mitzunehmen. Oh nein. Ich bin desankt. Er hängt da einfach jedes Mal dran fest. Oh Gott. Kann ich auch einfach neu starten? Ne, das ist keine extra Zeit. Die meisten Unfälle sind wahrscheinlich auf der geraden Autobahn. Da habe ich viele Zweifel. Sourcemaster. 26 Monate. Resub. Retro Games und Twitch. 42. Auch dafür. Wie viel lieben Dank. Okay, nochmal. Ey, Cryoids. Vier Jahre. Resub. Wie viel lieben Dank. Deswegen gehen wir erstmal nach links. Da kann ich nämlich dann die Kurve schön geschmeidig mitnehmen. Warum kann ich nicht neu starten? Das ist doch dumm. Gib mir doch einen Neustart-Knopf. Wenn es ein Zeitlimit gibt. Ich erwische auch aktuell ständig diese Minen. Viele Unfälle passieren am Fleisch. Ja, das ist das Problem. Okay. Vielleicht werde ich hier im Over gehen. Na dann wiederum da oben ist immer ein One-Up. Ich mag es noch nicht, dass die ersten paar Sekunden dafür drauf gehen, dass ich einfach nichts mache. Sonst Mario einfach nur herumschwingt wie ein Vollidiot. Ich glaube, man muss die Schwungkraft ein bisschen mehr nutzen. Wir hoffen, dass man damit dann vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen kann. Gleichzeitig bin ich inzwischen auch sicher, dass es nicht so ist. Kommt schauen. Viel zu langsam ist das. Nein! Gott! Ich bin mir so sicher, es geklappt hätte, wenn die dumme Mine nicht gewesen wäre. Wir werden jetzt einfach so ein bisschen durchschwingen. Einfach querfeldein. Dann nehmen wir schon einiges mit. Ich glaube, das will das Spiel auch von einem an dem Punkt. Oh, das war gut. Das ist jetzt erstmal übel, außer wir sind noch nicht raus. Wir sind noch so ein bisschen im Spiel, okay? Ich möchte, sie hat es nicht vergesst. Okay, das gerade eben war eher ziemlich schlecht. Nein! Ich bin gestorben! Gott! Nein, war die Zeit ausgegangen? Ich glaube, die Zeit ist ausgegangen gerade eben. Ja, das Problem an der Taktik ist auf jeden Fall, dass man ziemlich gewillt ist oder ziemlich dazu neigt, in die ein oder andere Mine reinzufliegen. Ja, das ist nicht schön. Das wünscht sich niemand. Ich glaube, so bin ich auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz Nettes. Nein! Oh, das war gut. Das war gut. So, jetzt noch ein bisschen gezielt vorangehen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft! Das Zeitlimit läuft weiter, wenn man alle 100 hat. Das ist nicht gut. Äh, schizzi, frights, immortel, resub, chris, newgames, 32. Viel, viel lieben Dank. So, jetzt termine ich auch von euch. Ich meine, ganz offensichtlich nicht. Oh mein fucking Gott, ich kann das nicht. So, jetzt ist schon wieder die Hälfte der Zeit vorbei. Gott! So, jetzt bin ich noch ein bisschen bl quer. Oh Mann! Ja, das war gut! So, jetzt bin ich wirklich keine Hälftelave hier raus. Was ist denn das Geheimnis dieser Mission? Ich muss den fucking Stern sehen! Gott! Immer dann, wenn es kurz läuft, wird irgendwie alles ruiniert. Du kannst es perfekt so aussehen, dass du am Ende in der Mitte bist. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich müsste anhand, dass dann mir noch so viel mehr Münzen fehlen werden. Oh! Ich wünsch dir, würde ich immer random aus der Blase rausgehen, spontan. Das fände ich echt spaßig, wenn er das weniger machen würde. Da komme ich nicht hoch. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Vor allem war ich bisher ja noch nicht mal nah dran. Ich meine, man muss fairerweise sagen, das ist ein guter Versuch bisher. Das ist ein extrem guter Versuch. War es? Komm schon, nehmen die zwei Münzen. Was? Ich habe noch zwölf Sekunden übrig? Okay. Manchmal kannst du einfach gut laufen. Wie sehr bist du bei der Bestmission des Spiels angelangt? Ja, ich hatte viel Spaß. Habe gerade mal 20 Minuten dafür gebraucht. Ich denke, das ist ziemlich gut. Puh, das war eine Geburt. Ich hatte absolut keine Erinnerung mehr an diese Mission. Und sie war sehr viel anstrengender, als ich gedacht hätte. Hauptsächlich, weil ich nicht wusste, dass sie überhaupt existiert. Es zählt natürlich viel dazu bei, dass Dinge anstrengend werden. Der Gamer-Gott. Warum muss ich jetzt jedes Mal dem Luma wieder Sternteil geben, damit irgendwo Schabernakometen spawnen? Mach doch einfach mal von dir aus. Das ist doch dumm. Vielleicht wird das Spiel von mir, dass ich einfach mal die letzte Kuppe mache. Das werden wir machen. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist... Oh nein, das war... Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich erinnere mich daran, ähm... Welcher lila Schabernakomete im Schlafzimmer noch auf uns wartet. Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Hui! Wahoo! Wir werden es herausfinden. Oh nein, das ist, äh... Okay, es ist gar nicht die Eisvulkan-Galaxie. Sandinsel. Das könnte eventuell auch ziemlich mies werden, aber mal schauen. Das haben wir nun nicht gemacht bisher. Lila Münze im Land der Wüste. Ach so. In der Wüste also. So, so. Ich meine, wenn wir kein Zeitlimit haben, sollte das okay sein. Glaube ich. Die ist mies, glaubt mir. Oh, schön. Okay, Leute sind nicht begeistert davon. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wir haben kein Zeitlimit. Das ist doch schon mal ganz nett. Und ich habe bereits 6% fertig. Mario, mit dem Wirbelsturm kannst du Lila Münster an hohen Orten aufsammeln. Ja, ich weiß, ich war schon mal in der Galaxie, aber danke. Oh, nein. Oh, nein. Okay, das ist ziemlich mies. Oh. Das wird so nervig. Das wird so nervig. Sofern es nicht jetzt schon ist. Dann kann man zwischendurch noch zerstampft werden, wenn man sein Glück herausfordert. Sofern, ich denke, ich will Gags. Wir spielen eigentlich an dieser Galaxie und will dann nicht mehr. Ja, ja. Ich mochte sie auch nicht. Vor allem, als wir den einen... ...den einen geheimen Stern gesucht haben. Und ich keine Ahnung hatte, wo er sein könnte. Das war ziemlich nervig. Geh mal weg, Steinblock. Äh. Na, auf den kann ich nicht einfach hochwirbeln. Ah, wie mache ich denn das am besten? Das war... Das war nicht richtig. Was wurde eigentlich aus Sonic? Wann kam sein letztes Spiel raus? Vor zwei Wochen. Sonics letztes Spiel kam vor zwei Wochen. Ich habe es geschafft. Nein. Nicht aufs Gesicht, Mario. Dieser Sonic. Was wurde eigentlich aus ihm? Seitdem war er verdächtig ruhig, TV-Age. Seit dem zweiten Kinofilm ist auch schon über ein Jahr vergangen. Das ist ein bisschen vom Radar verschwunden, der alte Sonic. Warum lacht er wie ein Buhu? Oh nein. Hätte besser laufen können. Kann man da schon von Aufstieg und Fall sprechen? Also wenn nächste Woche nicht ein neues Spiel rauskommt, würde ich sagen, da kann man schon von Aufstieg und Fall sprechen. Ich wünsche dir, ich würde wie ein Buhu lachen. Das Geheimnis ist, dass ein Buhu einfach nur wie Bowser lacht. Nur ist es hochgepitcht. Und die Buhus wiederum lachen wie die Frau von einem der Developer oder sowas. Irgendwie so war die Geschichte. Spielst du etwa You are Mr. Gay? Ja. Das ist immer noch das beste Cover, will ich es Easter Egg nennen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist der spaßigste Schwachsinn überhaupt. Das ist nicht gut. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich finde Galaxy 2 noch witziger. Da war es doch irgendwie I am R U oder sowas. Ne, R U 2. Ich merke meist, dass man die Höhe, während Mario so herumhelikoptert, überhaupt nicht einschätzen kann. You are Mr. Gay 2. Das ist ein Secret, auf das ich mein Leben lang gewartet habe. Okay, wie gesagt, das ist diesmal schneller geklappt. See, wir sind schon wieder so gut wie fertig. So gut wie fertig. Hey. Ich habe das Gefühl, manchmal fliegt er nicht so, manchmal fliegt er nicht allzu hoch, wenn man sich davon schleudern lässt. Ich sollte mal Galaxy 1 spielen, aber bei dem Level bleibt meine Freude doch begrenzt. Das Level ist nicht so wild, außer du machst die lila Münzen. Wenn du die lila Münzen nicht machst, ist es halt kein so übles Level. Problem daran ist halt, dass es ein bisschen, dass es sehr linear ist, aber es ist nicht so wild. Daher willkommen, Elobahn. Huch. Naja, hier haben wir noch welche. Sich ein bisschen nervig verstecken. Das Level ist schon echt mies. Ja, ich denke, es gibt nicht allzu viele Leute, die das als ihr Top 5 Mario Level bezeichnen würden. Außer mir natürlich. So, hier eine Münze. Eine Münze. Dankeschön. Okay. Ah. Ich versuche es direkt nochmal. Okay, der Anfang war nicht ganz richtig. Ihr Tod, was machst du? Bist du am meinen? Im Sand sind keine lila Münzen. Ja, was machst du da? Warum machst du die Fliesen kaputt? Ich hoffe, die Fliesen kaputt zu machen, Tod. Ich weiß nicht, was du denkst, wem du damit jetzt hilfst, mit so einem Verhalten, aber ich glaube nicht, dass du irgendjemandem damit hilfst. Jetzt geht es dir auf der Wii oder auf der Switch besser zu spielen, auf der Switch. Die Wii ist doch ein bisschen durch die Wii-Mode eingeschränkt. Ich würde das Level schubsen, wenn ich könnte. Ja, was, wenn du das Level Joghurt im Rucksack hätte, würdest du es dann auch schubsen? Ich meine, du weißt, dass der das ganze Hausaufgabenheft zerstören könnte. Erzähl mir jetzt nicht, dass du beim Hausaufgabenheft nie was eingetragen hast. Ich werde das nicht akzeptieren. So ein Verhalten. Das ist eine Frechheit. Warum kann der überhaupt über Sand laufen? Weil er schon tot ist? Was ist das für eine Logik? Kann man einfach über Sand laufen, wenn man tot ist? Ist das das Geheimnis hinter den Mumien? Ich habe was eingetragen, aber trotzdem nicht gemacht. Ich habe gar nicht erst was eingetragen. Okay. Moment. Moment mal. Da verstecken sich aber ein paar Münzfreunde hier. Ich habe die gesamte Erste-Klasse keine Hausaufgaben gemacht. Ich auch nicht. Muss ich manchmal... Irgendwann, wenn es eine Freistunde war, muss ich dann irgendwo in dem komischen Flur auf so einem Tisch sitzen und dann Hausaufgaben nachmachen. Ja, das war das Leben. Die sind aber auch wirklich gut versteckt. Nein! Ihr verschwendet so viel Zeit. Nein! 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 Ich hasse das! Was soll denn dieser Schwachsinn? Warum muss ich hier die fucking 100 Münzen... Warum muss ich in dem Zeitlimit weiterlaufen, während ich instant sterbe, wenn ich den fucking Boden berühre? Was soll das denn? Jetzt kann ich mir die ganze Scheiße machen. Bei fünf Vergessenen gab es einen Verweis. Was ist das für eine strenge... Was ist das für eine christliche Privatschule oder so? Was ist denn Militärakademie? Verweis für vergessene Hausaufgaben halte ich ja für sehr unangemessen. Verweise waren für kriminelle Kinder? Ja, wenn du drei Verweise hast, dann wirst du irgendwie... Ich glaube, für zwei Wochen so der Schule verwiesen. Das heißt, an dem Punkt ist halt wirklich... Es war ein bisschen bei den Kindern... Ich meine, man hatte nichts zu tun mit den Kindern, die drei Verweise hatten, aber... Ich habe das Gefühl, es war so ein bisschen... Es war das Beta-Gefängnis. Also der Prototyp des Gefängnisses ist die Beta-Version. Bei 15 gab es einen verschärften... Ach ja, verschärfte Verweise waren ja auch eine Sache. Ja, die hat man, glaube ich, auch bekommen, wenn man sich geprügelt hat und sowas, oder? Ja, komplett lächerlich. Ich meine... Körperverletzung ist jetzt eine Sache, die nicht unbedingt sein muss. Weiß nicht, ob ich das als lächerlich bezeichnen würde. Klassekamerad von mir hat auf Schulfly gepinkelt. Dafür hat er den Verweis bekommen. Ich meine, das sei angemessen. Das ist ja obszön. Bis Prügelein auf dem Pausenhof und Pokémon-Karten müssen aber auch mal sein. Mir gab es auch auf dem Pausenhof nie durch Prügelein oder so. Ich werde jetzt direkt die Scheiße hier versuchen, bevor ich das alles andere mache. Hey! Er ist dafür immerhin aufs Klo gegangen. Wenn auch wenn man den Flyer einpinkelt, heißt es ja nicht, dass man ein Tier ist und das vor allen anderen macht. Ein bisschen Charme gehört schon auch dazu. Ich war immer ein klassischer Heimscheißer. Ich weiß gar nicht, ob ich von der 1. bis zur 4. Klasse jemals auf der Schultoilette war. Yes! Okay! Können wir den Rest in Ruhe machen. Ich bin in der Definition von Heimscheißer. Ich habe nicht mal in der Schule gekannt. In der Schule, also Gruß, also ich weiß nicht, wo mich gerade Gruß sagen will, nachdem ich vorhin schon Kacken gesagt habe. Nachdem wir das Wort Heimscheißer sagen. Oh, aber das Wort Kacken ist mir jetzt zu obszön. Auf jeden Fall. Ja, in der Schule war ich auch nie. Weißt du nicht, ob ich jemals das große Geschäft in irgendeiner öffentlichen Toilette verrichtet habe. Politisch korrekter Schiss. Ja. Das könnte sonst meiner Politiker-Karriere schaden. Och, komm schon. Och, komm schon. Nein! Das ist so eine dumme Scheiße. Vor allem, warum hat er die Münzen unterwegs nicht erwischt? Warum hat mir Höhe gefehlt? Gott! Das ist ein fucking Spiel. Das ist ein dummes Spiel. Nun kommen die Kommentare mit Na, na, wer wird denn bei einem Kindergame ausrasten? Nein, 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 nein. Das ist kein Kinderspiel, das ist für Erwachsene zum einen. Zum anderen. Ich raste nicht aus. Ich habe nur meine, ich habe nur ein Loch in die Wand geschlagen. Aber das hat das politisch motiviert. Ich glaube nämlich nicht daran, dass irgendjemand sowas wie Häuser besitzen sollte. Deswegen versuche ich mich gegen das, äh, gegen das, äh, ETA, Shit, Establishment zu wehren. Ich denke mir gerade, was war das Wort? Das ist der Grund, sei aber nichts mit der Gamer Rage zu tun. Es gibt immer Leute, die ganz stolz erzählen, wie sie Controller kaputt machen, wenn sie Videospiele spielen. Ich freue mich, ob den Leuten bewusst ist, dass sie ein Aggressionsproblem haben. Gott! Oder ob sie einfach, ähm, mir würde ein gewisser Dicker-Frage einfallen. Verzeihung, Ezio hat es herausgefordert. Aber ja, aber ja, ähm, Leute erzählen das immer so stolz, aber, ähm, ja, aber ich frage mich, ob ihnen bewusst ist, dass das ein Aggressionsproblem ist. Das ist kein normales Verhalten, dass du deinen Controller kaputt machst. Ich meine, ja, passt auf, wenn ich sauer bin, ich hau mit dem Arme auf die Lehne, okay. Aber, komm schon. Machst dich, dein Controller kaputt tut, schlägst du um dich oder so. Ich meine, was, was, wenn Menschen um dich herum sind? Äh, 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 das ist, das Spiel schuld. Äh, was, wenn Menschen um dich herum sind? Ja, ich habe das Gefühl, das ist, äh, ich habe das Gefühl, die könnten zu Schaden kommen, wenn dein Videospiel gerade zu gemein ist. Oder sagen wir es, wie es ist, wenn du gerade, wenn du gerade zu schlecht beim Kinderspiel bist. Nicht, dass das auf meine Situation, äh, sich das da irgendwie reflektiert oder so. Dann schlägst du die Menschen kaputt. Und dann gibt es halt einen verschärften Verweis. Das ist halt eine Teufelsspirale. Das ist ein Kreislauf der Gewalt, der nie ein Ende findet. Ich kann generell nicht vor anderen sauer werden. Du sollst mal Streaming versuchen. Ich erinnere mich an einen Clip, wo jemand so sauer war, dass er, äh, dass er ganz leicht den Stuhl umgekippt hat. Äh, ist auch harmlos. Das Gefühl, den, äh, würzigsten Gamer-Rage findet man bei Smash Bros. Turnieren. Da findet man generell auch andere würzige Gerüche. Aber auch sehr viel, äh, Wut. Sehr viel Wut. Dazu soll ich fairerweise sagen. Bei Online-Spielen ist natürlich auch das Potenzial, wütend zu werden, sehr viel höher als bei Singleplayer-Spielen. Kannst du nämlich sauer auf andere Leute sein. Aber in dem Spiel, weißt du, was will ich, wie ich Mario einen Vorwurf machen, will ich sagen, äh, hat die das Spiel mal richtig gemacht. Ja, will ich. Werde ich auch. Aber das ist nicht der Punkt. Oder Mario Kart. Ich meine... Dann spielst du zum ersten Mal Mario Kart? Ist mit Blond und Pants nicht vertraut. Abgesehen davon, gibt es auf jeden Fall sehr starke Skill-Unterschiede. Wenn wir zum Beispiel Mario Kart 8 spielen, gewinnt Johnny halt immer mit sehr viel Abstand. Unabhängig davon, welche Items wo irgendwo sind. Dementsprechend, ähm, muss ich mir die Frage stellen. Wie groß der Faktor... Ich meine, Glück ist auf jeden Fall, äh, ein Faktor, aber... Nicht so groß. Kann sich einfach, äh, ein Skill vernachlässigen deswegen. Seko-Sheris-State-Twice habe ich zum Rage gebracht, weil ich versuche, es wie Dark Souls zu spielen. Irgendwann werde ich das auch spielen. Dann werde ich so sauer. So 70-30 würde ich ja nicht mal sagen, aber... Das ist halt auch bei uns ein sehr starker Skill-Unterschied, weil... Johnny ist der Einzige, der tatsächlich spielt. Johnny ist nicht so gut, ihr seid einfach nur echt schlecht. Das erinnert ja nichts daran. Ist ja trotzdem ein Skill-Unterschied an dem Punkt. Ist aber aus der Unfall, wenn man geübt hat, bevor man zusammen spielt. Er hat ja nicht direkt geübt. Er spielt das Spiel nur tatsächlich und wir nicht. Beziehungsweise ich nicht. Fully und Maeve spielen es immer wieder mal, aber ich? Näh. 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 Die Übung für die Mario Party. Also Mario Party 1 scheint er geübt zu haben. Das war kein Zufall. Können wir nicht erzählen. Kommt heute noch das zweite Spiel der Welt. Du schreibst genau diese Chat-Nachricht zum zweiten Mal. Da muss ich dich fragen... Hast du den Titel gelesen? Des Streams? Wenn ja. Sagt der Titel, dass ich Dark Souls 2 spiele? Oder es vorhabe? Oder sagt er Galaxy-Reste? Wenn er Galaxy-Reste sagt, bedeutet Galaxy-Reste, dass ich Galaxy spiele oder Dark Souls 2? Ich muss diese Fragen stellen, weil sie sich die Mühe gemacht hat, die Nachricht zum zweiten Mal zu schreiben. Okay. Mario Party mit Freunden zu spielen, die schon erfahrener sind, ist auch ein Spaß. Ja, Mario Party All-Stars können wir halt auch nicht mehr spielen, weil Johnny die Scheiße... Er hat halt 90 Stunden in diesem fucking Spiel. Ich hab 12 oder so. Ist halt... Ja... Er kennt halt die ganzen Minispiele und sowas. Außer von Frogger hat 63 Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Dark Souls 2 ist schon ein galaktisch gutes Spiel. Nicht unwahr. Nicht unwahr. Ganz vorsichtig. Nicht in den Todpropellern, das ist am wichtigsten. Ich bin übrigens nicht begeistert davon, dass morgen schon wieder der Dark Souls 2 Tag für mich ist. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, aber dann war es schon soweit. Oh mein Gott! Warum ist denn das so knapp jedes Mal? 12 Stunden, das sind 12 mehr als bei mir. Ich hab's nicht. Ich mein... Äh... Gut zu wissen. Wie lange hast du Dark Souls 2 noch vor dir? Ähm... Wir werden morgen den Weg zum Dark Lurker machen. Und dann mit dem ersten DLC anfangen, was... Äh... Ich glaub, es war irgendwas mit Sunken King. Äh... Womit ich anfangen will. Oh ja, dann fehlen auch die ganzen anderen DLCs. Also... Da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Kleines bisschen haben wir da noch vor uns. 87. Warte, wo habe ich so viele Münzen? Oh ja, auf dem Weg da drüben noch. Okay, so, jetzt so gut. Das Neue sollte es also noch dauern mit Dark Souls 2. Ja, auf jeden Fall. Vor allem... 24. 25. Das sind Samstag und Sonntag. Das heißt, da werde ich nicht streamen. Und... Die Woche danach ist dann Silvester. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht streamen. Das heißt, die ähm... Letzten... Nennen wir es mal zwei Wochen des Jahres... Werde ich eh nicht streamen. Und dementsprechend... Sinkt doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dark Souls 2 dieses Jahr noch fertig machen werde. Damit gewaltig. Mein Ziel für dieses Jahr ist es aber noch, das Nokia N-Gage Video zu machen. Ich bin relativ optimistisch, dass ich das hinbekommen sollte. Und im Idealfall noch, was wurde eigentlich aus Teletubbies. Das wäre, glaube ich, so videotechnisch das Optimum. Was ich mir so weit wünschen würde für den Rest des Jahres. Erste Ziel war doch das verrückte Labyrinth. Nein, ich glaube, was du meinst, ist ein Spiel von... Ravensburger. Traurige zwei Wochen. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch ein, zwei Streams machen. Ich glaube nicht, dass ich für zwei Wochen einfach komplett nicht streamen werde. Aber ja, auf jeden Fall dann nicht an den Wochenendterminen. Von Teletubbies kommt auch eine neue Serie auf Netflix. Ja, das ist der Punkt. Aber ich möchte dir mal eine Frage stellen an der Stelle. Hast du vor, diese neue Teletubbieserie auf Netflix anzuschauen? Wenn die Antwort Nein lautet, möchte ich meinen, dass es vielleicht doch ganz nett wäre, wenn jemand kurz im Video sagen würde, was es zu sehen gibt. Nein, ja. Das ist die Sache. Man will sich die Scheiße noch nicht anschauen. Wovon hat man mehr Twitch-Sub- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft? Für mich haben beide denselben Cut. Am meisten habe ich ja von Patreon. YouTube-Twitch nehmen 30% und Patreon nimmt, was waren es, 4 oder 6%. Dementsprechend bringt das am meisten. Wir haben keinen Patreon hier, aber Smutters of Gaming. Wie üblich. Außer wir können hier noch rein... Oh ja, das ist eine Sache. Wir sind wieder hier, wo wir ganz am Anfang waren. Und ich habe gehört, ihr mögt lila Münzen. Ich habe gehört, ihr mögt lila Münzen. Ihr habt nur ein Bild gesehen, dass in der neuen Serie Teletubbies vorkommen und dank und denke, nein. Ja, ist ja für Babys, glaube ich. Oh, hallo, Rosi. Hast du schon vom Skandal im Sperrbezirk gehört? Ganz recht. Ich mache auch Jokes für die Ü50-Zuschauer hier. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Hm, es scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut es hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier einsammelst, werde ich auch richtig anerkennen. Das ist ein roter Stern, die wohnt in unserer Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreh ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke B und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst mit dem linken Stick. Wenn du alle 100 lila Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Es ist nicht so aufregend, wie man meint. Und ich meine, fliegender Mario sieht ein bisschen cool aus, aber das Fliegen steuert sich nicht gut. Es hat überhaupt kein Momentum oder so. Es ist ein bisschen lahm, aber alles okay. Und jetzt sammeln wir lila Münzen. Ich wünsche, die Münzen hätten wenigstens eine andere Farbe. Wenigstens rote Münzen oder so, weil es für einen roten Stern ist. Aber es ist okay, wir können auch lila Münzen machen. Lila Münzen. Wie in Mario 64, fliegen ist Pain. Wie in Mario 64 ist wenigstens interessant. Ich meine, ich würde es auch nicht ganz so extrem... Kamera, bitte. Ich würde es auch nicht ganz so extrem wollen wie Mario 64, vom Handling her. Aber, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es sollte schon ein bisschen mehr... Vielleicht das ein bisschen mehr Interaktion fordern als hier in Galaxy. Wo man einfach nur in eine Richtung fliegt. Es fühlt sich dann halt auch sehr lahm an. Gehört weg, Goomba. Ganz recht. Ins Gesicht getreten. Sie hätten Mario einfach die Schwebedüse geben sollen. Ich denke, das ist ein Kompromiss, mit dem alle was anfangen können, weil alle lieben Super Mario Sunshine. Außer die Leute, die es nicht lieben, aber sind auch komisch. Ich habe gehört, dass Leute, die Mario Galaxy nicht lieben, als Kind im gleichen Bett wie ihre Mutter geschlafen haben. Was ich ein bisschen komisch finde, aber okay. Klärt wohl einiges, was ihre Präferenzen angeht. In Sachen Videospiele. Und wie steht jetzt zu Sunshine? Au. Au. Okay, Sigmund. Oh Gott. Ah. Kann ich da auch einfach hinspringen? Ja, kann ich. Machen wir das bitte. Meine Einstellung zu Sunshine, nie besetzt, nie gespielt, immer spaßig zuzuschauen. Hattest du meinen verschärften Verweis in der Schule bekommen? Es ist galaktisch gut, richtig so. Ich mag es, wie aufregend das Lied ist und der Kontrast zu dem, was man tatsächlich macht. Ich denke, es ist magisch. Ich kann mir ein gutes Dragon Ball Game empfehlen. Ich meine, es gibt so einige. Typischerweise ist man mit der Wudokai 2 oder 3 ganz gut dran. Wudokai Tenkeichi 3. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Vielleicht habt ihr davon gehört. Ich mag Sunshine und meine Mutter. Verstehe. Ich meine, ich mag ja auch Xenoverse 2. Wo sind denn... Okay, hier sind noch zwei und da drüben ist ein. Ist die letzte richtig? Nein. Nicht richtig. Warum muss immer die letzte Münze fehlen? Oh, Ultimate. Hey, Tenkeichi, das ist das Leben. Do-Kan-Battle. Boah. Ja, vielleicht will ich durch die Röhre mal eben durch. Gott, ich hasse übrigens die Kamera auf diesem Planeten. Xenoverse 3 ist das Anime-Pandant zu Half-Life 3. Oh. Nein. Wovorum soll es die Xenoverse 3 bringen? Pass mal auf. Wann kam das... Wann, würdest du sagen, kam das letzte DLC für Xenoverse 2? Richtige Antwort ist vor zwei oder drei Monaten. Und mir kommt hier sogar einen roten Stern. Uh, nach was schmeckt der? Ich sag, okay. Vor paar Wochen. Sie müssten kein Xenoverse 3 bringen. Das wäre absolut unnütz an dem Punkt. Ähm, viele Leute würden den Stern sehen. Und sie würden sagen... Es kam die DLC zum Film. Au. Bolognese, Durchfall, Wassermelone. Ich sag, es ist Kirsche. Es ist dieser leicht säuliche Kirschgeschmack. Wie diese Kirschlottis, die Skipp, die man sich um die Ohren hängen konnte. Ihr wisst, was ich meine. Sauerkirsch. Yeah. Und so stelle ich mir den Stern vor. Yeah. Nach dem Billekirschlottisch an vom Friseur. Oder die. Oder die. Wobei die aber nicht so gut sind. Ich glaube, deine Meinung ist falsch. Ich glaube, du weißt nicht, wovon du redest. Und jetzt. Oh, ein Gumelum ist aufgetaucht. Okay. Oh nein. Muss man das in einem Zeitlimit dann machen? Nein, warte. Gumeluma macht was Neues. Auf, das ist kein Schabernackkomet. Aber pass mal auf. Pass mal auf. Wir haben jetzt den roten Stern hier. Die roten Sterni. Da trinke ich doch einen drauf. Dann können wir entlang fliegen. Ich dachte mir damals, dass das super cool ist. Aber es ist irgendwie überhaupt nicht cool. Ich meine, du kannst das One-Up da holen. Und... Oder auch nicht. Ja, es ist... Okay. Yeah. Ja, okay. Wir werden es wahrscheinlich nie wieder verwenden. Ich habe mit Dragon Ball the Baker geholt. Ich liebe es, aber ich hasse mich, dass ich Switchfills mitgekauft habe. Was ist Dragon Ball the Baker? Ist das der neueste Boney M-Song? Ganz recht. Ich habe noch mehr Referenzen für die Boomer unter euch. Das war's. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir loslegen. Verwandelung. Oh, die ist Dead by Daylight? Heißt der Baker? Ach, Breaker. Das heißt Breaker. Nicht Baker. Das heißt doch Breaker. Der will doch nichts gebacken. Raser-König aus der Geisterstraße. Uh, Geisterfahrer. Ich bin jetzt 8,20. Ich verstehe die Referenz. Ich bin 29. Ich habe die Referenz gemacht. Oh, das war das Rennen. Das war ganz spaßig. Noch bin ich 29. Im Februar nicht mehr. Breaker hat keine guten Reviews. Ich meine, Schocker. Dass Dragon Ball Dead by Daylight keine so guten Reviews hat. Ich habe immer noch Haarwuchs, als wäre ich hier 12. Du willst ihn haben? Such ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Auf geht's. Das Rennen ist spaßig, aber es ist super einfach. Wahrscheinlich gehe ich nicht da drüben entlang. Oh, oh. Nein! Die Sprungfeder! Sprungfeder hat mich erwischt. Immer schön den, äh, Ventilator aktivieren. Wie damals im Sommer. Natürlich ein Sommer. Bei mir waren es heute minus 2 Grad oder so. Ich erinnere mich nicht mehr an Sommer. Oh. Oh Gott. Ich habe fast verkackt. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen, versprochen. Ich gebe dir diesen. Das war knapp. Das ist Buhu der Quick, ja. Sag mal, Buhu. Äh, okay. Können wir, können wir kurz mal über die Lore des, dieses Planeten hier reden? Wer, wer, wer sind die ganzen Skelett-Freunde hier? Und zum anderen sehe ich das richtig, dass von manchen die Schäde auf, äh, gepfehlt wurden? Das sehe ich richtig, dass diese Metallteile da sind, damit dann Schäde, ähm, aufgespießt wird, richtig? Okay, Buhu. Ich nehme dann einfach den Stern und gehe wieder. Die waren zu langsam. Wenn du verlierst, stirbst du halt. Ja, ist fair. 97. Reminder an der Stelle, wer im Jahr 97 geboren ist, ist für mich, äh, ehrlich gesagt ein Baby. Pause, Pause. Ich wünsche, ich könnte jetzt eine Pause machen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben in die neue, äh, die neue Kuppel. Es wird gekuppelt. Viele Babys im Stream. Ist nichts Neues. Zum Glück bin ich Dezember 96 geboren. Daher die 96 im Namen. Uh, wir können den Shortcut aufmachen. Uh. Oh, das ist ganz hübsch. Alle aus 1897. Sad Neuses. Wie alt war der älteste Mensch? Ich glaube, 116 Jahre oder so. Ich bin fix und alle. Die restlichen Powerstellen überlasse ich dir. Danke, Luigi. 100... Warte, 122? Wirklich? Bei 122 könnte fast jemand aus 1897 da, äh, dabei gewesen sein. Nein! Was ist denn jetzt? Äh. Okay, dann gehe ich wieder hoch, denke ich. Ich nehme die Anstellung, ein Baby zu sein mit Stolz an. Das glaube ich. Der Buho ist so schnell, dass noch Mario gewonnen hat. Die Skeletten Zeugnung von Verlierern, die der Buho immer und immer wieder herausgefordert haben, doch nie gewonnen. Irgendwann, äh, irgendwann aß diese Opfer nicht mehr, da die Sucht nach dem fernen, äh, Gewinn der Verstorbenen, die Verstorbenen alle Sinne beraubte. Ja, ja, wahrscheinlich. Oder er hat sie einfach umgebracht. Das ist so ein hübscher Raum hier. Da will man doch direkt ein bisschen rausgehen und ein paar Diamanten suchen mit seinem alten Freund Spyro. Und von wo kommt der älteste Mensch her? Äh. Das ist üblicher. Ich glaube, die älteste Frau war Französin. Aber üblicherweise sind es Japaner. Die eine, ich, warte, war die älteste Frau? Ich glaube, das war die eine Französin, oder? Die war auch ziemlich witz. Sie hat nämlich, ähm, auch mit 120 Jahren, oder vielleicht war sie auch 116, keine Ahnung, aber sie hat halt immer noch geraucht und Bier getrunken und sowas. Ich sag's euch, sie hatte Gene. Die Höhlen-Verlies-Galaxie. Die Kanonenflotte hat bei den zwei schlimmsten Lila-Münzen. Darüber reden wir ein anderes Mal. Gut konserviert, ja. Die alte hat Gene. Oh, der, der, seht ihr den Sonnenschirm? Der hat die Farbgebung vom alten Mögi-Pilz. Schau euch das an. Das ist doch eine, das ist doch eine Mögi-Referenz. Erzählen wir doch nichts. Komm schon. Das ist doch kein Zufall. So, wie war das hier nochmal? Schießen wir uns mal da rüber. Wahoo! Hey, das ist doch der Planet wieder. Ähnlich noch an den. Meine Erinnerung war ja ein bisschen größer, aber das ist okay. Machen wir ihn kaputt. Oh nein, ich habe die Luft rausgelassen. Shit. Nein! Oh oh. Warte, was jetzt? Was war denn der Sinn dahinter? Ich dachte, ich bin kein Stern, wenn ich alle Münzen habe. Oh nein. Warte, was muss ich machen, damit er ein Stern spawnt? Machen wir ein anderes Mal. Gehen wir erstmal den richtigen Weg. Oh, hervorragend hat das geklappt. Alle Gegner töten. Was würde mir der Stern bringen, wenn ich alle Gegner besiegt habe? Was will ich dann noch damit? Ja, der macht es richtig. Einfach das Leben leben. Stern siehst du von der Kanone? Oh, ich muss mich mit der Kanone durch... Ah ja, da. Okay. Genau das war der Trick. Wovor habt ihr Angst? Habt ihr noch nie einen echten Gamer gesehen? Ich meine scheinbar nicht. Ja, wenn ihr mal einen gesehen hättet, dann wüsst ihr, dass es keinen Grund gibt, Angst vor mir zu haben. Warte, aber irgendwie kann man ja doch einen Stern spawnen lassen. Ich dachte mir, kommt dann, wenn man alle von diesen Gegnern killt, aber scheinbar nicht. Ja, was habe ich noch verpasst? Warum liegt der Fallschirm auf der Liga? Weil die Liga für ihn 5 Meter groß ist. Das macht keinen Unterschied. Tut mir leid, Kokosnuss. Okay. So weit, so gut. Au. Kamek. Hör doch auf. Hör doch auf, Kamek. Oh, das war diese Welt. Ich düse mal eine Runde runter. Ich freue mich, was der Pfeil mir sagen will. Komm schon. So sieht die aus, wenn ihr Minecraft spielt. Wie eine stinkende Mine. Ob ich den Secret Star jemals finden werde, bin ich nicht gerade auf dem Weg zum Secret Stern. Zum Secret Star. Nee, hier ist der Boss. Schau mal, ist das das Missionsziel? Ich glaube, den Kampf muss man dann auch machen, ohne, äh, mit nur einem Hitpoint. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich, ich kann mich noch daran erinnern. Hier bin ich nämlich damals auch öfter gescheitert. Kannst du mal sagen, wer wohnt der Ananas ganz tief, im ganz tiefen Meer? Äh, nicht sicher. Was war das jetzt? Wann ich verarscht? Der Panzer macht nicht mal Schaden? Schwamm Robert Quadrathose. Wie steht ihr zu Leuten oder zu den Kindern damals? Keine, keine, äh, fühlt euch nicht gekränkt, wenn ihr zu den Leuten gehört. Aber es gab immer diese Leute, die Spongebob gesagt haben. Waren wir immer sehr suspekt. Dieser Spongebob. Wenn man sagen muss, es fühlt sich ein bisschen lustig an, Spongebob zu sagen. Shit. Der alte Spongebob. Verächtlich, auf die sie herabgeschaut. Richtig. Oh, noch ein Hit. Der Kampf ist ja ein richtiger, ist ja ein richtiger Dark Souls-Kampf. Bezahlung, ich habe das Gefühl, ihr Smart sollte sich mal warm anziehen. Denn wir haben vielleicht den neuen, äh, längsten Bosskampf gefunden. Leute, die Spongebob sagen, sagen auch Spreit. Die gute Spreit. Ist das eigentlich Kamex Oma? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Natürlich muss jetzt Werbung kommen. Uh, dabei war es gerade so spannend. Dabei war der Kampf gerade so spannend. Ich habe so lange schon keine Spreit mehr getrunken. Früher mochte ich mal Spreit oder... Wie haben wir Sprite als Kind genannt? Ich habe es Weiße Limo genannt. Also generell diese Zitronenlimonade. Die gute Weiße Limo. Mein Bruder sagt immer, weiße Cola. Lila Münzen auf dem Geisterschiff. Für mich hieß jedes Zitronenlimo Sprite. Ich sehe schon ein bisschen einen von den Leuten. Zuckerwasser. Nein, wenn man in der, äh... Ich wollte gerade sagen, wenn man in den Zwanzigern aufgewachsen ist, kommt das hin. Aber wir haben ja wieder die Zwanziger. Man muss zwischen erläutern, welche Zwanziger man meint. Was ist halt hier davon? Wieso spielst du den roten Luigi? Inwiefern das roter Luigi Galaxy. Wie soll ich sonst spielen? Die Zwanziger, geprägt von Inflationsproblemen. Ja, das ist einfach eine Sache, die sie nicht vermeiden lässt. Das gehört einfach mit dazu. Wir haben die schwarzen Zwanziger, nicht die goldenen Zwanziger. Wann waren die goldenen Zwanziger? Ich habe das Gefühl, die 1920er waren nicht so golden. Hoffentlich werden Topfstädte auch wieder populär. Topfstädte waren vor 20 Jahren populär. Ich meine, sie sind immer wieder populär. Warum kommen Topfstädte immer wieder zurück? Was ist jetzt damit auf sich? Ich meine, sie ist so die grauenhafteste Frisur, die man haben kann. Topfstädte waren nie populär. Die Beatles... ...waren populär. Ich vermisse die Zeit, als Fußballer und Fokuhila hatten. Heutzutage sagen sie nur, dass es nicht so schlimm ist, weil doch jedes Land Menschenrechtsverletzungen begeht. Und dann fliegen sie in der Vorrunde raus. Dann denkst du dich ja, dafür hast du ja viel Mühe gegeben. Das hat ja gut geklappt, deine jeglichen moralischen Standards zu verkaufen, du Clown. Fokuhila größer als Topfstädte. Ja. Fokuhila ist halt aus beiden Welten das Beste. Du hast vor dir Business und hinten Party. Die wollten einfach schnell wieder nach Hause. Aber die gelbe Karte, ich habe keine Ahnung, was in irgendeinem Fußballspiel passiert ist. Ich weiß nur, dass sie raus sind. Oh, da hinten ist sie versteckt. Fiese Lila... Oh, da sind noch mehr fiese Lila Münzen. Also noch eine Menge mehr fiese Lila Münzen. Ich sehe, wie sie noch schnell nach Hause kommen werden. Zu Fuß. Kamera. Kamera. Komm schon. So, ich hoffe, ich muss das Teil hier unten aber dann nicht aufmachen. Das gute Gitter. Das würde mein Leben nämlich erleichtern. Wenn sie die Binden getragen hätten. Oh ja, es gab, es gab, shit, warte, es gab, ähm, im Vorfeld bei der WM, damit meine ich, kurz bevor sie losgegangen ist, gab es diese, es gab so ein, ich habe so ein Bild gesehen. Das war mit so ein paar Aussagen von Fußballern zur WM in Katar und ich liebe es immer noch, ich weiß nicht mehr, wer es war, keine Ahnung, aber ich liebe es immer noch, einfach diese Aussage, aber jedes Land hat doch, äh, ähm, begeht doch Menschenrechtsverletzungen. Also sehe ich jetzt nicht, warum man sich so aufspielt. So als ob es die der meiste Sache der Welt wäre. Ich glaube, jeder macht das. Ich würde sagen, jeder meiner Fußballerfreunde verprügelt auch seine Freundin. Ich sehe jetzt nicht, was das Problem daran ist. Ich sehe, also, für mich ist das eine ganz normale Sache. Also bitte. Thomas Müller ist bei dieser Aussage bei mir gestorben. Ich meine, das ist eine Aussage, die, es ist halt so, es ist einfach so komplett, ich weiß nicht, was ich sage, es ist einfach so komplett daneben und so einfach komplett ignorant allen gegenüber, es ist es absurd. Es wirkt so, als wäre es, äh, als wäre es Satire. Es wirkt, als wäre es Satire. Das, wenn du sagst, dass du das mit häuslich gewaltt, ist wirklich ein Problem. Deswegen habe ich es gesagt, Frogger. Ich habe das nicht spontan erfunden. Ach, komm schon. Mario. Ich muss sagen, was ich an dieser Mission sehr zu schätzen weiß, ist die Tatsache, dass man nicht, äh, random in den Tod fallen kann. Bisher. Sicher, dass ich es nicht auf dem Postleon gelesen habe? Sehr, er hasst. Sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Einer aus dem FC Bayern-Fan-Club meinte irgendwie, ja, wir reden hier über Menschenrechte, aber was mit denen, die Pyrotechnik im Stadion benutzen, über die redet keiner. Ja, oder was ist, was ist mit den, äh, England-Fans? Äh, das war meine liebste, ähm, die liebste Schlagzeile, die ich gesehen habe. Es gab ein paar England-Fans, die sind, äh, wurden nicht ins Stadion gelassen, weil sie, äh, im Aufzug von Kreuzrittern aufgetaucht sind. Es ist so dumm. Kreuzritter sind hier nicht erlaubt. Ich meine, es sind England-Fans halt einfach, wir müssen was rechnen. Können sich einfach die Briten reinlassen und dann denken, dass sie nicht einen Kreuzzug veranstalten werden. Werde erwachsen. Und hey, 100 Münzen. Oh, yeah. 99. Noch ein Stern. Die haben sich auch in der Woche über ein deutsches Kind lustig gemacht, weil es geweint hat. Ja, England-Fans sind ziemlich übel. Von den paar Dingen, die ich am Rande mitbekommen habe. Überwinde den Feuerkessel. Uh, die Feuereruptionen. Mag ich die Welt oder mag ich sie nicht? Ich glaube, ich stehe der Welt, äh, gemischt gegenüber. Das ist eine super Galaxie. Cool, aber schwer. Au! Oh, es ist schwer. Die Welt hat den schlimmsten Boss. War der Boss von der Welt nicht wieder der, äh, Oktopus? Das Oktopussoir? Äh, eins in den Chat, wenn ihr ein Oktopussoir habt. Eins, dachte ich mir. Dachte ich mir schon. Oh Gott. Nicht in den Todstürzen, Mario. Ich hab zwei. Das ist keine Oktopussoir. Das ist ein Oktopussoir. Das ist eine eigenständige Person. Komm schon. Das ist eine eigenständige Person. Hier findet ihr derzeit den Twitter-Werbung-Spam. Wird auf Twitter-Werbung gespammt? Bin nicht mehr zu viel auf Twitter, aber ist ja nicht zu viel. Au! Mario. So, was haben wir hier? Äh, ich schau noch hier hoch. Ja, zweite Tweet ist Werbung. Auch wirklich? Moment, lass mich nachschauen. Stell mir den Vulkan mal kurz an. Wenn ich, äh, versuche herauszufinden, ob jeder zweite Tweet, ähm... Ich möchte kurz anmerken. In den, äh, Twitter-Trends auf Platz 1 ist gerade das Wort Geschlechter. Äh, ich scrolle, ich scrolle, ich sehe keine Werbung. Nein, bei mir ist... Bei mir ist gerade gar keine Werbung. Ne, da ist gar keine Werbung gerade. Ich hab gar keine Werbung. Ich scrolle immer noch. Nein, Werbung ist geradeaus. Juhu! Was, wenn ich da runtergehe? Yeah! Wusste ich doch, dass hier was ist. Oh, oh. Oh, das war die Szene. Die verwenden Leute immer, wenn sie was von Galaxy zeigen. Wie viel willst du? 100? 80? Komm, die gönnen wir ihm. Kommt davor, wenn du Gott und Welt für Gewinnspiele folgst. Die guten Twitter-Gewinnspiele. Ich frage mich, ob man da, äh, tatsächlich jemals was gewinnen kann. Moe wurde von Elon bezahlt, für diese Aussage zu lügen. Wer wenigstens einen Angestellter, dem er Geld gibt. Oh, Silbersterne sind es hier. Ich glaube, bei denen haben wir uns auch auf den Geschmack geeinigt. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Nein, nein, wenn nicht. Wunder schmecken Silbersterne. Twitter wird so pleite gehen. Twitter ist lange pleite. Ich will ja noch zeigen, wie, äh, tief in uns Taschen noch sind. Wie lange es am Leben erhalten kann. Prinzipiell war es halt... Er hat halt viel zu viel dafür gezahlt. Und Twitter ist, äh, guter in Geld zu machen. Mal schauen. Schmecken entweder nach Cola oder Plätzchen-Deko. Oh mein Gott, nein, wisst ihr, wie die Sterne schmecken? Ich hab's. Ich hab's, pass auf. Und zwar, es gibt auch für Plätzchen und sowas verschiedene Deko-Streuße und so ein Zeug. Und was es da auch gibt, sind solche komischen silbernen Perlen. Die, bei denen man das Gefühl hat, wenn man sie zerkaut, dass man sich einen Zahn kaputt macht. Ihr liebt sie alle, ich weiß. Und, äh, Silbersterne schmecken so. Die komischen Perlen auf Kuchen. Richtig. Davon rede ich. Oh, so versteht's. Nein. Uh, ein Fehlschlag war das, Mario. Ich brauch keine Deko auf meinem Kuchen. Lass mich in Ruhe essen. Naja, pass auf, es gibt, es gibt gute Deko. Zum Beispiel, pass mal auf. Man kann auch einfach, die sind hauptsächlich, äh, für Karottenkuchen gedacht. Gibt's so Marzipankarotten, aber komm schon. Du willst doch kleine Marzipankarotten haben. Kannst du nicht einfach dir nehmen lassen. Ist doch ein absolutes Fest für die Sinne. Hauptsächlich für die Augen. Marzipan ist maßlos unterschätzt. Ich hab Marzipan immer gehasst, aber ich hatte in den letzten Jahren, äh, ein paar Dinge aus Marzipan, die okay waren. Das eine war, äh, die Rittersport mit Marzipan, die ziemlich okay ist. Ich weiß, Leute sind wahrscheinlich, Marzipan-Fans sind wahrscheinlich, sie rümpfen die Nase. Aber das ist vollkommen okay. Okay, ich bin nicht hier, um Freunde, um mir neue Freunde zu finden. Ich bin nur hier, um meine Zeit im Gefängnis zu überstehen. Und, äh, das andere, was ich hatte, das war so ein komisches... Das war so ein dummes Marzipan-Set, das bisschen wie... Eins, was dabei war, auf jeden Fall so eine Weißwurst. Die ein bisschen wie, ähm... Ja, die halt so aussieht. Was war das andere? Ich glaube, war auch noch ein bisschen Sauerkraut und so, was halt einfach nur Marzipan war. Aber es sah lustig aus. Und das war eigentlich ganz gutes Marzipan, ehrlich gesagt. Und zurück in die Feuereruptionen. Prinzessin, zweimal werden wir dich retten sollen. Marzipan ist eine Stufe mit Sprite mit Tzatziki und Mayo-Milch. Na, ich denke immer noch, dass Mayo-Milch okay sein kann. Ich sehe den Mayo-Milch-Hate nicht. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich meine, du kannst Mayonnaise mit Früchten und sowas essen. Aber wenn du jetzt der Mayo mit Milch vermischst und dann was Süßes hinzugibst, in dem Fall mit Ems, dann ist es auf einmal eklig. Wer Marzipan nicht mag, liebt auch Lakritz. Okay, das ist halt jetzt, das ist halt auch wieder ein absolut lächerlicher Standpunkt. Du kannst jetzt nicht einfach Leute dazu zwingen, dass sie sich für eine von beiden Seiten entscheiden müssen. Denn ich denke, Lakritz hat sehr viel mehr zu bieten. Ausgemacht der Tzatziki ist mega nice. Mit der Köfte. Ja, aber isst du dein Tzatziki auch mit Sprite oder trinkst du es mit Sprite? Das ist ja die wichtige Frage hier ran. Wo komme ich da hinten raus? Uh, ist das ein Shortcut? Hä? Was soll denn dieser Weg? Was für Fragezeige. Ich bin da rüber gesprungen. Ich dachte, das ist irgendein cooler Shortcut oder so. Und dann bin ich einfach wieder da gelandet, wo ich am Anfang war. Was hat es mir jetzt gebracht? Fünf Sternteile oder so? Warum kann ich da überhaupt entlang? Wofür überhaupt die Mühe? Oh oh. War trotzdem noch gut. Du sollst die Sprite und die Tzatziki mischen Nicht als Getränk Du sollst sie als Getränk verwenden Was erzählst du da? Du sollst die Sprite Tzatziki trinken Nein, das ist doch schon wieder Ach nein, hier will ich doch gar nicht hin Da wollte ich doch gar nicht hin Du sollst Sprite in eine Soße kippen Ey, Erasix, ich glaube du hast Du hast das gesamte Gericht komplett Falsch verstanden Okay, jetzt machen wir es richtig Ich lieg richtig, du liegst falsch Das ist halt richtig und falsch Hauptsächlich falsch Wenn du etwas mit Sprite mischt Ist es zum Trinken da In dem Fall auch Tzatziki und Sprite Bier mit Tzatziki Nein, das ist einfach nur widerlich Ich könnte es nicht einfach irgendwelche ekligen Gerichte erfinden Das ist meine Aufgabe Tzatziki mit Pommes Ich meine, okay In welcher Welt würde sich jemand sagen Oh, Tzatziki mit Pommes Das klingt widerlich Oh, da wird mir schlecht Ich denke, Tzatziki mit Pommes schweren, Otto Ich bin mir sicher Die Hälfte von den Leuten im Chat werden sagen Ja, Tzatziki mit Pommes Ja, Tzatziki da und Pommes Und da dachte ich mir Ich habe es gemacht Ja, da sehe ich auch nicht das Problem mit Jetzt sind wir sie wieder in so einer Situation Oh, oh Alles gut Ich lebe Nutella mit Salami und Käse Ich weiß nicht, was diese Was immer Was immer die Nutella und Salami-Fraktion soll Das klingt so fucking widerlich Jedes Mal ist irgendjemand da und sagt Das ist der gute Stoff Ich verstehe nicht, warum Ist das eine Fraktion Ja Glaubst du nicht, wie oft Leute das vorgeschlagen haben Für, äh, Dekmerimme Es kommt ständig auf Ich verstehe auch nicht, warum ausrechnet Salami Ich meine Warum nimmt man nicht irgendeinen Aufschluss, der etwas weniger Aufdringlich ist Ich glaube es geht darum Es geht dabei auch ein bisschen ums, äh, einfach um, äh, den Akt des Schlammpampens Es wird so ernst gemeint Ernst gemeint Leute essen das Das ist eine Sache Salami mit Nutella Ich weiß, es kommt viel zu oft auf, als dass es keine Sache sein könnte Manchmal sagen Leute, uh, ein Freund von mir isst das gerne Ich kenne da jemanden, aber Ihr wisst ja, wie es mit solchen Aussagen mal aussieht Könntest du das mal probieren? Ich frage für einen Freund Es geht um Leute Ich sage mal, ich sehe es dir, was mir einfällt Es hat keine, äh, keine Klasse Es ist einfach nur dumm Nein, Rasi, du verstehst es nicht Es wird so oft angemerkt Als dass es Zufall sein könnte Außerdem die Lava steigt an Ich für meinen Teil sehe, dass das eine klassische Raymond 2 Referenz Shit, ich habe dieses Jahr gar nicht Raymond 2 gespielt Ich sollte das vielleicht Vielleicht machen wir das irgendwann, äh Zur Weihnachtszeit Für so einen Stream zwischendurch Raymond 3 aber auch Ja, aber Ich meine Raymond 3 hat das ja ganz klar von Raymond 2 übernommen Das ist ja keine Frage Daher gibt es in meiner Welt keine Zweifel Immer schön nach oben, Mario Das war ein sehr seichte Schwierigkeitsgrad Ich sehe den klassischen Der Boden ist Lava-Referenz TBH Du hast keine Ahnung, wovon du redest Raymond 3 ist im Gegensatz zu Raymond 2 tatsächlich gut Dieser Take ist heißer als die Lava, die gerade nach oben gekommen ist Und Lava ist geschmolzenes Gestein Nudeln mit Nutella ist doch einfach, äh Mehl Langstöne Brot mit Nutella Oh, es geht um Nutellanudeln Rasex Wie, wie, wie lief dein Experiment mit deinen Schnudeln? Damit kann man nichts falsch machen Ich will irgendwann Schnudeln machen 1600 Ich glaube, das müsste der letzte Gourmet-Luma sein im Spiel Ist kein Hot-Tag, das ist ein blanker Wrong-Tag Ja, so weit würde ich auch gehen Vielleicht liegt es daran, dass, äh Dass ich nur Raymond Revolution besitze Aber ich konnte mich nie dazu bewegen Dieses von technischen Problemen Das letzte Spiel zu Ende zu spielen Raymond Revolution ist auch scheiße Raymond Revolution ist ne Super komische Version Sie haben so viel geändert Das ist wirklich Revolution mag ich auch nicht Muss ich ganz ehrlich sagen Sie haben so viel auch innerhalb von den Leveln geändert Herausforderung der Schneehasen Aber die originale Raymond 2 Version Raymond 2 The Great Escape Auf Nintendo 64 PC oder Dreamcast Das ist was Vernünftiges Ich habe PTSD von diesem Level Ich bin gespannt Ob ich auch ein posttraumatisches Stressdisorder bekommen werde Raymond 2 hat auf GOG eine seltsame Steuerung Ja, pass auf, pass auf, pass auf Raymond 2 könnt ihr nicht einfach so spielen Ihr müsst, ähm, es gibt einen Controller-Fix Das heißt Ah, Gott, was war denn die Website? Keine Ahnung, wenn man einfach nach Raymond 2 Windows 10 googelt Ich glaube, wo man rauskommt, ist dann das PC-Gaming-Wiki Und da sind einige Fixes und sowas aufgelistet Das heißt, man will auf jeden Fall, was damit es generell läuft Keine Ahnung, ob das bei GOG standmäßig ist Und dann gibt es noch einen Controller-Fix Den will man natürlich auch absolut haben Es gibt noch einen, äh, einen 16 zu 9 Patch Aber der ist nicht gut Denn Sachen bei 16 zu 9, Dinge, die rechts und links sind, die spawnen dann nämlich ständig Und das ist nicht gut, würde ich nicht machen Lass uns fangen spielen Kannst du uns innerhalb des Zeitlimits alle fangen? Zeitlimit? Ich weiß nicht ganz, was mit diesen Oh, ich glaube, da bekommt man, kommt man nicht eine Feuerblume oder so Wenn man alle von diesen Feldern hat Ein bisschen weihnachtlich, die Mission, oder? Sieht nicht nur an mir Hm Hier haben wir noch ein bisschen Schnee Das Wichtige ist natürlich zu bedenken, dass man das Ganze Freimachen kann Mit, äh Da ist einer Bleib stehen Schneehase, bleib stehen Ich hab ihn Das Problem ist, mir sollten noch ein paar von den Feldern fehlen, aber Nein Aber welche? So, da war der erste Hase Der war, glaube ich, hier drin Dann waren hier Sternteile? Wahrscheinlich Gott, die Kamera ist halt auch absolute Scheiße hier Das hatte ich auch Ich glaube, den habe ich nicht richtig frei gemacht Doch, scheinbar schon Oh, ich kann die Schatzruhe natürlich auch Sag mal Mario Triff doch die Schatzruhe Das kann doch nicht sein Vielleicht soll ich die Schatzruhe doch nicht damit treffen Was ist hier auf der anderen Seite? Oh, das hat mir gefehlt Okay Knick in der Optik Nein, nein Es liegt an der Perspektive, die scheiße ist Okay, nichts dafür Wahrscheinlich will man damit das aufmachen Ja, das scheint mir sehr plausibel zu sein Dann ist er direkt hier drin Okay Ich meine gerade, wie viel Shit-Mission Galaxy 1 im Vergleich zu 2 hat Ich meine, ja, Galaxy 2 ist ein bisschen Kommt der Sterne zum Punkt Ich werde nicht so viel Zeit mit Schwachsinn Ja, sonst fangen wir spielen Ja, ja, ja Ich werde euch bestimmt finden Das war der falsche Weg Schauen Nein Da war nichts drin Da ist einer Ich glaube, den hatte ich vorhin auch gar nicht Wenn ich so drüber nachdenke Sternteile Schalter Dann haben wir Komm schon, da ist doch noch irgendwo so Da ist doch noch ein Kaninchenbau Okay Vielleicht ist doch der, den ich hatte Ja, da ist noch was Wie, da ist nichts drin Ah, okay Okay Warum nicht, warum nicht So, dem einen Schneemann ist der Panzer Unter einem anderen Schneemann ist direkt der Hase So, wir machen erst das Nein Okay, wir haben Nummer 2 Und da ist Nummer 3 Hey Werden wir mal stehen Wir haben ihn Jemand meint, dass er die Mission damals nie geschafft hat Ich für meinen Teil muss sagen Ich bin ein besserer Gamer als du mit 6 Jahren Tut mir leid, dass ihr jetzt auf die Art erfahren müsst Denn ich habe es geschafft Ja, bis wir überlegen Oh, das wollte ich hören Wichtig für mein Ego 102 Komete im Schlafzimmer Komete im Schlafzimmer Ich würde sagen Es ist an der Zeit, es zu Ende zu bringen Womit wir beim letzten Mal angefangen haben Es gefällt mir nicht Aber es muss getan werden Oh, es gefällt mir überhaupt nicht Komete im Schlafzimmer nennen mich die Frauen auch Immer mich nicht Lila Münster an der Eisbergsteilwand Seid bereit für die Eisbergsteilwand? Manch einer da draußen würde sagen Dass ich beim letzten Mal bei dieser Mission Einen Wutquittierer gemacht habe Aber das stimmt nicht Mehr kann ich dazu nicht sagen Stimmt nicht Leute sagen, dass es stimmt Aber das tut es nicht Ich meine War ich begeistert von der Mission? Nein, aber Ich war nicht so sauer Kein Zitronenlevel von Säure erreicht Rage quittender Rudolf Nein, 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 nein Ich bin nicht der Rage und der Ralf Mach ich euch noch ein Ohrwurm von dem Intro vom rotzfrechen Ralf Wenn ihr das nicht habt, muss ich mir die Frage stellen Habt ihr jemals gelebt? Yes Okay Ich habe kein Ohrwurm davon Weil ich gar nicht mehr weiß, wie es lead ging Aber Ihr versteht schon Scheinbar habe ich noch nie gelebt Ich meine, immerhin stellst du es von dir aus fest Manche Leute sterben, ohne jemals herausgefunden zu haben, dass sie nie gelebt haben Stell dir mal vor, wie unangenehm das ist Bist du tot? Dann denkst du dir so Oh ja Habe ich eigentlich jemals gelebt? Wenn die Antwort dann nein ist Unschön Unschöne Situation Wäre todespeinlich Ja Kannst du ja auch niemanden davon erzählen Die verurteilen ja indirekt Oh, ein Treffer Wie er im Buche steht Ralfoy von Santiago gesprochen Richtig? Richtig Nein Meinst du Sternenkinder? Redest du von Lumas? Lumas sind Sternenkinder? Sie können auch zu großen Sternen werden Übrigens an der Stelle kleine Reminder an euch, dass Bowser eine Supernova überlebt hat Es gibt oftmals Diskussionen darüber, ob Superman stärker ist oder Son Goku Ich habe keine Ahnung davon Wahrscheinlich Son Goku Sehr wahrscheinlich sogar Aber Aber Die wahre Freiheit, die man sich doch stellen sollte ist Wäre stärker Son Goku oder Bowser Oder besser gesagt das Universum oder Bowser Okay Seid ihr bereit? Auf dem Gipfel Wie traumhaft Ah, Mario von Nios kannst du mit Hilfe des Hechtsprungs weiter Toad sagt einem sogar, dass man den machen muss Außer von der Finta Oso 51 Monate Resub Wie viel lieben Dank Oh oh So ein Goku oder Naruto So ein Goku, Naruto Ist nicht so stark Oh oh Irgendjemand wird hier gerade sehr sauer Und was ist mit One Piece Charakteren oder Dragon Ball Charakteren Wer würde da gewinnen War hier nur eine Münze Ey, er war die nutzlose Scheiße Dragon Ball gewinnt Dachte ich mir Weil Ist halt unfair Wau Ich sage es euch Die lila Münze in diesem Level zu holen Bisschen nervig Ich bin nicht der größte Fan davon Damit sagt Geschmack Gewinnt eindeutig Kakarot Naruto kann sich zu multiplen Nackten Damen machen Während Goku's Ding einfach das ist Dass sein Outfit ein bisschen wie eine Karotte aussieht One Punch Man ist definitiv stärker Du kennst nicht mal seinen Namen Du kennst nicht mal seinen Namen Außerdem Oh Gott Von Note 10 Zone 11 Gift Subs 11 Die ungewöhnliche Zahl Äh, wieviel lieben Dank Wieviel lieben Dank Oh Gott Namen Ben Walney Icarus Oh Gott Therapiepaar Äh Lone Legend Blickes Rivelo Draco Style Captain Context Nero Nox Kaido Und der Yaku Äh, wieviel lieben Dank Wieviel lieben Dank Die erste Schnapszahl Was für ein Leben Oh, sie haben Stuckpile Thomas 50 Monate Resub Wieviel lieben Dank Wahoo Ah ja, hier oben auch noch Ich habe übrigens keine Ahnung von den ganzen Welche Anime Figuren wie stark sind Denn ich habe schon mal mit einem Mädchen gesprochen Im Internet Ja, willkommen Wolfram Smith meinte sie, dass sie eins ist Jetzt erzählst du uns aber ein vom Pferd Oh, ich liebe diese Redewendung Äh, so Wo waren hier noch die ganzen lila Münzen Es ging da vorne auf jeden Fall noch weiter Sind da aber noch 29 Stück Hier wohl nur ein Weg, um das herauszufinden Wirklichkeit war es der 50-jährige Udo im Unterhemd bei WoW Manchmal stelle ich mir die Frage, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich ein Unterhemd ertragen würde Ich habe bisher noch keine Antwort auf diese Frage gefunden Kannst du Münzen abschießen? Äh, nein Ich kann sie auch nicht mit dem Cursor einsammeln oder so Hier wäre etwas wärmer Aber auch wirklich nur ein bisschen Generell muss ich aber sagen, so Ähm Oh, nein Nein, 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 nein 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 Ha So ein ärmelloses Shirt tragen Sieht eigentlich immer scheiße aus Ich meine, okay, wenn man Muskelpaket ist oder so, ergibt Sinn Aber wenn man, wenn man normal gebaut ist Ist immer eine schlechte Idee Ganz zu schweigen von Übergewicht Ich will hier niemanden schämen, aber Man sollte auch nicht, man sollte auch ehrlich sein Wo sind die lila Münze Warum kann ich mich nur um 180 Grad drehen Überhaupt, ich kann auch bei schlanken Lauchs gut aussehen Na Komme ich da ran Ich habe sie gefunden Ich habe sie gefunden Wir müssen nur noch rankommen Lass Miranda Denn sie will ja Äh, okay Habe ich das gerade gesehen Da habe ich wohl einen Glitch entdeckt Okay, Mario Mario, willst du mich ver- Er will da nicht hoch Das ist doch nicht dein Ernst Danke schön Meine Güte Ah ja, ich hätte auf den Springboden springen können auch Aber an sich ist auch nicht so schwer Auf die Säule da hoch zu springen Mario wollte einfach nur nicht kooperieren Puh, aber gut Hat ein bisschen gedauert Aber wir haben es geschafft Außer im Rehwand böse 61 Monate Resub Wie viel lieben Dank Meinungen zu langen Unterhosen Lange Unterhosen Ich hatte Bis zu meinem achten Lebensjahr welche oder so Von der Bequemlichkeit her Ein absoluter Traum Und ich glaube, wenn ich tatsächlich rausgehen müsste Ich würde zu langen Unterhosen zurückkehren Ich würde zu ihnen zurückkehren Nein, Lange Unterhosen sind quasi wie eine Wie halt eine Hose So eine dünne Hose Die man unter der regulären Hose trägt Ist einfach nur Ist einfach nur warm Außer im Tobi der Keks Fünf Monate Resub Nein, nicht fünf Monate Fünf Giftsas Wie viel lieben Dank Für Zwiebelpanzer Juring Firebless Superior Fulu Und Huckleberry Wie viel lieben Dank Wie viel lieben Dank Wie eine Strumpfhose Yeah, nur ist unten offen wie eine Hose Ansonsten wahrscheinlich wie eine Strumpfhose generell Ich glaube, das Material ist auch nicht zu dick Aber Schon Spürst du schon die Wärme Don't call it Leggings Das beste Winter sind kniehohe Stiefel Wenn es gerade matschig ist So warm Wir reden von Reden von Stripper Stiefeln Verstehe ich das richtig Was habt ihr so für Advanced Slender? Ich habe gar keinen Das ist okay Ich mache die Ja, die letzten Jahre Wenn ich hier meinen hatte Habe ich ihn eh nicht jeden Tag aufgemacht Und äh Den Punkt ist mir zu blöd Kanonenflotte Galaxie Ich glaube, das waren relativ kurze Missionen Strahl, Strahl, Strahl Ich meine, kannst du auch sagen Ich rede von Reitstiefeln Ich hatte noch nie Stiefel Und am 24. Natürlich noch auf einmal aufgemacht Nein, keine Ahnung Ich mache dann irgendwie alle drei Tage Ah shit, ich sollte die Türchen mal wieder aufmachen So, wir wollen nicht von den Kringelstrahlen getroffen werden Das ist erstmal am wichtigsten Ne, die Strahlen kreuzen Richtig Richtig So, jetzt kommt die ganze Missionen Bei denen ich überall komplett vergessen hatte Dass sie Teil von Galaxy Äh, Galaxy 1 sind Und ich glaube Ich erinnere mich auch an die 100 lila Münzen Da muss man sich doch auch irgendwie an den blauen Sternen So, da kannst du mich nicht rammen Da muss man sich doch auch mit blauen Sternen herumschießen Beziehungsweise herumhangeln, oder? Ich habe einen Honig-Advance-Kalender Das wäre mir zu viel Honig Lila Münze, ein funtioneller Autostroller Wir werden es sehen Also Käsebrot 46 Monate Resub Wie, wie, lieben Dank Rupee 7 20 Monate Auch dafür Wie, wie, lieben Dank So ein fieser Grinser Mir fällt auch gerade auf Jetzt wohl bei denen Warum nehme ich die Sternteile mit? Es gibt nichts, was wir Brauch keine Sternteile mehr Ähm Ich dachte, ich werde heute super schnell fertig Aber inzwischen habe ich das Gefühl Die letzten paar Sterne aus Galaxy Die ziehen sich noch ein bisschen Wir werden mit dem Stream heute gar nicht so viel früher Wie ich gedacht Fertig, wie ich gedacht hätte Moment Nein, nein, nein Das ist einfach nur die Kamera, die umspringt Lidermütze sind quasi wie in einer Kampffelsengalaxie Äh Sagen wir Ich wüsste jetzt spontan nicht Welche die Kampffelsengalaxie ist Wie würdest du sie am besten umschreiben? Die mit den Beyblades Oh, das war wo man auf der Plattform unterwegs war Okay, würde ich sagen Oh, ich liebe das Konzept hier Ich wünsche, sie hätten mehr mit sowas gearbeitet Aber dann wiederum Sie haben nicht umsonst Galaxy 2 gemacht Ich habe immer einen Los-Kalender Letztes Jahr habe ich 5 Euro gewonnen Der nur 20 Euro gekostet hat Au, Mario, nein Ein lose Kalender Ich weiß ja nicht Kannst du auch einfach jeden Tag einen Euro ins Sparschwein werfen Scheiße Der bleibt der Spaß ein bisschen aus Aber der Grund dafür ist, weil ihr ein Sparschwein habt Wisst ihr, was mein Sparschwein ist? Mein Sparschwein ist ein Triceratops Und in diesen Triceratops Geld reinzuwerfen Da fühlt man sich wie ein Wie ein Jurassic Park Außer von Note 10 Oh Gott Nein, warte, er macht den Oh Gott, er macht den Backflip gar nicht 2750 Bits Wie, wie, lieben Dank Wie, wie, lieben Dank Bin so neidisch, beneidisch Richtig Wenn man nur so ein Schweinchen hat oder so Ist das schon ziemlich lahm Boah, schon was beeindruckendes Nicht den Kopf einquetschen, Mario Au Oh nein, jetzt sind die komplett out of sync Okay Alles gut, hab's doch überstanden Hab's doch überstanden Ist es Trici aus einem Land vor unserer Zeit Oder Trici So oder so ist die Antwort Nein An dem Punkt ist in einem Land vor unserer Zeit Für mich auch so lange her Ich hab kaum Erinnerungen daran So alt bin ich geworden Ach, komm schon Nicht runterfallen, Mario Oh oh Okay Das war zu gut Triceratops, das Schwein unter den Sauriern Yeah Vorsicht vor den Stacheln Übrigens, die tun weh Äh Sicher, Poppoms Mit euch werde ich mich auseinandersetzen Nicht Mein Sohn liebt Mein Sohn liebt deine Dekmerimme-Videos Und bist du echt cool Soll ich dir ausrichten Dankeschön Was wurde aus einem Land vor unserer Zeit Meinen, sie haben Filme gemacht Und dann haben sie niemand mehr gejuckt Wenn ich raten müsste Würde ich behaupten Dass bei den späteren Filmen Auch von den ursprünglichen Leuten Nicht mehr viele mitgemacht haben Und ja Irgendwas sagt man Es schlummert keine zu spannende Geschichte Und nö Oh Gott Ich dachte schon, der würde jetzt Den Arm mit Kugelwille abfangen Außer Florian 5, 4 Nein 4, 5, 4, 3 95 Bits Viel, viel lieben Dank So Und jetzt kommen wir zum Ich frage mich, ob man da irgendwie einfach rüberspringen kann Sieht aus, als ob es machbar sein sollte Abgehobene Dinosaurier-Darsteller Yeah Ich meine, sie hatten einen Kart-Racer Seitdem dachten sie, sie könnten einfach in Sie können einfach Karriere in Videospielen machen Oh cool, dankeschön Großer Fan von Direktionsspiel Großer Fan davon Aber wie wir alle wissen Ist das natürlich schwachsinnig Wenn du mit so einem Kart-Racer auftauchst Da kannst du nicht einfach denken Dass du ab jetzt von Videospielen leben kannst Wer soll die Scheiße kaufen Ich wünsch dir immer noch, dass man irgendwo Dinosaurier im Reich der Giganten anschauen könnte Nein Gott Dass diese Doku-Reihe damals war Die kam öfter auf Super RTL Und das war so cool Ich meine, ich habe da vor einen Trailer gesehen Und die Dinosaurier Sehen nicht so gut aus wie in meiner Erinnerung Nicht mal fast Aber es war trotzdem super cool Vielleicht gibt es irgendwo DVDs oder so auf Ebay Ich sollte mal schauen Die haben wir auf Videokassette Manchmal erkennt man sogar noch was Ja, Videokassetten will ich mir jetzt auch nicht zulegen Hier bin ich mal ein Videorekorder Und na, er nimmt zu viel Platz weg Ich meine, ich mal den Gedanken daran Videokassetten zu haben Aber Nehmen zu viel Platz weg Ist nicht wert Audiokassette dagegen Ja, da werde ich irgendwann reingehen Spaziergang am Himmel Jimmy Neutron sah in meiner Erinnerung auch besser aus Jimmy Neutron Sah aber nie realistisch Er sollte nie realistisch aussehen Deswegen Ist ganz okay gealtert Ups Ich glaube, der will mich mit Kokosnüsse beschießen Dann will ich sie auch nicht haben Und die Doku ist echt super cool Habst du vor wenigen Jahren nochmal gesehen Yeah Ich hätte die damals Auf VHS vom Fernsehen aufgenommen Da gab es auch so ein Making-of Irgendwie, das auch gezeigt wurde Was auch super cool war Jetzt wird er aber sauer Shit Äh Kibble Willet ihr mal bitte weggehen Nein, Kibble Kibble nicht Kibble Kibble war der Name Zum Glück habe ich mit Jimmy Neutron Rechtzeitig aufgehört Um nicht mitzubekommen Dass Planet Bugs rausgekommen ist Das heißt, er aufgehört Die Serie hat ja zwei Staffeln Und so Die immer wiederholt wurden Ich denke, in dem Zeitpunkt Aufgehört, dass es zu schauen War Die letzten neuen Folgen Sowieso Ewigkeiten her Jimmy Neutron hat nicht so viele Folgen Fällt mir gerade ein Ich wollte mal wieder Das Scribble Notes Display von dir schauen Weil ich hier damals geschaut habe Wo diese Videos neu waren Äh, ihr habt die nicht mehr gefunden Sind die nicht mehr online? Äh Lass mich nachschauen Sollte da sein Kann man ja nichts erinnern Scribble Notes Äh Oh ja, die sind privat Warum sind die privat? Äh Bearbeiten Ach Gott, wie mache ich denn das? Weitere Aktionen Nein, nicht endgültig löschen Sichtbarkeit Öffentlich Warum habe ich das privat gestellt? Naja Machen wir öffentlich Hä Moment, Moment, Moment Wir machen gleich weiter Okay, dauert ein bisschen Bei Bulk Bearbeitung Fruchtfliege Nein Wo kommst du überhaupt her? Wo kommst du, wovon ernährst du dich überhaupt? Da wollte er uns für Content vorenthalten Nein, wahrscheinlich Was, will ich in die Kanone rein? Vermutlich Fruchtfliege Als hätte ich Früchte Bei meinem Haushalt Yeah Ich habe Äpfel da Aber die sind im Kühlschrank Gehe doch ein bisschen nach links Zwölf, als die da Sich Fortgepflanzt haben Bisschen zu kalt Ah ja Warum habe ich Scribblenauts Auch privat gestellt? Ich habe absolut keine Ahnung Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Ich sollte Diese Legacy of the Duelist Mal wieder öffentlich stellen Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Privat gestellt habe Weil Kommentare mich Super genervt haben Oh Gott Bei Legacy of the Duelist God Die Kommentare Auch noch Jahre später God Gingen die mir auf die Nerven Ich kann nicht sagen Sie wüssten alle Wie man Pegasus Mit dem komplett Fucking nutzlosen Deck Instant besiegt hätte Hey Cringe wie du falsch spielst Ist mir wahrscheinlich Aber ist ja trotzdem genervt Später haben sie sich gefragt Wenn der nächste Part kommt Das sind sowieso immer Sowieso eine Sache Die immer kommt Wann geht es denn weiter? Irgendwann geht Mystery Dungeon weiter Ich meine Ich habe gesehen, dass Die Folgen von davor Alle oft nicht gelistet stehen Aber wann geht es denn eigentlich weiter? Ich habe nicht zu viel dabei gedacht Können sie auf YouTube Kids stellen? Nein Inzwischen ist es eh egal Zwischen macht es eh keinen Unterschied mehr In die Videos wird keiner Arsch mehr schauen Wann geht Isaac weiter? Wann Isaac ist das nicht so lange her Ich habe zwischendurch immer wieder mal gespielt und so Das heißt, das ist nicht komplett Deplatzierte Frage Wann geht Spawnstrom Schwankhoff der Film für Gamecube weiter? Oh, diese Spiel hat mich so traurig gemacht Das Spiel hätte so cool sein können Und dann War es aber nicht cool Ich werde mir übrigens nicht vorstellen Wie nervig es ist, wenn man Musiker ist Und dann einfach Leute immer noch Einfach viele Jahre später damit auf die Nerven gehen Was man irgendwann vor 15 Jahren mal gemacht hat Sagen so Ja, ist ja gut Ich habe die letzten Jahre nicht mitverfolgt Aber was du damals vor 15 Jahren gemacht hast Das war so gut Mach doch mehr davon Ich meine, das ist bei vielen der Fall Gott, das muss fucking anstrengend sein Und da ist schon wieder Ich meine, klar, vereinzelt gibt es Leute, die halt sagen Oh ja Keine Ahnung Ich fand Fucking Top 10 süße Pokémon so gut Keine Ahnung Eine so geringe Minderheit, dass ich nicht mal weiß, ob es der Rede wert ist Au Cheap, cheap Dass Leute nach sieben Jahren mit Rasselbandetzeug kommen Ja, okay Ja, ja Das ist auch eine Sache Oh Gott, nein Die Tennisbälle müssen auf die Melone geschossen werden Oh Gott Mario Skelett Ähm Letztens war jemand auf Twitter Gott, ich habe Screenshot gepostet von Weil ich Bedürfnis of Gaming der Kanal hatte die 400.000 Abonnenten Ich habe einen Screenshot gepostet Und ich habe geschrieben Hey, im Jahr 2048 habe ich dann die Millionen Was ungefähr hinkommen sollte Denn Wachstum bei meinen Kanälen ist sehr, 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 sehr langsam Ist kaum vorhanden Auf jeden Fall Meint dann jemand Ähm Ja, aber nächste Woche hast du save die Millionen Wenn du Wenn du die Expertenrunde wieder zurückbringst Und ich mir dachte Äh, irgendwie, irgendwie nervt mich der Kommentar Weil es so Ich meine Respektiere es einfach Zum einen Zum anderen Ähm Habe ich irgendwann geantwortet Es ist nicht mal der richtige Kanal Weil es war auch nicht mal der richtige Kanal Und dann hat er irgendwas geantwortet von wegen Äh, ja Und dann hat er den Ricky gemacht Also ich dachte mir Oh, nein Das sind einfach Das sind Sprüche, die so dermaßen alt sind Fand ich komisch So, ist einfach so lange her So, ist einfach so lange her Einrückige Macht Niemand sagt das Niemand Seit Jahren Seit vielen Jahren Hat das niemand mehr gesagt Zumindest niemanden, den ich sehe Schon gehört, dass es eine Power Rangers Netflix Serie geben soll Ich konnte Power Rangers nie leiden Dementsprechend nein Äh Machen wir Machen wir nochmal ne Flotte Ich sag das täglich Dann kommt er selbst Das Sonntag wieder Ich meine Irgendwie Ich meine Selbst als Sonntag würde ich nicht ausschließen Okay Würde ich nicht ausschließen Denn ich denke Es war ein fantastisches Konzept Es war nur anstrengend Irgendwas Neues zu finden Immer Ja Okay 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 Wir werden jetzt nicht die Aber du spielst doch das 2 am Sonntag Wir werden jetzt nicht damit anfangen Nicht Die Sprüche können wir morgen wieder bringen Wann kommen deine Songs zu Witcher 3 wieder Wenn Witcher 4 kommt Das war die Mission hier Und hier haben wir auch die kleinen Hundehütten Kleine Hundehütten Nein Witcher 4 soll noch vor dem Remake rauskommen Was? Ich dachte die Arbeit am Remake Was? Oh Gott Dafür dass sie zuletzt ein extrem unfältiges Spiel rausgebracht haben Sind das große Pläne würde ich mal sagen Bald wieder Witcher streams wegen New Gen Upgrade Ich wollte gerade sagen Naja ich stream es erst dann Wenn es auf die Switch kommt Aber Witcher 3 kam ja auf die Switch Der Witz daran wäre Weil Leute sehr komische Switch Fans sind Die jedes Spiel nur auf der Switch spielen wollen Okay Er ist Polaris Und dann das Remake wurde neu vom Chef von CD Projekt Red getweetet Weil es ist Polaris Das ist die neue Galaxy Mario Galaxy Ich mag diese Okay können wir mal über Mütter reden Damit meine ich über Muttern Futtern wie bei Muttern Oh nein Mario Nein Mach mich doch nicht traurig Oh was für Treffer Schönes Ding Der Muttern Tag Polaris ist der Projektname vom nächsten Witcher Oh Aurora Polaris Also wenn neue Switch herauskommt Das werde ich spielen Wahrscheinlich Vielleicht werde ich sogar streamen Einschließlich Remake von Teil 1 Sind die 100 lila Münz nicht auch in so einem Bereich Die sind in so einem Bereich dann auch wie hier War nur so ein Junior Run Vielleicht würde ich damit dann direkt beginnen Ich mag nämlich die Idee an solche Runs Auch wenn es nichts viel ändert Aber Witcher 3 hat Ich habe nach rechts gedrückt Nach rechts Ähm In Witcher 3 hat es nicht zu viel In Witcher 3 hat es nicht zu viel Gerne Es gab ein paar Stellen Wo es ziemlich lustig war Mario Du Gottverdammter Vollidiot Apropos ein fertiges Spiel Ich mag es, dass Nintendo etwas einzig gezeigt hat Und versprach Pokémon Spiele nach und nach Zu updaten Bin zwar Noch Bin zwar durch mit dem vollen Dex Shit Das ist eine lange Nachricht Für so eine Autostroller Stelle Aber wenn es dennoch schön Wir werden sehen Ich denke Wer 10 Millionen in drei Tagen verkauft Der kann auch Durchschnittliches Spiel noch an den Tag legen Er stellt ihr ein bisschen mit lila Münzen vor Stellt Susi dir doch mit lila Münzen vor Klugscheißer Oh ja Ich erinnere mich relativ gut daran Kommen viele Erinnerungen hoch Gerade Ich erinnere mich relativ gut daran Okay, wir sind wenigstens hier. Es hat sich nicht seit sechs Jahren schlechte Pokémon-Spiele gemacht und das Feedback der Spieler geschissen. Ich meine, bei Schwert und Schild muss man fairerweise sagen, Leute wollten hauptsächlich sehr empört sein. Das war in erster Linie ein durchschnittliches Pokémon-Spiel. Aber ich erwarte auch nichts, dass sie irgendwas dann... Vielleicht mit etwas Glück wird Pokémon-Kamesin dann mit halbwegs stabilen 30 FPS laufen. Ich denke, mehr wird sich daran nicht ändern. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Oh, ich mag das hier gerade gar nicht. Das fände mich an den perfekten Lauf aus der 3D-World. Das waren Zeiten. Shona, warum denkt man, dass Nintendo jetzt die Spiele gut updaten wird? Sie hatten lange genug Zeit und offensichtlich kein Interesse daran. Äh, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht wird sich Nintendo darum kümmern und nicht Game Freak. Oder vielleicht wird Nintendo ein paar Leute rüberschicken, damit sie sagen, Gott, Game Freak, ihr bekommt es nicht hin. Mach Platz, geht zur Seite. Geht zur Seite, ich mach das jetzt. Vielleicht wird es so eine Situation. Risiko-Komet. 2, 1. Risiko. Die Mission könnte ein bisschen nervig werden mit nur einem Hit, aber wir werden sehen. Ich habe nicht vor, irgendwelche extrem schweren Pokémon-Hacks zu spielen. Weiß nicht, warum Leute mich immer wieder nachfragen. Okay. Mein Interesse an Pokémon-Hacks ist generell sehr gering. Nummer 1. Noch 3 Treffer. Oh. Äh. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ja, der ist weg. Okay. Gen 2 Nasog geplant. Nein. Nein, es ist wirklich nicht. Gen 1 Nasog wollte ich machen, aber... Eros wohl nichts. Okay. Egal, 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 egal. Ein Karmic weniger ist ein Karmic gut weniger. War ein Mystery-Dungeon, Nasog. Irgendwann will ich in Mystery-Dungeon alle Pok... Also Team Rot, beziehungsweise Team Blau, alle Pokémon holen. Eines schönen Tages werde ich das machen. Okay. Aber sehr wahrscheinlich nicht im Stream oder so, denn die Scheiße dauert ewig. Was? Was hat mir jetzt überhaupt Schaden gemacht? Das Spiel von Game Freak oder so? Was soll denn das? Wahrscheinlich, weil die... Weil du einen coolen Pokémon-Change des Finals nochmal cooler fänden, wenn du was Schweres spielst. Aber ja, sorry fürs Stören mit der Frage. Ich verstehe nicht, was so lustig daran wäre, wenn ich einen schweren Pokémon-Hex spiele und mich nicht... Ganz offensichtlich nicht gut genug auskenne, um zu gewinnen. Ich... Ich verstehe nicht ganz, was dann interessant daran wäre. Außer natürlich, dass da Leute dann sagen würden... Tatsächlich ist es... Hättest du es besser machen können? Gestern war auch einer bei Pokémon Kamesin, der einige Kommentare geschrieben hat, die ein bisschen belastend waren. Er hat unter dem gleichen Video drei Kommentare geschrieben. Einer war, weil ich einem Pokémon die Minze gegeben habe, die das Wesen geändert hat. Er hat zwar so... Oh, das hat das Wesen zu diesem und jenem geändert. Du sollst vielleicht mal besser lesen. Und keine Ahnung, Leute, so klugscheißer Zeug. Und dann hat er einen Tipp gegeben. Und zwar meinte er... Hey, wenn du zu Team Star gehen willst... Da würde ich nicht hingehen. Stattdessen würde ich dir empfehlen, in den Osten zu gehen. Und generell, wenn du da... Ne, in den Westen zu gehen. Wenn du im Osten weiter gehst, sind die dann auch alle auf Level 30. Er hat ja so die Himmelsrichtungen verwechselt. Das heißt, meinte ich, ja, aber im Osten ist Team Star. Und dann seine Geschichte mit Level 30. Die Pokémon, die danach kommen, sind ja nicht Level 30. Das heißt, es war einfach komplett falsch. Habe ich ihm geschrieben, ja, aber das mit Level 30 stimmt auch nicht. Da hat er nicht geantwortet. Hat er nicht mehr geantwortet. Schreibt mir fucking drei Kommentare darüber, was ich alles falsch mache. Dann weise ich ihn darauf hin, dass der eine Kommentar von ihm zwei Tipps gegeben hat, wovon zwei Stück falsch waren. Keine Antwort mehr. Was soll das denn? Du hast gefälligst hinzugehen und zu schreiben, dass du falsch liegst. Und ich und der YouTuber, du liegst richtig. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Diesen Triumph bekommt man nicht. Ich bekomme nie eine Antwort. Wenn ich irgendwelchen Leuten irgendeine Scheiße erzähle, wenn ich ihnen antworte, die schreiben die Antwort nie wieder. Das stört mich. Ich will einfach nur sie sagen, oh ja, da hattest du wohl recht. Die Antwort dann aber nie wieder. Ich lieg richtig mit Galaxy 1. Wo ist meine Entschuldigung von dir? Mit was liegst du richtig? Ich hoffe, du meinst nicht den Punkt, dass es besser als Galaxy 2 ist. Weiß schon. Außerdem von Ritzkebrümpf. Äh, frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Das sind übrigens auch, oh Gott, wenn wir vom Du weißt schon reden. Klugscheißer-Kommentare. Von Leuten. Oftmals trauen sie sich nicht ganz zu sagen, worum es geht. Weil sie wissen, dass sie wahrscheinlich Scheiße erzählen. Dann schreiben sie sowas wie, oh, ich kann nicht glauben, dass jemand so falsch liegt. Aber sie schreiben nicht womit oder so und klären es auch nicht auf. Sondern einfach nur dieses ganz vage, oh ja, das ist einfach nur, keine Ahnung, du machst das falsch. Das ist schlecht. Aber nie genaue Details. Ich glaube, das ist ein Selbstschutzmechanismus, weil sie wüssten, wenn sie schreiben würden, worum es geht. Dass das Risiko besteht, dass sie jemand aufklärt. Das ist in der Tat, oh, ich muss den da rüberlocken. Das ist in der Tat, dass sie Scheiße erzählen. Deswegen halten sie es ganz vage. Damit man, äh, nicht, damit man, äh, um ihnen zu widersprechen, müsste man sagen, nein, in dem Video wurde niemals irgendein Fehler gemacht. Das ist alles richtig. Das ist wirklich Schwachsinn. Ja, hast du diese, das, das sind Feiglinge. Das sind Feiglinge. Dann sag wenigstens, worum es geht, statt es nur so vage zu halten. Hast du Angst? Hast du Angst, falsch zu liegen? Denn meistens liegen sie falsch. Oh, oh. Das ist wichtig, BH. Ich würde lieber, ich glaube, du musst, äh, schreiben. Äh. Mein, generell, wenn man, wenn man, ähm, irgendwas, äh, auf irgendwelche Fehler hinweisen will, sollte man vielleicht anmerken, was der Fehler war. Und nicht einfach, dass potenziell das Gesamtwerk falsch ist. Und dass man selbst herausfinden muss, worum es genau geht. Weil es ja ganz offensichtlich. Das ist ziemlich schwach. Au. Komm schon. Ich glaube, das war bei dem Apfel-Video, da war auch so ein Kommentar, der auch wieder so, es war irgendwie, Oh, wenn ich sehe, wie du, äh, Sachen schneidest, du solltest dir mal ein Tutorial anschauen, wie man richtig schneidet. Aber er hat nicht gesagt, wie, welche Technik oder so, sondern einfach nur, einfach nur generell, einfach nur generell anders schneiden. Nicht, dass ich mir beim Apfelschneiden noch einen Finger abtrenne oder so. Einfach immer diese vage Scheiße. Irgendwas war falsch, also, vielleicht raus, wie du es richtig machst, voll Idiot. Aber ich sage auch nicht genau, was spezifisch falsch war. Das musst du selber herausfinden. Aber irgendwas war falsch, glaube ich. Ist das dein erstes Mario-Spiel? Ähm, ja. Der Krallengriff. Nicht, dass man beim Apfelschneiden noch, äh, äh, verrutscht. Wenn man sich das gar nicht vorstellen. Sonst der Video anschauen, wenn man richtig Spiele spielt. Der Gamer-Rage bei vielen Leuten ist sowieso sehr stark. Aber das finde ich lustig. Shit! Äh, das wird ein bisschen da waren. Nein! Hilfe! Kann man sich darüber aufregen, dass jemand einen Apfel falsch schneidet? Ich weiß nicht, ob es um den Apfel ging. Er hat ja nicht geschrieben, worum es geht. Er hat einfach nur geschrieben, dass ich irgendwas falsch geschnitten habe. Das ist ja die Sache. Ich weiß nicht, er hat, äh, deswegen schreiben, worum es geht. Dann könnte ich es ja auch verstehen. Statt dann einfach nur, äh, ist falsch. Mach mal richtig. Was soll denn das? Feigling! Feigling-Kommentar ist das! Fuck! Oh, ich erinnere mich hier dran. Oh nein. Oh Gott. Dragon Raider Loki. Ich glaube, es waren 40 Euro. Äh, viel, viel lieben Dank. Ich glaube, du meinst Ersatzbank. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Oh Gott. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Hotte, ich finde die Paltler wäre echt gut. Ich finde sie an sich auch spaßig. Ich wünsche nur, ich wäre mit mehr Leben reingegangen, als aktuell der Fall war. Wahoo! Eine Achterbahn der Gefühle. Ja. Auf der Wii war es so eine schlimme Version. Naja, die ist auch auf der Version relativ anstrengend. Vom Regen in die Traufe. Die lila Münzen der Raumflotte. Das ist eine Flotte. Oh Gott. Bei dem Level habe ich damals meiner 6 Jahre alten Schwester den Controller gegeben, um den Stern zu holen. Klebt am Flaggenmast. Ja, sie sprang volles Rohr vom Mast in den Abgrund. Deswegen hätte es den Controller gar nicht erst weitergeben sollen. Das war schon mal Problem Nummer 1. Problem Nummer 2. Das weibliche Geschlecht ist mit Videospielen nicht, den kann man nicht trauen, wenn es um Videospiele geht. Problem Nummer 3. Du kannst nicht mal ein Spiel für Kinder selber spielen, ohne deinen jüngeren Geschwistern sie um Hilfe zu bitten. Also wir haben hier eine Menge Probleme. Zu 100% Run. Ja. Nein. Okay, so weit so... Ah, ich glaube die Plattform spawnt da links nochmal neu. Ja. Bin ich hier reingeraten? Das spaßigste Spiel der Welt. Mein Galaxy ist in Ordnung. Ist der zweitbeste Galaxy-Teil. Ganz recht, Fully. Ich habe es gesagt. Morgi-Insel-Arc. Verzeihung? Was kenne ich dafür, dass ich einfach ein zu netter Kerl bin? Nein! Nein! Ich hoffe einfach, dass die Plattform respawnt. Morgi ist so ein netter Typ. Seht ihr? Oh Gott. Nein! Nein! Pass auf, ich will jetzt nicht der Typ sein, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich von der schieren Gamer-Dominanz ein bisschen eingeschüchtert fühlen. aber... Ich will sagen, die Mission war nicht so übel. Gut gemacht, bis zum Ende durchgehalten. Mission war nicht so übel. Es war nicht First... Nein, doch, es war First Try. Oder? Das heißt, hier gerespawned an einer Stelle. Ich glaube, ich bin aber einmal gestorben. Ich weiß gar nicht mehr. Speichern. Sorry, scheiße First Trys, aber weil du Phantom-Ledermünzensache 20 Minuten brauchst. Das war auch viel schwerer. Hätte ich noch nichts dafür. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Smoggy halt sehr, sehr wütend wird, wen vielleicht schlagen oder so. Was erzählst du da? Ich kann mir gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Smoggy loszieht und Leute verprügelt. Ich kann ja das. Ich kann mir das vorstellen. Ich habe ja, glaube ich, am längsten von allen gebraucht. Einfach, weil ich eine Münze immer verpasst habe. Ja, aber es kann es kein kritisch sein. Ich glaube, was den Unterschied macht, ist auch, ob man weiß, dass, ähm, das ist übrigens eine relativ kreative Mission, ob man weiß, dass die Plattformen respawnen. Denn zu wissen, dass sie respawnen, erleichtert so einiges. Die Mission wirkt, als wäre sie aus irgendeinem Indie-Spiel oder so. Shit. Nein! Äh, nein! Alles gut, ich lebe. Scheinbar lebe ich noch. Okay. Okay. Pass auf, ich werde hier einfach weiter dem Licht folgen. Möge ich schippst Leute, die Joghurt im Rucksack haben. Wer hat Joghurt im Rucksack? Was soll das denn? An dem Punkt, an dem Punkt fragst du geradezu, Opfer einer Gewalttat zu werden. Einfach unglaublich. Aber dann, wenn man die Hände erhebt, um jemanden zu schubsen, wie ich es in WarioWare gelernt habe, ist das plötzlich Körperverletzung. Bitte nicht wütend werden, ich werde gleich so wütend. Ah, die Stelle können mich wirklich ein bisschen wütend machen. Jahu! Äh. Yippie! Yippie! So, hier ist immer sehr knapp vom Timing her, wenn mich nicht alles täuscht. Aber in dem Level funktioniert die Sprungfeder wenigstens. Beziehungsweise in dem Level ist die ganz spaßig. Das ist, welche Sprungfeder soweit lassen. Auch wenn ich natürlich Fully nicht dabei zustimme, dass es das beste Power-Up der Mario-Reihe ist. Aber das ist okay. Man muss nicht immer allen Leuten zustimmen. Oh oh. Oh oh. Dankeschön. Oh oh. Okay. Soweit noch im Spiel? Soweit noch im Spiel? Nein! Das war unfair. Das war unfair, okay? Wo hätte ich denn wissen sollen, dass da oben Stein spawnt? Typisches Smoggy L. Stimmt. Ja, ich habe vorhin die Mission im ersten Try geschafft. Könnte ich einfach sagen, dass ich jetzt schlecht bin in dem Spiel. Okay. Ich mag den Sprungfeder-Sound. Ich wünsche, er würde nie aufhören. Gute Sache ist, dass er auch nicht aufzuhören scheint. Oh, was ein Sprung! Wuhu! So weit, so gut. So, und jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Oh nein, wir sind noch nicht so weit. Okay. Jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Ich bin direkt rübergesprungen, bevor er überhaupt der Felsen über mir spawnen kann. Ja, willkommen, Sarah. Denn ich lege Wert darauf, die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Ich glaube, der erste Teil des Levels war ziemlich simpel. Solange man immer schön den Long Jump macht. Oder wie er auf Deutsch heißt, der Hechtsprung. Ich habe nie einen Hechtsprung ins Wasser gewagt. Mein Kopf über voraus irgendwo reinzuspringen, ist gegen sehr viele natürliche Instinkte, die der Mensch sich über die Jahre aufgebaut hat, um zu überleben. Ich werde mich nicht dagegenstellen. Ich werde mich überleben. Oh, oh. Wir sind so gut wie da. Yes! Der Sprung hieß in Mario 64 Gleitsprung. Ich sollte mal wieder schwimmen, TBH. Na, alles gut. Das einzige, worin man schwimmen sollte, ist das Geld. Risikokomete? Wahrscheinlich muss ich einfach nur den Weg nach oben. Ich habe aber kein Geld. Warum soll ich über Schwimme nachdenken? Der Feuerkessel. Da ist Obelix mal reingefallen. War seitdem nie wieder derselbe. So, wieviel Mal fange ich jetzt eigentlich genau diese Mission an? So, jetzt bestimmen das fünfte Mal oder so. Spielst du auf Emulator? Nein, ich spiele auf der Switch. Obelix schwimmt im Zaubertrank nicht im Geld. Was ich daran, dass er dämlich ist? Das ist nicht die Nvidia Shield Version. Ach, ja. Stimmt, es gab ja die emulierten Wii-Spiele auf diesen chinesischen Nvidia Shield Tablets. Das war eine Sache. LKT erst 59 Monate. Wie's up? Vielen lieben Dank. Ich brauche inzwischen Sternteile für nichts mehr, aber ich kann sie auch nicht einfach nicht mitnehmen. Uh. Die Stelle können jetzt ein bisschen verzwickt werden. Eine verzwickte Zwiebel von einem Videospiel. Ich bin tot. Ja, das wird nervig. Das wird definitiv nervig. Das hat gewaltig gezwiebelt. Keine Checkpoints. So wie im perfekten Lauf aus Super Mario 3D World, den ich übrigens geschafft hab. Obelix war nicht dumm, er hat den GmbH gegründet. Shit. Wenn ich dumm wäre, dann würde er mal den BH tragen, mit sein ganzes Muskelgewebe nicht komplett ausleiert. hat. Warum die Galia nicht angefangen an allem Zaubertrank zu baden, ist doch viel effizienter. Yeah. Können wir jemand bitte ein Theorie Video über Asterix und Obelix machen? Was, wenn die Galia alle im Zaubertrank gebadet hätten? Seit wann bist du zur christlichen Mutti geworden? Schon immer. Ihr habt nur eure Augen verschlossen. Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die halt immer einen, wenn man Asterix und Obelix schaut, einen immer ein bisschen sauer macht. Dass man sich denkt, ja, warum badet ihr nicht alle im Zaubertrank? Dann könnt ihr die Römer doch besiegen. Was soll das denn? mach doch einfach mal. So schwer kann es doch nicht sein. Wenn Obelix es geschafft hat, schafft ihr es doch auch. Dann wiederum landet beendet man dann vielleicht ähnlich wie Vegeta, der auf Planet Namek sich von Krillin immer und immer wieder halb umbringen lassen wollte, damit er seinen Senkai Boost mitnehmen kann. Und da ist er nicht hingehauen. Ist oberlägglich fast gestorben, deswegen ist er. Na ja, dann klingt das nach wildem Stoff, den er sich da reingezogen hat. Wie schade. Oh, wir sind wieder hier. Och, komm schon. Ich hätte nicht in den Chat schauen sollen. das Fass ausgetrunken, dass er gefallen ist. Es war erstmal ein Kessel und kein Fass. Das erinnert mich daran, dass ich damals so ein 2 in 1 Asterix und Obelix Spiel auf dem Game Advance hatte, die ich mochte. Eins davon mochte ich mehr als das andere logischer weise. Das eine war auf jeden Fall, es basierte irgendwie auf bei Cleopatra oder so. Das war am Anfang auf dem Schiff unterwegs und so. Das waren so Beat'em Ups. Ich fand die eigentlich ganz cool. Ich habe sie vor als ich mal den Gameboy Ever Drive My Gold habe mal wieder gespielt und hatte ich spaßige Erinnerungen. Können noch dieses 3D Asterix auf dem GBA spielen. Oh ja, das muss ich für Mögis Museum mir mal zulegen. Ich habe das Gefühl, das ist genau der Mögis Museum Stoff, nach dem wir suchen. Bestimmt der SNS Port, den du mochtest. Ah, ich weiß gar nicht. Waren auf jeden Fall beide relativ ähnlich. Keine Ahnung. Es war auf Game Advanced. Ich weiß nicht, ob da direkt ein SNS Port war, aber es kann sein. Es gibt ein Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen Spiel für den DS. Was? Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Gibt es einen Film oder so dazu oder ist das einfach nur Die haben es doch nicht gemacht, weil Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen populär war, oder? Ganz vorsichtig. Es gibt einen Comic und einen Film dazu. Okay. Okay, dann ist es nicht so random. Ich will mir aber irgendwann auch noch Star Wars Battlefront für den DS zulegen. Also für mögiges Museum, denn warum gibt es Star Wars Battlefront auf den DS? Wer hat das für die gute Idee gehalten? Es gab Battlefront auf den DS, es gab Battlefront auf den DS, ja. Ich habe es bei Rebuy auf meiner Wishlist. Also zuletzt bei Rebuy war es bestellt, aber hat sie leider das Spiel gerade nicht da. Das ist halt nicht das echte Battlefront oder so, es halt eine DS-Version und es soll sehr mies sein. Schocker, ich weiß. Es gab auch Lego Star Wars auf den DS, ja, aber Lego Star Wars auf den DS ist jetzt nicht so unerwartet. Fuck! Gott! Machen wir das Ganze eben nochmal. Wir waren doch schon am Ende. Call of Duty für die Wii U ist voll geil. Erstens, ich bin mir immer noch sicher, dass der Teil, der auf die Wii U kam, unter anderem Ghost ist und das ist nicht voll geil. Zum einen. Zum anderen, ja, ist halt ein Port von der, äh, ist halt die PS3 oder Xbox 360 Version, also, ja, soll schon okay sein, aber ist halt der normale Teil. Star Wars Battlefront Elite Squadron heißt ja der erste Teil. Die Wii U war jetzt nicht, ähm, ähnlich eingeschränkt wie die, äh, DS Handheads oder so. Call of Duty Off and DS habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Gab es auch ein paar Teile. Könnte ich mir auch irgendwann mal anschauen. Da bin ich auch relativ sicher, es reicht, wenn man sich ein Teil anschaut, weil, äh, viele Unterschiede werden da wohl nicht sein. Wäre mir interessant, dass die Wii U mehr Call of Duty Teile hat als die Switch. Gibt es kein Call of Duty auf der Switch? Wirklich? Ja. 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 Das ist ein bisschen komisch. Wer braucht Call of Duty auf der Switch? Leute, die die Switch haben und Call of Duty spielen wollen. Was ist das für eine Frage? Ich finde diese Mission ein bisschen nervig. So ein ganz kleines bisschen. Wie ist ihr das? Ganz kleines bisschen. Es gibt so viel Zeug, dass einer hier treffen kann. Wie ist der Stern bei allen Dingen nicht auch als Herz der Stern des Spiels gehandelt? Ah! Ich sehe, ich sehe auf jeden Fall, warum. Ich weiß, ist es nicht zu schwer oder so. Es ist schon echt nervig. Der größte Teil der Herausforderung besteht natürlich auch wieder daraus nicht einzuschlafen. Ich fand es damals einfach. Nein, 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 nein. Wir werden gar nicht erst anfangen, dass er... Wir werden jetzt nicht die... Also, ich finde es ja einfach, Karte spielen. Das ist nämlich definitiv eine der mindestens Top 5 schwersten Missionen aus dem Spiel, okay? Ich bin mir da... Ich bin mir da... Ich bin mir da relativ sicher. Ich würde mich da so weit aus dem Fenster lehnen. Ist definitiv eine der schweren Missionen aus dem Spiel. Als 0,5-Jähriger war das so einfach. Ich habe schon durchspielt, dass ich gerade gelernt habe, aufrecht zu sitzen. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Ich habe doch gedrückt! Ich habe schon 280 Sternteile gefarmt inzwischen. Aber bald haben wir es. Bald haben wir es. Bald haben wir es. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich den Dreh langsam raus. langsam, aber sicher. Jetzt habe ich damals schon den Weicheichschuppen Junior durchgespielt. Okay, Hot Take an der Stelle. Ich persönlich denke, der Weicheichschuppen Junior ist ein sehr angenehmes Etablissement. Es ist eine sehr, sehr nette Kneipe. Da kann man mal reingehen. Ein bisschen ein paar Würstchen mit den Jungs vertigen. Einfach ein bisschen Spaß haben. Wenn man weicher ist, dann ja. Ja, aber ich gebe es wenigstens zu. Ich schäme mich nicht dafür. Da wäre ich auf jeden Fall lieber als im salzigen Spucknapf. Das klingt schon so unbehaglich da. Die Leute wirken auch so, als ob sie einem Kommentare schreiben, wo sie sagen, äh, was falsch gemacht. Aber ich werde nicht sagen, was genau ist. Wir müssen uns selbst herausfinden müssen. Ich werde nicht korrigiert werden. Es wirkt so, als wären solche Leute da drin. Dann sagen sie, oh, ich bin Hardcore. Na, kann ich mich nicht mit, äh, identifizieren. Dann war ich ja Schuppen-Junior-Club dagegen. Kann man mal reinmarschieren und kann man mit den Jungs, äh, ein bisschen über Elon Musk reden. Und warum er buchstäblich wie wir ist. Bin ich einfach zu Hause. Also, ich habe gehört, dass wir nächstes Jahr zum Mars fliegen. Seit zehn Jahren. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es wirklich soweit sein. Bisschen NFT-Talk mit den Jungs. Oh, ich hätte gar drei Ethereum für, äh, für den Teddy von Mr. Beans Freundin aus der animierten Mr. Bean-Serie. Mit Weihnachtsmütze. Können wir darüber reden, dass Kanye West-Hitler gut redet? Nein. Ich glaube, wenn man irgendwas davon zitiert, was der gesagt hat, da würde mein Stream gebannt werden. Okay. Konstruktion. Endspurt. Abgesehen davon ist der beste Milliardär sowieso, Jeff Bezos. Oh mein Gott. Jeff! Bitte tun wir uns nicht an. Oh! Habt ihr gesehen, wie der kleine Feuerknabe mich doch erwischen wollte? Mein Gott. Oh. Können wir darüber reden, wie dumm die heutigen Kinder sind, XD? Nicht alle. Yeah! Jungs, Kinder sind echt dumm, oder? Nicht so wie wir Erwachsene. Kinder sind so dumm. Lass mal darüber reden, wie dumm Kinder sind. Das ist immer... Von solch Personen sollte man sich fernhalten. Da kommt nichts Gutes bei raus. Oh, wir haben Bayblade noch eine Runde. der Bego-Mann-Stamm. Lass mal darüber reden, wie dumm Neugeborene sind. Ich meine, die scheißen sich ein. Das ist so peinlich. Zu meiner Zeit war ich noch selbstständiger. Nummer 1. Yo, Bayblade, wo bist denn du da? Die liegen auch nur rum und erarbeiten nichts. Sag mal, willst du gerade meinen Lebensstil kritisieren, oder was? Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. Verwandlung. Ne, du sitzt ja? Okay. Können wir das noch gelten lassen. Die Renten sind sicher. Nein, wir werden nicht schon wieder den nächsten Renten-Talk anfangen. Wir haben 3D-World und nicht hinter uns gelassen, um wieder über die Rente zu reden. Oh, pass auf, die, ich erinnere mich an die Stelle. Daran musste ich denken, als ich dachte, dass hier die lila Münzen sind in dieser Welt. das war die Stelle, an die ich denken musste. Warum muss ich an die Stelle denken? Finden wir es heraus. Ich hätte es ja auf jeden Fall eher unangenehm in Erinnerung. Eher Gold oder Immobilien. Mein Rocher kostet weniger als ein Haus. Rente ist wie Mogis Gameplay, wie gewonnen, so zerronnen. Wir haben eine Menge Schatztruhen. Warum so wütend, Cooper? Warum bist du so sauer? Oh Gott, er ist so wütend. Geht wie ein Berserker auf mich los. Warum habe ich den Panzer überhaupt mitgenommen? Kann seine Stirn nicht sehen? Ja, okay. Da muss man sagen, ein bisschen Wut ist angemessen an dem Punkt. Zeit für den Beyblade. Lasst ihr es rippen. Ich habe letztens bei einer Jogginghose dabei schon das Problem, dass das in... Pass auf, sie hat ja, sie hat ja, sie hat ja quasi mehrere Schichten. Also die äußere, die man sieht und dann war innen noch die eine, was die bequeme Schicht ist, die man auf der Haut spürt. Okay? Und bei der bequemen Hautschicht von dem Stoff, da war schon am Knie so ein bisschen Loch drin, okay? Und dann wollte ich sie letztens anziehen. Mein großer Zeh hat sich genau bei diesem kleinen Löchlein eingefunden. Dann wollte ich die Hose anziehen. Aber das Problem war, dass dann... Geh mal weg, bitte. Das Problem war, dass ich... Dann habe ich ja die Hose richtig rippen lassen. Vom Knie aus. Seitdem glaube ich nur noch an Bay Wheels. Queme Hautschicht klingt falsch. Es klingt auf sehr vielen, sehr vielen Hinsichten falsch, aber... Ja, ich bin kein, ich bin kein, äh, Jogginghosenstoff-Fanatiker. Und das war der Kampf. Kennst du, wenn ein Zehner zu lang ist, in der Socke ein Fahrten zu ziehen, den du den ganzen Tag spürst? Nein, aber es klingt grauenhaft. Es klingt fürchterlich. Ich hätte auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit eine zu lange, zu lange Wimper, die mich belästigt hat. Der rote Komet. Keine Socken-Barfuß-Gang. Ich bin auch ein voller Vertreter der Barfuß-Gang, aber aktuell, aktuell muss ich leider sagen, es ist kalt und deswegen, ich bin nur noch mit Socken und ich schlafe sogar mit Socken inzwischen. Ich bin einer von denen geworden. Von dem Zeitlimit muss ich das jetzt hier machen? Wo starte ich? Ich starte hier. Oh, der geht beim Bosskampf. Okay. Hey. Das ist der Falsche. Warte, was? Äh. Oh, da ist einer. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand fehlt hier doch. Was muss ich das hier auch noch machen? Warum sind hier überall die roten Beyblades? Die waren doch vorher nicht da. Das ist doch neu. Komm mal rüber. Ich wollte gerade irgendeine Frage stellen, welcher euer liebster Beyblades-Charakter ist oder so. Aber das ist mir auffallend, ich kenne niemanden. Das heißt, ich habe nicht mal eine Meinung dazu oder so. Einfach nichts. Der Brummkreise. Der gute Brummkreise. Manchmal muss man richtig losbrummen. Der Tiger, ich kenne nur den Dragoon. Und zwar den Panzer-Dragoon-Saga. Ganz vorsichtig. Habe ich einen roten Pilz dabei? Nein. Ich meine, ich werde ihn nicht brauchen, aber wir werden ihn mal mitnehmen. Der Red-Eyes-Black-Dragoon. Oder in früheren Version Red-Eyes-Blue-Dragoon. Okay. Drei Minuten sollte ausreichen. Nummer eins. Au. Hey. Hey. Freund Kringel, äh. Freund Kringel. Was soll das? Kannst du hier einfach auf mich springen und mir damit Schaden machen? Was sind das für Manieren? Lass mich mal in Ruhe. Dankeschön. Hat ja auch immer Leute, die Playblade gesagt haben. Ich habe mich nicht daran erinnert, aber es klingt nach einer Sache, die Kinder absolut gemacht haben. Playblade. Kaneki. Fünf Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Wartok-Tok. 60 Monate. Eckart der Erste. 59. Und der Lua. 12-12. Zwei Monate. Pilot Fungus. Frischer Sub. Und Knecht Hubrecht. Ebenfalls Frischer Sub. Ich hoffe, ihr habt euch alle verpasst. Wie viel lieben Dank. Playblade. Ich glaube, der heißt Blayv. Blayv. Aber wir sind noch nicht bei Elden Ring. Der Rongi. 61 Monate. Wie viel lieben Dank. Gehen wir ins Höhlenverlies. Blayblade. Let it bl-rip. Mir gefällt Bl-rip. Schatschi. Und der unterirdische See. Schatschi. Schatschi. Warte, heißt der, heißt der, heißt der, heißt der Wal Schatschi oder der Hai oder was auch immer das ist? Der heißt Schatschi? Schatschi klingt, als wäre es ein Gericht. Dass man im osteuropäischen Raum ist. Oh, ich sage jetzt ein bisschen Schatschi und Tzatziki. Das ist das Beste. Das Beste, was man haben kann. Oh, ihr macht ja gerade ein bisschen Schatschi. Oh, gutes Schatschi. Ich habe den Braten gerochen. Der Ganoven ist im unterirdischen See aufgetaucht. Oder er abgetaucht. Der Mann aus Ganoven ist wieder aufgetaucht. Ich als Kapitän werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Ich habe Angst vor dem Ganoven. Keine Sorge, den Schatschi werden wir loswerden. Oder Schatschi. Ich meine Schatschi, das überlässt nicht mal mehr was der Fantasie. Äh, bräuchte ich hier einen Panzer? Ja, wie kommen wir hin? Hallo, Schatschi. Du, schon wieder! Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die acht Ringe schwimmen. Wie zurückhaben? Das war nie mein See. Aber ja, sicher. Warum nicht? Klar, ich will den See zurückhaben. Die Mission erinnert natürlich auch sehr stark direkt an Rayman 2. Aber da erzähle ich euch ja nichts Neues. Dass Mario Galaxy zu 50% von Rayman 2 geklaut ist, sollte inzwischen sowieso jedem klar sein. Der Boost Ring ist nur da, um einen zu täuschen. Au. Oh, oh. Musik klingt auch ein bisschen wie die Höhle der Albträume aus Rayman 2. Wo ist Schatschi? Hä? Wo ist er denn hin? Ach, da hinten. Äh, ich hab's geschafft. Du bist Rayman 2. Danke. Danke. Versprochen irgendwas. Ich nehm da mal den Stern mit. Mario nimm... Nimm den Stern mit. Ich mag, was Mario für dicke Backen hat, weil er die Luft anhält. Mario. Mario, jetzt erstick bitte. Erstick mir jetzt bitte nicht. Ich hab ihn bekommen. Der Fischstern macht mir Angst. Du meinst den Aal. Los, Em, äh, von Robin. 18 Monate. Ries up. Viel, viel lieben Dank. Ich hab den Stern ja noch erwischt. Alles gut. So wie ihr euch verhaltet, muss ich sagen, das ist buchstäblich 1984. 1984. Machen wir mal den Feuereruptionsdrachen. Sonneneruptionsdrachen. Der Dino-Piranha. Oh, das war der Kampf, nur war der Feuer überall. Ah, ich erinnere mich hier ran. Tu mal nicht so, als ob du das Buch gelesen hättest. Achso, nein, hab ich nicht. Ich tu aber nicht so. Ich hab nur einen Fakt geäußert. Meinungsillimentar hält Neos' Booty, äh, Neos scheint gut ausgestattet zu sein. Ich hatte ihn damals in Secret Rare. Aus einer Tin Box. Der war ebenfalls ziemlich gut ausgestattet. Problem war nur, dass er absolut fucking nutzlos war. Neos war immer so hart an der Grenze der Unspielbarkeit. Aber was, wenn wir ihm eine Fusion geben, die nur für eine Runde anhält? Und das ist sein Gimmick. Oh, ich muss hier die, äh, Feuerplagegeister besiegen. Komm mal her. Nein. Nicht mit Neo-Weltren, dann bleibt die Fusion. Ja, wenn es nur, wenn es nur die Möglichkeit, äh, zum einen, damals konnte man nur eine Spielfeld-Sauberkarte auf dem Feld haben. Und zum anderen, Spielfeld-Sauberkarten kann man ziemlich leicht loswerden. Danach verschwindet die Fusion einfach. Absehend davon war es trotzdem relativ nervig, Neos überhaupt aufs Spiel zu bringen. Aufs Spielfeld. Ich muss ja zwei Monster dafür opfern. Das war ein unfairer Anfang. Oh, das sieht halt, das sieht so, ich liebe immer diese leicht glänzenden Texturen auf den Steinen. Ich denke, die sind ziemlich schick aus. Geht nichts über einen guten alten feuchten Stein, wenn ihr mich fragt. Ey, ist das dieses Raytracing? Das ist doch das Raytracing, von dem die immer reden. Habt ihr Meinungen dazu, dass Burst Tinnertrix in der internationalen Version des Trading Card Games zensiert wurde? Nehmen wir ihm einfach alles, was Spaß macht. Alles. Was? Naja, es gibt viele Yu-Gi-Oh-Monster, die sehr viel freizügiger sind. In anderen Versionen. Dann mache ich in Japan. Harpien zum Beispiel. Harpien sind auch für Freaks. Das heißt, das ist schon ziemlich okay. Wie viel Leben habe ich? Wir machen das so. Wir machen das so. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Ich hätte es nicht machen sollen. Aber diese schwarz-rote Farbgebung sieht super cool aus, wenn ihr mich fragt. Au. Ich habe eine Blume zum Blühen gebracht und dafür habe ich eine Münze bekommen. Ich glaube, damit ist Mario kernenmäßig Gärtner. Die schwarz-rot-gelbe Farbgebung. Meinst du etwa schwarz-rot-gold? Oder willst du unterstellen, dass das ein Gelb ist? Ich wünschte, ich hätte den roten Pilz mitgenommen. Okay. Noch ein Treffer. Oh, cool. Ah. Yes. Ohne Probleme. Mann, nicht mal schwer. So funktioniert Umweltschutz. Du wirfst Geld in der Natur und alles fängt an zu wachsen. Na, ich würde eher sagen, dass er Gärtner ist. Er bringt was. Er bringt Blumen zu wachsen und bekommt er Geld dafür. Halb klempner, halb Gärtner. Ja, das sehe ich auch. Ich sehe schon das Thema nächsten Ersatzbank. Scharfe, unzensierte Yu-Gi-Oh! Karten. Nein, ich glaube, das liegt mehr an dir. Ich glaube, das liegt mehr an dir. Die Rache des Bego-Mann. Gibt es noch einen Stern irgendwo? Ha. Ha. Nehmen wir eine Röhre. Oh, nein. Oh, nein. Ist das die Schlimme von den Missionen? Oder ist das die gleiche nochmal? Oder ist das die schwere? Warum gibt es die zweimal in dem Spiel? Du bist ja Mülldeponie, aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müllruinen untergeworfen. Ich dem Mittel gebe... Oh, nein. Wahrscheinlich war das das, womit ich mal Probleme hatte. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich bin ja zum Beispiel, du, 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 du. Ich habe keine Sternteile, die ich verschießen könnte. Na, zu spät. Zu spät. Zu spät! Gut! Es war aber, ich war auf jeden Fall schon mal gut dabei, dass ich die eine schon mal direkt ein bisschen früher einfach geworpt habe, um sie zu aktivieren. So, wir machen das. Aktivieren die einfach mal. Warte, ist hier eine gerade in der Explosion mit der anderen hochgegangen? Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt die, die war im Explosionsradius von den anderen und... Oh, mein fucking Gott. Da habe ich extra eine vorbereitet und dann... Ah, war es trotzdem nicht gut genug. Aber okay, wir sind jedes Mal sehr kurz davor, es zu schaffen. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Das war so schlecht geworfen, dass ich wahrscheinlich verkackt habe. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ja. Ja, das war komplett daneben. Das war der schlechteste Versuch bisher. Ich bin dabei. Ich meine, immerhin kann ich werfen, indem ich einfach nur einen Knopf drücke. So, ist das schon mal ganz angenehm. Ich fange jetzt mal mit der Mitte an. Machen wir die. So, jetzt sollte es hinhauen. Schon. Nein, da unten! Das Timing war richtig, aber eine war daneben. Ah, nein. Da war ich auf dem richtigen Weg, aber doch war ich sehr daneben. Oh, ich verstehe. Ja, diese Mission ist definitiv ein bisschen knifflig Ein ganz kleines bisschen Komm schon Komm schon Yes Vielen, vielen Dank, es ist so schön sauber auch übrig Ich habe das hier gefunden, bitte nimm es Danke, mein guter Hätte schlechter laufen können Das war eine der Mission, die ich damals nie geschafft habe Nehmen den 100 lila Münzen auf dem Luigi aus irgendwelchen Gründen Aber heute Schaffen wir es alles Noch vier Stück Es gibt lila Münzen in der Feuereruption Oh nein Aus von Layla, äh 10 Monate Ries up, baby, lieben Dank Die lila Münze im Feuerkessel Äh, ist kein so großer Bereich immerhin Mal schauen, wie das laufen wird Ah, Luna Flexi Frischer Sub Wie viel lieben Dank Tom Salot Ebenfalls frischer Sub Dafür, wie viel lieben Dank Ey, wir haben direkt Wir haben direkt einen guten Sternpilz Oder will ich es gerne auch nennen Sternpilz Und davon hätte ich gerne eins Ich habe vorhin nicht allzu langer Zeit Den guten Löschzwerg geholt Und zu mir genommen Mir ist aufgefallen, dass es widerlich ist Wie, äh, stark Wie aufdringlich der, ähm Die Not ist, wenn man aufstoßen muss Nachdem man ein, äh Biermischgetränk Oder auch ein Biergetränk Zu sich genommen hat War ich nicht begeistert von Ich fand dieses Level so schwierig Auch bei der Mission, wo man nur einen Hitpoint hat Bin ich hier so oft gestorben Das Einzige, was, äh In was man Kindheit sich im Gegensatz sollte überlegen Ist das Mario Kart mit Lenkrad Ich war damals viel besser in Melee Ich konnte in Melee gegen Drei Level 900 CPUs gewinnen Ich glaube, sie waren aber nicht im Team Aber generell Auch generell Und auch auf, äh In Budokai 2 konnte ich auch gegen die Computer Ich war generell in Fightern besser Ich meine, ich habe noch zwei Fighter gespielt Aber War ich definitiv ein gutes Stück besser Als heutzutage Wozu man natürlich sagen muss Ja Generell, wenn man Spiele spielt Ist man üblicherweise besser drin Als wenn man sie nicht spielt Zugegeben, aber Großer Unterschied Gleiches trifft natürlich auch auf Budokai 3 zu Ich habe das Gefühl Fighter sind auch eine gute Wahl Für sowas Einfach, weil man, ähm Weil viel Übung dazu gehört Damit man gut wird Da kann man dann wirklich schnell einrosten Ich erkläre dir Guilty Gear Keine Sorge Eher sicher Was wenn ich denke Dass das Zahnrad nicht schuldig ist Wann wird dein Kanal 10 Jahre alt? Am 13. Januar 2023 Das heißt noch ein bisschen über einen Monat Ich habe als Kind immer den Move Reichheitsb mit Nina in Tekken 3 gespammt Mortal Kombat Deception War der Mortal Kombat Teil Den ich am meisten gespielt habe Und der Move, den ich immer gespammt habe War runter hoch X mit Baraka Und dann hat er mit seinem Clown so Move gemacht Und er war Er war nicht wirklich stark Aber konnte Gegner damit gut zur Seite schubsen Apropos Irgendjemand von euch hat Mortal Kombat Deception gespielt Nehm ich an Das habe ich mir auch Als ich die Festplatte für die PS2 Letzt eingeht Habe ich das auch drauf gepackt Mortal Kombat Deception hatte den Singleplayer Modus Wo man auf so einer Overworld unterwegs war Da gab es dann verschiedene Charaktere zu finden Zu gewissen Tageszeiten Wenn man irgendwo war und sowas Das war ein wilder Story Modus Beziehungsweise Singleplayer Modus Machst du ein Video zu deinen alten gelöschten Videos Was sind meine alten gelöschten Videos Zum einen habe ich keine Videos gelöscht Welche meinst du speziell Meinst du das Creepypasta Zeug Darüber habe ich ja oft genug was gemacht Würde ich sagen an dem Punkt War Deception mit dem Drachen Endboss Oder ich weiß nicht Das war man auf jeden Fall in so einer komischen Fast schon Open World unterwegs Das war ganz komisch So wenn man den nach vorn Move findet Existieren die anderen Moves nicht mehr Shit Dankeschön Mario Ich muss irgendwann mal wieder in diese komische Open World von Mortal Kombat Deception Das war Das war schon sehr schlecht Das war auch irgendwie cool So Freunde Schießen wir uns den Vulkan als nächstes Ich glaube das ist ein guter Plan Es gab eine Menge Mario Galaxy Creepypasta Über die Hell Valley Trees Also aus Galaxy 2 Was glaubt ihr warum die da platziert wurden Weil sie den Mord an einem Kind vertuschen wollten Oh fies Sehr haklige Vergleich zu Daddy Alliance auf dem Cube Das kann sein Ich meine generell Zu Geburtstag Deines Kanal ist etwas besonderes Wo es um deine alten Videos geht Zum Beispiel ein Remake von Hallo Leute Und Wupptiduo Nein ich denke ich werde nicht Ich glaube so wird mein 10 Jahre Special nicht aussehen Ich habe doch so oft irgendwie über die alten Videos geredet und sowas Ich bin an dem Punkt ist zu viel des Guten schon wieder zu machen Wenn es selbst als Sonntag geben würde Würde ich Mortal Kombat Sub-Zero vorschlagen Bei dem Spiel gibt es einen interessanten Funfact dazu Aus irgendwelchen Gründen Ich hatte damals keine N64 oder so Vermutlich Aber ein Schulfrein von mir hat mir damals Mortal Kombat Sub-Zero geschenkt Ich hatte das dann ewig in der Schublade herumliegen Ich konnte es nicht spielen oder so Ich vermute einfach Dass er wusste Er hatte es gespielt Und er wollte es Er wollte einfach nur dass es wegkommt Er wollte es einfach nicht mehr haben Burger Video 2.0 Das Burger Video war nicht mehr auf dem Kanal Der 10 Jahre alt wird So langsam aber sich Haben wir doch ganz gut abgeschlossen hier In der ersten Mission Mortal Kombat Shaolin Monks war super Ja Mortal Kombat Shaolin Monks und Deception waren so die zwei Mortal Kombat Teile Die ich gespielt habe So bei gemein Mortal Kombat Sub-Zero hat zwar seine Marken Aber so schlecht wie alle es immer machen Ist es eigentlich nicht Ich weiß nicht Ich weiß ja nicht Oh das ist eine Schatztruhe Schauen wir uns erstmal die Schatztruhe an Denk Mortal Kombat im Ganzen gilt als sehr mit Hast du mal die Die neueren Teile gesehen Die gehen ziemlich steil Das war nicht das was ich suche Mit den ganzen Nahaufnahmen und so Die sind scheiße Sehe ich schon Bist mehr der Guilty Gear Fan Ich will mich hier noch irgendwo hinschießen Der Stern Wo könnte der hier sein Ich habe noch nie Tekken gespielt Irgendwann Mal die Monster Rancher Teile anschauen Yeah auf jeden Fall Das will ich mindestens für möglichst Museum machen Einfach weil man da eine CD einlegen kann Zumindest beim PS2 Teil Ich glaube es war der PS2 Teil Und dann eine CD einlegt Und dann bekommt man ein Monster dafür Ich denke das ist so eine spaßige Idee Ich hoffe ich bekomme die für Schnappi Außer von Miomas 16 Monate Wie es sagt Wie wir leben dann Au Ist ich mal in Ruhe Kamek Koopa Was sagt denn der Toad Für die richtige Mission Musste ich da unten entlang tauchen Deswegen machen wir das dieses Mal nicht Suchtruppe erkundet den unterirdischen See Da oben sind Münzen Hm 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 Ich meine Das Problem ist nur Nein, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist Ob man da später hochgeschossen wird Nein, das doch Okay Pass auf Ich spring hier rüber Wall jump, wall jump, spin jump Shit Wall jump, wall jump, spin jump Das ist nicht der richtige Weg, oder? Ich glaube, das ist auch der Weg, wo man dann Später Oh Na, ich kann doch nach links Nein, warte, ich kam von hier links Da oben ist auch bestimmt der richtige Weg Fühlt sich so kompliziert für Mario Galaxy an? Ja Es müsste irgendwas hier gewesen sein Vielleicht habt ihr heute hier was zu sagen dazu Gegenwärtig im Ohr auf Erkundung Warte einen Moment Wir erkunden die Gegend Was, wenn ich mich nochmal da hochschieße, wenn der Planet verschwunden ist? Ich glaube, es hängt mit diesem Planet zusammen Ich werde mal die Goombas kennen Ich meine, man kann ja nicht die Luft aus dem Planeten rauslassen Und es bringt dann nichts Warte, da habe ich beim letzten Mal alle Münzen erwischt Spawn dann sterben, wenn ich alle Münzen bekommen habe Wahrscheinlich nicht Das ist auch eine Sache, die es davor noch nie gab Nein Ich glaube, es war irgendwo hier im Eingangsbereich Kann ich da hochklettern? Nein Hier gibt es eine One-Up Gleich werde ich ja auch den vergrabenen Gegner hier besiegen Guck mal raus Naja Bleiben wir mal stehen Bleiben wir mal stehen Jetzt wirst du getreten Das war es auch nicht Lege ich richtig hier im Eingangsbereich? Ist hier im Eingangsbereich irgendwas Was mich ja zum Stern bringt Nein Okay, dann will ich weiter Ich meine, man könnte Ich habe hier auch so weit, glaube ich, alles erkundet Warte, beim letzten Mal bin ich dem Pfeil gefolgt Also werde ich jetzt einfach so runtergehen Das klingt doch sinnvoll Dann werde ich hier irgendwas machen Oder? Pfeil nach oben Ja, da ist doch Da ist doch was Warte Habe ich doch was gesehen da unten Nur Neuigkeit Ich habe es geschafft Hä, es war eine Geburt Hm Mario Äh, okay Irgendwie funktioniert das mit diesem Stang nicht so gut Dreh doch Dankeschön Okay, warte Ich werde erstmal die Münze mitnehmen Und danach machen wir noch eine Runde Vielleicht werde ich von dem Teil erwischt Oh Gott Lass mich doch mal in Ruhe jetzt Nein Okay Dann drehen wir doch mal eine Runde Und dann wird der Geist erwischt Oder auch Buhu Wie er genannt wird von manchen Leuten Rein mit dir Puhu Ich habe es geschafft Hast du denn den Stern nicht schon letztes Mal gemacht? Ich meine, ganz offensichtlich nicht Schon allein erkennbar daran Dass ich absolut keine Ahnung hatte Wie man da überhaupt hinkommen kann Okay, noch zwei Stück Noch zwei Sterne Ah, wo sind die zwei Sterne? So, folgender Plan Wir werden jetzt noch die zwei Sterne holen Danach Gehen wir zurück zu Rosi Beziehungsweise Doch, wir gehen zurück zu Rosi Und lassen ihr den Rest von ihrer Geschichte erzählen Und dann Machen wir die letzte Mission Noch zwei Sterne Bis zum galaktischen Gamer Oh ja Erinnert euch doch noch An Rosalinas Geschichte Von vor Drei Wochen Ich meine, ich erinnere mich Und dann noch 120 Luigi sammeln für den 121. Stern War die seine letzte Mission Ich dachte Bekommt man die nicht Die bekommt man doch Wenn man die 120 Sterne hat Oder nicht Oh Gott Jetzt habe ich ein bisschen Angst Schlafzimmer Im Schlafzimmer ist also noch ein lila Komet Für 240? Oh mein fucking Gott Okay, das machen wir nicht Aber was soll das denn? Das ist doch dumm Schlafzimmer, Maschinenraum Das ist doch einfach nur dämlich Rosalina wird uns dann die Legende vom GG erzählen Dem galaktischen Gamer Anflug auf Oh Wann waren wir jetzt letztendlich Der Windgarten Galaxie Hast du schon eine Mission gemacht Wo die drei Hasen sehr schnell fangen musst Ja, die hat im zweiten Try geklappt Wenn mich nicht alles täuscht Achtung, Achtung Hier kommt diese super beliebte Musik Ich weiß nicht, ob die hier kommen wird Nein, hier nicht Hier ist nur lila Münzen Musik Ah, ich wollte gerade sagen Wenn wir kein Zeitlimit haben Könnte das eine nette Mission werden Und dann ging es los Mission hier erinnert mich ein bisschen an Peach Schlossgarten aus Mario Kart DS Für den Nintendo Dual Screen Was ist euer liebster Bildschirm Von Nintendo DS Top oder Touch Ich würde nämlich sagen Ich mag den Top Screen mehr Die Mitte Na, ihr sollt schon die richtige Antwort geben Top Screen ist schon Die besseren Spiele waren auf dem Top Screen zu sehen Der Touchscreen selber war auch von der Bildqualität her Immer ein bisschen Vielleicht, dass es auch ein Touchscreen war War er ein bisschen Ich würde sagen, ein bisschen körniger Ich glaube, da waren ein bisschen mehr Abstände Zwischen den einzelnen Pixeln Und dementsprechend Er war auch oftmals schmutzig Wenn man darauf was machen muss Das ist, na Das ist nicht so schön Der Top Screen dagegen Steht immer da wie eine Eins Ich hasse das hier gerade Was ist das für eine Ocarina of Time Situation hier? Okay Wir haben nicht mehr viel Zeit Aber mir fehlen noch viele Münzen Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen Üblicherweise Aber mal schauen Was ist denn? Ist man doch gerade am fucking Zaun festgehangen? Mario, beeil dich Wir haben echt nicht mehr viel Zeit Das ist der stinkende Zaun Ich lebe es darauf Wenn sich die Steuerung spontan ändert Gott Warum hat der sich da auch noch festgehalten? Es gibt ja auf jeden Fall Mehr als 100 Münzen Ich hätte es übrigens geschafft Wenn Mario nicht am fucking Zaun festgehangen wäre Ist hier uns leider echt knapp Nein, ist es nicht Meint ja mehr als 100 Das heißt, ich würde sagen Man ist ganz gut dran Wenn man nicht direkt Wenn man nicht das komische Gerüst macht Dann sollte man eigentlich ordentlich Zeit haben Dachte ich zumindest Es ist mir auch gefallen Dass alles fürchterlich ist irgendwie Vielleicht ist die Zeit doch knapp bemessen Okay So weit, so gut So, hier oben haben wir noch schnelle drei Münzen Weitere schnelle drei Münzen Drüben haben wir keine schnellen drei Münzen Das ist okay Oh, schau ich das mal an Absurdes Träumchen hier Das sind so viele Münzen Der wird eben ja gleich ganz schwindelig Wenn man sowas sieht Das ist so, als würde eure Oma gerade sagen Hey, ich habe diese Sachen aus deinem Keine Ahnung Aus dem alten Scheinbar ist so ein Zimmer bei deiner Oma In der Version der Geschichte Bevor ich das Zeug wegwerfe Will ich es dir noch zeigen Und dann findet ihr heraus Dass noch eine halb aufgegessene Packung Fruity Smarties dabei ist Und ihr denkt euch Oh mein Gott Womit habe ich dieses Geschenk verdient Und die Situation hier ist sehr ähnlich Sehr, sehr ähnlich Mehr ähnlich, als dass sie unterschiedlich ist Sehr, wir müssen das Gerüst gar nicht machen Was redet der Mann da? Wie, was rede ich da? Es geht um Fruity Smarties Bist du dumm? Es war ein bisschen knapp Willst du die Fruity Smarties sehr Ich fand sie so gut wahnsinnig Aber jetzt, wo ich sie nicht mehr haben kann Jetzt, wo ich sie nicht mehr haben kann Will ich sie haben Ich würde 2199 Sterne dafür hinblättern Und oh mein Gott Ich sehe gerade die Streamzeit Habe ich jetzt wirklich noch 4 Stunden Für den Rest gebraucht? Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig Aber Wirklich? 4 Stunden jetzt noch? Das waren die letzten 27 Sterne Die haben sich am längsten gezogen Mir ging es genauso wie dir Ja, vor allem Ich dachte, es wird heute Es wird heute ein super kurzer Stream Aber dann Ist gar nicht so Ich meine es ist kürzerer Stream Aber nicht so viel Meine Oma hatte mir mal Tiefkeldöner für die Mikrowelle geholt Ich wollte mir mal dieses Uh, Tempo-Kometer Erzähl ich das gleich Bevor wir reingehen Wir gehen rein Ich wollte mir mal dieses Ich glaube, es war von Podolski Das Tiefkeldöner-Fleisch holen Das Filet der Straße Erzählt man sich Und Also ich wollte mir das mal holen Ich dachte mir Ja, das werde ich für Dekmeer immer mal probieren Und genau dann Als ich es holen wollte Ich habe es immer wieder gesehen Ich habe es immer ignoriert Und dann als ich es einmal holen wollte War es weg Aber das ist einfach nur doppelt so schnell Und dann gab es die Teile nicht mehr Das Dönerfleisch Das Filet der Straße Einfach weg Wenn Morgi einen kurzen Stream macht So wie wenn dein Vater mal eben Hilfe braucht Na, ich streame nicht so lang Also gemessen an Streamer-Maßstäben Das ist keine zu langen Streams Podolski hasst Dekmeer immer Das hat er öfter in Interviews gesagt Ich verstehe nicht warum Ich habe gesagt Podolski Lukas Lukas, hör mir zu Wir können die ganze Sache klären Gib mir ein bisschen was von dem Fleisch Und wir können die ganze Sache vom Tisch Wir können das Ganze einfach vergessen Fuck Hat mir ein Ball ins Gesicht geschossen Was soll denn das? Ich meine, meine Reflexe waren so übernatürlich gut Dass ich ihn einfach Weggeschlagen habe Ohne Probleme Aber War trotzdem nicht nett Da wurde Mario zu Paper Mario Ja Unnormale Reflexe Glaubst du mir nicht, oder was? Ich dachte damals im Schulsport Dass ich ein guter Torwart wäre Aber wie sich herausgestellt hat Äh War ich das nur so lange Bis wir mit den richtigen Bällen gespielt haben Das ist halt immer der Zeitpunkt An dem Äh Fußball im Sportunterricht So viel schlimmer wurde Wenn man angefangen hat Mit den richtigen Bällen zu spielen Ich meine Die tun so weh Die schießen auch mit Absicht Noch fest Die guten Sportler Der 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 Hört der Spaß auf Ich mochte die weichen Bälle Die super hoch gesprungen sind Gummibälle Das waren Zeiten Damals wurde er noch richtig hart gebolzt Der Softball 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 Typ Es ist nicht direkt Softball Aber es ist ein sehr softer Ball Ja Alles gut Ich lebe Ich lebe Nein Ich hätte schwören können Dass das noch ein bisschen weiter weg ist Stimme sind aber die Die einen mit dem Medizinball abwerfen Äh Ich glaube das ist eine Sache Die niemand bei mir im Sportunterricht gemacht hat Aber ja wahrscheinlich ist das ähm Keine optimale Situation Wenn dir jemand die Rippen bricht Weil er Medizinball auf dich wirft Das ist die 3D Allstars Version Oh Gott das war knapp So langsam Zum Sportler Rat Wären wir nicht lieb Waren einen fetten Schlüsselbund geworfen Im Nachhinein nicht so lustig Ja 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 Wahrscheinlich sollte er das ja nicht machen Medizinball Baut Charakter Dem jungen Menschen Beziehungsweise sind so ein seltsames Konzept Wofür waren die überhaupt jemals gut Ah nein Das sind kein seltsames Konzept Was du halt machen solltest Ist halt Du sollst halt den Ball nehmen Und dann irgendwie So nach oben und nach unten Bewegen Keine Ahnung So eine Gymnastikscheiße halt So ist ja nicht Das ist ja kein Spielball Ich glaube Ich glaube der Sinn war Dass es einfach nur ein Gewicht sein soll Quasi Wenn mich nicht alles täuscht Ich denke deshalb heißt es die Medizinbälle Ich meine Das ist nicht unbedingt die Ich weiß nicht Wenn du es so sagst Dann klingt das so Als ob bei Gymnastik So ein Sport für Kranke und Alte wäre Ich wollte dir schon immer mal Maximo Army Aufziehen Empfehlen Ich denke das ist ein Spiel für dich Schau es dir doch mal Fuck Äh Was Maximo Army Äh Army of Sin Was ist das Auf welcher Plattform Es ist das Was sie aus Ghost and Goblins Auf der PS2 gemacht haben Ich weiß dass die Dass es da auf Maximo hieß PS2 Äh Vielen Dank für den Fünfer Es ist das Das zeichne ich auf meiner Festplatte Tatsächlich von der PS2 Weil ich es mir mal anschauen wollte Sah immer ganz spaßig aus Genau der zweite Teil Ich weiß nicht genau welchen Teil ich habe Ich habe wahrscheinlich den ersten drauf Aber prinzipiell habe ich es ein bisschen auf dem Radar Ah ja ich will es mir mal anschauen Vielleicht können wir es mir mal anschauen Wenn ich mal wieder einen Stream mache Wo ich ja Vielleicht 20 PS2 spiele Für jeweils 10 Minuten anspiele Wo war der Stern Der wer war da unten Stern Hab ich mal einen Stern gesehen Wisst ihr welche Nummer das hier gerade ist Freunde Das was wir gerade aufgesammelt haben Ist nicht weniger Als Nummer 120 Galaxie komplett Spiel komplett Wir haben nun genügend Sternkraft Um in eine andere Welt zu reisen Doch lass uns vorher die dir kostbare Person retten Wie Muss ich jetzt Bowser nochmal machen Geht zum Zentrum des Universums Warte noch Muss ich Ich muss jetzt Bowser nochmal machen Musst du nicht Was würde passieren Wenn ich jetzt Bowser nochmal machen würde Bevorher müssen wir noch die Geschichte zu Ende verfolgen Lass uns beginnen Es gibt nämlich noch ein paar Kapitel die neu dazukamen In den letzten drei Wochen Das Haus Nicht Rosalinas Geschichte Doch hol die Taschentücher Hier kommt die Küche hin Hier die Bibliothek Hier das Kinderzimmer oder Das Mädchen schien in Selbstgespräche vertieft zu sein Wenn wir zu zweit leben Will ich ein prächtiges Haus haben Seit dem Tag an dem es beschloss Lumas Mama zu werden Arbeitete das Mädchen bienenfleißig Unter dem Eis war nicht nur Sternstaub eingeschlossen Sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel Die sie noch nie gesehen hatten Das Mädchen verwendete diese um ein Haus zu bauen Die gelbe Schaufe auf dem Sandkasten zum Beispiel Als Luma das fertige Haus sah Meinte er zögernd Du Ist es nicht ein wenig groß für uns beide Die Bibliothek Das Schlafzimmer Die Küche Das Badezimmer Und zuletzt das Kinderzimmer All diese Zimmer sahen wunderbar aus Aber sie wirkten auch etwas verlassen Stimmt Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da Und Mama auch nicht Sagt das Mädchen mit leiser Stimme Die auch traurig klang Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß Oh Gott An diesem Abend Schlief das Mädchen im Sternenschiff Seinen Plüschhasen fest im Arm haltend Kapitel 6 Freunde Es geschah eines Tages Als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken Und es sich gemütlich machten Kam ein kleiner Aprikosenfarbener Stern langsam näher Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma Na nun Bist du auch ein Sternenkind? Fragte das Mädchen hoch erfreut über den plötzlichen Besuch Aber Luma schien etwas besorgt Der herabsteigende Luma war von derselben Farbe wie der Stern auf dem er wohnte Die beiden Luma näherten sich nicht Entfernten sich aber auch nicht Sondern starrten sich regungslos an Das ist meine Mama Als Luma das plötzlich aussprach Wiederholte der Aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz Das ist meine Mama Das ist meine Mama Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum Und keiner wollte aufgeben Das ist meine Mama Das ist meine Mama Immer schneller wirbelt die beiden im Kreis um das Mädchen herum Ohne Anzeichen von Müdigkeit Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war Fand das Mädchen dies über die Maßen komisch Es musste beinahe laut lachen Von dem Aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne Das ist meine Mama Das ist meine Mama Das ist meine Mama Wie die zahlreichen Luma so mit der Stimme riefen Konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen Was mache ich bloß mit so vielen Kindern Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen das sich vor Lachen den Bauch hielt Das Mädchen sagte Okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben Morgen wenn ich damit fertig bin den Lumas Namen zu geben Es ist Zeit dir das neue Haus umzuziehen Dachte das Mädchen Das ist meine Mama Als der hundertstekometer in ihnen vorbeigezogen war Dachte das Mädchen Ob der Stern auf dem ich geboren wurde immer noch blau erstrahlt? Plötzlich erinnerte es sich an Papas Teleskop Als es durch Papas Teleskop blickte War da ein winziger blauer Stern Kleiner als Sternenstaub Als das Mädchen einen Stern sah Dachte es Seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an Als es das Teleskop mit einem Ruck nur einstellte Wurde der blaue Stern immer größer Und plötzlich war ein Hügel zu sehen Diese Landschaft rief Erinnerungen wach Oh, das ist die Erde Das ist doch das Pilzkönigreich Das ist doch Piets Schloss Eine Terrasse Um die Sterne zu beobachten Da war der Hügel Auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte Dieser Hügel Auf dem es sich nachts Äh, sich die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte Um mit Papa die Sterne zu betrachten Dieser Hügel Auf dem es an einem Tag An dem Schnee gefallen war Mit seinem Bruder Den Schlitten über die Schulter Äh, den Schlitten über der Schulter geklettert war Dieser Hügel Auf dem es an einem sonnigen Aber etwas windigen Tag Mit Mama ein Picknick gemacht hatte Und Ich will heim Ich will heim Die Luma wusste nicht, was vorgefallen war Und stand dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte Zu weinen ratlos gegenüber Ich will heim Ich will heim Ich will heim in mein Haus Das am Fuße dieses Hügels ist Rief das Mädchen mit Tränen Überströmtem, überströmtem Gesicht Ich habe gewusst Mama ist nicht in der Mama ist nicht in der Welt der Sterne Denn Denn Mama ist Sie schläft auch unter dem Baum Auf diesem Hügel Nachdem das Echo des Schreis Des Mädchens verheilt war Wurde es toten still in der Umgebung Als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre Der Wunsch Luma sagte zu dem Mädchen, dass sie wieder traurig war Mama ist doch bei dir Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte Versammelten sich die anderen Luma Die dem Ganzen zugesehen hatten In dir drinnen ist deine Mama Ein Teil deiner Mama ist auch in dir Der Sternenstaub Besteht aus Splittern von Mama Daher haben wir ihn so gern Nein, nein Das Mädchen hörte noch nicht auf zu weinen Schau ich dir Luma an Lumas trauriges Gesicht Verwandte sich in eine Vorfreude strahlende Mine Und er sagte Ich will dir deinen Wunsch erfüllen Ich werde ein Stern Eine Sternschnuppe Auf der du reiten Und nach Belieben reisen kannst Kaum hatte er das gesagt Stieg Luma in ein grelles Licht Gehüllt zum Himmel her empor Doch ehe man sich's versah Kam er wieder gegen Erdboden heruntergefallen Rums, Bums Vom Kern des Sterns her Wurde die Erdoberfläche Kräftig durchgeschüttelt Und aus dem Loch In das Luma gestürzt war Drang ein grelles Licht Und er goss sich über den Stern Als der Lichtgürtel sich Rundherum drehte Wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif Luma war als Stern wiedergeboren worden Das Mädchen verstand nicht Was da vor seinen Augen Vor sich ging Es sagte immer nur Was? Da erschien ein weiterer Luma und sagte Wir Luma wurden geboren Um Sterne zu werden Ein grüner Luma sagte Nach Möglichkeit Will ich für das Lächeln Einer mir wichtigen Person Zu einem Stern werden Ein blauer Luma sagte Er ist glücklich Denn er ist ein sehr schöner Stern geworden Die Luma sagte im Chor Deshalb Mama Weine nicht mehr Danke Sagte das Mädchen Mit kaum hörbarer Stimme Dann umarmte es die Luma Seit diesem Tag Floss kein Sternstaub mehr Aus den Augen des Mädchens Der Kometen nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend Kurs auf die Heimat des Mädchens Bewegte sich durch das Sternenmeer vorwärts Letztes Kapitel Familie Oh Nein Okay Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen Der wirklich hübsch war Die Luma und das Mädchen waren stolz In ihr Zuhause zu nennen Es fanden sich immer mehr Luma ein Und die Zeit verging wie im Flug Ich mag den Den Luma in dem Kinderwagen Heute gab es ein Willkommensmal Für die neuen Freunde Das Mädchen versammelte die Luma Und sagte mit lauter Stimme Nun ihr alle Heute wollen wir Brot backen Ein mit Sternenstaub Üppig bestreutes Sternenstaubbrot Die Luma waren außer sich vor Freude Eiligst liefen sie und holten die Zutaten Das Mädchen dachte Das Mädchen dachte bei sich Ich will für immer bei diesen Kindern bleiben Bis zu dem Tag an dem sie Flüge werden Soll keiner von ihnen einsam sein Wenn der Tag des Abschieds kommt Will ich sie mit einem Lächeln verabschieden Das ist das Glück einer Mama Das Mädchen schloss die Augen Und dachte an den blauen Stern Der von einem weichen Licht umhüllt war Aber einmal in 100 Jahren Will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren Und im Dunkel der Nacht Die vorbeiziehenden Sterne beobachten Der Komete auf dem die Luma Und das Mädchen ritten Setzte seine Reise fort Der Komete beherbergt mittlerweile Eine so große Familie Dass man ihre Mitglieder Gar nicht mehr zählen kann Und auch heute zieht er einen Weißleuchtenden Schweif hinter sich her Und einmal in 100 Jahren Besucht er den Heimatstern des Mädchens Ende Das Ende war ein bisschen lahm Aber ist eine schöne Geschichte Damit ist Mamas Geschichte zu Ende Okay cool Dann kann sich auch nicht weiter umschauen Was schade ist denn da sind ein paar Bilder Ich sehe eins von Rosalina und dem Luma Aber mehr auch nicht Der Miyamoto hat es gehasst Dass sie deine Geschichte erzählt haben Macht diese Geschichte Rosalina technisch betrachtet Zu einer MILF Äh Sie erfüllt auf jeden Fall Den M-Teil Den ILF-Teil Die Frage musst du beantworten Ich bin im Moment an deinem Ort ganz weit weg Ja ist okay Peach Ich dachte hier gibt es noch einen interessanten Brief So und jetzt Willst du jetzt wir Bowser nochmal machen Wenn ich Bowser nochmal besiegt habe Wir werden sehen was dann kommt Wir machen noch das richtige Ende Wir werden jetzt nicht einfach sagen Ja Keine Ahnung Wir werden es schon sehen Nein 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 Wir machen jetzt Wir gehen es los Wir werden natürlich ein bisschen skippen davon Denn An sich haben wir das ja schon mal gemacht Aber wir werden jetzt das True Ending holen Es reicht wenn sie eine äh MIL ist Eine Mutter die du magst Ja was sag ich Was sag ich mit der Was sag ich mit der Liebe für die MILs da draußen Wo bleibt denn die Wofür steht das Z Äh es steht für den Geschmack einer Milz Oh oh Hm Hätte besser laufen können Aber war okay War okay Eine gute alte Milz Die Milz ist ein Organ Gell Au Ganz vorsichtig Lumas sind ersetzbar Das ist eine sehr komische Aussage Ich habe das Gefühl Das ist eine Aussage Die einfach nur versucht Irgendwelchen Luma Genozid Der in Zukunft stattfinden könnte Den du scheinbar Äh zu begrüßen scheinst Äh zu rechtfertigen Indem man sagt Dass sie ersetzbar sind Und dem kann ich Das kann ich halt nicht gut heißen Ist ganz vorsichtig Denn der Sand ist gefährlich Schau euch die Schilder an Wenn Luma Genozid und Stütz gehört Werke Ist halt wirklich so Shit Ignoriere aber nicht die One-Ups Die haben One-Up ignoriert Das will ich doch nie tun One-Ups sind doch so wichtig Vor allem an dem Punkt des Spiels Sind sie Wir haben nicht mehr viele Vielleicht werde ich noch mehr brauchen Für die Kämpfe Die uns noch bevorstehen Zum One-Up Muss ich da erst nervig Rüberspringen Muss fairweise sein Dass ich es vorhin Wirklich nicht mal gesehen habe Auch wenn ich es gesehen hätte Hätte ich es nicht mitgenommen Oh fantastisch Das läuft gut gerade Das läuft gut Ich weiß nicht Ob die Plattform hier Eis ist Oder nicht Nein das ist Eis Okay Von dem Eis Will man sich fernhalten Das ist nämlich gar nicht so Gut Das sind Eiswürfel Jetzt ein paar Eiswürfel Damals gab es nichts Cooleres Als sich Eiswürfel aus Cola zu machen Wenn ihr denkt Dass es was Cooleres gibt Dann muss ich leider sagen Dass ihr Falsschlägt Und vermutlich Opfer Einer globalen Täuschungskampagne wurdet Fruchtzwerge Eis War cooler Fruchtzwerge Eis Ist ja was komplett anderes Das ist doch keine Eiswürfel Das kannst du doch gar nicht vergleichen Das sind ja Durstlöscher Und äh Kaprissonnen hier Eiswürfel aus Eistee Hab ich nie gemacht Klingt auch nicht so cool Ich meine natürlich Will man davon ausgehen Dass es eine Fortgeschrittene Kühlwirkung hat Da wir doppeltes Eis haben Aber ich Ich weiß nicht Gerade noch so gerettet Ich war mir so sicher Ich würde runterrutschen In die Lava fallen Ich konnte die Lava schon Förmlich schmecken Neben meiner Milz Oh mein Gott Apropos Mil Damit ich das Thema nochmal ausgraben kann Nein In Metal Arms Glitch in the system Klassiker für Playstation 2 Gamecube Und auch Xbox Oh wir sind wieder hier Die Gegner aus dem Spiel sind die Mills Das sind böse Roboter Das ist ein böse Roboter Wie schmolzt das Gestein Was ist das für eine Frage Oh mein Gott Das erinnert mich auch an Pass auf Kommentar der auch hin und wieder Aufgetreten ist Und zwar wenn ich irgendwas Ich weiß nicht mehr was Es war Irgendwann habe ich halt gesagt Oh ja Es schmeckt nach Spülmittel Und dann gab es Ein paar Leute Kommentaren Die meinten Oh Weißt du wie Spülmittel Schmeckt So eine dumme Frage Willst du mir etwas sagen Du hast bei einem Du hast irgendwann mal Bei Geschirr Nicht gut mit Wasser Nachgespült Das hat nach Spülmittel Geschmeckt Das glaube ich ja nicht Was ich meine zu Koriander Ich habe absolut keine Ahnung Ich glaube Koriander Schmeckt für mich Nicht nach Spülmittel Das muss ich mich nicht erinnern Als ich wenn ich was mit Koriander hatte Dass es für mich so geschmeckt hat Das schmeckt ja wie Spülwasser Das ist Spülwasser Erinnern das Set 39 Monate Resub Vielen, vielen lieben Dank Ich habe aktuell Spülmittel Das Ich habe ähm Ich habe aktuell Himbeerspülmittel Das riecht nach Himbeere Ich sage es euch Bei dem Spülmittel Hätte ich nichts dagegen Mal einen guten Schluck Aus der Flasche zu nehmen Schmeckt es auch nach Himbeere Es riecht auf jeden Fall Unerwartet stark nach Himbeere Ich habe das Gefühl Wenn man dafür mit Zeug abspielt Dann schmeckt der Tell auch ein bisschen Er hat eine Himbeernote Die er nicht haben sollte Zeit ist gekommen Der große Königsstern Bla 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 Ich will nur das Perfekte Ending sehen Bowser Ich mache jetzt keine Wissenschaftler raus Mit einem Zehntausend Jahre Währenden Imperium Bossmusik ist das beste Film jemals Das ist ganz nett Denke ich Das beste jemals Ich weiß nicht Für meine Palette Hat der Head in Time Einige Boss Die sehr viel mehr geslappt haben Ich bin auch generell Nicht unbedingt der größte Fan Von diesem ganzen Orchester Zeug Warum hast du so Angst Davor wie ein Videospiel Zu klingeln Shit Yes Die Münze nehme ich gerne mit Dankeschön Ich muss sagen Wenn ich das wieder so Seh wie er entlang rollt Muss ich direkt wieder In Gigabowser Denken Mögi möchte bitte Midis hören Ich mein Wenn wir zum logischen Extrem übergehen wollen Und das Gegenstück von einem Orchester Midi-Files sind Dann Wird es wohl so sein Okay Das An dem Punkt Ist das Leap ein Hit An dem Punkt Mag ich es auch Das davor war okay Wäre wahrscheinlich Aufregend Aber in Boss Wenn man nicht Den gleichen Kampf Zum 20. Mal Machen würde Weil sie haben Und auch Ein Mario Spiel Weil die nicht Zu kreative Kämpfe Haben Verzeihung Ich stand zu sehr Am Rande Wollte ja nicht Auf den blauen Lava Kapseln Landen Ich weiß nicht ganz Wie er mich damit Nicht getroffen hat Aber ich respektiere es Was ist denn Dankeschön Komm schon Oh Ja viel Spaß In der Supernova Bowser Und er ist tot Willst du mal Odyssey noch zu 100% Spielen Nicht zu 100% Wir werden aber Ähm Wenn Odyssey dran ist Wir werden es heute spielen Bis ich Zu diesem einen Super Level komme Darker Side Oder was auch immer Das war Wir werden aber Nicht die 100% Holen Danke dass du uns Das Ende vom Mario Film Spoilerst Bitte In diesem Moment Ist genauso cool Wie beim ersten Mal Wenn man diesen Dummen Transparenten Stern Mitnimmt Ich hätte gerne Ein Super Bowser Spiel Du meinst sowas wie Mario Luigi Bowser Inside Story Wie auch immer es hieß Inside Bowser Kann ich das eigentlich skippen Nein kann ich nicht Ist ok Ich denke das soll jetzt alles normal durchlaufen Und wir kommen vielleicht am Ende dann irgendeine Meldung Wie oh du kannst übrigens Luigi spielen Odyssey All Moons geht voll klar Nein Nein Das will ich nicht Das will ich wirklich nicht machen Wir haben Wir haben Wir haben Ich habe die 120 Sterne In Sunshine geholt Irgendwo ist auch mal Schluss Was denkst du Wie schmeckt der transparente Stern Oh pass auf Ich hatte gerade so ein gutes Beispiel Ich hatte gerade so etwas Gutes dafür Ähm Doch ich hab's Pass auf Auf einen Kaugummi Den du schon so weit ausgekaut hast Äh Ist einfach nur dieser Einfach nur Gummi Das war's Einfach kein Geschmack Nichts mehr übrig So schmeckt der Stern Kaust drauf rum Und denkst dir so Ja vielleicht ist irgendwo noch ein bisschen Geschmack Aber Na Da ist nichts mehr Da ist nichts mehr zu holen Ich liebe immer noch Dass das das Ende von Bowser ist Fucking Supernova Und er überlebt Luigi vor allem spielt sich nicht so angenehm hier Luigi spielt sich nie angenehm Ich finde Luigi immer schrecklich zu spielen In Mario Spielen Weil er halt immer Er springt hoch Aber er rutscht immer umher Und das ist halt super nervig Schmeckt wie altes Esspapier Wie schmeckt altes Esspapier Es sind eine Menge Lumos Die da reinspringen Wie steht Rosalina dazu Dass sie jetzt alle abhauen Nach Staub Aber woher weißt du wie Staub schmeckt Willst du nicht mal sagen Du hast schon mal meinen Staub gefressen Das ist ein cooles Ending Muss man aber sagen Hatten wir das beim ersten Mal auch so Können wir vor Als würde es gerade länger gehen Aber das ist wahrscheinlich Nur eine Spiel ich mir nur ein Das ist immer so Noch nie Teppich wurde abgeleckt Ein Sternbaby wurde geboren Dieses Kind wird sicherlich der Einsteine neue Galaxie werden Nah Geben den ganzen noch ein paar Milliarden Jahre Und es wird nichts mehr geben Wenn das Licht eines Sterns verblasst Zerbierst ja zu Sternenstaub Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt Wirkt er wieder zu einem Stern Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter Und so krümelt der Keks Mario Mario So krümelt der Keks Aber es wiederholt sich nur das gleiche Es ist immer wieder neu Und so Wie gruselig ist das Babygeschrei Ja das Babygeschrei erinnert mich Super stark an Bloodborne Zu viel Einsicht Ja Mario sieht Dinge Die er nicht sehen sollte Hm Die neue Galaxie Nennen wir Super Mario Galaxy 1 Okay Und wie nennen wir die zweite Galaxie Die danach kommt Nennen wir die etwa Super Mario Galaxy 1 2 Oh Sie sind von Top W 39 Monate Resub Wie viel lieben Dank Was so ein schönes Ending Nein die heißt Günther Okay Super Mario Sunshine Die dunkelste Timeline Was ironisch ist Weil es um Sonnenschein geht Aber es ist trotzdem sehr dunkel Dieser Bowser Und jetzt werde ich für euch alle einen Kuchen backen Wie sieht die Mario Timeline überhaupt aus Fang damit gar nicht erst an Es gibt keine Und auch an euch Der Text läuft viel zu schnell in der Version Das klingt ja so als wäre es Mario Galaxy 1 Und nicht Galaxy 2 Das kann ich nicht skippen Komm schon Lass mich das doch skippen Wer ist überhaupt Miyamoto Vor allem ich weiß sowieso Das nur darauf hinausläuft Dass dann am Ende kommt Hey du kannst den Luigi spielen Vollidiot Viel Spaß damit Aber wir werden trotzdem Wir können Ich kann nicht skippen Es ist nicht mal eine Option Also von Torben Wie fünf Gift Subs Wie viel lieben Dank Für Arcano Kerunimon Äh Library Jugo Petrugo Nummer 1 Und der Knoblauch Enjoyer Ich hab mir heute Knoblauch Granulat gekauft Jetzt müssen wir erstmal das Spiel nochmal neu anfangen Ich mag es wie drei jetzt rumstehen Als hätte Bowser nicht mehrere Kriegsverbrechen begangen Vergiss nicht das kleine Detail Das Bowser meinte Er will ein 10.000 Jahre bestehendes Imperium errichten Oder reich Je nachdem Äh vergessen wir diesen Teil mal bitte nicht Jetzt noch Galaxy 2 Näh Näh Wir sind fünf Stunden online Hören doch jetzt nicht noch Galaxy 2 an Wir fangen jetzt Galaxy 3 an Mag Kanye West auch Bowser Ich hab überlegt Ob ich mir dazu was sagen soll Tatsächlich Ist das gecancellte TurboGrafx-16 Album In Nintendo 64 umbenannt worden Und es ist immer noch gecancellt Äh Lord Raspi Frischer Sub Wie viel lieben Dank Und Maeve Explorers 66 Monate Resub Auch dafür Wie viel lieben Dank Maeve ich hab die 120 geholt Was hältst du davon Die 120 Sterne Wahrscheinlich ich kann wie Mario die Belone kickt Ich finde in Bowser's Galaxy Könnten sie auch mal die Fußball-WM ausrichten Außerdem Juri 11 Monate Resub Wie viel lieben Dank Das ist doch Luigi Den kenn ich doch Schau ich die gewaltige Nase an Mach jetzt nicht den Riki und spiel Galaxy 2 Das ist ein aktueller Spruch Ist dort wenigstens Bier erlaubt Äh Wahrscheinlich Es gab ja die Szene am Ende von Super Mario Kart Ich glaube es wurde in der Version aus der von Japan rausgeschnitten Wo Bowser eine Champagnerflasche in die Luft wirft Und der Peach einen Schluck daraus nimmt und ein bisschen betrunken wird Aber Bowser wirft ganz stolz den Stoff in die Luft Das heißt ich würde sagen bei Bowser ist Alkohol erlaubt Heute gibt es nur Panzerschokolade Oh da hätte ich gerne noch ein Stückchen Äh Bubba Bernd Frischer Sub Wie viel lieben Dank Peach wird sogar rot im Gesicht Oh ja Zum Vino sagt der Nino Peach scheinbar auch nicht Oh Kinder Pure Amphetamine Lecker lecker Sag die Termine ab Heute werde ich nur noch Panzerschokolade vertilgen Copyright liegt übrigens bei Nintendo Ja gerne geschehen Mario Kann ich jetzt auch jemand anderes spielen Jemand mit dem ich mich mehr infizieren kann Jemand der größer, schlanker und etwas dummer ist So jemand wie Luigi Was ist das ein Nintendo Spiel? Nein Ist das jetzt neu? Ich habe keine Ahnung Ist ein paar Wochen her seit wir zuletzt durchgespielt haben Bitte Ich werde auch in Zukunft von den Sternen aus über euch wachen Nein ich glaube das ist nicht neu Sie ist quasi Gott Soweit ich das verstanden habe Dann wiederum Das kommt mir gar nicht bekannt vor Ich glaube das ist neu Ich habe keine Ahnung Äh Mr. Non-Conform Zwei Monate Resub Wie viel lieben Dank Nein das kommt mir definitiv nicht bekannt vor Oh das ist das alte Raumschiff von ihr War das der erste Luma War das der erste Luma? Ist das wo sie damals zum ersten Mal gelandet ist? Super Luigi Galaxy Ist okay Luigi Super Luigi Galaxy Kann ich den Charakter einfach wechseln? Muss ich dafür ein neues Spiel anfangen? Oh das ist der gleiche Spielstand Ich will nur kurz reinschauen Ich will nicht wirklich Ach Gott ich will nicht wirklich jetzt anfangen Ich will nur kurz schauen was er kann Er hat sehr lange Arme und sehr kurze Beine Und von der Fede 51 Monate Resub Wie viel lieben Dank Lass uns spielen Okay Oh nein Schau dich an wie der rutscht Schau dich an wie der rutscht Ich glaube sein Long Jump ist super hoch Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Sein Triple Jump Das ist ein hoher Sprung Ja wir werden das Spiel jetzt aber nicht noch mit Luigi spielen Das Spiel wird jetzt verendet Mit Cosmic Luigi Die Cosmic Luigi Rennen sind ein gutes Stück schwerer Außerdem so ein paar Dinge anders Wenn man mit Luigi spielt Das ist ganz nett Es ist damit canon Dass die neue Galaxy Super Luigi Galaxy heißt Ich glaube ja Ich glaube ja ehrlich gesagt Sobald ich das verstanden habe Puh Okay Aber Wir haben Mario Galaxy durchgespielt Ein wunderschönes Spiel Ich weiß wieder warum ich mir Sonst immer gesagt habe Wenn ich Galaxy wieder spiele Dann werde ich die Schabernakometen nicht machen Denn Uua Uua Ich meine die Schabernakometen Ich stimme full inzwischen zu Dass die Schabernakometen In Ordnung sind Allerdings Die lila Kometen Lila Kometen sind besser als blaue Münzen Machen wir uns an der Stelle nichts vor Kein Wettbewerb Aber Sie sind weit davon entfernt Eine optimale Lösung zu sein Oh Es gibt viel zu viele lila Kometen Ich habe das Gefühl Das Spiel wäre ein gutes Stück besser Wenn nicht so viele da wären Aber Sie mussten wohl noch irgendwie Auf die 120 Sterne kommen Würde ich von ausgehen Sicherweise Sache Die man in Galaxy 2 nicht hat Dann sind auch die Schabernakomete Generell wesentlich interessanter gemacht Ich sollte jetzt auch endlich anfangen Will endlich wissen Wovon ihr immer redet Das heißt ihr Beim letzten Mal haben Nur Fuli und Joy davon geredet Weil es bei mir Ewig her war Seit ich zuerst gespielt habe Chatwort Luigi Galaxy Ja oder nein Nein Wir werden nicht nochmal Mario Galaxy spielen Überhaupt nicht Jede Hauptgalaxy Hat die lila Münzen By the way Ja Ist mir aufgefallen Aber ja Lila Münzen sind Ähm Sind nicht so spaßig Das ist so der Ich würde sagen Das ist so der Punkt Der mir im Spiel Nicht gefallen hat Aber ansonsten Ziemlich spaßig Und ich bin mir inzwischen Relativ sicher Dass ich Galaxy 2 Für ein besseres Spiel Halte Aber in Galaxy 2 Spielt man die gleichen Stellen Mehrmals Weil es so linear ist Galaxy 1 Ist auch linear Es gibt drei Galaxien oder so Wo man das Gefühl hat Dass es ein bisschen Offener sein kann Aber eine davon Haben sie gleich Zweimal gemacht Was die Honigbienen Was das Honigbienen Königreich war Haben sie nochmal Eine Herbstversion Gemacht Was einfach nur Gespiegelt war Das ganze Spiel Nochmal Okay Das ganze Spiel Nochmal Nein Also bist du Team Johnny Scheinbar Scheinbar Aber ja Nettes Spiel Nettes Spiel Ziemlich gut Spielbar Über die 3D Collection Natürlich Und wir sind fertig Mit Mario Galaxy Sie Ziemlich